Nomads – Die Invasoren von Alan J. Stark Gelesen von Georg Bruckmann Prolog Der erste Kontakt zu einer außerirdischen Zivilisation fand am 21. Februar des Jahres 4589 statt und hatte nichts von alledem, was man sich von so einem Ereignis erhoffte oder in Verbindung damit wünschte. Es gab kein glänzendes Raumschiff, das majestätisch und geheimnisvoll vom Himmel sank. Keinen hochgewachsenen, engelsgleichen Besucher, der mit unseren Anführern zu sprechen verlangte, um dann eine Rede vor den Vereinten Nationen zu halten. Da war kein Abgesandter einer weit fortgeschrittenen Zivilisation, der uns Frieden anbot, um die junge Menschheit an der Hand zu nehmen und in die Geheimnisse des Universums einzuführen. Kein überlegenes Konzept, die kleinlichen Streitigkeiten unter den Nationen und den ewigen Kampf um die Ressourcen des Planeten beizulegen. Die Fremden hatten ihre eigenen Konflikte mitgebracht und sie zu unseren Problemen hinzugefügt. Ich erinnere mich noch gut an die Tage, an denen der Erdboden zitterte und an die Nächte, erhellt von den Breitseiten mächtiger Raumschiffe, die über den Himmel kreuzten. Der erste Kontakt zu den Außerirdischen war verstörend, brutal, angsteinflößend und besaß den Charme eines Faustschlags mitten ins Gesicht. Ihr unerfreulicher Besuch hatte etwas überwältigend Beiläufiges an sich. Wir Menschen waren nicht einmal ein lästiges Übel, das über die Oberfläche der Erde kroch und die Truppenbewegungen der Kriegsparteien störte. Ein Übel konnte man nicht ignorieren. Auf ein Übel musste man reagieren, es bekämpfen, sich damit auseinandersetzen. Doch wir, wir waren es nicht wert, bekämpft zu werden, sondern waren einfach nur im Weg. Wir wurden beiläufig zertreten, wie Ameisen auf dem Gehweg. Und die Tatsache, dass wir es gleich mit zwei Kulturen zu tun bekamen, die ein interstellarer Krieg in die Randbezirke der Milchstraße verschlagen hatte, machte das Ganze nicht besser. Beeindruckend war lediglich das Ausmaß der Zerstörungen auf der Erde, den Mondsiedlungen und all den anderen Kolonien und Planeten des Solsystems. Beeindruckend war auch die Beliebigkeit, mit der man ganze Kontinente verwüstete, um Basen und Stützpunkte zu errichten. Doch bald erkannten zumindest die Akato den Wert der kleinen Erdenbewohner. Wir erwiesen uns als zäh, ausdauernd, zuverlässig, und unsere Fähigkeit zu leiden erstaunte die hochgewachsenen Wesen mit den pferdeartigen Köpfen, die von einer grünen Welt mit dichten Urbildern stammten. Man gab uns Waffen, bildete uns aus und schickte uns gegen die insektenartigen Cayman in den Kampf. Die Eingliederung der Menschheit in die verfeindete galaktische Familie erfolgte über von den Akato eingerichteten Rekrutierungsstellen oder dadurch, dass man kampffähige Individuen einfach entführte und gegen ihren Willen in die Flotte integrierte. Weder die Cayman noch die Akato waren Menschenfreunde und auch im Umgang mit uns zeigten sie sich nicht zimperlich. Für mich war bald klar, dass wir für sie nur billiges Kanonenfutter darstellten, um die Verluste bei den waldbewohnenden Pferdeschädeln gering zu halten. Ja, und so kam auch ich, Dominic Porter, in den zwiespältigen Genuss, meine erste Reise zu den Sternen anzutreten, um die Weiten der Galaxis zu erkunden und die wenig friedlichen Kulturen der Sternenwelt kennenzulernen. Kapitel 1 September 4603 Dominic Porter saß vor einem ovalen, gepanzerten Fenster an Bord des Akato-Schiffes Skitra und blickte auf seine Heimat hinunter. Er würde in einem Monat 26 Jahre alt sein und gehörte schon zu einer Generation von jungen Menschen, die für ihr Alter bereits zu viel erlebt und durchgemacht hatte. Immerhin war er nicht vor seiner Zeit in die Jahre gekommen, wie etliche seiner Altersgenossen und vermochte sich, seine jugendliche Sorglosigkeit zu bewahren. Manche hätten es vielleicht als Leichtfertigkeit angesehen, aber Dominic gehörte durchaus nicht zu der Sorte von Menschen, die ohne Mitgefühl und ohne Verantwortung durch das Leben gingen. Er versuchte lediglich, seine Haut zu retten und dafür war ein unversehrter Geist unverzichtbar. In Dominics schmalem Gesicht mit den hellen, grünblauen Augen suchte man die Sorgenfalten vergeblich. Sein kastanienbraunes Haar zeigte keinerlei graue Stellen wie das von vielen anderen seiner Altersgenossen, bei denen die Angst weiße Strähnen hinterlassen hatte. Dominic sah hinab auf die Lichtansammlungen der Städte Fargo, Wilmer und Minneapolis. Zwischen ihnen sprengelten die spärlichen Lichter unzähliger Dörfer, die verödeten Landstriche wie einsame Sterne. Sie alle schrumpften zu kleinen, glimmenden Punkten zusammen, je höher die Skitra stieg. Selbst die monströsen Säulen der Akato-Stützpunkte wurden winziger und winziger. Dominic konnte von hier oben etwa zehn dieser Türme ausmachen, die sich in einer geraden Linie bis zum Horizont erstreckten und lange Schatten über das Land warfen, während die Morgenröte heraufzaug. Mächtige Akato-Schiffe hatten an den Gebäuden festgemacht und warteten auf ihre Abfertigung. Zahllose Zubringerboote umschwirrten sie mit leuchtenden Triebwerken wie Schwärme von Glühwürmchen, die um die Stämme riesiger Bäume kreisten. Im Schimmer der Morgendämmerung begannen sich die Umrisse der großen Seen abzuzeichnen, die wie Bruchstücke polierter Spiegel glänzten. Innen fehlten mittlerweile die Formen, die Dominic im Schulunterricht kennengelernt hatte und die ihm seit seiner Kindheit vertraut gewesen waren. Überall hatten Geschosse mit ihrer immensen Zerstörungskraft kreisrunde Löcher in den Boden gestanzt und die natürlichen Strukturen der Landschaft so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass nichts mehr an ihre ursprüngliche Gestalt erinnerte. Viele Krater hatten sich inzwischen mit Wasser gefüllt und überzogen den Erdboden in einem sonderbar anmutenden Muster, als wären Tropfen aus Quecksilber zu Boden gefallen. Im Glanz des neuen Tages sahen sie aus wie das Werk eines Künstlers, der sein Können an ganzen Planeten erprobt hatte und der es dabei in Kauf nahm, Zivilisationen und Völker zu vernichten. Über die Verluste an Menschenleben, die seit dem ersten Kontakt zu den Akkater und den Cayman zu beklagen waren, gab es nur Spekulationen. Und weder die eine noch die andere Partei schien Interesse daran zu haben, herauszufinden, welchen Schaden sie bisher angerichtet hatte. Die Erdbewohner und ihr Leid besaßen für den Krieg, den Akkater und Cayman schon seit Jahrtausenden gegeneinander führten, nur geringe Bedeutung. Doch immerhin stellte es sich heraus, dass die Akkater den Menschen etwas weniger Missachtung entgegenbrachten, als die Insektuiden Cayman. Während in den Gebieten, die von den Käfern beherrscht wurden, jede Infrastruktur zusammengebrochen war, konnte man in den Territorien, in denen die Akkater das Sagen hatten, noch relativ gut zurechtkommen. Viele, die diese Gebiete bewohnten, glaubten an die Rückkehr zu einem normalen Leben, sobald die Eindringlinge wieder abzogen. Aber Dominik hegte Zweifel daran, dass die Akkater oder Cayman jemals wieder von diesem Planeten verschwinden würden. Und selbst wenn, dann konnte das Leben auf der Erde nie wieder so sein wie zuvor. Dominik war nicht der Erste, der das erkannt und sich den Akkater im Kampf angeschlossen hatte, um sein Glück in den Weiden des Weltraums zu suchen. Allerdings führten die Akkater ihren Krieg an vielen Fronten, und die Wahrscheinlichkeit, vorher zu sterben, war beinahe gewiss. Die Skitra, was übersetzt Schwert bedeutete, und die unter dem Kommando von Hulan Mestray stand, war für ihn vielmehr das geeignete Mittel, ihn zu den Sternen zu bringen. Und Mestray war ein ruhmreicher Akkater-Krieger, der den Cayman mächtig eingeheizt und sie beinahe von der Erde vertrieben hatte. Beinahe nur, denn ein paar Wochen zuvor war bei den Käfern der Nachschub eingetroffen, weswegen sie ihre verbliebenen Stellungen hatten halten können. Warum man Hulan Mestray gerade in diesem Moment von der Erde abzog, konnte Dominik sich nicht erklären. Aber es war unnötig, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Die Akkathos würden ihn sicher nicht in ihre unergründlichen Absichten einweihen, und auf der Erde gab es nichts mehr, das ihn dort halten konnte. Nachdem eines der riesigen Kämern-Schiffe über seine Heimat abgestürzt war und nichts weiter als eine verkohlte Einöde hinterlassen hatte, in der er seine Familie ihr Ende fand, wollte er alledem den Rücken kehren, was ihn an sein verlorenes Zuhause erinnerte. Schließlich schwenkte die Skitre auf einen Kurs ein, der sie aus dem Sonnensystem tragen sollte, und die Erde verschwand aus seinem Blickfeld. Dominik sprang von der Sitzbank vor dem Fenster und betrachtete den Raum, in dem er sich befand. Er war nicht besonders groß, schon gar nicht für Akkatho-Verhältnisse, da die ausgewachsenen Akkatho die Menschen gewöhnlich um eine gute Armlänge überragten. Der Raum strahlte die ruhige Feierlichkeit einer Kirche aus. In mehreren Öffnungen der Wände flackerte Licht, als ob Kerzen darin brannten, ein herber Duft von Kräutern und aromatischen Harzen hing in der Luft. Es musste sich um einen Meditationsraum oder eine Art Kapelle handeln. Dominiks Nase wurde von sonderbaren, süßen Düften erfüllt, die seinen Sinnen schmeichelten und für göttlichen Trost empfänglich machen sollten. Aber es waren auch die Formen, die ihn in seinen Bann zogen und angenehm auf seine Augen wirkten. Formen, die so ganz anders waren als alles, was Menschen konstruieren konnten. Sämtliche Strukturen flossen ineinander, als befände man sich im Inneren einer Pflanze. Es gab keine Kanten, keine Ecken oder rechte Winkel. Alles erschien ihm organisch und in steter Bewegung zu sein. Ah, kein Wunder, dachte sich Dominik, denn jedes Schiff der Arkato war aus Holz gefertigt und bildete allein dadurch einen deutlichen Gegensatz zu den Fahrzeugen der Menschen oder der Cayman. Die Schiffe und Bauwerke der Cayman schimmerten Silber- und Kupferfarben, besaßen hier und da kantige Formen und waren von Ornamenten überzogen, von denen Dominik nichts sagen konnte, ob sie einfach nur zur Zierte dienten oder eine Funktion erfüllten. Die Schiffe der Arkato hingegen sahen wie fliegende Baumstämme aus und erweckten den Anschein, als wären sie von groben Ästen stromlinienförmig zugehauen worden. Erst bei näherer Betrachtung konnte man die feine Konstruktionsweise erkennen. Bis vor kurzem hatte Dominik noch nie eines der Schiffe von innen betrachten können und seine Faszination wuchs von Minute zu Minute. Die Skitra strahlte eine kraftvolle Würde aus, die an vielen Details zum Ausdruck kam. Organische, kraftstrotzende Formen, die den Eindruck vermittelten, einen einzigen festen Körper zu bilden, der keine Fugen besaß. Auch war alles größer als auf den wenigen Schiffen, die die hühnenhaften Arkato den Menschen zur Verfügung stellten und die man aufwendig an menschliche Größenverhältnisse angepasst hatte. Hier hatte man sich diese Mühe jedoch nicht gemacht. Konsolen, Quartiere und Gefechtsstände hatten die Arkato-Konstrukteure ausschließlich für ihre Artgenossen geschaffen. Die Schalter, Knöpfe und Regler waren groß und für die kleinen Menschenhände ungeeignet. Die Wohncontainer an Bord der Skitra, die aus den Militärbeständen der Erde stammten und irgendwie in den Besitz der Arkato gelangt waren, wirkten wie Fremdkörper. Sie dienten den Menschen als Unterkunft. Auch Dominik hatte sich bereits ein Bett und einen Spind gesichert. Es gab noch genügend Platz für weitere Rekruten, die in Kürze eintreffen würden und aus denen sich Dominik eine Truppe zusammenstellen durfte. Dominik verließ den Meditationsraum, schlenderte durch die Korridore und erreichte schließlich die Kantine des Schiffes. Hier waren ein paar Tische und Stühle aufgestellt worden, die aus den Beständen der Menschenflotte stammten. Alle Menschenwesen an Bord der Skitra versammelten sich oft hier und nahmen ihr Essen ein. Auch jetzt sah Dominik etliche Menschen, die gerade ihre Mahlzeiten verspeisten. Einige mit offensichtlichem Appetit und andere, die lustlos in ihren Tellern und Schüsseln herumstocherten. Darunter einige neue Gesichter. Es mussten etwa 50, 60 Menschen sein, schätzte Dominik. Männer und Frauen im Alter zwischen 20 bis 40. Die Neuankömmlinge waren ihm noch nicht vorgestellt worden. Dominik kannte weder ihre Namen noch ihre Ränge. Ein Shuttle hatte sie vom Sammelpunkt bei Dallas abgeholt und sie vor gut einer Stunde im Hangar der Skitra abgesetzt. Dominik ließ es sich nicht nehmen, die Szene aus einiger Entfernung zu beobachten. Der Akato-Offizier, der die Menschen empfing, sah davon ab, die komplizierten Namen der Rekruten herunterzuleiern, um zu überprüfen, ob alle angeforderten menschlichen Soldaten an Bord waren. Er blickte lediglich in die Gesichter der Neuankömmlinge und ab und an in sein Datenpad, um die Informationen abzugleichen, die er darauf ablesen konnte. Anschließend brachte die mürrische Kreatur die Menschen in die Kantine und machte sich davon, ohne ihnen weitere Anweisungen zu erteilen. Jetzt harten sie darauf, dass man ihnen ihre Quartiere zuwies. Man ließ sie warten und auch Dominik sah erst einmal davon ab, sich seine künftigen Kampfgefährten näher in Augenschein zu nehmen. Ihm gingen gerade zu viele Gedanken durch den Kopf, die er zuerst ordnen musste, bevor er sich der Probleme von Fremden widmen konnte. Nach seinem Spaziergang durch die Korridore der Skitra fand er sich endlich hier in der Kantine ein, um die neuen Kameraden kennenzulernen. Es war kein Gesicht darunter, das Dominik kannte, aber einige von ihnen schienen schon Zeit miteinander verbracht zu haben. Aus der Art und Weise, wie sie miteinander umgingen, schloss Dominik, dass sie gemeinsam in etlichen Gefechten gewesen waren. Sie plauderten unbekümmert und schienen sich über vergangene Einsätze und Erlebnisse zu unterhalten. Manchmal lachten sie oder kommentierten irgendeine Begebenheit mit spaßigen Bemerkungen, kehrten aber schnell zum gewohnten Ernst zurück. Andere hingegen saßen einsam und alleine vor ihrem Essen und musterten schweigend ihre Umgebung, distanziert, nachdenklich, misstrauisch. Einige machten den Eindruck, als seien sie Verluste gewöhnt und daher nicht darauf aus, neue Freundschaften zu schließen. Sie vermieden den Blickkontakt zu den anderen und saßen etwas abseits. Angesichts der neuen und ungewohnten Situation blickten viele der jungen Rekruten gespannt und unsicher umher. Zweifellos hatten auch sie noch nie zuvor ein Akato-Schiff von innen gesehen. Alle schienen sich klar darüber zu sein, sich an einem gefährlichen Ort zu befinden und darüber, dass jeden Augenblick die Hölle über sie hereinbrechen konnte. Dominic erinnerte sich noch ganz genau an seinen ersten Tag auf dem Zerstörer, dem er zugeteilt worden war, die Zora unter dem Kommando von Daniel Perk. Auch er war sich damals einsam und verloren vorgekommen, unsicher angesichts der Abenteuer und Gefahren, die ihn noch erwarten würden. Er konnte die Jungen und Mädchen sehr gut verstehen. Dominic hatte sich mit 18 Jahren entschieden, sich der Heimatflotte anzuschließen, und nun war er seit acht Jahren dabei. »Ei, ich dachte, ich komme mal zu euch«, sagte er etwas unbeholfen, als er sich zu den Rekruten setzte. »Allzu offensichtlich.« Der seierliche Kommentar kam von einem rothaarigen Jungen mit wasserblauen Augen, der ihm gegenüber saß. Potter ignorierte die Worte des Jungen. »Wo kommt ihr her?«, fuhr er unbekümmert fort. »Wird wohl eine Fragestunde?«, setzte der Junge nach. »Dachte er eigentlich, ich hätte die Verhöre hinter mir.« Dominic stand auf, um zu gehen. »Sorry, war eine dumme Idee.« »Er hat es nicht so gemeint«, sagte eines der Mädchen, die neben dem Rotschopf saßen, woraufhin sich Potter widersetzte. »Er ist nur aufgeregt, wie wir alle. Ich bin Sandra Diggs, der vorlaute Kerl hier. »Wis David Moore kam ihr der Rothaarige zuvor.« »Und der hört vor, Admiral zu werden.« »Aber ihren Namen kennen wir noch immer nicht.« »Mein Name ist Dominic Porter.« »Leutnant Dominic Porter«, merkte Moore mit geflissentlichem Blick auf Dominics Schulterklappen an. Sandra Diggs widmete Dominic ein schräges Lächeln. Ihre grünen Augen glitzerten. »Dann müssen wir wohl vor Ihnen salutieren.« »Das kommt drauf an, was der Käpt'n dazu meint«, winkte Dominic ab. »In der Heimatflotte hat man sich viele Formalitäten abgewöhnt. Wie das hier gehandhabt wird, weiß ich nicht. Ich bin erst kurz vor euch hier angekommen.« Dominic fand diesen Mangel an formaler Disziplin bedauerlich. Er führte zu vielen Problemen durch Respektlosigkeiten. Auch auf der Zora verursachte das ab und an Schwierigkeiten, aber er wollte an den gängigen Gepflogenheiten jetzt nicht rütteln oder darüber eine Debatte anfangen. »Ah, sind Sie schon lange im Einsatz?« fragte ein anderer Junge, der vielleicht der Jüngste in der Taube war. Er hatte ein schmales, wissbegieriges Gesicht mit vielen Sommersprossen und kurze weißblonde Haare. »Ich habe auf der Zora gedient«, erklärte Dominic Porter im Bewusstsein, dass diese Offenbarung eine Diskussion auslösen konnte. »Drei Jahre. Unter Captain Perk.« »Die Zora.« David Moore stand das Staunen ins Gesicht geschrieben. »Der Captain Perk. Daniel Perk.« Dominic wurde klar, dass er einen Fehler gemacht hatte, indem er schon so früh damit herausgerückt war. Er hätte sagen können, die letzten Jahre auf einem Zerstörer oder irgendeinem anderen Schiff gedient zu haben, ohne irgendeinen Namen zu nennen. »Es gab Tausende von Schiffen. Und Scheiße.« Er hätte sich einfach einen Namen ausdenken können. »Er hat seine Mannschaft an die Cayman verkauft.« Das Mädchen mit dem breiten Gesicht und den braunen Haaren zeigte sich angewidert. »Wegen ihm haben wir zehntausend Mann verloren und drei Schlachtschiffe.« Auch ein anderer Rekrut konnte sich nicht zurückhalten. »Es heißt, er sei ein Sklavenhändler.« »Er hat Menschen verkauft.« »An die Cayman und an andere Völker in der Galaxis.« Der Junge, der diese Behauptung von sich gab, war für einen Soldaten ein wenig zu dick. Dominic fürchtete, er könne zu einem Problem werden, sollten sie eine Bodenoperation durchführen müssen. Warum hatten ihn seine Vorgesetzten nicht auf Vordermann gebracht? »Halt die Klappe«, fuhr David Moore dem Dicken über den Mund. »Es war doch alles eine Verschwörung. Man wollte Park ans Bein pissen.« In diesem Moment beschloss Dominic, den Rothaarigen etwas mehr zu mögen. Es wurden viele Worte darum gemacht. Zu viele Worte. Dominic besah sich die Runde noch eingehender und es beschlich ihn ein Verdacht. »Ihr? Ihr gehört irgendwie alle zusammen. Aber im Kampf wart ihr nicht.« »Wir kommen von der Universität«, informierte ihn Sandra Dix. »Thomas Moore Universität in Baltimore.« Ergänzte der Dicke. »Oh, ich wusste gar nicht, dass man jetzt schon Schüler rekrutiert«, wunderte sich Dominic. »Wir sind ebenso gut wie alle anderen«, sagte das Mädchen mit dem breiten Gesicht. Dominic wagte, das zu bezweifeln. Aber ihre Mitschüler schienen ebenso überzeugt von ihrer eigenen Kampfkraft zu sein wie sie. »Ihr werdet das noch früh genug unter Beweis stellen können«, sagte Dominic und blickte ernst in die Runde. »Aber Eifer ersetzt nicht die Erfahrung.« »Niala hat recht«, meinte Sandra mit einem Kopfnicken zu dem breitgesichtigen Mädchen hin. »Wir haben in unserem Diskussionskreis sämtliche Strategien beleuchtet, die in diesem Konflikt angewandt wurden. Wir wissen sehr gut Bescheid.« »Diskussionskreis.« »Strategien beleuchtet.« »Sämtliche Strategien sogar.« Dominic Porter musste alle Mühe aufwenden, um ein Kopf schütteln und ein Lachen zu unterdrücken. Er hatte die Retter der Menschheit gefunden, überlegte er amüsiert, und würde sie nun auf den Kampfplatz führen. »Wer gehört noch zu eurer Gruppe?« Sandra Dix stellte ihm den dicken Jungen vor, der Peter Norden hieß, Alex Donhall mit den Sommersprossen, die breitgesichtige Nayala Lopez und noch zwei andere Jungen, Kristen Peskin und Frederick Zest, sowie ein dunkelhaariges Mädchen namens Linda Sung mit leicht asiatischen Gesichtszügen. Ein leiser Gongschlag kündigte das Kommen eines Akato-Offiziers an. Die erfahrenen Soldaten im Raum erhoben sich eilig. Auch Dominic Porter stand auf und nahm Haltung an. Die Studenten folgten seinem Beispiel. Daumen an die Hosennaht, die Augen geradeaus, Schultern gestrafft. »Perfekt.« »Wenigstens das hatten sie gut geübt,« dachte sich Porter. Der Akato forderte die Menschen auf, ihm zu folgen, damit er sie zu ihren Unterkünften bringen konnte. Sie schulterten ihre Rucksäcke und folgten dem hühnenhaften Wesen. Die Unterkünfte der Menschen bestanden aus mehreren Wohncontainern, im Hangar der Skitra aufgereiht. Die Menschen durften sich ihre Stubenkameraden selbst aussuchen und bald hatten sich entsprechende Wohngruppen zusammengefunden. Dominic Porter forderte die Studenten auf, den Container zu beziehen, in dem er zuvor schon seine Sachen untergebracht hatte. Die jungen Leute begutachteten die Pritschen und Hochbetten misstrauisch. Offenbar hatten sie etwas mehr Luxus erwartet. »Nun, das würde nicht die letzte Enttäuschung sein, die ihnen widerfahren wird,« dachte sich Porter. Ein älterer Sergeant hatte sich ihnen angeschlossen und belegte das letzte freie Bett. Es handelte sich um einen kleinen, gedrungenen Mann mit kurzen grauen Haaren und einem perfekt gestutzten Bart, der um das Kinn herum noch eine kupferrätliche Farbe zeigte. Er hieß Aaron Kruger und redete nicht viel. Nachdem er seine Pritsche geprüft hatte, indem er sich darauf gelegt und sein Gepäck im Spind daneben verstaut hatte, begann er, sein Gewehr zu zerlegen und zu reinigen, obwohl das augenscheinlich nicht nötig war. Kruger besaß zudem ein stattliches Arsenal von modifizierten Stich- und Faustfeuerwaffen, die er auf dem Boden vor seinem Bett ausbereitete. Dominik hielt jetzt den Moment für gekommen, die Truppe unter sein Kommando zu stellen. »Ich heiße euch auf der Skitra willkommen,« begann er die Neuen mit fester Stimme zu begrüßen, deren Aufmerksamkeit sich nun auf Dominik richtete. »Ihr habt die Unterkunft 1033 gewählt.« »Ich bin Leutnant Dominik Porter.« »Und mit eurer Entscheidung habt ihr euch ebenfalls bereit erklärt, euch unter mein Kommando zu stellen.« »Daran gibt es nichts zu rütteln oder zu diskutieren.« »Die Hercato wünschen keine komplexe Bürokratie, was uns angeht.« »Eure Einheit ist also die 1033.« »Im hinteren Teil des Quartiers findet ihr Duschen und Toiletten.« »Ich erwarte Ordnung und Sauberkeit.« »Wie mein Vater zu sagen pflegte, findet jeder Mensch, den es auf eine einsame Insel verschlägt, genügend Möglichkeiten, sich als zivilisiertes und gepflegtes Individuum zu präsentieren. Und hier steht euch mehr als genug zur Verfügung, um diesem Ideal zu entsprechen.« Er musterte die Männer und Frauen, die ihn irritiert anstarrten. »Hat noch jemand Fragen?« wollte Porter dann wissen, aber niemand schien in der Stimmung das Wort an ihn zu richten. Weder Dix noch Lopez oder einer der anderen Studenten rührten an das heikle Thema um die Zora und Captain Perk, das sie zuvor diskutiert hatten. Dominic wünschte allen eine gute Nacht und beschloss, schlafen zu gehen. Alleine schon, um Fragen über seine Zeit auf der Zora aus dem Weg zu gehen, sollte doch noch jemand den Wunsch verspüren, seine Neugier zu befriedigen. Zum Glück war er nicht der Einzige, dessen Schlafbedürfnis Tribut forderte. Der Tag war für alle lang gewesen und der Transport von der Kaserne zum Sammelpunkt und vom Sammelpunkt auf die Skitra gewiss anstrengender als erwartet. Alle legten sich früh schlafen. Allerdings konnte Dominic keine Ruhe finden. Rastlos drehte er sich hin und her und starrte in die Dunkelheit. Seine Gedanken kreisten um all die Ereignisse, die ihn an diesen Ort gebracht hatten. Zurück zu der Zeit etwa sechs Jahre zuvor, als er sein zweites Ausbildungsjahr bei der Heimatflotte hinter sich gebracht hatte und seine Familie besuchte. Kapitel 2 Rückblende Oktober 4597 Es gibt keine Worte, die Schönheit des Herbstes in den Wäldern von Minnesota zu beschreiben, die die großen Seen östlich von Fargo säumten. Wenn die kräftigen Rot-, Gelb- und Orangetöne des Indiens Summer im Licht der Abendsonne leuchteten, als bestünden die Blätter aus glühendem Kupfer und Gold, schien das Land in eine Traumbelt zu versinken. Im Kontrast dazu der tiefblaue, fast violette Himmel, der sich über den Baumbipfeln wölbte. Dominic liebte den Herbst mit all seinen Farben. Die langen Abende und die Schwermut, die über dem Land lag, wenn der Nebel aus den Flusstälern und Seen stieg. Er genoss die letzten warmen Sonnenstrahlen, die ihm ins Gesicht schienen und blendeten, während sein älterer Bruder Benjamin den Gleiter steuerte. Der kühle, fast eisige Fahrtwind fuhr ihm durchs Haar und trug dabei die würzigen Aromen der sterbenden Vegetation mit sich. Die lange Straße, gesäumt von prächtigen Ahornbäumen, führte östlich das Cotton Lake nach Süden in die Stadt Bensley oder zu dem, was noch von ihr übrig war. Ein gutes Stück außerhalb der Stadt bewohnten die Portos ein Haus, in dem die ganze Familie lebte. Eigentlich war es ihr Ferienhaus, aber nachdem das Leben in den Städten zu unsicher geworden war, beschlossen Dominics Eltern, die Hauptstadt St. Paul zu verlassen und für immer aufs Land zu ziehen. Dominic freute sich darauf, Vater, Mutter und seine Geschwister wiederzusehen und sich ihnen stolz in der Uniform der Heimatflotte zu präsentieren. Die beiden silbernen Sterne über seiner rechten Brusttasche zeigten an, dass er die ersten zwei Jahre gemeistert hatte und die vielen Auszeichnungen darunter gaben Auskunft über sein Können und Geschick an den verschiedenen Waffengöttungen. Er war nun Offiziersanwärter und würde nach seinem Urlaub ein oder zwei Jahre auf einem Kriegsschiff zubringen, bis er mit soliden Grundkenntnissen der Flottenführung auf die Akademie durfte. »Hast du mir mal nicht verstolz platzt?« sagte Benjamin mit spöttischem Lächeln, als hätte er Dominics Gedanken erraten. Der Wind spielte mit seinen langen, braunen Haaren. »Wäre nicht sehr angenehm, wenn ich unseren Eltern die blutigen Fetzen deiner Uniform zeigen müsste, nachdem du den ganzen Drill überlebt hast.« Er senkte die Stimme in übertriebenem Ernst. »Hier die Überreste eures Sohnes, Dominic Jonathan Porter, des Aufgeblasenen.« »Haha, du würdest die Akademie bestimmt mit Bravour bestehen«, gab Dominic zurück, der wusste, wie wenig sein Bruder von der Flotte hielt, die den Außerirdischen nichts entgegensetzen konnte. »Er wäre ja zu den Streitkräften gegangen«, so behauptete Benjamin, »wenn es ihnen gelänge, ein einziges außerirdisches Schiff vom Himmel zu holen.« Solange das nicht passierte, betrachtete er es als wichtiger, an Ort und Stelle zu bleiben und die Familie unmittelbar zu verteidigen, anstatt irgendwelche Fremde in fernen Kolonien zu beschützen. Und von »beschützen« konnte ohnehin keine Rede sein, wie er Dominic erklärte, als dieser sich zum Militärdienst gemeldet hatte. »Die Heimatflotte sei nur ein Fluchthelfer«, meinte er, und Dominic hatte gekontert, es sei immerhin ehrenhaft, denen zu helfen, die sich nicht selbst helfen konnten. »Unsere Familie kann nur einen Helden vertragen.« Benjamins Stimme hatte etwas Vorwurfsvolles und das Thema, das er anschnitt, setzte dort an, wo es vor zwei Jahren geendet hatte. »In einem Monat muss ich dich sowieso wieder zurück zum Stützpunkt bringen und Mutter trösten. Bilde dir also nicht ein, dass dein Besuch ganz unbelastet sein wird. Sie weiß, dass du wieder gehen wirst. Und ich weiß, dass du ihr damit das Herz brichst, auch wenn sie versucht, es sich nicht anmerken zu lassen. Sie ist in ständiger Sorge um dich.« Dominic wusste, dass seine Mutter Carol große Probleme mit seiner Entscheidung gehabt hatte. Aber was wollte sie eigentlich? Er war erwachsen genug, um eigene Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie gefährlich waren. Durch das Auftauchen der Außerirdischen hatte er seine Illusionen früh verloren und die Fakten über die Härten des Lebens schnell erlernen müssen. Eine Lektion, die alle jungen Menschen auf der Erde hatten machen müssen, denen eine unbeschwerte Kindheit und Jugend geraubt wurde. Seine Mutter sollte ihn eher ermutigen, als ihm durch ihre Sorgen noch zusätzlichen Kummer zu machen. Sein Vater George hingegen stand auf seiner Seite. Er war ebenfalls Soldat gewesen bis zum Verlust eines Beines bei einem dümmlichen Grenzkonflikt zwischen der Asiatischen Union und des westlichen Staatenbundes auf einem der Jupiter-Monde. Das war lange vor dem Auftauchen der Cayman und Akato passiert und vor dem Chaos, das sie mit auf die Erde brachten. Aber Billy wird sich freuen, fuhr Benjamin beschwichtigend fort. Er redet seit Tagen von nichts anderem als dir. Und natürlich freuen sich auch Tammy und Sarah. Billy oder William, wie er wirklich hieß, war erst sieben und sah zu Dominic auf, als sei er ein König oder ein Ritter aus seinen Märchenbüchern. Als Dominic sich zum Militär gemeldet hatte, war er in den Augen des Jüngsten noch weiter aufgestiegen. Seine beiden Schwestern mochten Dominic ebenfalls sehr und kontaktierten ihn, so oft es ging. Da die Flotte jedoch weitgehend zur Funkstille angehalten war und nur auf geheimen Kanälen kommunizierte, kam das selten genug vor. Der Gleiter schwenkte in einer Abzweigung der Hauptstraße ein. Die großen Laubbäume, Eichen, Ahorn, Buchen, die nah an der Böschung standen, bildeten mit ihren Ästen und Zweigen ein goldenes Dach, während das Fahrzeug über den Teer dahin raste. Es kam Dominic vor, als sei es Jahrzehnte her, dass er das letzte Mal hier gewesen war. Ein Schauer lief über seinen Rücken, als die Straße in ein Feld mündete, der Wald unversehens zurückwich und das große Haus in Sichtweite kam, in dem seine Familie wohnte. Ein typisch nordamerikanisches Haus im klassischen Boston-Haus-Stil, mit weißer Holzfassade, einer Veranda und schieferfarbenem Dach. Dicht daneben eine knorrige, uralte Eiche mit dicken, ausladenden Ästen. An einem davon baumelte die obligatorische Reifenschaukel. Nur das große Trümmerstück eines Cayman-Schiffes, das in einiger Entfernung hinter dem Haus aus dem Wald ragte, störte das idyllische Bild. Benjamin betätigte die Hupe, während der Gleiter an den abgeernteten Maisfeldern zur linken und rechten Seite der Straße vorüberjagte, die das Haus in weitem Umkreis umgaben. Dominic konnte sehen, wie der kleine Billy aus der Haustür kam, über die Veranda lief und die Stufen der kurzen Treppe hinuntersprang. Auf dem Schotter der Straße, die vor dem Haus endete, hielt er für einen Moment inne, machte dann plötzlich kehrt und rannte zurück ins Haus, wobei er sich an seinen Schwestern und Eltern vorbeizwängte, die gerade aus dem Eingang kamen. »Wette, es gibt keine schönere Parade als diese«, bemerkte Benjamin trocken. Er hatte recht, nichts konnte dem Wiedersehen mit seiner Familie gleichkommen. Es war ein schönes Bild, wie seine Eltern und Geschwister auf der Veranda standen und ihn erwarteten. Der Gleiter stoppte und Dominic stieg aus. Der Wagen wippte dabei auf seinem Schwebepolster auf und ab. »Ich nehm dein Gepäck«, sagte Benjamin und griff sich Dominics Rucksack auf der Rückbank. »Du kannst ja schon mal deine Begrüßungsküsse abholen und dich abschmerzen lassen.« Es fühlte sich gut an, den knirschenden Kies unter den Füßen zu fühlen, als Dominic aus dem Wagen stieg. Der Wind raschelte in den Blättern und erst jetzt wurde sich Dominic bewusst, wie sehr er all das vermisst hatte. Während seiner Ausbildung gab es nur die gefilterte und gut temperierte Luft der künstlichen Habitate, Raumschiffe und Stationen. Geruchlos und steril auf den Schiffen der Flotte, abgestanden und muffig auf den überfüllten Habitaten zwischen den Planeten. »Schön, dass du wieder da bist«, sagte Dominics Vater George in seiner überlegenen und leicht distanzierten Art. Jeder, der ihn nicht kannte, hätte ihn als nüchtern und kühl eingeschätzt, doch Dominic wusste, dass genau das Gegenteil der Fall war. Unterstrichen wurde dieser Eindruck durch seine hohe, schlanke Gestalt und die grauen Schläfen, die ein ernstes, kantiges Gesicht umrahmten. Dominics impulsive Mutter hingegen eilte die Stufen der Veranda hinunter, umarmte ihren Sohn und versah ihn mit den von Benjamin angekündigten Begrüßungsküssen. Sie blickte ihrem Sohn lange in die Augen und rang mit den Worten, die ihr nicht über die Lippen kommen wollten. Tränen rollten über ihre Wangen, die genug darüber aussorgten, wie sie sich fühlte. »Gut, siehst du aus«, brachte sie schließlich mit belegter Stimme heraus. »Du musst hungrig sein. Ich hab dein Lieblingsessen gekocht. Troutan mit Kartoffeln und Süßkastanien. Wie sehr ich dein Essen vermisst habe,« antwortete Dominic, der die künstlichen Proteinserogate der Bordkantine, »dates nur mit Mühe herunterwürgen und sich nie daran gewöhnen konnte.« »Und wie sehr ich dich vermisst habe.« »Und euch alle.« »Die Uniform steht ja gut«, meinte Tamara, die ihr schönstes Kleid angezogen und ihre blonden Haare zu vielen dünnen Zöpfen geflochten hatte. Ihre jüngere, brünnete Schwester Sarah sah ihn mit ihren großen grünen Augen herausfordernd an. Anders als Tamara trug sie eine blaue Latzhose und ein rot-weiß kariertes Flanellhemd. Der Pagenschnitt unterstrich ihre burschikose Art, die Dominic so liebte und die sie augenscheinlich noch immer nicht abgelegt hatte. »Muss der Schwarm aller weiblichen Kadetten sein«, bemerkte sie spitz, als Billy zurückkehrte, die Stufen hinuntersprang und sich vor seinem Bruder postierte. In den Händen hielt er ein abenteuerliches Konstrukt aus grauer Pappe und Plastikstücken, versehen mit allerlei Technikschrott, den er hier und da aufgeklebt hatte. Ganz offensichtlich sollte es ein Raumschiff darstellen, das an den Seiten eine Kennung trug, die der Junge mit weißer Farbe und in kantigen militärischen Lettern auf den Rumpf gemalt hatte. Dominics Geburtsjahr 4577. In einigen Wochen, am 25. Oktober, würde er 20 werden. »Ich habe ihm dabei geholfen«, bemerkte Benjamin und erntete den mürrischen Blick seines jüngsten Bruders. »Ein bisschen zumindest«, lenkte er sofort ein, als künstlerischer Berater sozusagen. »Das ist das beste Schiff von allen«, erklärte Billy voller Stolz. »Damit kann man jeden Feind besiegen. Du musst es deinem General zeigen, damit er ganz viele davon baut.« »Natürlich«, versprach Dominic, »die Flotte braucht unbedingt einige deiner Schiffe.« »Jo, davon bin ich vollkommen überzeugt«, bemerkte Benjamin. Er grinste genervt und seine blauen Augen verengten sich zu schlitzen. In dem Moment hätte ihm Dominic gerne einen Kinnhaken verpasst. Er war gut im Kinnhaken verteilen, wie er und mehrere streitsüchtige Kadetten inzwischen wussten. »Das ist ein tolles Schiff.« Dominic streichelte über Billys blonden, ordentlich gekämmten Haarschopf, bevor er ihn zertauste, wobei Billy kicherte. »Der Sieg ist unser.« »Gehen wir rein«, meinte sein Vater schließlich. »Ihr Luft ist frischer, als sie sich anfühlt, und man erkältet sich schneller, als man es für möglich hält.« Das Abendessen dauerte bis spät in die Nacht hinein. Nach und nach verabschiedeten sich die einzelnen Familienmitglieder, bis Dominic und Benjamin alleine in der großen Küche übrig blieben und sich dann ins Wohnzimmer zurückzogen. Das Feuer im Kamin war zu glimmender Asche zusammengesunken, während die heruntergebrannten Kerzen auf dem Tisch im Esszimmer einen warmen, feierlichen Lichtschein in den Raum warfen. Ich habe mich immer gefragt, warum unsere Eltern mich Benjamin genannt haben. Er trank einen Schluck Wein und drehte das Glas nachdenklich zwischen den Fingern. Sie wussten doch, dass sie noch mehr Kinder haben wollten. Er lachte gepresst. »Aber vielleicht wussten sie, dass der wahre Held erst nach mir geboren werden sollte.« Natürlich hatte Dominic an diesem Abend im Zentrum des Interesses gestanden. Alle Gespräche drehten sich um ihn und seine Karriere in der Flotte. Ständig sollte er erzählen, was er alles gelernt hatte und was seine Ausbilder zu seinem Können sagten. Ob er ein Raumschiff fliegen könne, wie seine Vorgesetzten hießen und welche Typen von Jagdmaschinen er am liebsten mochte. Welche Einsätze am spannendsten waren und wie viele exotische Ecken des Sonnensystems er besucht hatte. Dieses Maß an Aufmerksamkeit war ihm irgendwann unangenehm geworden. Und das umso mehr, da er wusste, dass in Ben ein Gefühl der Minderwertigkeit schlummerte, das mehr und mehr anwuchs, je weiter Dominic in den Mittelpunkt rückte. Ben hatte ihm einmal anvertraut, wie ausgenutzt er sich vorkam und glaubte nur zu dem Zweck geboren zu sein, sich für seine Geschwister aufzuopfern. Er fühlte sich zurückgesetzt und an den Rand gedrängt. Es wäre nur logisch und verständlich gewesen, wenn sich Benjamin anstelle von Dominic auf den Weg gemacht hätte, seine wahren Brüder und Schwestern unter den Männern und Frauen der Flotte zu suchen. Und dennoch war Ben es gewesen, der vor Ort geblieben war, um seine Eltern und leiblichen Geschwister zu beschützen. Ich will dir was zeigen, sagte Ben, leerte sein Glas und knallte es auf den Tisch. Ich war nicht untätig, wie du gleich feststellen wirst. Er griff nach einer halbleeren Bourbonflasche und nahm zwei passende Gläser dazu. Eines drückte er Dominic in die Hand. Ich hab da eine schöne Sammlung, die dich gewiss auch faszinieren wird. Die beiden verließen das Haus und Benjamin führte Dominic zur Garage, die sich in einem großen Schuppen neben dem Haus befand. Etwa einen Monat, nachdem du weg warst, erzählte er, während sie über den Schrottplatz vor dem Haus ging, schlug eine der riesigen Cayman-Krallen bei Rochester ein. Eine von der langen, schlanken Sorte, fast zwei Kilometer hoch. Er schüttelte bedauernd den Kopf. War schlecht für Rochester. Es gab zwei Arten von Cayman-Krallen, wie man die Basen der Insektuiden nannte. Beide beanspruchten eine Landefläche von etwas über einem Quadratkilometer. Dabei handelte es sich um militärische Stützpunkte mit umfangreichen Förder- und Fabrikbereichen. Bei der einen Sorte, die wie eine schlanke Klinge in den Himmel stach, wenn sie gelandet war, lag der Schwerpunkt auf dem militärischen Aspekt. Die andere Art war kürzer und eher auf die Ausbeutung von Bodenschätzen ausgerichtet. Benjamin öffnete eines der zwei Garagentore, schaltete das Licht ein und gab damit den Blick auf vier Geländefahrzeuge mit großen Reifen frei, auf deren Ladefläche schwere Waffen montiert waren. Nach den verkrumpften Auslassöffnungen zu urteilen, schienen sie über einen Verbrennungsmotor zu verfügen. Auch ein kleiner Quadrokopter stand in der Garage, der ebenfalls nach Eigenbau aussah, aber nicht mit Waffen ausgestattet war. »Das sind Plasma und Railguns«, stellte Dominik nüchtern fest und deutete auf die Waffen an den Geländewagen. »Es wird den Behörden nicht gefallen.« »Ich habe da Kontakte«, gürb Benjamin zurück und schenkte seinem Bruder etwas Börben ein. »Sie sind froh, dass einige Leute hier ihren Beitrag leisten.« »Hier, vor Ort, wo es Sinn macht.« Er stellte das Glas auf ein Werkzeugregal und trank aus der Flasche. Dann knipste er einen weiteren Schulter an und noch mehr Lampenflampen auf. Im dekorativen Licht wurden Dutzende von skelettierten Cayman-Schädeln sichtbar, die überall an den Wänden hingen. Einige davon kunstvoll bemalt, andere vergoldet, versilbert oder mit gravierten Mustern verziert. Zurück zur Kralle bei Rochest, führte Benjamin weiter aus. Nur Stunden später tauchten die Akato auf. Sie meinten die Kralle angreifen und zerstören zu müssen, was ihnen am Ende auch gelang. Noch schlechter für Rochest. Er stemmte die Fäuste in die Hüften und betrachtete seine Sammlung von augenlosen Schädeln mit ihren grinsenden Gebissen. Die Akato flogen ab, nachdem sie ihre Arbeit für getan hielten, und haben uns mit den überlebenden Streunern alleine gelassen. Es gibt bestimmt noch hunderte von ihnen in den Wäldern. Vielleicht tausende. Wir nennen sie Schnüffler. Entgegnete Dominic. Ah, wie auch immer. Benjamin führte die Flasche zum Mund und nahm einen kräftigen Schluck. Die Greenham-Brüder Tom, Dion und ich machen hin und wieder Jagd auf die Streuner. Dion ist im Übrigen für die künstlerische Gestaltung verantwortlich. Sieht prächtig aus. Ein bisschen morbid vielleicht, aber wunderschön. Dominic kannte niemanden von Benjamins neuen Freunden. Die Namen sagten ihm nichts, und er glaubte nicht, sie jemals gehört zu haben. Benjamin deutete auf einen großen Schädel mit langen Fangzähnen. Der Knochen war strahlend weiß und offenbar poliert. Der da ist dem Haus ziemlich nahe gekommen. Ich brauchte vier Schüsse, um ihn zu erledigen. Und ich bin ein sehr guter Schütze. Das kannst du mir glauben. In den warmen Jahreszeiten sind sie sehr aktiv. Im Winter verkriechen sie sich eher. Naja, sind eben Insekten, bemerkte Dominic. Benjamin sah seinen Bruder mitleidig an. Ah, das glaubten wir bislang auch, aber da ist noch was anderes drin. Ich würde gern wissen, wie ihre DNA aufgebaut ist. Sie wirkt irgendwie hybrid. Ich bin einem Cayman noch nie sehr nahe gekommen. Gürb Dominic zu. Ich kann darüber nichts sagen. Wir gehen der Konfrontation aus dem Weg. Sichern lediglich die Landeareale, wenn wir Kolonisten evakuieren. Aber das geschieht von Bord aus. Wenn sich ein Schnüffler zeigt, eröffnen wir das Feuer. Taucht ein Kampfschiff auf, treten wir. Es fiel ihm schwer, das Wort vor seinem Bruder auszusprechen. Den Rückzug an. Habe ich mir schon gedacht. Ihr fliegt da mit euren hübschen Schiffchen rum mit gehörigem Abstand. Und er deutete mit dem Zeigefinger auf ein imaginäres Ziel. Ich werde denen schon noch früh genug gegenüberstehen, entgegnete Dominic erreizt. Dann schicke ich dir einen Schädel für deine Sammlung. Warum denn warten? Benjamin stellte die Flasche zu seinem Glas ins Regal und legte Dominic die Hand auf die Schulter. Wieder ist gleich morgen. So unvermittelt darauf angesprochen war es für Dominic wie ein Schlag in die Magengrube. Was sagt Vater dazu? Gut gekontert. Benjamin verdrehte die Augen und seufzte. Wie du weißt, spricht Vater nicht viel mit mir. Ich verbringe mehr Zeit in der Garage und draußen in den Wäldern als im Haus. Dominic wusste von den Differenzen zwischen seinem Bruder und ihrem Vater. Dieser Umstand war oft ein Thema gewesen, das sie beide diskutiert hatten, als Dominic alt genug war, um derartige Konflikte einschätzen zu können. Allerdings wollte Dominic in diesem Moment nichts davon wissen und sich dadurch die Wiedersehensfreude verderben lassen. Also, was sagt Vater dazu? Erkundigte sich Dominic. Er findet es bizarr, winkte Benjamin ab. Dominic teilte diese Einschätzung in Anbetracht der Galerie zähnefletschender Monsterschädel an den Wänden. Er meinte, ich solle das Jagen sein lassen, fuhr Dominics Bruder fort. Befürchtet, ich könnte sie eher provozieren und auf uns aufmerksam machen. Ja, vielleicht stimmt das. Ach, was weißt du schon? Benjamins Ton klang unvermittelt schrill. Ich bin der Wächter in der Nacht, ich bekämpfe den Schrecken vor unseren Toren, zitierte er einen klassischen Text. Aber dafür bekomme ich keine schicke Uniform oder hübsche Sternchen über der Brusttasche. Ich trage den Titel Freak, obwohl ich nichts anderes mache als du und das sogar mit mehr Erfolg. Dominic ließ die Worte über sich ergehen. Er wusste ohnehin nicht, wie er darauf reagieren sollte. Außerdem hatte sein Bruder zu viel getrunken und er wollte ihn nicht unnötig reizen. Es schien Benjamin ohnehin bereits leid zu tun. Es ist nicht deine Schuld, sagte Benjamin schnell. Vielleicht hat Vierter ja recht, die Dinger sind. Er fand keine Worte. Sehr, sie sind mit Vorsicht zu genießen. Am besten wir lassen das Thema. Ja, es war dumm von mir. Aber Dominics Neugier war geweckt. Was ist mit den Schnüfflern? Benjamin hatte ganz offensichtlich Probleme damit, die richtigen Worte zu finden, was für sich genommen schon bemerkenswert war, denn seine Redegewandtheit kannte keine Konkurrenz. Er öffnete sein Hemd. Vier helle Stremen liefen über seine Brust. Die Narben von Wunden, die schon seit einer Weile verheilten. Es ist vor etwa einem Jahr passiert, sagte Benjamin. Seitdem schlafe ich schlecht, Albträume. Er knöpfte das Hemd wieder zu und tippte sich gegen die Schläfe. Aber sie müssen dich nicht erst verletzen, bevor sie was mit deinem Kopf machen können. Was ist passiert, wollte Dominic wissen. Ach, unwichtig, winkte Benjamin ab. Sei nur vorsichtig. Sollte sich dir so ein Ding nähern, machst du gar nichts, bevor nicht ich etwas mache. Kapitel 3 Dominic konnte nicht schlafen. Auf dem Schiff, auf dem er seine Ausbildung angetreten hatte, musste er in den letzten Wochen eine Nachtschicht nach der anderen schieben. Er starrte aus dem Fenster und sah die kaum erkennbare Sichel des Mondes am Sternenhimmel. In seiner Kindheit konnte er auf der Schattenseite des Mondes die vielen Lichter der frühesten Kolonien der Menschen glitzern sehen. Die kreisförmigen, leuchtenden Strukturen von New Newark oder die chaotische Ansammlung aus Lichtpunkten von Heaven's Gate. Jetzt war da nichts mehr. Alles war dunkel, wie in der Zeit vor der Raumfahrt. Die Akato hatten den Mond von den Cayman zurückerobert und dabei alles zerstört, was die Menschen dort aufgebaut hatten. Inzwischen befand er sich fest in Akato-Händen und die Cayman sahen davon ab, deren Einheiten auf dem Erdtrabanten anzugreifen. Auf der Erde hingegen wurden die Karten immer wieder neu gemischt, mit fatalen Folgen für deren Bewohner. Keine Seite konnte wirklich bedeutende Erfolge für sich verbuchen, obwohl Dominic glaubte, dass die Akato die Oberhand inne hatten. Für den Moment konnten sich die Porters glücklich schätzen, einen Landstrich zu bewohnen, auf dem nicht gekämpft wurde. Andere Gegenden hingegen hatte es schwer getroffen. Die urbanen Regionen an der Ost- und Westküste mit ihren Metropolen und Verkehrsnetzen gelichen Wüstenlandschaften. Döde Mondlandschaften mit gewaltigen Kratern, übersät von Trümmern außerirdischer Raumschiffe und den Ruinen menschlicher Zivilisation. In Zentraleuropa, Afrika und den Weiten der östlichen Allianz, von der Ukraine bis Jena, sah es ähnlich aus. Dominic hatte sich davon überzeugen können, als er zur Erde zurückkam. Dort leuchteten keine Metropolen mehr. Allenfels die Lagerfeuer nomadisierender Gruppen in den endlosen Weiten von Städten und Wüsten. Dominic hatte gehört, dass die Akatos Menschen in die Reihen ihrer Kämpfe aufnehmen würden. In der Nähe der riesigen Anlegetürme, die von den Pferdeköpfen errichtet worden waren und die bis in die Stratosphäre reichten, sollte es Rekrutierungsstellen geben. So jedenfalls das Gerücht, das er aufgeschnappt hatte. Er fragte sich ohnehin, warum sich die Akato nicht schon längst mit den Menschen verbündet hatten. Eroberer nutzten immer die Dienste und das Können einheimischer Skirts. So viel wusste Dominic aus Geschichten und der Geschichte. Allerdings musste er zugeben, dass die Menschen ihnen eher ein Klotz am Bein als eine Hilfe sein würden. Aber wenn sie mit der Technik der Akato ausgerüstet wurden, darauf wagte Dominic zu wetten, könnten sie machtvolle Verbündete sein. Doch offenbar sträubten sich die Pferdeköpfe, ihre Technik mit den unterentwickelten Erdbewohnern zu teilen oder ihnen Einblick in diverse technische Geheimnisse zu geben. Was auch immer dahinter stecken mochte, Dominic verstand es nicht. Dominic war immer davon ausgegangen, eine raumfahrende Zivilisation müsse ihre kleinlichen Moralbegriffe abgelegt haben und sich einer erhabenen Ethik verpflichtet fühlen. Aber offenbar waren technischer Fortschritt und ethisches Empfinden in zwei verschiedenen Universen beheimatet. Allem Anschein nach herrschte keine Erleuchtung zwischen den Sternen, wie man sich das früher vorgestellt hatte. Überall der gleiche Stumpfsinn und die Rangeleien um Rohstoffe und Einfluss. Sollte der Konflikt zwischen den beiden interstellaren Zivilisationen noch lange andauern, würde die Menschheit einen langsamen Tod sterben oder ganz in die Steinzeit zurückgeworfen werden. Und so, wie die Dinge lagen, schien dies das unabwendbare Schicksal der Menschen zu sein. Bis dahin würde die Flotte versuchen, die Heimatlosen und Versprengten zu sammeln und ihnen irgendwo ein zeitweiliges und unsicheres Zuhause zu geben. Auf den großen Raumstationen herrschten inzwischen untragbare Zustände. Es gab Kriminalität, Gewalt und Kämpfe unter den Angehörigen unterschiedlicher Ethnien und Religionen. Ein Rückzug von der Erde in die Hölle, wie einige behaupteten, bei dem die Flotte die Verzweifelten von einem Chaos ins nächste evakuierte. Ob er wollte oder nicht, Dominik musste seinem Bruder Recht geben. Wenn dies die traurige Bestimmung der Flotte war, so mochte es besser sein, bei seinen Angehörigen zu bleiben und zusammen das Unvermeidbare zu erwarten. Er rollte sich zur Seite, um die Sterne nicht sehen zu müssen, die voller Schrecken waren. Es gelang ihm schließlich für eine Weile Ruhe und Schlaf zu finden und seinen trüben Gedanken zu entkommen, aber nur, bis er durch einen heftigen Donnerschlag geweckt wurde. Dominik fuhr hoch und sah aus dem Fenster. Die Wolken glommen im Widerschein greller Explosionen. Irgendwo musste ein Gefecht stattfinden, aber von seinem Zimmer aus war es nicht zu sehen. Er schlüpfte in seinen Pyjama und lief nach unten. Seine Schwestern Tamara und Sarah waren ebenfalls aufgewacht und standen bereits auf der Veranda, eingehüllt in ihre Bettdecken. Dominik sah, wie sich eines der mächtigen Akato-Schiffe über den Himmel schob. Es brannte an vielen Stellen und begann langsam zur Oberfläche zu sinken. In der Ferne, beinahe über dem Horizont, war eine der Cayman-Krallen zu sehen, die leuchtende Geschosse über den Nachthimmel jagte und dem gegnerischen Kreuzer schwere Wunden zufügte. Brennende Trümmer fielen vom Rumpf des getroffenen Schiffes zur Erde hinab, wie ein Regen aus Glut. Die Trümmer gehen über Forgo runter. Hörte er seinen Vater sagen, der die Hände in die Taschen seines Bademantels gesteckt und sich eine Pfeife angezündet hatte. Der süße Qualm kräuselte sich um seinen Kopf und erfüllte die Luft auf der Veranda. Auch jetzt stand sein Vater da, ohne irgendeine Gemütsregung zu zeigen. Gnade denen, die in dieses Inferno geraten. Er sog einige Male an der Pfeife und Dominic konnte dabei erkennen, dass er aufgeregter war, als es den Anschein hatte. Dominics Mutter hielt die Hand von Billy, der gebannt auf das Geschehen starrte und dabei seinen Teddybären an sich drückte. »Wir gehen wieder rein«, sagte sie. »Das ist nichts für Kinderaugen.« Sie zog das widerwillige Kind mit sich ins Haus. »Ich will das sehen«, jammerte der Kleine. »Ich will das sehen«, er stemmte sich gegen den Türrahmen und schließlich ließ Carol Billys Hand los, der sich sofort neben seinem Bruder aufstellte. »Bumm, bumm, bumm«, kommentierte er jeden Schuss und jeden Treffer. Inzwischen erwiderte das Akato-Schiff das Feuer und seine Flugbahn schien sich zu stabilisieren. Es gewann wieder an Höhe und antwortete mit einer donnernden Breitseite. Die Energiegeschosse erhellten die Nacht, als würde die Sonne flackernd am Himmel stehen. Salve um Salve jagte wie ein Meteor-Schauer über den Himmel heran und verging krachend an den Abwehrschilden des Akato-Schiffes. »Bumm«, Billy hüpfte auf und ab. »Bumm, bumm«, er war sich der gefährlichen Situation nicht im geringsten bewusst. Für ihn war das alles ein Spaß, ein Spiel, das er aus der ersten Reihe mitbekam. Dominic bemerkte, dass sein Bruder Benjamin nicht zu ihm runtergekommen war, um sich das Spektakel anzusehen. Vielleicht war er zu müde, nachdem er sich hatte mit Alkohol volllaufen lassen, um seine Unsicherheiten und Ängste herunterzuspülen. Oder er war der vielen Kämpfe müde, die er hatte miterleben müssen und legte keinen Wert darauf, das Gefecht zu beobachten. Wrackteile und Explosionsträchter gehörten zum Landschaftsbild der Umgebung. Eine Mahnung, sich auf weitere Unglücke einzustellen. Ein Wunder, dass das Haus der Porters bisher unbeschädigt geblieben war. Das große Trümmerstück, das Dominic bei seiner Ankunft sofort ins Auge gefallen war und das wie ein skurriles Kunstwerk aus dem Wald hinter dem Maisfeld ragte, hätte es zermalmen können, als es vom Himmel fiel. Inzwischen waren die Kontrahenten weiter in die Höhe geschwebt und tauschten feurige Peitschenschläge aus. Sie entfernten sich dabei in Richtung Norden. Es dauerte noch einige Minuten, dann waren sie fort. Nur dort, wo die Trümmer herabgefallen waren, leuchtete der Horizont. Ein loderndes Inferno, das Wälder und Häuser verbrannte. Was ist es eben? Benjamin stand in einem Trainingsanzug gekleidet in der Tür und schien völlig nüchtern. Genau das ist die verdammte Situation. Sie prügeln sich und wir werden dabei wie ungeziefert zertreten. Es ist besser, wenn wir alle wieder zu Bett gehen, meinte sein Vater Lapidar. Ich bleibe noch ein bisschen. Benjamin setzte sich in die Schaukelbank am Eingang. Die Ketten knarrten und quietschten, während sie sich hin und her bewegte. Dort sterben gerade tausende von Menschen, versetzte sein Vater ungewohnt scharf und nahm die Pfeife aus dem Mund. Hunderte, vielleicht. Benjamins Blick brach sich, als würde er nachdenklich eine idyllische Szene betrachten. In Fargo gibt es nur noch wenige Bewohner. Die meisten sind wie wir aufs Land geflohen. Aber du hast natürlich recht. Sie sterben, weil niemand sie beschützen kann. Er sah zum Himmel hinauf. Ich sehe keine Verteidiger. Wahrscheinlich sind sie weit weg und kümmern sich um Kolonisten auf dem Mars oder den Jupitermonden. Ich werde mich nicht mit dir auf eine Diskussion einlassen, sagte George Porter mit eisigem Tonfall. Es steht weder dir noch mir zu, zu verurteilen, welchen Weg jemand wählen möchte, um zu helfen. Ich setze auf den effektivsten Weg, das zu tun. Noch immer sah Benjamin wie in Trance zum Horizont. Die Baumwipfel zeichneten sich scharf vor dem Feuerschein ab, der den Himmel erleuchtete. Auge in Auge oder Auge gegen Stirn, die Dinger haben hier keine. Du hältst deinen Weg für den Richtigen, du suchst nur dein Vergnügen. Du bist leichtfertig. Wir sind aber noch hier und leben, konterte Benjamin. So wie ich und meine Freunde kämpfen, erringen wir Erfolge. Ob wir dabei Spaß haben oder nicht, lass mal meine Sorge sein. Ich weine den Streunern keine Tränen nach, wenn es das ist, was dir Unbehagen bereitet. Nein, das tut es nicht. Seine Stimme war wieder ruhig und beherrscht. Deine Mutter stirbt tausend Tode, wenn du mit den anderen in den Wäldern unterwegs bist. Ich sorge dafür, dass die anderen ihre Tode sterben. Carol hakte sich bei ihrem Mann unter und nahm Billy bei der Hand, dessen Schlafbedürfnis inzwischen wieder größer war als seine Neugier, und der sich die Augen rieb. Wir sollten ihm dankbar sein, sagte sie, auch wenn es schwerfällt. Die Zeiten sind für niemanden einfach. Besonders nicht für Mütter. Bald gingen auch die Schwestern und Dominic war mit seinem Bruder alleine. Vielleicht bildete er es sich auch nur ein, aber die Wärmestrahlung des Feuers in der Ferne schien die Temperatur auf ein erträgliches Maß zu steigern. War schon beeindruckend, bemerkte Dominic, um die unangenehme Stille zu brechen. Benjamin neckte. Ja, ist es immer. Es war schon sehr nah. Meist ist es wie Wetterleuchten. Man sieht nur Blitze, entfernte Skrollen und vage Umrisse von Schiffen. Wenn die Ocato-Rettungskapseln absetzen, dann werden die Streune aktiv und es kann gefährlich werden. Aber es sieht nicht danach aus, als hätte sich jemand vom Schlachtschiff abgesetzt. Was macht dich so sicher? Sicher bin ich nicht, räumte Benjamin ein. Aber er machte eine Pause. Ich hab da so ein Gefühl. Und das sagt mir, dass wir gerade nichts zu befürchten haben. Am nächsten Morgen deutete nur noch die Rauchfahne in der Ferne darauf hin, dass es in der Nacht einen ernsteren Vorfall gegeben hatte. Der Himmel zeugte sich klar und in einem so reinen Blau, wie es im Herbst üblich war. Dominics Mutter setzte das Frühstück spät an und es mündete fast übergangslos in das Mittagessen. Erstaunlich schnell hatte sich Dominic wieder aus dem Mittelpunkt des Interesses und der Gespräche heraus bewegt. Die Gespräche bei Tisch drehten sich um ganz alltägliche Dinge. Für Tamara und Sarah würde am Montag wieder die Schule beginnen. Das Schulgebäude lag etwa zehn Meilen entfernt in einer Siedlung namens Preston. Es handelte sich um eine alte Fabrikhalle. Eine Handvoll Lehrer hatte sich zusammengefunden, um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Es gab auch einen Markt dort, sowie Geschäfte und eine Werkstatt. Ganz in der Nähe der Schule befand sich ebenfalls das Büro der Bürgerwehr. Sie hatte sich erst vor ein paar Monaten gebildet, als das Gerücht die Runde machte, es gäbe Scharen von Plünderern, die durch das Land zogen, da es in den Städten kaum noch etwas zu holen gab. Die Kinder der Grossmans und Levertons gehen auch nicht zur Schule, beschwerte sich Sarah. Sie helfen ihren Eltern auf dem Hof. Wir werden diese Diskussion nicht wieder anfangen. George Porter sah nicht von seinem Teller auf und schnitt das Fleisch mit Sorgfalt in kleine Streifen, bevor er es auf die Gabel steckte und in den Mund schob. Er kaute genüsslich, um klar zu machen, dass er sich nicht den Appetit verderben lassen wollte und spülte mit einem Schluck Wasser nach. »Es ist mir egal, was die anderen tun. Wir haben besser geplant und sinnvoller gearbeitet. Deswegen haben wir alles, was wir brauchen, und sind nicht auf die Lieferungen der Regierung angewiesen, die sich ohnehin wie üblich wieder verspäten werden«, ergänzte Benjamin. »Ich würde lieber etwas Nützliches lernen«, beharrte Sarah und stocherte abwesend in ihrem Essen herum. »Und das wäre?« Sie sah hilfesuchend zu Ben hinüber, was ihrem Vater nicht entging, dessen Gesicht sich sofort verdüsterte. Er wandte sich Benjamin zu. »Du hörst auf, deinen Schwestern Flausen in den Kopf zu setzen. Verstanden?« »Ja, Sir.« »Was genügt, wenn du mit den Greenham-Brüdern und den anderen deine Spielchen treibst?« »Ich empfinde das nicht als Spiel«, verteidigte sich Benjamin, und sein Ton wurde rauer. »Was Sarah in den Wäldern lernen kann, ist weitaus nützlicher als alles, was man ihr auf der Schule beibringen könnte.« »In der Schule lernt sie all die Dinge, die man braucht, wenn sich wieder alles normalisiert hat.« Es war Benjamin anzusehen, dass er ganz anderer Meinung war. Er schien innerlich zu kochen, aber er nahm sich zusammen, um seinem Vater gegenüber nicht respektlos aufzutreten. »Du denkst allen Ernstes, dass es nach alledem wieder so etwas wie Normalität geben kann?« »Ja, das glaube ich.« George Porters Stimme war klar und kalt. Sie spiegelte seine unerschütterliche Überzeugung und seinen Optimismus wider. »Wenn es anders sein sollte, wäre es besser, wir würden den morgigen Tag nicht erleben. Alles hängt davon ab, ob wir Menschen bleiben und menschliche Werte in die Zukunft tragen. Egal, wie diese Zukunft daraus sehen mag.« »Amen, Sir«, wagte Benjamin zu sagen. Dominics Vater schien in Benjamins Worten lediglich eine Bestätigung zu sehen. Er wirkte zufrieden und gelöst, und auch Benjamin vermied es, irgendetwas zu sagen, was diese Eintracht stören konnte. »Die beiden verstehen sich doch irgendwie,« überlegte Dominic. Nur so war es zu erklären, dass die beiden noch unter einem Dach lebten, ohne sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen. »Ich mache uns Kaffee,« sagte Dominic. »Wie wäre es, wenn wir uns in den Garten setzen? Haben wir Kuchen?« »Ja, wir haben Kuchen.« Billy sprang vom Stuhl auf und lief in die Küche. »Kuchen! Kuchen!« »Du kannst keinen wirklich guten Kaffee machen,« wandte Tammy ein, erhob sich vom Tisch und folgte ihrem kleinen Bruder. »Bei dir ist er immer nur heißes, braunes Wasser. Lass mich das erledigen.« Kapitel 4 Die nächsten Tage verliefen ruhig und ereignislos. Eines Nachts fiel Schnee. Er überzog die gelben und roten Blätter der Bäume. Eine dünne Schicht, die schnell von der Sonne aufgelegt wurde. In der Nacht darauf gab es einen Sturm, der den ganzen Tag anhielt und die Hälfte des verbliebenen Laubes von den Zweigen fegte. Warm und kräftig bog er die Baumwipfe, fegte bis zum Mittag den Himmel blank. Dominics Eltern nutzten den Tag, um mit Billy auf den Markt in Preston zu gehen. Tamara und Sarah würden den ganzen Tag in der Schule sein. Dominic genoss es, den Blättern zuzusehen, die über das Gras des Gartens wirbelten. Die Hände in den Taschen seiner Jacke stand er da und ließ sich den Wind um die Nase wehen. Auf dem Mars und auf dem Jupitermond Europa hatte er Stürme erlebt. Gewaltige Stürme, gegen die sich dieser hier wie ein mildes Lüftchen ausnahm. Nur die Haltekabel und Ankerplotten in seinen Stiefeln hatten verhindert, dass ihn die Böen fortbläsen. Aber eingehüllt in seinen Raumanzug schien der Wind keine Substanz zu haben. Hier war er spürbar wie ein Lebewesen, das in Wut geraten war. Im Raumanzug erfuhr man die Welten geradezu steril und leblos. Eingeschlossen im Inneren seines Schutzpanzers besaßen sie für einen Menschen weder Temperatur noch Gerüche. Wie sehr Dominik all diese irdischen Eindrücke vermisst hatte, wurde ihm erst in diesem Moment wieder bewusst. Im Brausen des Sturmes hätte er fast das Donnern der Triebwerke überhört, die ein kleines Akato-Schiff vorantrieben, das sich kaum noch in der Luft halten konnte. Wie ein angeschossener Vogel trudelte es dem Erdboden entgegen, fing sich knapp über den Baumkronen und schoss in niedriger Höhe heran. Das Fahrzeug, das wie ein knorriger Ast wirkte, nährte sich rasch von Süden und jagte knapp über das Grundstück der Porters hinweg. Eine Druckwelle riss Büsche und Gräse aus dem Boden, bevor es der Pilot schaffte, die Maschine wieder unter Kontrolle zu bringen und aufsteigen zu lassen. Für einen Augenblick sah es so aus, als würde sie gleich wieder durchstarten und davonfliegen. Doch stattdessen sagte das Schiff abrupt ab und krachte mit Getöse in den Wald. Flammen schlugen hoch und ein schwarzer Rauchpilz blähte sich auf. Benjamin legte seinem Bruder die Hand auf die Schulter und Dominic fuhr erschrocken zusammen. Er hatte ihn nicht kommen hören. »Wir müssen jetzt gleich los«, sagte Benjamin. »Gut, dass wir jetzt einen ausgebildeten Soldaten bei uns haben.« Dominic wusste nicht, was er tun sollte und zögerte, bis ihn Benjamin am Arm packte und mit sich ins Haus zog. »Was hast du vor?«, wollte Dominic wissen. Sie durchquerten das Haus und eilten dann zur Garage. »Sag schon«, beharrte Dominic und blieb in der Tür stehen. »Was hast du vor?« »Wann Vater, Mutter und Billy auf dem Markt sind«, erklärte Benjamin, »werden wir jagen. Immerhin gibt es dann keine Diskussion. Und du kannst zeigen, was für ein Mann du geworden bist.« »Jagd?« »Jagd auf was?« »Auf Akatos?« »Bist du irre?« Benjamin öffnete das Garagentor. »Keine Akatos.« »Die Streuner. Wir werden sich gleich aufmachen, um das havarierte Schiff zu suchen. Das Ding ist sehr nah heruntergekommen. Zu nahe. Wir müssen die Lager auskundschaften.« Benjamin setzte sich ans Steuer, das Pick-up mit dem Geschütz auf der Ladefläche und schaltete ein Funkgerät ein. Ein altes CB-Funkgerät, das eher in ein Museum gehörte als in ein modernes Fahrzeug. Er hob das Mikro vor den Mund. »Ben on Crazy D. Crazy D. Kommen!« Nach kurzer Zeit meldete sich jemand. Es war eine weibliche Stimme. »Bei dir komme ich doch immer«, schnarrte es aus dem Lautsprecher. Benjamin ließ ihre Bemerkung unkommentiert. »Du hast es gesehen?« »Ja«, antwortete die Frau. »Die anderen sind schon unterwegs.« »Diesmal könnte es richtig spannend werden.« Sie klang freudig, als hätte sie das hier Aktfieber gepackt. »Wir kommen zum Tanker.« »Wer ist noch bei dir?« »Mein Bruder Dominic«, antwortete Benjamin. »Oh, der General. Muss ich salutieren?« »Wir sehen uns gleich.« Damit beendete Benjamin den Kontakt und deutete auf die Ladefläche. »Geh an die Railgun und schnall dich an. Die Fahrt wird turbulent.« Dominic kletterte über das geöffnete Heck in die Ladefläche und setzte sich in den Sitz, der mit der schweren Waffe verbunden war. Während er die Haltegurte befestigte, bemerkte er das Arsenal an Waffen, das in den Wänden der Ladefläche untergebracht war. Acht Gewehre, die den Eindruck machten, über vernichtende Feuerkraft zu verfügen. In der Kiste hinter der Fahrerkabine vermutete er die dazugehörige Munition. Dominic pfiff beeindruckt durch die Zähne und studierte die Hebel und Schalter der Magnetkanone. Wie er bemerkte, hatte sein Bruder die meisten elektronischen Teile wie Sensoren und Touchplates entfernt. Ihre Funktionen übernahmen mechanische Komponenten, Stellräder, Drehknöpfe. Auch das Zielfernrohr besaß kein elektronisches Display, sondern verfügte über gläserne Linsen, die ölig glänzten. »Kommst du klar?«, erkundigte sich Benjamin und betätigte die Zündung. Der Verbrennungsmotor begann zu knurren und zu brüllen, als er auf das Gaspedal trat. Dominic aktivierte den Elektromagneten für die Geschossbeschleunigung und sicherte die Waffe. »Bin soweit.« »Wann halt dich fest.« Kaum hatte er das gesagt, jagte Benjamin den Wagen über den Vorplatz des Hauses, das die Kieselsteine aufspritzten. Er drehte eine Runde um das Haus, bevor er weiter beschleunigte und auf den Waldrand zusteuerte. »Erfahren sind Bäume!«, schrie Dominic, aber sein Bruder konnte ihn nicht hören. Anstatt langsamer zu werden, wurde der Wagen schneller und schoss in den Wald hinein. Die Eichen- und Ahornbäume standen weit auseinander, sodass Benjamin viel Platz zu manövrieren hatte. Der Schatten ausladender Äste zeichnete ein dunkles Muster auf den von goldgelben Blättern bedeckten Waldboden. Der Grund unter diesem Teppich aus welchem Laub war uneben und das Fahrzeug holperte über dicke Wurzeln und Steine. Dominic krallte sich in die Armlehnen seines Sitzes, während die wilde Fahrt weiterging. Augenscheinlich hatte sein Bruder diesen Höllenritt schon oft hinter sich gebracht, ohne den Wagen zu beschädigen oder sich ernsthaft zu verletzen. Dominic vertraute ihm, aber ein kleiner Prozentsatz seiner Angst blieb. Nach kurzer Zeit wurde der Wald dichter. Die Laubbäume verschwanden, um Tannen- und Fichtenplatz zu machen. Die Bäume standen nun enger zusammen und das Sonnenlicht sickerte nur noch trübe durch das Geäst. Auch die Felsen wurden zahlreicher und sie zwangen Benjamin Porter, seine Fahrt zu verlangsamen. Schließlich stoppte er den Wagen. Es war still. Kein Vogel war zu hören. Nur das Brausen des Windes in den Baumkronen konnte Dominic vernehmen und das leise Brummen des Motors, bis sich ein weiteres Geräusch dazu mischte. Das Röhren und Trönen von Kraftstoffmotoren. Sie waren noch weit weg. Benjamin ließ den Pick-up wieder anrollen und steuerte ihn, so schnell es ihm möglich war, durch den dunklen Wald. So ging es eine Weile, bis sie unversehens auf eine Lichtung gelangten. Jetzt ging die Fahrt durch hohes Gras und Büsche, bis Benjamin den Wagen auf einen Feldweg steuerte, der ihren Kurs kreuzte und nach einer halben Meile wieder in den Wald mündete. Ein längliches, metallenes Objekt kam in Sicht, das neben dem Feldweg am Waldrand stand und von einem grünen Tarnnetz verdeckt war. Beim Näherkommen erkannte Dominic, dass es sich um einen Tanklaster handelte, dem lediglich die Vorderreifen fehlten. Die Achse ruhte auf einem dicken Baumstamm. Wer hat den hier verloren, fragte Dominic, obwohl er gleich bedauerte, diese Frage überhaupt gestellt zu haben. Frag lieber, wem er abgeht. Sein Bruder grinste ihn breit an, als er aus dem Wagen stieg. Hat 60.000 Liter Fassungsvermögen. Das reicht noch für ein paar Jahre. Aber sag Vater nichts davon. Der ahnt das doch schon längst. Oder gehst du etwa Kraftstoff kaufen? Zum ersten Mal antwortete sein Bruder nicht. Du hast zwar eine schnelle Zunge, meinte Dominic. Aber klüger bist du deswegen nicht. Er sah sich um und bemerkte, dass das Areal um den Tankwagen schlammig und zerfurcht aussah. Er entdeckte ein Zeltdach, das zwischen ein paar Bäumen aufgespannt war. Darunter einige alte Stühle, ein schäbiges Sofa und ein Sessel im selben Zustand, um einen niedrigen, zerschrammten Tisch angeordnet. Dazu ein rostiger Kanonenofen, um sich zu wärmen oder Essen zu kochen. Das Rumor an der näher kommenden Fahrzeuge wurde lauter. Schließlich konnte Dominic drei Geländewagen ausmachen, die an derselben Stelle aus dem Wald jagten, wo zuvor Benjamin und Dominic auf die Lichtung gekommen waren. Die Wagen lieferten sich ein Rennen über das Feld und mähten dabei Büsche und kleine Bäume um. Zwei-dreimal kamen die Fahrzeuge ins Schleudern. Es fehlte nicht viel und sie hätten sich überschlagen. Woher kennst du die Leute? Wollte Dominic wissen. Habt die Yon zufällig im Wald getroffen? antwortete Benjamin. Im Wald. Ja, wir teilen dieselben Leidenschaften. Die Greenham-Brüder und Tom Wilkins wohnen nicht weit von uns. Sie haben sich das Haus der Bakers genommen, nachdem die weggegangen sind. Die Yon hat einen Trailer und wohnt mal hier mal da. Ist aber nie weit weg. Ein roter Wagen erreichte mit erheblichem Vorsprung als erster den Feldweg hinter dem Tanker und raste den Porters entgegen. Hinter der Scheibe erkannte Dominic eine Frau, die eine militärische Schirmmütze trug, unter der ihre hellen, blonden Haare hervorlugten. Sie trat auf die Bremse. Der Wagen schlitterte mit blockierten Reifen heran und stoppte knapp hinter dem Tank. Feuchte Erde und Schlamm spritzten auf Dominics Hose. Die Fahrerin sprang aus dem Wagen und kam auf Dominic und seinen Bruder zu. Sie war in eine olivgrüne Kampfmontur gekleidet, trug einen Gurt mit zwei Pistolenhölftern, aus denen die schwarzen Griffe von Pistolen ragten und schwarze Schnürstiefel sowie ein Messer, das um ihren Unterschenkel geschnallt war. Dominic war den Anblick von martialisch gekleideten Frauen gewohnt und konnte den Mädchen und Frauen in ihren Kampfanzügen durchaus etwas abgewinnen. Für gewöhnlich waren sie einfach, genügsam und selbstbewusst. Dominic mochte das. Aber er fragte sich, wie Benjamin dazu gekommen war, sich mit Dion einzulassen. Die erste Freundin, die sein Bruder je mit nach Hause gebracht hatte, war ein zierliches, leicht pikiertes Mädchen, das niemals seinen Kampfanzug anziehen würde. Er hatte seinen Bruder falsch eingeschätzt und erst als Dion näher kam, bemerkte Dominic, dass sie nicht mehr die Jüngste war. Wenn sie lächelte, bildeten sich leichte Fältchen und Krähenfüße an den Mund- und Augenwinkeln. Das ist also der Held der Familie Porter, sagte Dion grinsend. Das muss ich erst noch zeigen, entgegnete Benjamin mit säuerlichem Unterton. Wir werden bald Gelegenheit haben, das rauszufinden. Irgendwie kam sich Dominic wie ein Idiot vor. Hatte Benjamin ihn nur an diesen Ort mitgenommen, um ihn am Ende wie einen Trottel aussehen zu lassen? Er hatte sich in den letzten zwei Jahren verändert und die letzten Tage und Stunden, in denen er sich das Haus mit einem Helden hatte teilen müssen, mussten für ihn eine Nervenprobe gewesen sein. Die anderen Fahrzeuge trafen ein und die Insassen stiegen aus. Alle gerüstet, als würden sie auf Großbildjagd gehen. Die rothaarigen Greenham-Brüder stellten sich der Reihe nach vor und schüttelten Dominic kräftiger als unbedingt nötig die Hand. Der große, korpulente Glotzkopf mit der Baseballmütze hieß Trevor. Sein jüngerer Bruder Fred mit den langen, zurückgekämmten und zu einem Zopf gebundenen Haaren war lang und dünn. Er trug den Spitznamen Scary, abgeleitet von Scarecrow. Sein großer Kopf thronte auf einem langen, dünnen Hals. Schultern und Hände wirkten knochig. Die Ähnlichkeit mit einer angezogenen Vogelscheuche war mehr als deutlich. Der Jüngste trug den Namen Stevie, kleiner als seine Brüder, aber durchtrainierter und muskulöser. Er hatte kurze, kupferrötliche Haare, freundliche blaue Augen und entblößte schiefe Zähne, als er lächelte. Tom Wilkins kam mit langsamen Schritten heran. Er trug Blue Jeans, braune Jägerstiefel und ein schwarz-weiß kariertes Holzfällerhemd unter einer Steppweste. Er führte ein Gewehr mit sich, dessen Lauf in seiner Armbeuge ruhte. Eine Truckermütze bedeckte seine langen, schwarzen Haare und ein gut gestutzter, dunkler Vollbart zierte sein Gesicht. Wilkins tippte sich zur Begrüßung kurz gegen den Schirm seiner Mütze. Er war der Älteste in der Truppe, die man für gewöhnlich Rednecks nannte und die eigentlich nicht zum bekannten Kreis der Porter-Familie gehörten. Dominic musste nicht vermuten, dass dieser Umstand einen weiteren Streitpunkt zwischen Benjamin und seinem Vater darstellte. George Porter hielt nichts von Personen dieser Art, denen ihr einen Hang zum Rassismus und zur Gewalt unterstellte. Von der Basis aus müssen wir etwa neun Kilometer nach Hoffman, Nordost, eröffnete Trevor Greenham und sah nach oben. An der Rauchfahne können wir uns kaum orientieren, die ist vom Wind zu einem Nebel verblasen worden, ist von hier aus nicht zu erkennen, wo sie aufsteigt. Aber ich denke, wir werden ohnehin bald auf eine Schneise der Verwüstung treffen, wenn wir uns nach dahin bewegen. Er deutete mit einem Kopfnicken in die angegebene Richtung. War dann nichts wie los, sagte Benjamin. Aber Tom Wilkins hatte einen Einwand. Wir sollten diesmal dicht zusammenbleiben, gab er zu bedenken. Er sprach mit einem starken Südstaaten-Akzent. Die Streuner werden sich in großer Zahl beim Wrack einfinden. Einzeln können wir leicht fertig gemacht werden. Wir müssen diesmal in einem Pulk operieren. Dominic wusste, dass der Mann recht hatte. Es war die sinnvollste Taktik, wenn man wenige Informationen hatte und auf eine unbekannte Anzahl von Gegnern treffen konnte. Wenn man sich dann über die Stärke des Gegners im Klaren war, konnte man gegebenenfalls das Vorgehen anpassen und ausschwärmen, um die Feindeinheiten in die Zange zu nehmen oder Stichattacken zu führen. Aber Benjamin schien etwas gegen Toms Vorschlag zu haben. Ich sehe dafür keine Notwendigkeit, meinte er gleichgültig und schüttelte den Kopf. Ich schlage vor, wir machen es wie immer. Wir schwärmen aus und nehmen sie einzeln in die Zange. Auch Dion äußerte Bedenken. Die Situation ist neu. Ich finde Toms Vorschlag vernünftig. Bleiben wir zusammen. Benjamin hatte ganz offensichtlich seine Probleme mit der neuen Vorgehensweise. Wenn ihr es wirklich für so gefährlich haltet, würde ich erst recht nicht von unserer gewohnten Vorgehensweise abweichen. Darin haben wir Routine und können reagieren, sollte es doch noch brenzlig werden. Dion sah Dominic an. Was sagt unser General dazu? Es war ihm unangenehm, sich gegen seinen Bruder zu stellen, aber er hatte zu viele Bedenken, um sich auf ein Risiko einzulassen. Ich würde es so machen, wie es Mr. Wilkins sagt. Wer noch? Fragte Benjamin in die Runde. Trevor Greenham hob die Hand und seine Brüder ebenfalls. Ich bin für Toms Vorschlag. Meine Meinung kennst du ja, sagte Dion und stemmte die Hände in die Hüften. Oh, großartig. Benjamin runzelte fassungslos die Stirn. Dann kannst du ja doch bald von meinem kleinen Bruder salutieren. Hey. Dion hob entschuldigend die Hände. Es war Toms Vorschlag und eine demokratische Abstimmung. Es dauerte nicht lange, bis die Truppe die breite Schneise fand, die das Akato-Schiff in den Wald geschlagen hatte. Am Ende der Furche lag das Wrack in Flammen und Rauch gehüllt. Im Schritttempo fuhren sie am Rand der Verwüstung entlang. Immer wieder mussten sie umgestürzten Bäumen und herausgeschleuterten Felsbrocken ausweichen. Dominic beobachtete indes die Umgebung. Er wusste, wie schnell sich die Schnüffler bewegen konnten und umfasste den Griff seiner Waffe, während er über den Lauf spähte. Unvermittelt knallte ein Schuss. Dann noch zwei weitere. Der Wagen der Greenhams hatte gestoppt und das Geschütz auf der Ladefläche, das der jüngste der Brüder bediente, feuerte ein Plasmageschoss nach dem anderen in den Wald. Auch Benjamin stoppte seinen Wagen. Die John und Tom Wilkins scherten aus der Formation aus, sprangen mit ihren Waffen aus den Fahrzeugen und eröffneten ebenfalls das Feuer. Dominic konnte noch nicht sehen, auf was sie schossen. Büsche, Sträucher, Felsen und Bäume beschränkten die Sicht. Er entsicherte die Magnetkanone und kaum war das Geschehen, bemerkte er eine Bewegung zwischen den Bäumen und Felsen. Ein Schatten, der gerade über einen Hügel huschte und sich seinen Weg durch Fahne und Buschwerk brach. Dominic schoss und das glühende Projektil zeichnete eine leuchtende Bahn im Zwielicht des Waldes, bevor es sein Ziel traf. Das Wesen krachte leblos gegen einen Baumstamm und blieb liegen. Alle Achtung, kommentierte Benjamin. Glück oder Ken, es wird sich noch ausstellen. Die anderen gaben weitere Salven aus ihren Waffen ab und noch mehr dieser Kreaturen gingen zu Boden. Erst als sich nichts mehr im Schatten der Bäume bewegte, stiegen alle wieder ein und die Kolonne rollte wieder an. Sind das immer so viele? rief Dominic seinem Bruder in der Fahrerkabine zu, der jedoch nicht antwortete. Bestimmt hatte er ihn gehört. Dominic spürte, wie seine eigene Anspannung wuchs. Sei dir deines Kennens sicher, hörte er seinen Ausbilder sagen, als stünde er hinter ihm. Sicherheit verdrängt die Furcht. Er schloss die Finger fest um den Griff der Kanone und richtete sie nach rechts aus, wodurch die Bäume der Rumpf des havarierten Schiffes sichtbar wurde. Ein graubrauner Berg aus Panzerplotten. Wie ein angeschossener Drache lag es da, riesig und furchteinflößend. Noch nie wurde Dominic einem der außerirdischen Raumschiffe so nahe gekommen. Weder denen der Cayman, noch denen der Akator. Sich ihnen zu nähern, barg Risiken, die kein Käpt'n eingehen wollte. Meist ignorierte man die Erdbewohner, manchmal jedoch fegte man sie einfach aus dem Weg wie lästige Insekten. Es donnerte. Aber das Donnern kam aus dem Inneren des Schiffes. Benjamin stoppte abermals und die anderen Fahrzeuge schlossen auf. Dion sprang heraus. Auch Tom Wilkins und die Greenham-Brüder stiegen bewaffnet aus ihren Fahrzeugen. Nur der Jüngste blieb zurück, um das Geschütz auf der Ladefläche zu bedienen. Er richtete es auf den Wald aus. Benjamin verließ den Wagen. Er hielt ein schweres Gewehr in den Händen und entsicherte es. Du gibst uns Feuerschutz, befahl er Dominic. Stevie hält dir den Rücken frei. Damit gingen er und die anderen in Richtung des Akator-Schiffes los und ließen Dominic und Stevie Greenham alleine. Ein, zwei Schüsse fielen und Stevie brüllte triumphierend auf, wobei er eine Faust in die Höhe reckte. Dominic wandte den Blick wieder ab. Er musste sich auf die anderen konzentrieren und Stevie vertrauen, dass er ihm den Rücken sicherte. Dominic beobachtete, wie sich die Gruppe durch das aufgeworfene Geröll und die umgestürzten Baumstämme arbeitete. Vor der schrundigen Bordwand wirkten Benjamin und seine Freunde so winzig wie Grashüpfer. Plötzlich überschlugen sich die Ereignisse. Eine Explosion sprengte einen Teil der Bordwand weg. Glühendes Metall, splitterndes Holz und Erde flogen umher. Eine heiße Druckwelle fegte heran. Rauch verhüllte die Sicht und waberte als stinkender Nebel durch den Wald. Das Schiff, so wie Benjamin und seine Begleiter, waren nicht mehr zu sehen. Stevie brüllte auf, fluchte und schoss leuchtende Energiegarben in den Wald. Dominic schwenkte die Kanone und entdeckte vier oder fünf Schnüffler. Die schwarz gepanzerten Wesen schlüpften geschickt durch das Unterholz. Mit fließenden, geradezu anmutigen Bewegungen glitten sie über Felsen und umgestürzte Bäume hinweg. Dominic zielte und konnte einen der Schnüffler mit einem einzigen Schuss töten. Die Wesen bogen daraufhin in einer gemeinsamen Bewegung von ihrem Weg ab und kamen auf Dominic zu. Stevie gelang es, einen von ihnen zu erledigen, dann einen weiteren. Jedoch setzten zwei der Monster über einen Felsen hinweg und entgingen den Geschossen, die der Junge abfeuerte. Dominics Puls erhöhte sich, während er schoss und keinen Treffer erzielte. Seine Geschosse peitschten über die Kreaturen hinweg und zerschmetterten lediglich Äste und Zweige. Schweiß trat ihm auf die Stirn. Die Tentakelmähnen der Schnüffler wallten hinter ihnen her, während sie sich mal auf vier oder in geduckter Haltung auf zwei Beinen vorwärts bewegten. Weitere Schüsse gingen daneben, aber schließlich streckte Dominic einen der beiden Angreifer nieder, bevor die überhitzte Waffe abschaltete. Vergeblich drückte er den Abzug. Er versuchte, sich aus den Haltegurten zu befreien, um an eines der Gewehre in den Seitenwänden des Wagens zu kommen, aber das Ungeheuer war schon zu nah bei ihm. Es war riesig und hob seinen augenlosen Schädel über den Rand der Ladefläche. Es kletterte auf den Wagen und kam näher. Aus dem Maul floss zäher Geifer. Der warme, stinkende Atem schlug Dominic ins Gesicht. Es gab keine Möglichkeit, den scharfen Klauen und Zähnen zu entkommen. Verzweifelt stimmte er sich mit den Stiefeln gegen die Schultern des Wesens, trat gegen seine Stirn und versuchte, das Unvermeidliche hinaus zu zögern, als etwas Seltsames geschah. Die zornige, fauchende Fratze des Schnüfflers verschwand und Dominic blickt in die dunklen Augen eines pferdeköpfigen Akator. Ein schiefes Grinsen im Gesicht des Wesens, dann wechselte das Bild. Wie aus dem Nichts erschien eine Goldmünze, groß und rund, als wäre sie der Vollmond, mit der Darstellung eines Baumes auf einem Hügel. Dann folgten ein Blitz und ein Donnerschlag. Die Vision verblasste. Dominic sah an sich herunter. Er war über und über mit klebrigem, schwarzen Blut und Knochensplittern bedeckt. Es stank widerlich. Du schuldest mir was, General, rief Stevie amüsiert, der seine schwere Waffe wieder herumschwenkte. Dominic brauchte mehrere Momente, um sich nach den vergangenen Eindrücken wieder auf die Realität zu besinnen. Dann befreite er sich endlich aus seinen Gurten, rutschte aus dem Sitz und schnappte sich eines der Gewehre, bevor er über den Kadaver des Schnüfflers kletterte und von der Ladefläche des Wagens sprang. »Wo willst du hin?«, rief ihm der Greenham-Junge hinterher. »Meinem Bruder Deckung geben,« schrie Dominic zurück. »Und du hältst hier die Stellung, wie ausgemacht. Rühr dich nicht vom Fleck.« Dominic arbeitete sich durch das Unterholz und stieg anschließend den Wall aus Erde und Gestein hinauf. Vorsichtig kletterte er über harziges, zersplittertes Holz oder kalte, bemooste Felsen. Lockere, aufgeworfene Erde bedeckte das Gelände, auf der man leicht ausrutschen konnte. Als sich der Qualm der vorhergehenden Explosion klärte, zeigte sich ihm eine seltsame Szene. Auf dem Wall von Erde und Fels, den der Rumpf des Schiffes zu beiden Seiten aufgeschoben hatte, lagen etwa zehn der Monster verteilt. Inmitten ihrer Körper standen Benjamin und seine Begleiter. Der große Trevor Greenham saß auf dem Boden und hielt sich die Schulter. Sein Bruder Scary war bei ihm. Tom Wilkins hockte lässig auf einem Felsstück und Dion stund neben Benjamin. Alle starrten auf eine breite Öffnung in der Bordwand, in der ein Akato kniete. Über ihm ragte ein riesiger Schnüffler auf, der seine Arme um den Oberkörper des Akato geschlungen hatte. Seine Fangzähne ritzten die Haut über der Schlagader, die sich am Hals des Akato abzeichnete. Sieht aus, als würde es kompliziert werden, rief Benjamin seinem Bruder zu. Sowas hat noch keiner von uns erlebt, denke ich. Dominic suchte einen sicheren Stand, was auf dem Geröll keineswegs einfach war. Es gelang ihm nicht, das Gewehr in Anschlag zu bringen, und immerzu gab der Boden unter seinen Stiefeln nach. Verdammt, was hast du vor, schrie ihn Benjamin an, als er erkannte, was sein junger Bruder zu tun beabsichtigte. Dominic gelang es nun, einen einigermaßen sicheren Stand zu finden, und er legte das Gewehr an. Ich kann den Schnüffler erwischen. Wenn du den Akato triffst, haben wir Krieg mit denen. Benjamins Stimme überschlug sich geradezu. Und wenn wir nichts tun? Dominic richtete den Lauf der Waffe aus. Er beruhigte seinen Atem und achtete auf seinen Puls. Du kennst das Gewehr nicht, wandte Benjamin ein und machte zwei Schritte auf Dominic zu. Das kannst du nicht abschätzen. Dominic antwortete nicht. Hat ein Soldat kein Glück? Erinnerte er sich an die Worte seines Ausbilders. Nützt ihm auch sein Können nichts. Er sah, wie der Schnüffler die Lippen zurückzog. Der Speichel lief über den Hals des Akato und in den Kragen seiner roten Uniform. Dominic zögerte nicht länger und schoss. Der Schädel des Schnüfflers zerplatzte wie ein Kürbis und mit einem ähnlichen Geräusch. Sein schwerer Körper sackte zusammen und begrub den Akato unter sich. Benjamin und die anderen standen wie angewurzelt da, unschlüssig, was sie tun sollten. Dominic hingegen eilte stolpernd und fallend über den aufgewühlten Untergrund und half dem Akato auf, der sich von der Last des Monsters zu befreien, versuchte, dass auf ihm lag. Als er sich erhob, überragte er Dominic um eine ganze armes Länge. Der Außerirdische wischte sich den Schmutz von der Uniform und rieb sich die Wange, wo der Schuss seine braune Haut versenkt hatte. Kapitel 5 Dominic saß mit dem Akato, der sich als Julian Mastray vorgestellt hatte, auf der Ladefläche des Geländerwagens. Im Gegensatz zu seiner Behauptung sprach er sehr gut und auch sehr viel. Vielleicht plauderte er, um den Stress der vergangenen Ereignisse zu verarbeiten, oder es lag einfach an seiner Art. Dominic erfuhr, dass der Akato einen hohen Rang in seiner Gesellschaft bekleidete und ein Schlachtschiff namens Skitra befehligte, das sich in der Nähe des Jupiter befand, wo es noch immer viele Kämpfe mit den Caymen gab. Er befand sich auf dem Weg zu einem Stützpunkt auf der Erde, als sein Schiff angegriffen wurde. Es handelte sich um das Beiboot des Skitra, wie Dominic erfuhr. Wäre Dominic nicht gewesen, beteuerte das Wesen, würden die Akato einen ihrer wichtigsten Anführer verloren haben. Die vergangenen Tage sind kein Ruhmesblatt in meiner Geschichte, bekannte Julian Mastray mit seiner kedigen Stimme. Ich habe die Caymen unterschätzt. Oh, das wird mir kein zweites Mal passieren. Die Caymen, wiederholte Dominic nachdenklich, während der Wagen über den Waldboden holperte. Die Schnüffler, die sind nicht die Caymen, nicht wahr? Schnüffler? Äh, die Kreaturen, vor denen wir sie gerettet haben. Julian Mastray lachte. Nein, das sind nur ihre Soldaten, ihr Schlachtvieh. Die Caymen selbst sind nur wenige und verlassen ihre Schiffe nur selten. Die Lenker gehen so gut wie nie von Bord. Dominic versuchte, die Informationen mit den Fakten zu verbinden, die er kannte. Sind die Schiffe der Caymen und die Caymen selbst Symbionten? Der Akato schien das Wort nicht zu kennen. Dominic versuchte es mit anderen Worten. Warum bilden sie eine Einheit? Der Akato nickte. Ja, aber sie können auch getrennt voneinander existieren. Nur ziehen sie es vor, die mächtigen Körper nicht zu verlassen. Die mächtigen Körper? Dominic ließ die Worte wirken. Ich habe gehört, die Akato nehmen auch Menschen in ihre Streitkräfte auf. Mastray schien dieses Thema nicht zu gefallen. Er schwieg und sah an Dominic vorbei. Stimmt das? bohrte Dominic nach, obwohl er das als ungebührlich empfand. Ja, das ist richtig, meinte Mastray ein wenig mürrisch. Wo liegt das Problem? In eurer Zerbrechlichkeit. Ja, ich denke, wir halten uns ganz gut angesichts der Riesen, die auf unserer Welt herumtrampeln. Der Akato lachte. Ja, das ist wahr. Manche meinen, wir sollten euch in unsere Gesellschaft aufnehmen. Aber ich habe meine Bedenken. Bedenken, wunderte sich Dominic. Wegen unserer Zerbrechlichkeit? Sein Gegenüber schüttelte den Kopf. Auch, aber euer Charakter ist... Er wedelte mit der Hand in der Luft herum, während er nach einem passenden Wort suchte. Euer Charakter ist zwiespältig. Ambivalent. Das Wort gefiel ihm offenbar, denn er hob den Zeigefinger, als er es aussprach, und betonte es ganz besonders. Sie sehen in uns eine Gefahr. Miss Trey schwieg erneut. Damit haben sie bestimmt nicht ganz Unrecht, gab Dominic zu. Wie überall gibt es Gute und Schlechte. Man sollte sich auf die Guten konzentrieren. Die sind es wert, dass man ihnen eine Chance gibt. Miss Trey schien nicht überzeugt und starrte weiterhin an Dominic vorbei, ohne zu antworten. Inzwischen hatte der Wagen den Waldrand erreicht. Das Blätterdach wurde wieder durchlässiger und die Welt taucht in das goldene Licht der Herbstsonne ein. Es gibt bei uns eine Geschichte, erklärte der Akator, in der sich der Starke um den Schwachen müht. Am Ende sterben sie beide. Ja, ich bin mir sicher, dass ihnen viele Menschen zustimmen würden. Aber ich denke auch, dass ihre Geschichte von zwei Dummköpfen handelt. Der Akator zog ein Gesicht, als hätte Dominic eine unanständige Bemerkung gemacht. Dann musste er jedoch lachen. Er lachte lang und laut, wobei er mit der flachen Hand so heftig auf den Boden schlug, dass das Blech des Wagens schepperte. Was ziehen Sie für ein Fazit aus der Geschichte? fragte Dominic, nachdem sich Miss Trey wieder in der Gewalt hatte. Kein Fazit, antwortete er. Ich muss erst darüber nachdenken. Dieses Thema berührt heilige Grundsätze, auch wenn euch einige bereits die Hand reichen. Ich will nicht so voreilig urteilen. Jede Handlung muss gut überlegt sein. Eine Binsenweisheit, überlegte Dominic. Vor einigen Minuten habe ich ihnen die Hand gereicht. Julian Mastrey rieb sich die Wange unter dem dunklen Auge, wo sich die Haut bereits löste. Ich werde darüber nachdenken. Etwas später zeigte sich George Potter über den Ausflug nicht erfreut, den seine beiden Söhne gemacht hatten. Und er wollte auch nicht glücklich darüber sein, dass ihn die Redneck-Freunde seines Sohnes zum Nachmittagstee besuchen kamen, den er so misstraute. Aber angesichts des hühnenhaften Akato, der jetzt auf dem Kiesplatz vor dem Haus stand, konnte er daraus keine Affäre machen oder vielleicht sogar einen Streit anfangen. Es galt, den wichtigen Gast zu versorgen und das so schnell wie möglich, ohne kleinliche Streitereien über Abneigungen und soziale Unterschiede heraufzubeschwören. Billy sah misstrauisch drein und drückte seinen Teddy an sich, während Tamara und Sarah vor Staunen die Münde offenstanden. Der Blick von Dominics Mutter war schwerer zu deuten, aber sie schien zumindest keine Angst vor dem Wesen zu haben, das da vor ihr stand. Haben wir noch etwas zu essen da? fragte Dominic. Ich würde sagen, für uns ist das genug, antwortete seine Mutter und musterte den Akato. Wir werden sehen. Sie warf auch einen Blick auf Dominics Begleiter. Tom Wilkins nahm eilig seine Mütze ab, als Carol ihn ansah. Ich denke, es reicht auch für deine neuen Freunde, aber nagelt mich nicht darauf fest. Für Mastrey fand sich kein Stuhl, auf dem er am Tisch hätte Platz nehmen können. Also setzte er sich auf den Boden und überblickte das Angebot an Speisen, die Carol Porter herangeschafft hatte. Der ganze Truthahn war gerade genug, um den Appetit des Akato zu stillen und erschien ihm hervorragend zu schmecken. Auch an den Beilagen aus Kartoffeln, Blaukraut und Süßkastanien bediente er sich, zu Dominics Bedauern reichlich. Mit dem Wein, den George Porter ihm anbot, konnte er wenig anfangen, aber das starke Bier aus Benjamins Beständen war genau nach seinem Geschmack. Mastrey erzählte vom Reich der Akato, von den Welten, die sie bereits erobert hatten, und zog über die Cayman her, die er als Ungeziefer bezeichnete. Carol ließ sich zu der Bemerkung hinreißen, dass sie mit beiden Kulturen nichts zu tun haben wollte, deren Beschäftigung darin bestand, ihre riesigen Phallus-Symbole aufzurichten und die sich umsonst nichts kümmerten, als ihren zweifelhaften Ruhm zu erweitern. Sie schloss ihre Ausführungen damit ab, dass sie ohnehin den Eindruck habe, die Galaxis sei sehr von männlichem Gehabe geprägt, und daher hege sie keine Lust, diese angeblich so großartigen Sternenreiche zu besuchen oder von ihnen zu hören. Mastrey schienen diese Worte zu beeindrucken. Er nickte langsam und nachdenklich. »Ihr werdet euch mit meinen Frauen gut verstehen.« »Ust ich's doch,« antwortete Carol genervt. Als das Dröhnen von Triebwerken zu hören war, erhob sich der Akato vom Tisch, bedankte sich bei Dominics Mutter für das Mahl und durchquerte mit weitausholenden und dröhnenden Schritten das Wohnzimmer. Er öffnete die Tür und ging auf den Transporter zu, der auf dem abgeernteten Maisfeld gelandet war und im Licht der untergehenden Sonne glänzte. Doch plötzlich blieb er stehen und wandte sich zu den Porters und den anderen um. Er kam zurück, blieb dann vor Dominic stehen und riss sich einen Knopf von der Brusttasche seiner Uniform ab. Er hielt ihn für einen Moment hoch. »Damit werden sich Türen für dich öffnen,« sagte er mit würdigem Ernst. »Jeder kennt das Symbol des Hauses Mastrey und man wird dir helfen.« Dominic nahm den Knopf entgegen und sah ihn sich genau an. Er war rund und schwer, allem Anschein nach aus Gold. Das Bild darauf zeigte einen Baum, der auf einem Hügel stand. »Ich weiß es zu schätzen,« bedankte sich Dominic. »Nein, das weißt du nicht,« versetzte der Akato scharf. »Du wirst es erst wissen, wenn du zwischen den Sternen gereist bist und die Kriege gekämpft hast, die es zu kämpfen gilt.« Mit diesen Worten verließ der Akato das Haus, durchschritt den Garten sowie das Feld und stieg in den Transporter, der daraufhin abflog. Das kleine Schiff beschrieb einen langen, eleganten Bogen über dem Abendhimmel und zog schließlich steil zu den Sternen hinauf. »Ich werde mich auch verabschieden,« sagte Tom Wilkins zu Dominics Mutter, wobei er leicht den Kopf neigte, ehe er seine Mütze wieder aufsetzte. Auch die Greenham-Brüder und Dion zogen es vor zu gehen und verabschiedeten sich. Dominic und Benjamin blieben noch eine Weile im Garten stehen und genossen die Stille des Abends. Der Wind hatte sich vollkommen gelegt und die Luft gereinigt. Sie war klar und kühl und vermutlich würde es bald schneien. »Wennigstens hat er nicht auch behauptet, er hätte keinen Appetit,« bemerkte Benjamin mit zynischem Unterton. Sonst hätte er auch damit gelogen. Dominic drehte gedankenverloren den Knopf in seinen Fingern, ein großer Knopf, den er in seiner Vision für eine Münze gehalten hatte. Benjamin lachte verächtlich. »Tja, seine Sprachkenntnisse sind erstaunlich gut, was? Ich glaube, er spricht genauso gut Italienisch wie Suaheli. Womöglich kennt er alle ideologischen Korea-Opern auswendig. Er lügt, wenn er sagt, die Akkater hätten kein Interesse an den Menschen. »Ah, schon möglich,« murmelte Dominic. »Aber er ist nicht der Einzige mit Geheimnissen. Wie wär's, wenn du sein Angebot annehmen und einige der Akkater-Mysterien ergründen würdest?« Benjamin schien es durchaus ernst zu meinen. »Mir kommt das sinnvoller vor, als sich der Erdlingsflotte anzuschließen. Bei den Akkater hättest du wirklich die Möglichkeit, den Cayman 1 auf die Nase zu geben. Und später dann auch den Akkater für ihre Tatenlosigkeit. So wie dieser Arminius, der es den Römern gezeigt hat. »Was hast du mit den Schnüfflern erlebt, Benjamin?« »Was meinst du?« Dominic deutete mit einem Kopfnicken auf Benjamins Brust. »Ach das.« »Ja, das und das, was du noch gesagt hast,« erinnerte Dominic seinen Bruder. »Die Verletzung hat es verstärkt. Erzähl mir davon.« »Oh, hast du selbst schon erlebt, oder?« »Girr Benjamin zurück.« Dominic zögerte einen Moment zu lange, um es zu leugnen. »Willkommen im Club,« sagte Benjamin müde. Er rete dich auf schlaflose Nächte vor. »Was hast du erlebt?« »Ich weiß, wie das Wetter morgen wird,« witzelte Benjamin. »Und ich hab da noch ein paar Bilder von dem, was sein könnte. Seit mich einer mit seinen Krallen erwischt hat, kann ich die Streuner sogar spüren. Jedenfalls innerhalb einer gewissen Distanz. Zum Glück, sonst hätte ich die Dinger wohl immer irgendwie bei mir. Beim Schiff habe ich uns damit immerhin das Leben gerettet. Was die mentalen Bilder angeht,« fragte Dominic, »sind das Visionen der Zukunft?« »Ich glaub nicht daran, dass jemand die Zukunft vorhersagen kann. Es sind ja auch nur Bruchstücke, die nicht viel aussagen.« Benjamin sah zum Himmel hinauf, wo die ersten hellen Sterne zu sehen waren. »Es ist nicht die Zukunft, denke ich, eher eine Art von Berechnung, ein Hauch von Möglichkeiten.« »Immerhin.« Dominic stand noch unter dem Einfluss der vergangenen Ereignisse und seinen Visionen. »Möglichkeiten haben wir jetzt doch mehr, als man in unserer Lage zu hoffen wagt.« Am frühen Morgen tauchte ein gewaltiges Bergungsschiff der Arcata auf und hiefte das zerschellte Beiboot zu sich an Bord. Der riesige Pott machte viel Lärm und verscheuchte die Schaulustigen, die aus dem nahen Umkreis herangekommen waren und sich trotz der Schnüffler an das Wrack herangewagt hatten. In den verbleibenden Tagen bis zu Dominics Rückkehr zum Stützpunkt nach Elbuquerque an der Grenze zu New Mexico geschah weiter nichts, das seine Nervenstrapaziert oder eine ernsthafte Gefahr dargestellt hätte. Die Wälder um das Grundstück der Portas verloren ihre herbstliche Farbe und verwandelten sich in ein graues Gespinst aus kahlen Ästen und Zweigen. Die herabfallenden Blätter auf dem Gras des Gartens und auf der Erde des Ackers wurden braun und verfaulten, bis der erste Schnee fiel, der die Mittagssonne überdauerte. Dominic verbrachte die meisten Tage mit Billy und fuhr im Geleiter seines Vaters nach Bensley, Burlington, Silverleaf und einigen anderen Orten südlich des Cotton Lake, wo sich Menschen zusammengefunden hatten, um so etwas wie eine Zivilisation aufrechtzuerhalten. Er und Billy hatten sich einmal eine Theateraufführung und ein andermal ein Footballmatch angesehen. Sie gönnten sich je einen Eisbecher und fuhren auf dem Jahrmarkt mit einem Kettenkarussell. Den Wald und die Gegend nördlich des Hauses, wo vor fast zwei Jahren die Cayman-Kralle niedergegangen war und bei ihrer Zerstörung all die Schnüffler zurückgelassen hatte, mieden sie. Allerdings verspürte Dominic einen unwiderstehlichen Drang, sich noch einmal dem seltsamen, übersinnlichen Einfluss eines dieser Wesen auszusetzen. Ein Drang, der täglich stärker wurde und der ihm Albträume bescherte. Sein Bruder war über Dominics Vorhaben keineswegs begeistert. »Du willst was tun?« Benjamin wischte sich die öligen Finger mit einem schmutzigen Lappen ab und starrte seinen Bruder ungläubig an, der ihn bei der Arbeit an den Fahrzeugen in der Garage störte. »Wir jagen diese Biester. Wir sprechen nicht mit denen.« »Komm, erzähl mir nicht, dass es bei dir anders ist.« Dominic konnte sich nicht vorstellen, dass der Drang nach einer neuerlichen Begegnung mit einem der Schnüffler nicht auch bei seinem Bruder vorhanden war. »Ich kann es mir verkneifen.« Benjamin warf den Lappen auf die Werkbank und schob sich die Hände in die Taschen seines Overalls. »Ja, vielleicht, aber du fühlst es auch, oder?« Benjamin schürzte die Lippen und biss die Zähne aufeinander, als ob er einen tiefsitzenden Schmerz unterdrückte. »Wie ist es bei den anderen?«, wollte Dominic wissen. »Bei den Greenhams, bei Wilkins und Dion.« »Es geht uns allen so,« presste Benjamin hervor. »Deswegen haben wir uns zusammengefunden. Deswegen geht auch niemand von uns alleine in die Wälder.« »Gut, dann wirst du mich also begleiten?« »Bist du wahnsinnig.« Benjamin packte seinen Bruder an den Schultern. Der Griff seiner Finger war schmerzhaft. »Das ist gefährlich. Wir gehen nicht deshalb in die Wälder, um Visionen zu haben. Wir gehen dahin, um sie alle zu töten, damit der Spuk ein Ende hat.« »Ich will meine Möglichkeiten kennen,« beharrte Dominic. »Ein Hauch von Zukunft spüren.« Benjamins Griff löste sich und er trat an die Werkbank zurück, um sich an der Arbeitsfläche abzustützen. Er betrachtete die Sammlung von Schädeln an der Wand vor ihm. Er wirkte erschöpft und schüttelte den Kopf. »Hätte ich dir bloß nichts darüber erzählt.« »Hätte ich dich bloß nicht mitgenommen.« »Es ist, wie es ist.« »Es sind Hirngespinste«, fuhr Benjamin unbeirrt fort. »Schrödingers Katze.« »Alles kann sein, alles mag nicht sein.« »Lass den Deckel zu und stell dir lediglich vor, was alles möglich ist.« »Wenn ich diese Theorie richtig verstanden habe, beraubt man sich der Möglichkeiten, wenn man sich Gewissheit verschaffen möchte.« »Sieh nicht nach, wenn es nicht sein muss.« »Alleine kann ich das nicht«, sagte Dominic, als hätte er die Worte seines Bruders nicht gehört. »Die würden mich zerfetzen.« »Du musst mir Feuerschutz geben.« Benjamin fuhr herum. »Du willst das wirklich wirken?« »Ja.« »Allen Ernstes.« Dominic antwortete nicht. Er sah seinem Bruder lediglich fest in die Augen und wünschte sich, er könne seine Entschlossenheit spüren, damit er sich nicht weiter erklären musste. Er hasste es, mit seinem schlagfertigen Bruder zu diskutieren. Benjamin musste doch schon längst begriffen haben, dass er inzwischen bereit war, in Wagnis einzugehen. »Also gut«, gab Benjamin dann nach. »Bevor du alleine losgehst, was ich dir durchaus zutraue, machen wir das besser zusammen. Zur Sicherheit sage ich Dion Bescheid.« »Einverstanden.« Aber erst morgen. Benjamins Miene spiegelte Zorn und Angst wieder. »Wir müssen uns gut vorbereiten«, sagte er, wobei er den Finger an die Schleife legte. »Vor allem hier oben. Stress und Furcht nutzen sie aus. Wir müssen gelassen bleiben. Wenig denken. Handeln. So, auf die Schnelle, mal eben. Kannst du das nicht lernen, Dominic?« »Breche eure Worte kaum.« Die Stimme des Akato war so tief, dass man meinte, ein Kitzeln in der Magengrube zu fühlen. »Ich danke euch allen und dir ganz besonders. Das war ein großartiger Schuss.« Dominic kam zu dem Schluss, dass der Akato gut im Sprechen der menschlichen Zunge war. Aber nun schien es Dominic, die Sprache verschlagen zu haben. Es war beeindruckend und beängstigend zugleich, einen Akato reden zu hören. »Na, sag schon was!« forderte Dion auf. »Ich, äh, ich...« war alles, was er zustande brachte. Außer in einer Holo-Darstellung hatte er noch nie einem Akato gegenübergestanden. »Nach all dem Ärger müssen sie doch hungrig sein,« sagte er schließlich. »Meine Mutter kocht großartig.« Benjamin schüttelte fassungslos den Kopf, aber der Akato quittierte Dominics Worte mit einem schiefen, freundlichen Grinsen, was diesen für einen Augenblick irritierte. Diesen Moment hatte er in seiner Vision gesehen. Déjà-vu. Womöglich mehr als das. »Das ist das Beste, was man in dieser Lage hören möchte.« Der Akato legte seine große, schwere Hand auf Dominics Schulter. »Lass uns keine Zeit verlieren.« Kapitel 6 Benjamin und Dominic schlichen sich um Mitternacht aus dem Haus. Sie liefen über die dünne, knirschende Schneedecke, die über dem Gras des Gartens lag, und eilten dann über den gefrorenen Acker. Die Fröhrchen, die sich schnurgerade über das Feld zogen, waren hart wie Stein, und die beiden jungen Männer stolperten mehrfach. Das schwere Gewehr drückte auf Dominics Schulter. Ohne das harte tägliche Training durch seinen Drillinstructor hätte er bestimmt auf der Hälfte des beschwerlichen Weges aufgegeben. Zum Glück wartete am Ende des Ackers Dion in ihrem Wagen, um Dominic und seinen Bruder mitzunehmen. Zusammen fuhren sie über den kurzen, hügeligen Streifen unbewirtschafteten Landes zum Rand des Waldes, der dunkel und düster bis zur Grenze Kanadas reichte. »Du willst das wirklich wagen, Kleiner?« fragte Dion, die offenbar von Benjamin über Dominics Vorhaben informiert worden war. Verständlich, denn schließlich durfte sie nicht im Unklaren bleiben, warum sie diesen nächtlichen Ausflug unternahmen und falls es bei dieser Unternehmung Probleme geben sollte. Was Dominic störte, war, dass sie ihn Kleiner genannt hatte. »Ja, ich will das wagen,« antwortete er umso energischer. Dion und Benjamin, der am Fenster saß, wechselten einen vielsorgenden Blick, während Dominic zwischen ihnen auf der breiten Sitzbank saß. Schließlich sagte ihr Benjamin, sie solle langsamer fahren. »Sie sind da,« bemerkte er leise, »mindestens drei von ihnen.« Der Geländewagen rollte mit abgeschaltetem Motor am Waldrand entlang. Irgendwann blieb der Wagen stehen. Die Insassen stiegen aus und schalteten die Nachtsicht-Displays ihrer Waffen ein. »Sie sind ganz nah,« teilte Benjamin seinem Bruder und Dion mit. »Sie scheinen unseren letzten Besuch nicht vergessen zu haben und wollen es uns heimzahlen.« »Bist du sicher?«, fragte Dion. »Sie hätten euer Haus schon angreifen können, wenn sie wollten.« »Wie kommst du darauf? Sie haben doch gehörig auf die Schnauze bekommen.« »Gab Benjamin zurück.« »Oh nein, die sind jetzt vorsichtiger.« »Aber noch genauso gefährlich.« Sie stiegen aus und spähten durch die Zielmonitore ihrer Waffen. Dominik legte ebenfalls das Gewehr an und richtete den Lauf auf den Wald aus, während er das blau leuchtende Display nicht aus den Augen ließ. »Ich sehe sie. Vier Streuner. Sie kommen näher.« Dominik schaltete seinen Zielmonitor ab und starrte in die Dunkelheit. Der Vollmond beleuchtete die Landschaft und man konnte die Kreaturen der Kämern gut erkennen, als sie aus den Schatten des Waldes traten. Lautlos schlichen sie näher. Ihre Pfoten verursachten nicht einmal das leiseste Knirschen auf dem festen Schnee. Dominik legte das Gewehr auf den Boden. »Verdammt, bist du wahnsinnig!« Benjamin machte einige Schritte auf die Monster zu, die daraufhin fauchend unter die Bäume zurückwichen. »Lass mich,« zischte Dominik. »Das ist deine Aufgabe, mich zu schützen. Konzentrier dich darauf!« Dion sagte keinen Ton. Sie kam Dominik weitaus beherrschter und abgebrühter vor als sein impulsiver Bruder. Er vertraute darauf, dass zumindest sie ganz konzentriert war und ihre Sache gut machen würde. Für einen Moment wirkte die Szene wie eingefroren. Die Schnüffler wägten sich nicht und standen reglos wie Statuen da. Erst nach einer ganzen Weile bewegte sich einer von ihnen wieder vorwärts und kam auf Dominik zu. Kaum hatte sich das Uhntier ihm auf zwei oder drei Meter genähert, begann die Welt in Dominiks Augen zu verschwimmen. Der Schnee zu seinen Füßen und der dunkle Wald lösten sich auf, um zu neuen Formen zu gerinnen. Aus dem Mosaik dunkler Flächen setzten sich nach und nach Konturen und Umrisse zusammen. Eine Form entstand. Schließlich sah Dominik einen gewaltigen Ring aus Gold oder Kupfer, der inmitten der Sterne schwebte. Gewaltige Ausleger stachen von seiner Oberfläche aus weit ins All hinein. Schiffe hatten daran festgemacht, flogen sie an oder legten gerade von ihnen ab. Aus dem Zentrum des Rings tauchte eine Flotte von Raumfahrzeugen unterschiedlichster Größen und Formen auf. Wie aus dem Nichts erschienen sie und jagten dann davon. Der riesenhafte Ring mochte ein Raumhafen und ein Dimensionsportal sein, strahlend im Licht einer unbekannten Sonne. Das Bild verschwamm abermals. Dominik sah, wie der Rumpf eines Akato-Schiffes auf den Boden einer Wüstenwelt krachte. Mit dem Heck voran stürzte es zu Boden. Der Himmel loderte im feurigen Rot der sinkenden Sonne. Dominik sah eine Schlacht, die in der Ebene tobte, inmitten eines weitläufigen Tales zwischen Tafelbergen aus orangenem Fels. Energieblitze zuckten über den Himmel. Explosionen krachten. Die Heere, die im Wüstenstaub aufeinandertrafen, waren in Panzeranzüge gehüllt, feuerten mit Projektil und Strahlenwaffen aufeinander oder bekämpften sich mit blitzenden Schwertern. Nur zwischenstumpften Kampfmaschinen auf mechanischen Beinen vorwärts und bahnten sich ihren Weg durch die Menge kämpfender Soldaten. Dominik erblickte eine Frau, die in eine eng anliegende und glänzende Rüstung gekleidet war. Sie stand hoch oben auf einem Felsen, umringt von Feinden, die zu ihr hinaufdrängten. Sie kehrte Dominik den Rücken zu und hielt zwei lange Klingen in den Fäusten. Ihre langen, blonden Haare hatte sie zu dünnen Zöpfen geflochten, an deren Ende kleine Klingen glänzten. Mit jeder Drehung ihres Körpers und ihres Kopfes teilte sie tödliche Peitschenschläge aus, während ihre Gegner unter den wirbelnden Schwertern fielen. Sie fuhr herum und Dominik erkannte, dass sie ein junges Mädchen war, gerade erst im Kindesalter entwachsen. Ihre blauen Augen blickten Dominik kalt und durchdringend an. Es waren große, schöne Augen. Voller Wut und Zorn funkelten sie ihn an. Die Vision verblasste und Dominik fiel rücklinks in den Schnee. Er sah den Vollmond über sich, einige helle Sterne und eilig dahinziehende Wolken. Dann beugten sich sein Bruder und Dion mit eher verblüfften als besorgten Gesichtern über ihn. »Ich los der Erfe«, murmelte Benjamin mit einer Mischung aus Ärger und Erstaunen. »Ich dachte, die nehmen dich gleich auseinander. Stattdessen hauen sie wieder ab, als hätten sie den schwarzen Mann gesehen.« »Was war los?«, wollte Dion von Dominik wissen. Ihre Stimme klang kalt und hart. Sie hatten Angst. »Also was ist passiert?« Vom Eindruck der vergangenen Vision gefangen, sah Dominik sich außerstande gleich darauf zu antworten. Er lag eine Weile im Schnee und sah zu, wie die Wolken über den Himmel zogen. »Eine ferne Welt«, flüsterte er. »Ich habe eine ferne Welt gesehen.« »Und eine schöne Frau.« Dion lachte abschätzig. »Dem geht's gut.« Benjamin half seinem Bruder wieder auf die Beine. Klingt er nach einem schönen Traum, nach einer Wunschvorstellung. Ich muss die ganze Sache mit Schrödinger nochmal überdenken. Zu Hause war ihr nächtliches Abenteuer unentdeckt geblieben, und so gab es zumindest keine weiteren Spannungen zwischen Benjamin und seinem Vater. Durch diese Aktion hätte es sich auch Dominik zu guter Letzt noch mit seinem Vater verscherzen können. Immerhin schien sich Benjamins Laune zu verbessern, je näher der Tag von Dominiks Abreise kam. Er wirkte weniger streitsüchtig und zeigte sich gelassener. Ob es wohl an Dominiks Rückkehr lag, dass sein Bruder sich so aggressiv gezeigt hatte? Als Dominik ihn fragte, winkte er ab. Sein Vater und er hätten eben ihre Konflikte, meinte er. Es würde auch so weitergehen, wenn Dominik wieder fort wäre. Das ist etwas anderes, erklärte Benjamin, der gerade mit Holzhacken beschäftigt war und nun die Axt in den Block schlug, um die Scheiter aufzusammeln. Es liegt an den Streuenern, er deutete mit einem Kopfnicken zum Wald hinüber. Sie haben sich weiter in den Wald zurückgezogen, womöglich bis zum Wrack der Kralle. Ich kann sie jedenfalls kaum noch spüren, und das ist gut. Dominik sah nachdenklich zu den schwarzen Baumwipfeln hinüber. Leichter Schneefall setzte ein. Die Sicht begann sich zu trüben. Entweder ist es ein Zufall, sagte Benjamin, während er das Holz auf seinen Armen balancierte, um es ins Haus zu tragen, oder du hast ihnen tatsächlich einen Strecken eingejagt. Dabei siehst du gar nicht so fürchterlich aus. Als der Schneefall dichter wurde, ging sie ins Haus. Benjamin stapelte die Scheiter neben dem Kamin und warf einige davon ins Feuer. Der Winter scheint es jetzt ernst zu meinen. Dominik sah das heftige Schneetreiben vor den Fenstern des Wohnzimmers. Die Umgebung des Hauses war nicht mehr zu erkennen. Die Welt hüllte sich vollständig in Weiß. Der Wind heulte und rüttelte an den Fensterläden, während sich die ganze Familie im Wohnzimmer aufhielt, das von einer behaglichen Wärme aus dem Kamin erfüllt war. Mein Vater spielte Schach mit Tamara. Die Mutter las in einem Buch, während sie auf dem Sofa lag. Billy beschäftigte sich mit Bauklötzen und Spielzeugautos und blieb ganz in seiner kleinen Welt versunken. Sarah schrieb Nachrichten angeblich an eine ihrer Freundinnen und tippte auf dem Display ihres Handcomputers herum. Sie schien Ärger zu haben. »Willst du der Kälte in Richtung Merkur entfliehen?« wollte Benjamin wissen und stocherte mit dem Schirrhaken in der Galut herum. »Oder geht es zu den eisigen Einöden der Jupitermonde?« »Ich habe keine Ahnung, bekannte Dominic. Die meiste Zeit werde ich an Bord eines Schiffes sein, bei exakt 22 Grad Standardtemperatur.« Benjamin legte das Eisen weg und rieb sich die klammen Hände vor dem prasselnden Feuer. »Ich hoffe, wenn du wieder hier auftauchst, ist es Sommer. Wir könnten das nächste Mal angeln gehen, wenn bis dahin überhaupt noch alles steht.« »Ich werde mein Möglichstes tun, um das zu garantieren,« antwortete Dominic. Benjamin lächelte vielsorgend. »Vielleicht triffst du ja das Mädchen aus deinem Traum und vergisst uns.« Kapitel 7 Am Tag seiner Abreise lag das Land unter einer dichten Schneedecke. Der Abschied von seiner Familie fiel kurz und nüchtern aus. Sein Vater wünschte ihm alles Gute und legte ihm für einen Moment die Hand auf die Schulter. Seine Mutter lächelte, gequält. »Pass gut auf dich auf.« Es war ihr anzusehen, wie sehr sie gegen die Tränen ankämpfen musste. Dominics Schwestern brachten kein Wort hervor und der kleine Billy rannte zurück ins Haus, als er sich von ihm verabschieden wollte. Benjamin hatte den Quadrohrschrauber mit den zwei Sitzen vorbereitet, um seinen Bruder zurück zur Sammelstation nach Preston zu bringen. Die Fähren, die die Soldaten und Rekruten aus diesem Landesteil aufnehmen sollten, würden sie dann zu den großen Stützpunkten bringen. Der Flug von Preston nach Elbekerke war für den späten Abend terminiert, aber die Registrierung der Passagiere fand am frühen Nachmittag statt. Dominic graute es davor, die ganze Zeit in den sterilen Räumlichkeiten des Stützpunktes verbringen zu müssen. Der Quadrohrschrauber mit seinen vier Rotoren landete auf dem Parkplatz des Flottenareals, auf dem viele andere Fahrzeuge herumstanden. »Währen wir also,« seufzte Benjamin. »Zeit, die Welt zu retten, kleiner Bruder.« »Ja, ich hätte es mir fast anders überlegt und wäre bei euch geblieben.« Dominic sah zum Tor der Station hinüber, wo die Wachen in ihren grauen Panzeranzügen standen. »Ich denke, du tust genau das Richtige. Und ich denke, du tust noch immer das Falsche.« »Jede nach seiner Fasson.« Dominic griff sich seinen Rucksack und öffnete die Plexiglas-Türe, die nach oben schwenkte. »Ich wünsche dir alles Gute.« »Wünsche ich dir auch. Und sieh zu, dass du bald wieder Urlaub bekommst. Am besten im Sommer. Es wimmelt von Fischen in den Seen und Flüssen.« »Mach ich.« Sie schüttelten einander die Hände, dann verließ Dominic das Fahrzeug und ging auf die Pforte zu, während der Quadrokopter mit brausenden Rotoren abhob und davonflog. Der Wachmann an der Pforte sah sich Dominics Soldatenpass an und schickte ihn in das dreistöckige Gebäude, das dem Flugfeld vorgelagert war und in dem er sich seine Befehle abholen konnte. Hinter dem Counter am Eingang der Station saß ein Mann, der Dominic informierte, er würde der Zora zugeteilt. Einem kleinen Zerstörer, der unter dem Kommando von Captain Daniel Perk stand. »Die Fähre«, so erklärte er weiter, »die die Rekruten und Offiziere zu den Raumhäfen im Süden des Landes brachte, würde am frühen Abend eintreffen.« Es gab also noch genügend Zeit, Wände und Decken anzustarren oder die illustrierte elektronische Ausgabe des Patriot durchzulesen, zur Not auch mehrere Male. Dominic betrat den großen Warteraum mit seinen Stuhlreihen vor dem breiten Panoramafenster, hinter dem sich das Flugfeld erstreckte. Ein junger Mann saß in der Kleinhalle und erlass eine Zeitschrift aus Media-Fall-Papier mit vielen animierten Illustrationen. Bunte, vom Militär genehmigte Werbeanzeigen, die unterschiedliche Waffensysteme zeigten, bedient von attraktiven jungen Mädchen in spärlicher Kleidung. Der Mann besaß ebenfalls den Rang eines Offiziersanwärters, der die Grundausbildung absolviert hatte. Die beeindruckende Anzahl von Fertigkeitsauszeichnungen, die auf seiner Brust prangten, konnte sich mit der von Dominics Auszeichnungen messen. Er war von schlanker Statur und besaß ein ovales Gesicht mit dunklen Augen. Das braune Haar war bis auf wenige Millimeter gestutzt, bis auf einen angedeuteten, blau gefärbten Irokesenkern. Sieht so aus, als hätten wir es eilig, zum Einsatz zu kommen, meinte der Offiziersanwärter und sah auf die Uhr an der Stirnseite des Raumes. Sieht so aus, als wollte man unseren Eifer ausbremsen. Wir könnten schon im Einsatz sein, so früh, wie wir hier aufgetaucht sind. Dominic stimmte ihm zu. Keine Ahnung, wie ich die nächsten Stunden überstehen soll. Dafür habe ich auch keinen Plan. Er streckte die Zeitschrift von sich, betrachtete eine der Illustration etwas genauer, woraufhin er den Kopf schüttelte und das Heft weglegte. Ich nehme an, dann haben wir denselben Weg. Ach ja? Sieht so aus, ich muss auch nach Albuquerque. Es geht nur eine Fähre heute und die fliegt dorthin. Bin der Zora zugeteilt. Er ist auch mein Chef, freute sich Dominic mitteilen zu können. Er kam näher und sie schüttelten sich die Hände. Dominic Porter. Cyrus Corrin. Man nennt mich auch Psy oder Psycho. Ich war die letzten zwei Jahre auf der Sheldon, erzählte Dominic. Wir haben die Mars-Außenposten und einige Habitate evakuiert. Ich durfte Konvois begleiten, auf der Scotia. Schon mal was mit Plünderern oder Piraten zu tun gehabt? Corrin schüttelte den Kopf. Du? Nein, antwortete Dominic und wusste nicht, ob er darüber glücklich sein oder es bedauern sollte. Es gab leider nichts, was er anführen konnte, um damit anzugeben. Dominic dachte an seinen Bruder und was er sagen würde. Er hätte bestimmt sarkastisch angemerkt, was sie doch für großartige Krieger seien und dass er sich mal nicht einbilden solle, man würde ihm eines Tages ein Denkmal setzen. Tja, unser bisheriger Lebenslauf sieht nicht nach Ruhm und Heldentaten aus, sagte Dominic, als wären es die Worte seines Bruders. Bin ich auch gar nicht scharf drauf, entgegnete Cyrus Corrin. Ehrlich nicht, von mir aus könnte es so ewig weitergehen. Ruhiger Dienst, Menschen helfen, genug zu essen und eine warme Unterkunft. Das alles ist weit mehr, als viele andere haben. Dominic kam zu dem Schluss, es mit einem Pragmatiker zu tun zu haben. Ja, das ist immerhin etwas. Oh, aber ich denke, mit der Ruhe ist es jetzt vorbei, wenn wir auf die Zora kommen. Wieso? Perk gilt als Querkopf, erklärte er Dominic, als wundere er sich darüber, dass diesem noch nichts davon zu Ohren gekommen war. Hat immer Probleme mit seinen Vorgesetzten, setzt sich gern über Befehle hinweg oder legt sie aus, wie er es braucht. Ist ständig Gesprächsstoff in der Flotte. Dann kann es tatsächlich spannend werden. Corrins Mine verriet sein Unbehagen bei dieser Aussicht. Bist du ein Abenteurer? Ich langweil mich nicht gern. Ich schon, meinte er lapidar. Bleibt Zeit für eigene Gedanken. Nichts ist nerviger, als sich mit den Problemen oder Idealen anderer herumschlagen zu müssen. Und dafür vielleicht noch die Haut zu riskieren. Ich hoffe, Perk hält sich in Zukunft zurück. Ein Freigeist ergänzte Dominic zu seiner vorherigen Schlussfolgerung. Ein pragmatischer Philosoph, den es in die Reihen des Militärs verschlagen hatte. Ein denkbar ungünstiger Ort für diesen Menschenschlag. Der Nachmittag zog sich hin. Zeitweilig löste sich der Nebel auf und die Sonne schien. Dann trübte es sich wieder ein und es begann zu schneien. Die Dämmerung kam im Dunkel eines heftigen Schneegestöbers. Positionslampen auf dem Flugfeld leuchteten auf wie winzige Sonnen in der heranziehenden Nacht. In ihren Lichtkegeln, die wie Lanzen in den schwarzen Himmel stachen, wirbelten die Schneeflocken. Ein paar Räumfahrzeuge fuhren über die Landeplätze. Sie schoben Massen von Schnee beiseite oder frästen sich durch das Weiß. Corrin stellte sich zu Dominic ans Fenster und erreichte ihm einen heißen Kaffee in einem Papierbecher. Wenn es zum Mars geht, sagte Corrin, nachdem er vorsichtig an seinem Becher genippt hatte, sehen wir wärmeren Tagen entgegen. In der Äquatorgegend hat es jetzt um die 30 Grad. Überall in der bewohnbaren Zone gibt es angenehme Temperaturen. Der Mars, wiederholte Dominic. Eine langweilige Welt nach allem, was ich gehört habe. Keine nennenswerten Jahreszeiten. Ein entloser, rostiger Frühling mit warmen und wärmeren Tagen. Ach was. Cyrus Corrin schlürft an seinem Kaffee. Man muss nur genau hinsehen. Ich sehe gerne genau hin. Und dafür braucht man Zeit. Ideal für jemanden, der sich gerne langweilt. Ich kann stundenlang genau hinsehen. In diesem Moment kam eine Lautsprecheransage. Eine synthetisch erzeugte, weibliche Stimme war zu hören. Zu Bringer Lantern nach Albuquerque im Landeanflug. Machen Sie sich bereit, an Bord gebracht zu werden. Folgen Sie den Anweisungen des Personals. Das Personal bestand aus einer SSU, einer Standard-Service-Unit, die wie Mülleimer auf vier Beinen aussahen und von denen jetzt einer aus einer Wandnische trat, als die Information zu hören war. So wie es aussah, waren Dominic Porter und Cyrus Corrin tatsächlich die einzigen, die an diesem Tag transportiert wurden. Der Roboter postierte sich vor dem Zugang zu einer Rampe, der bislang durch eine Teleskopstange versperrt war. Die Sperre schob sich in die Wand zurück, während der Roboter weitere Anweisungen für die Fluggäste hatte. Bitte warten, schnarrte er in einer tonlosen elektronischen Stimme. Fähre Lantern im Anflug. Bitte warten. Kaum hatte er seine Mitteilung ausgesprochen, rührten die kraftvollen Maschinen der Fähre auf, die gerade über das Gebäude flog. Die grellen Scheinwerfer an ihrem Bug wanderten über den Teer und suchten die Landefläche. Der heiße Abluftstrahl aus den Düsen wirbelte den Schnee auf und schmolz ihn zu spiegelnden Wasserlachen, während die Fähre aufsetzte. Die Bugschleuse öffnete sich und ein Laufsteg glitt heraus. Zusätzliche Lichter auf dem Flugplatz strahlten auf, um den Fluggästen den Weg zu beleuchten. Passagiere der Lantern tönte der tonnenförmige Roboter und rollte die Rampe hinunter, die auf den Landeplatz führte. »Folgen Sie mir«, die beiden jungen Offiziersanwärter nahmen ihr Gepäck auf, folgten der SSU nach unten. Als sich die Außenschleuse öffnete, traten sie ins Freie. »Ich wünsche eine gute Reise«, tönte die Maschine, als Dominic und Cyrus in das Schneegestöber eindrang und sich das Schott hinter ihnen schloss. Eiskristalle stachen Dominic ins Gesicht und die Kälte biss ihm in die Wangen. Der Sturm zerrte an seinen Haaren und trieb ihm die Tränen in die Augen. Verschwommen erkannte er jemanden, der im Eingang der Fähre stand und ihnen mit einer Stablampe zuwinkte. »Ich glaube, du wirst auf deine Kosten kommen«, kurchte Cyrus, während sie sich vorwärts kämpften und durch Pfützen aus geschmolzenem Schnee hasteten. »Und ich werde leer ausgehen«, »wie meinst du das?«, wollte Dominic wissen. »Ich habe unter deinen Auszeichnungen auch ein kleines goldenes Quadrat entdeckt.« Seine Stimme war im Heulen des Windes und dem Dröhnen der laufenden Triebwerke kaum zu verstehen. »Du hast auch eins?« »Ah«, zischte Cyrus durch die Zähne. »Wir sind beide erstklassige Schützen. Auf den Konvoischiffen, die ich kenne, gab es bisher nur mittelmäßige und vielleicht einen halbwegs guten. Und Perk hat gleich zwei mit Auszeichnung angefordert. Er oder das Oberkommando?« »Egal«, Cyrus klang, als ginge ihm bald die Luft aus. »Sieht auf jeden Fall so aus, als ob sie gute Schützen gebrauchen könnten. Wir werden wohl komplexere Aufgaben bekommen als reine Evakuierungsoperation.« Sie erreichten endlich die Rampe, stolperten durch die Windböen hinauf und betraten das Innere des Fahrzeugs. Die Schleuse wurde geschlossen, der Wind verstummte. Der Flug nach New Mexico war kurz. Ein kleiner Hüpfer von gut 30 Minuten. Der Stützpunkt war Dominic vertraut. Der größte des westlichen Bündnisses, der die Ausmaße einer ganzen Stadt besaß. Im Dunkeln konnte Dominic nur die Fenster und Positionslichter der Schiffe erkennen, die dort niedergegangen waren, starteten oder gerade zur Landung ansetzten. Es herrschte ein unbeschreiblicher Lärm. Die warme, trockene Luft rauch nach Abgasen und Treibstoffen, vermischt mit dem lechten Aroma des Wüstensanders. Ein lauer Wind trieb Staubwolken über das Areal. Die riesigen Raumschiff-Ungetüme wirkten im Nebel unheimlich wie Monster aus der Vorzeit. Ein Transportgeleiter stoppte vor der Fähre, um Dominic und Cyrus zu Zora zu bringen. Eine der SSU steuerte ihn und forderte sie auf, aufzusteigen. Es gab lediglich Haltebügel auf einer offenen Ladefläche. Man musste stehen oder sich auf den kalten Metallboden setzen. Die Fahrt auf dem Vehikel dauerte eine ganze Weile. In der Zeit hätten sie nach Fargo zurückfliegen können, schätzte Cyrus und zog den Kragen seiner Uniform fester zusammen. Der Fahrtwind fühlte sich mit der Zeit kühl an. Dominic frestelte und hauchte abwechselnd auf die Finger der einen und dann der anderen Hand. Die Haltebügel waren kalt wie Eis und es schmerzte, sich daran festzuhalten. Er fragte sich, ob sie irgendetwas ausgefressen hatten und man sie auf diese Art und Weise umbringen wollte, als der Gleiter seine Fahrt endlich verlangsamte. Er hielt auf eines der kleineren Schiffe zu, die in einer schier endlosen Reihe am Rand des Geländes aufgestaffelt waren. Das stromlinienförmige Schiff erinnerte Dominic an einen Delfin, abgesehen von den vielen Geschützen und Antennen, die aus dem Rumpf und dem Heck mit seiner drei mächtigen Triebwerken erwagten. Ideal, um Fersengeld zu geben, hörte er seinen Bruder sagen. »Das Ding sieht mehr nach Problem aus als die Skurtia«, bemerkte Cyrus. Sie war nichts anderes als ein bewaffneter Frachter. Die Schelden, auf der Dominic gedient hatte, konnte sich immerhin ein Kriegsschiff schimpfen, aber sie war ein altes Modell aus der Zeit der Kolonialkriege, die vor 100 Jahren zu Ende gegangen waren. Auch sie konnte sich nicht mit den neueren Schiffen messen, die er bisher nur von Weitem gesehen hatte. Der Gleiter stoppte vor der breiten Rampe der Zora, auf der gerade ein paar gepanzerte Fahrzeuge ins Innere rumpelten. Ein junger Offizier, der mit der Beladung des Schiffes betraut worden war und sie offenbar schon erwartete, sah von seiner erhöhten Position am oberen Ende der Rampe auf die Neuankömmlinge hinunter. Er drückte einem anderen Soldaten sein Datenpad in die Hand, gab ihm einen Befehl und kam auf die beiden zu. »Porter und Corrin?«, fragte er mit mürrischem Unterton. Die zwei nahmen Haltung an und salutierten. »Ich bin Porter, Sir«, stieß Dominic eilig hervor. »Cyrus Corrin, Sir«, »Cyrus legte einen gelasseneren Tonfall hin.« »Offiziersanwärter, Sir«, der Mann lachte. »Na ja, klar. Wenn ihr bis zu eurer Ernennung durchhaltet, könnt ihr stolz sein.« Er rang sich ein Grinsen ab und deutete auf Dominic. »Ich bin Frank Roslin, der erste Offizier der Zora, und ihr werdet es nie erleben, dass ich vor euch salutieren muss. Egal, was man euch alles an die Brust geheftet hat, bei mir müsst ihr von vorn anfangen.« »Du bist die erste Null.« Emma Cyrus von Kopf bis Fuß mit abschätzigem Blick. »Und du die zweite Null.« Roslin liest die Worte wirken. Dann winkte er ab. »Spaß beiseite. Ich will ihnen nur klarmachen, wo ihre Positionen sind, damit sie sich keine Frechheiten erlauben. Das kann ich gar nicht vertragen.« »Und jetzt, mitkommen.« Er machte Kurt und brachte Dominic und Cyrus zu ihrem Quartier auf die Mitteldeck. Von hier war es nicht weit bis zur Brücke, die am anderen Ende des breiten Korridors lag. »Sie beide machen sich jetzt frisch«, befahl er. »Wechseln ihre Uniform und melden sich auf der Brücke zum Dienst.« »Ich warte dort, um sie dem Käpt'n vorzustellen. Sie haben 15 Minuten.« Die 15 Minuten waren mehr als knapp bemessen. Zum Bügeln ihrer zerknitterten Wechselkombinationen aus ihren Rucksäcken blieb keine Zeit mehr, wie Cyrus bemerkte, der als erster in der Dusche verschwand, nachdem er sich seiner Kleider entledigt hatte. Roslin erwartete sie bereits, als sie die Brücke betraten, wiederum Haltung annahmen und salutierten. Er wandte sich an den großen, breitschuldrigen Mann, der gerade auf die Frontkonsole vor dem Brückenfenster sah und ihnen den Rücken zudrehte. »Gapten«, rief Roslin dem Mann zu. »Die neuen Schützen sind da.« Der große Mann drehte sich um, musterte sein neues Personal und kam schließlich auf Dominic und Cyrus zu. Er entsprach genau dem Bild, das Dominic von einem verwegenen Soldaten hatte, der nicht davor zurückschreckte, sich mit seinen Feinden und Vorgesetzten anzulegen. Das Gesicht kannte ich mit einem dunklen Dreitagebart, der ein markantes Kinn bedeckte. Graublaue Augen, durchdringender Blick. Schwarze Haare, grau an den Schläfen. »Willkommen an Bord der Zowa«, begrüßte er die zwei Rekruten mit sonorer Stimme, die ein Ausrufezeichen hinter das Charakterbild setzte, das sich Dominic von Perk gemacht hatte. Stehen Sie bequem. Dominic und Cyrus gehorchten. Ich habe ihre Dossiers gelesen, vor Captain Perk fort, und mich auf ihre messbaren Qualitäten beschränkt. Alle anderen Dinge sind subjektiv, Interpretationssache, und ich kenne die Gepflogenheiten der Flotte gut genug, um zu wissen, dass man sich nicht auf das Urteil Fremder verlassen kann. Ihre Fähigkeiten als Schützen- und Feierleitgehilfen sind unbestritten, ganz außerordentlich sogar. Was ihre anderen Kompetenzen betrifft, werden sie sich neu bewähren müssen. Er sah Cyrus mit leichtem Missfallen an. In ihrem Fall mag das ein Vorteil sein. Dominic fragte sich, was es mit dieser Bemerkung auf sich haben mochte. »Sie werden hier beide bei Null anfangen«, erklärte Perk weiter, »und sich dem Urteil meiner Offiziere stellen müssen.« Unwillkürlich wanderte Dominics Blick zu Frank Roslin hinüber, der zu lächeln schien. Ihnen werden die Kanoniere der Licht- und Plasma-Batterien unterstellt, zu 80% Kadetten. Die Umstände zwingen uns, Kompromisse zu machen. Die anderen sind fähige Schützen und haben sich bereits bewährt. Nicht ganz so gut wie sie, aber durchaus fähig. Er machte eine Pause, in der er einen Schritt näher herankam und die Offiziersanwärter zu ihm aufschauen mussten. Was das Thema Kompromisse angeht. Wieder hielt er inne und sah Dominic und Cyrus tief in die Augen. »Ich mache keine Kompromisse.« »Sie werden bald feststellen, dass ich ein paar Dinge ganz besonders verabscheue.« »Dazu gehören Unzulänglichkeiten und halbe Sachen.« Dominic bemerkte, wie Cyrus schluckte. Für ihn musste dieser kurze Vortrag wie ein Schlag ins Gesicht wirken. Mit den ruhigen Zeiten war es offensichtlich vorbei. Für Langeweile und philosophische Gedanken würde es hier kaum Zeit geben. Und nun wegtreten. Befall Perk. Wir starten um 0500. Finden Sie sich bitte pünktlich auf Ihrer Station ein. Roslyn wird Ihnen Ihren Arbeitsplatz zeigen. Als Sie dann nach dem kurzen Ausflug auf die Geschützlinie wieder in Ihrer Unterkunft waren, bemerkte Cyrus, dass er sich in seinen Vorurteilen bestätigt fühlte. Perk war für ihn nichts weiter als ein fehlgeleiteter Idealist, der durch übertriebenen Eifer versuchte, sich ein gutes Gewissen zu verschaffen. Während sich Dominic in seine Decke wickelte, hörte er den Ausführungen seines Kameradens zu, der immer wieder neue Blickwinkel seiner Weltsicht zum Besten gab. Irgendwann war Dominic eingeschlafen und er erwachte erst, als ihn der Wecker aus seinen Träumen riss. Kapitel 8 Die Zora befand sich auf dem Weg zum Jupiter und seinen künstlichen Monden. Dominic und Cyrus meldeten sich an der Geschützlinie, um von Roslyn eingewiesen zu werden. Nachdem Cyrus an seinem Arbeitsplatz untergebracht war, fand sich auch Dominic in einer engen Kanzel wieder, die zugleich als Kommandostand für alle zehn Steuerbordbatterien diente. Ein mächtiges Trie-Geschütz ragte unterhalb des Fensters ins All hinaus. »Sie kommen klar?«, fragte Roslyn. »Sie haben hier das Kommando. Nach den Ausführungen ihres ehemaligen Käptens sollen sie durchaus Führungsqualitäten besitzen.« Dominic nickte gehorsam. Als der Offizier gegangen war, sah sich Dominic in seiner kleinen Welt um. Auch auf der Sheldon hatte er einmal das Vergnügen gehabt, im Feuerleitstand zu sitzen. Ein einziges Mal, und das war ein gutes Jahr her. Abgesehen von den Trainingseinheiten, bei denen er sein Talent als Schütze erkannt hatte, besaß er kaum Erfahrung im Kommandieren. Wie sein einstiger Käpt'n zu dem Schluss kam, er eigne sich hervorragend dazu, eine Schützenlinie zu befehligen, war ihm schleierhaft. Er hatte die Beurteilung zwar gelesen und sich auch darüber gefreut, doch es war eine ganz andere Sache, die Konsequenzen eines solchen Lobes zu tragen. Er sah sich in seiner Kanzel um. Die ganze Apparatur hier war zwar moderner als die auf der Sheldon, aber das Bedienungsschema war gleich. Allerdings gab es viele zusätzliche Schalter, Kontrolllämpchen und Monitore, deren Sinn ihm nicht ganz klar war. Er würde eine Weile brauchen, um sich mit der Funktionsweise des Gefechtsstandes vertraut zu machen. Dominik sah aus den gewölbten Fensterscheiben ins All hinaus. Die Erde befand sich nicht in seinem Sichtfeld, was er ein wenig bedauerte. Draußen nur Sterne und das endlose Schwarz des Alls. Er wendete sich den Kontrollen zu und sah die einzelnen Kampfstationen, die als grüne Quadrate auf einem Display dargestellt wurden. In jedem einzelnen Quader las er die Namen seiner Schützen, die er noch nicht zu Gesicht bekommen hatte, wie auch die Stärke und den Zustand ihrer Geschütze. Er fand den Schalter für das Intercom und betätigte ihn, ehe er sich die passenden Worte zurechtgelegt hatte. »Hallo an alle Schützen«, begann er etwas holprig. »Ich bin Dominik Porter. Ich bin euch als Feuerleitkommandant zugeteilt. Das heißt, administrativ. Ich bin noch kein Offizier. Ich mache das, weil ich...« Er gestattete sich eine kurze Pause, um sich zu sammeln. Ich war Jahrgangsbester unter den Schützen, zweimal hintereinander. Deshalb hat mich Captain Perk in dieses Kommando befördert und ich denke, dass ich meine Sache ganz gut machen werde. Wieder musste er seine Gedanken sammeln. »Ja, ich stamme aus Bensley, Minnesota und hoffe, dass ich dem Kaff zu etwas mehr Ruhm verhelfen kann. Ja, bis dahin ist es ein weiter Weg, aber ich habe gehört, dass unser Captain Abkürzungen bevorzugt. Wenn ihr versteht, was ich meine...« Soweit meine Gedanken. Jetzt würde ich gerne etwas von euch hören. Der Erste, der sich meldete, war Rosslyn und erschien nicht sehr angetan von Dominiks Vortrag. »Sie haben sich nicht zu erklären«, schnarrte die Stimme des ersten Offiziers durch den Lautsprecher des Kopfhörers. »Sie sitzen da, weil das Ihr Job ist. Und sparen Sie sich Bemerkungen über die Motive unseres Captains. Verstanden?« »Verstanden, Sir.« Dominik fand den Schalter, der die Gespräche auf der Geschützlinie in den Privatmodus versetzte. Das war nicht verboten, solange es keinen Alarm gab. Es dauerte eine Weile, aber in den nächsten Minuten antworteten die Schützen. Dominik lernte nach und nach seine Leute kennen und es entwickelte sich bald eine lockere Unterhaltung. Bei der Truppe handelte es sich um einen Bund, zusammengewürfelten Haufen unterschiedlicher Nationalitäten. Jungs und Mädchen, alle nicht älter als 20. Drei Männer, die schon länger in der Flotte dienten. Manche waren rätseliger als andere und erzählten Dominik fast ihre ganze Lebensgeschichte. Andere beschränkten sich auf einige wenige Informationen und hörten den Gesprächen zu. Die Crew war schon einige Zeit zusammen auf der Zora unterwegs und Dominik erfuhr, dass Meinungsverschiedenheiten mit dem Captain der Grund waren, warum die Offiziere der Feuerleitung ausgewechselt wurden. Angeblich hatten sie sich geweigert, das Feuer auf eigene Einheiten zu eröffnen, obwohl Captain Perkis verlangt hatte. Bei dem Gedanken, einmal selbst vor einer solchen Entscheidung zu stehen, jagte Dominik ein Schauer über den Rücken. Hat die Flottenleitung den Vorfall untersucht? Wollte Dominik wissen. Nee, die Leitung hat den Vorfall auf sich beruhen lassen, schaltete sich ein junger Mann namens Sergio Carlos ein. Und die Offiziere versetzt. Wir sollten nicht darüber reden. Dominik irritierte diese Angelegenheit. Was für einen Grund konnte es geben, dass Perk diesen Befehl gegeben hatte? Er hielt den Mann weder für einen Schwachkopf noch für inkompetent. Er war seit 20 Jahren im Dienst und unbequem, wie Dominik inzwischen wusste. Hätte er sich etwas Ernsthaftes zu Schulden kommen lassen, würde man ihn längst suspendiert haben. Irgendwann kam eine Durchsage, die alle Unterhaltungen beendete. Trümmerstücke eines Gefechtes, das viele Tage zurück lag, kreuzten den Kurs der Zora, die ihre Fahrt verlangsamen musste. Dominik hielt die Situation für geeignet, Zielübungen durchzuführen und die Treffsicherheit seiner Crew kennenzulernen. Der erste Offizier hatte zuerst Bedenken, aber Captain Perk stimmte Dominik zu. Ziele auffassen, befall Dominik. Automatische Erfassung abschalten. Wir fangen mit den größeren Trümmern an, ab 5 bis maximal 8 Meter Länge. Das Trümmerfeld kam in Sichtweite und die Zora verringerte die Geschwindigkeit weiter. Als alle Stationen Bereitschaft meldeten, gab Dominik den Feuerbefehl. Die Geschosse bestanden aus Plasmaladungen, die wie blaue Kometen durch das All jagten. Explosionsblumen blühten auf. Zielgröße reduzieren auf 2 Meter, befall Dominik und sah auf die Daten seiner Anzeige. Jetzt maximal einen Meter. Die Anzahl der Geschosse verringerte sich, da die Kanoniere jetzt sorgfältiger zielen mussten, aber noch immer blitzten einige Detonationen auf und zeigten an, dass die jungen Schützen ihr Handwerk beherrschten. Als Dominik befahl, das Feuer einzustellen, war er von der Zielsicherheit seiner Einheit beeindruckt. Ein Blick auf die Auswertung des Computers zeigte ihm, dass er mit seiner Einschätzung richtig lag. Von anfänglich 82% bei den großen Zielen war die Quote nur unwesentlich auf 71% gefallen, als sie die kleineren Objekte ins Visier genommen hatten. Die Zora nahm wieder Fahrt auf und nach einer Weile erschien der Jupiter in Dominiks Sichtfeld. Ein daumennagelgroßer, orangefarbener Fleck, wenn er den Arm ausstreckte. Auch die natürlichen Monde des Gasriesen konnte er als helle Lichtpunkte erkennen. Dominik betrachtete den Monitor und fand die Positionen der künstlichen Sphären, die den Jupiter umgaben. Ursprünglich 20 gewaltige Gebilde, bewohnt von einer Milliarde Menschen. Jetzt gab es nur noch drei von ihnen, auf denen knapp eine Million Bewohner um das Überleben kämpften. Den größten Teil der Menschen hatte die Flotte auf die Stationen evakuiert, die zwischen der Mars- und Erdumlaufbahn kreisten und inzwischen aus allen Nähten platzten. Zumindest wurden diese künstlichen Welten weit weniger von den Caymen behelligt, als die Habitate des Jupiter oder die Erde. In diesem Moment wurde Alarm gegeben. Eine Sirene klagte ihr Heulen durch die Korridore. Die Beleuchtung und Teile der Anzeigen wechselten in bedrohliches Rot. Dominiks Kanoniere meldeten Bereitschaft. Schließlich verstummte die Sirene und der Käpt'n war zu hören. Wie Sie schon bemerkt haben, begann er, nennen wir uns dem Jupiter. Unser Ziel ist die Samaria-Sphäre, die bei einem Schlagabtausch zwischen einer Cayman und einer Akato-Flotte schwer beschädigt wurde. Wir haben Angaben über 200.000 Menschen, die sich noch dort befinden. Aber wir haben keinen Befehl für einen Rettungseinsatz. Unsere Aufgabe wird sein, Piraten und andere Verbrecher zu bekämpfen, die bereits dort aufgetaucht sind, um Beute zu machen. Wir haben Hilferufe der Sicherheitsleute von Samaria aufgefangen und ausgewertet. Nach den Angaben werden wir es mit drei Schnellbooten der Katana-Klasse zu tun bekommen. Sie wissen, wie wendig und schnell die Schiffe sind. Ich werde ein Außenteam zusammenstellen, das mit dem ersten Offizier auf Samaria landen wird. Für eine Weile sagte Perk nichts und ließ seine Worte wirken, bis er mit einer weiteren Information herausrückte. Der Auftrag dieses Schiffes für die nächsten drei Jahre wird die Bekämpfung der Piraterie und des Schmuggels sein. Diese Mission wird für die meisten von Ihnen anders sein als die Einsätze, die Sie bisher absolviert haben. Ich habe mich bei der Auswahl der Crew auf Menschen mit außergewöhnlichen Leistungen konzentriert. Meine Dankbarkeit gebürgt der Flottenleitung, die meinem Gesuch nachgekommen ist, mir die Freiheit zu lassen, eine Mannschaft zusammenzustellen, die den Herausforderungen gewachsen sein dürfte. Ich habe großes Vertrauen in Sie und glaube nicht, dass Sie mich enttäuschen würden. Ich wünsche Ihnen Glück und Godspeed. Ein kurzes Knacken aus dem Lautsprecher setzte den Punkt hinter die kurze und eindringliche Ansprache des Käptens. Dominic konnte nicht gerade behaupten, sich wohler zu fühlen. Im Gegenteil. Er bemerkte ein unangenehm flaues Gefühl im Magen und einen Anflug von Angst. Für einen Augenblick musste er Cyrus Recht geben, der sich lieber langweilte, als Herausforderungen zu begegnen. Die kugelförmige Samaria-Sphäre hatte den gewaltigen Durchmesser von 400 Kilometern. Ein beeindruckendes Stück Technik, das vor über 1000 Jahren gebaut wurde, nachdem eine weitere Periode zerstörerischer Kriege zu Ende gegangen war. Ein Symbol für den Frieden und die Zusammenarbeit der Völker nach einem Blutvergießen, das über 50 Jahre gedauert hatte. Dominic hatte schon einige dieser Habitate gesehen, die abseits des umkämpften Jupiter lagen und keines davon konnte man als winzig bezeichnen. Aber Samaria übertraf alles, was er bisher zu Gesicht bekommen hatte. Sie unterschied sich von den meisten Habitaten, die üblicherweise zylinderförmig waren. Samaria besaß eine transparente Kuppelhälfte, die sich über der zentralen Ebene wölbte. Diese Scheibenerde war gesprengt von Wiesen, Feldern, Äckern und Städten, durchzogen von einem dichten Straßennetz. Die andere Kugelhälfte unter der Ebene bestand aus einem Gewirr von Maschinen und technischen Gebilden, deren Zweck es war, die Lebenserhaltung innerhalb der Kuppel zu gewährleisten. Dominic konnte sehen, dass die gesamte Sphäre von Schlieren aus gefrorenem Wasserdampf und Trümmern umgeben war. Sie verlor Sauerstoff und Teile der Hülle schienen stark beschädigt. In der Ferne entdeckte er den trudelnden Rumpf einer Cayman-Klinge. Offenbar war das Schiff mit Samaria kollidiert. In Dominics Headset knackte der Lautsprecher. »Porter?« Es war die schneidend befehlende Stimme von Frank Roslin. »Ja, Sir?« »Finden Sie sich im Haupthangar ein und holen Sie Peterson auf Ihren Platz.« »Verstanden, Sir.« Dominic suchte den Namen des Mannes auf dem Display und fand ihn auf einem der quadratischen Symbole. Er drückte darauf und Peterson meldete sich. »Waren Sie schon einmal im Leitstand?« wollte Dominic wissen. »Immer, wenn Lansett auf Außeneinsatz musste,« antwortete Peterson. »Ich habe nicht mitgezählt, wie oft das war.« Der Mann war mit Sicherheit erfahrener darin, den Feuerleitstand zu bedienen als Dominic. Als er eintraf, um ihn abzulösen, sah Dominic in das Gesicht eines Mannes um die 50 mit kurzem weißem Haar. Er sah freundlich aus und grüßte militärisch, nachdem die Tür zur Seite geglitten war. »Alexander Peterson«, sagte er. »Viel Glück beim Außeneinsatz.« Dominic machte Platz und während sich Peterson setzte, blieb ihrem Türrahmen stehen und wandte sich zu dem Mann um. »Sind Sie schon lange auf der Zora?« »Fünf Jahre unter dem Kommando von Perk,« antwortete der alte Kanonier. »Und wie lange kennen Sie Roslin?« »Ebenso lange.« »Was halten Sie von ihm?« »Kein schlechter Offizier«, meinte Peterson und ließ es dabei bewenden. Das Beiboot der Zora hieß Esther und war ein waffenstarrendes Ungetüm, das beinahe die Hälfte des Hangars für sich beanspruchte. Dominic ging an Bord und wurde von einem gedrungenen Leutnant mit Gelatze zur Waffenausgabe geschickt, wo man ihn in eine leichte Panzermontur steckte. Er bekam einen Pistolengurt ausgehändigt, den er sich um die Hüften legte und ein schweres Railgewehr in die Hände gedrückt. Anschließend sollte er sich mit dem Rest des Teams an der Hauptschleuse der Esther einfinden. Im Raum vor der Schleuse saßen schon etwa zwanzig Männer und Frauen, angeschnallt in den Sitzen. Er nahm ebenfalls Platz, stellte das Gewehr zwischen seine Füße und befestigte die Haltegurte. Das dunkle Helmvisier mit seinen leuchtenden Zahlen und Diagramm machte es ihm nicht leicht, die Gesichter seiner Kameraden im Halbdunkel zu erkennen. Eine Reihe von Namen erschien in der linken Visierhälfte. Dominic las Ränge und Fähigkeiten, während die Esther startete und nach einem kurzen Flug die Hauptschleuse Samarias passierte. Durch die schmalen Fensterschlitze konnte Dominic bizarre technische Strukturen erkennen, bis grelles Sonnenlicht hereinflutete und ihn kurzzeitig blendete. Gleich darauf sah er ein grünes, hügeliges Land. Ein Turm erhob sich in der Ferne, der von vielen Häusern umgeben war. Die Esther schwebte auf das Gebäude zu, von dem eine dünne Rauchfahne aufstieg. Auch in der Ebene brannten kleinere Häuser und Dominic meinte, hier und dort zerstörte Fahrzeuge zu erkennen, aus denen noch Flammen schlugen. Im nächsten Augenblick krachte es und die Esther schlingerte. Funken regneten von der Decke. Dominic wurde in seinem Sitz herumgeworfen. Das Gewehr entglitt seinen Fingern und schlitterte über den Boden. Die Alarmsirene kreischte, während die Esther dem Grund entgegenstürzte. Die Triebwerke brüllten auf, als der Pilot versuchte, den Kurs zu stabilisieren. Es gelang ihm nicht und die Esther schlug mit voller Wucht in den Boden ein. Die Haltefelder konnten zwar das Schlimmste verhindern, aber dennoch fühlte Dominic die Gewalt des Aufpralls. Die KI der Esther sprengte das Schottsamt Rahmen aus dem Rumpf. Die Gurte lösten sich. Dominic purzelte aus seinem Sitz und hatte Mühe, sein Gewehr zurückzuholen und als es ihm gelungen war, sicher auf dem schiefen Boden zu stehen. Einige seiner Kameraden waren gestürzt und rappelten sich gerade wieder auf. Ruslan postierte sich am Ausstieg. Er sah nach draußen und verschaffte sich einen Überblick über die Lage. »Hörst mit euch!« befall er schließlich und scheuchte einen nach dem anderen hinaus, während er fluchte und schimpfte. Dominic stolperte und stürzte ins Freie. Er lief den anderen hinterher, die eine kleine, grasbewachsene Anhöhe erklommen. Oben angekommen blickte er zurück und erschrak über den Schaden, den die Esther genommen hatte. An ihrem Heck fehlte ein großes Stück, als hätte ein Drache hineingebissen oder so. Hinter dem Schiff schob sich die schlanke Form eines Katana ins Blickfeld. Erde floss von seinem Rumpf wie eine Schlammlawine, während er höher und höher stieg. Er gab eine Salve ab, die mit verheerender Wirkung in die Esther einschlug. Das schwer angeschlagene Schiff erwiderte das Feuer und es gelang ihm, ein paar Treffer zu setzen. Das Schild des Angreifers knisterte, aber mehr Schaden konnte das Beiboot der Zora nicht anrichten. Das Piratenschiff beschleunigte und verabschiedete sich mit einigen gut gezielten Schüssen, die weitere Löcher in den Rumpf der Esther stanzten. Dominic blickte dem Piratenschiff nach, das Kurs auf den Turm nahm. Es kommt immer schlimmer, als man denkt, hörte er Rasslin sagen. Als Dominic dem Blick des Offiziers folgte, sah er die Zora hinter dem Gitternetz des künstlichen, transparenten Himmels. Sie war nicht mehr alleine und lieferte sich einen heftigen Schlagabtausch mit einem großen, schwarz- und gelb bemalten Schiff, das ihr Stück für Stück auf den Pelz rückte. Die Schilde der Zora glühten unter den Treffern, während sie allmählich beschleunigte, um aus der Reichweite des Angreifers zu gelangen. Das große Schiff folgte ihr und feierte ihr hinterher, bis sie beide aus Dominics Blickfeld verschwunden waren. Na großartig, knurrte Rasslin und stemmte die Fäuste in die Hüften. Und ich dachte, unser Vorrat an Scheiße wäre längst aufgebraucht. Hallo, hier ist Alan. Schön, dass dir das Video bisher gefallen hat. Es würde Georg und mich sehr freuen, wenn du es liken und teilen könntest. Ansonsten mit dem Code SPACEINVADERS bekommst du unter dem Link, den habe ich unten angefügt, dem Link shopbloodword.com einen feinen Rabatt auf dieses Hörbuch. Naja, das soll es auch schon gewesen sein. Es geht weiter mit dem nächsten Kapitel. Kapitel 9 Geheimnachricht von Admiral Isaac Rosefield an Captain Daniel Perk Daniel, ich kontaktiere dich erneut in der Angelegenheit, über die wir so oft uneins waren. Ich weiß, wie du darüber denkst und dass du meinen Verdacht für gefährlich hältst. Das konnte mich jedoch nicht davon abhalten, dich wiederum in dieser Sache anzusprechen und dir nun zu schreiben. Wir konnten eine Funkmeldung aus dem Samaria-Habitat abfangen. Es handelt sich um einen Hilferuf, der seltsamerweise über einen geheimen Kanal an Admiral Carter ging. Hier der kurze Wortlaut. Hier Samaria, wir werden angegriffen. Lieferung in Gefahr. Kunde verärgert. Ich denke, der Inhalt in Verbindung mit dem Empfänger der Nachricht dürfte auch dein Misstrauen erregen. Ich kann den Hilferuf nicht ewig zurückhalten, auch meine Möglichkeiten sind begrenzt. Aber ich kann dir einen Vorsprung verschaffen, bevor Carter eigene Einheiten auf den Weg schickt. Ich bitte dich, um unserer alten Freundschaft willen, mit der Zora nach Samaria zu fliegen und nachzusehen, was dort passiert ist. Wir müssen wissen, um was es sich bei der Ware handelt und wer die Kunden sind. Meine Vermutung kennst du ja, aber hier geht es um Beweise, mit denen ich die Flottenleitung wachrütteln und zum Handeln bewegen könnte. Zumindest den Teil des Oberkommandos, der nicht in die Sache involviert ist. Auf Samaria. Nach einigen Minuten kehrte der Katana in Begleitung von zwei anderen Schiffen zurück. Kleine, unförmige Schiffe mit schwerer Bewaffnung. Alleine ihre hohen Frontpartien zeigten ein beachtliches Sortiment an Plasmawörfern, Railguns und Lichtkanonen, installiert für Frontalangriffe. Der Katana ging in der Nähe nieder, seine Begleitschiffe verharrten über ihm am Himmel. Der Bootsführer der Ester meldete sich über das Intercom des ersten Offiziers und verkündete seinen Plan, die fremden Schiffe anzugreifen. Roslin lehnte das ab und forderte ihn stattdessen auf, die Ester zu evakuieren. Es hatte keinen Sinn zu kämpfen. Das Beiboot der Zora war nicht in der Lage, einen wirkungsvollen Schlag zu führen und würde vernichtet werden, sollte sich der Bootsführer entschließen, irgendeine sinnlose und dumme Hildentat zu begehen. »Haben Sie mich verstanden, Woodman«, knurrte Roslin in das Intercom an seinem Handgelenk, als der Bootsführer mit der Antwort zögerte. »Verstanden.« Die Verstimmung des Mannes war trotz der verzerrten Wiedergabe des Sprechgerätes zu vernehmen. »Wir geben das Schiff auf.« Nach einigen Minuten war der Befehl ausgeführt und die gesamte Mannschaft auf der kleinen Anhöhe versammelt. Sie standen nun einer abenteuerlich gekleideten Gruppe von Menschen gegenüber, die den Hügel zu ihnen heraufkamen. Alle Männer und Frauen, die aus dem Katana gestiegen waren, trugen Kombinationen, die sie aus verschiedenen Kleidungsstücken zusammengesetzt hatten. Einige besaßen leichte Panzerungen aus Semiplast oder Titan, die entweder bemalt oder mit bunten Stoffen überzogen worden waren. Bis auf einige Eigenkonstruktionen stammten ihre Waffen aus Militärbeständen, wie Dominic bemerkte. Die Menschen waren offenbar der Heimatschutz des Samaria-Habitats. Dieser ganze Zwischenfall musste ein Versehen sein, vermutete Dominic. Aber irgendetwas sagte ihm, dass er damit falsch lag. An der Spitze der Truppe ging ein Farbiger, dessen Haut so dunkel war, dass seine weißen, ebenmäßigen Zähne leuchteten, die er in einem überlegenen Lächeln zeigte. Die Wangen des Mannes waren von goldenen Tätowierungen in keltischem Stil verziert und um seine breiten Schultern, die durch eine verkromte Football-Spielermontur noch gewaltiger erschienen, wehte ein kurzer, roter Umhang. Zwei Pistolen in ledernen Holstern schienen die einzigen Waffen zu sein, die er bei sich trug. Er musterte Rosslyn, während er mit seiner Crew näher kam. »Ich darf Sie als meine Gefangenen begrüßen«, sagte er mit angenehmer, tiefer Stimme, als er den Hügel erklommen hatte und vor Rosslyn stand. Er legte die Hände lässig auf die Griffe seiner Waffen. »Sie sind der erste Offizier des Schiffes, das uns diesen unerwarteten Besuch abgestattet hat«, stellte er fest und deutete dabei nach oben. »Ich bin Frank Rosslyn«, antwortete sein Gegenüber. »Und wie Sie treffend erkannt haben, bekleide ich den Rang eines Offizieres. Und wer sind Sie?« »Ich bin Jonathan McIntyre der Fünfte«, verkündete der Schwarze. »Ich bin Käpt'n der Triss, die Ihrem schönen Landungsboot so zugesetzt hat. Dürfte ich den Namen Ihres Schiffes erfahren und wer Ihr Käpt'n ist?« »Was Sie überhaupt wagen, mir diese Frage zu stellen?« Rosslyn schüttelte den Kopf. »Ich werde Piraten keine Auskunft geben. Sie werden von keinem meiner Männer Namen, Rang oder Dienstnummer bekommen, wie das üblich wäre, würden wir regulären Truppen gegenüberstehen.« Bei dem Wort »Piraten« zuckte Dominic zusammen. Sie waren von Perk zwar darauf vorbereitet worden, aber er hatte gehofft, sich einer solchen Begegnung noch nicht stellen zu müssen. Er bewunderte Rosslyn's Trotz, auch wenn er im Grunde genommen nutzlos war. »Wann McIntyre wollte, würde er sämtliche Daten, die er haben wollte, aus dem Computer der Ester holen können.« »Ich werde einige Spezialisten an Bord schicken«, sagte der Pirat schließlich, als hätte er Dominics Gedanken gelesen. »In der Flotte der Freibeuter findet sich erstklassiges Personal. Für jeden Zweck. Ich bekomme die Informationen, die ich brauche. Verlassen Sie sich drauf.« Dominic bemerkte, wie Rosslyn einen Kommentar herunterschluckte, um den Piraten nicht zu provozieren. »Waffen auf den Boden legen«, forderte Rosslyn seiner Mannschaft stattdessen auf. »Wir wollen keine Schwierigkeiten machen.« Dominic hatte ein Problem damit, sein Gewehr aus den Händen zu geben und ins Gras zu legen. Es fühlte sich an, als müsse er sein letztes Kleidungsstück ausziehen. Er würde sich hilflos und ausgeliefert vorkommen, auch wenn er es gelernt hatte, mit Händen und Füßen zu kämpfen und nicht unbedingt auf eine Waffe angewiesen war. »Porter«, donnerte Rosslyn. »Haben Sie mich nicht gehört?« »Waffe runter!« Dominic kam dem Befehl zögerlich nach und bemerkte, wie der schwarze Pirat jede seiner Bewegungen verfolgte. Als er das Gewehr endlich in das hohe Gras gelegt hatte, fühlte sich Dominic, wie er es erwartet hatte. Es war ein extrem unangenehmes und peinliches Gefühl. Er musste gegen die aufkommende Scham und Panik ankämpfen. Es fühlte sich verdammt zwiespältig an, gerade zum Gefangenen geworden zu sein. Einerseits stachelte es seinen Ärger über die Situation an, sodass er die Piraten gerne angegriffen hätte. Andererseits wäre er am liebsten davongelaufen. »Braver Soldat«, kommentierte McIntyre. »Ich war auch einmal ein braver Soldat, bis ich meine Respektlosigkeit erlaubte, mein Handeln zu bestimmen. Aber tröste dich. Es sind immer die Mutigen, die man zu ihrem Glück zwingen muss.« Er grinste breit und sah dann wieder Rosslyn an. Vielleicht widerstrebt es ihn ja, mit mir zu sprechen, aber gegen eine Unterhaltung mit Captain Arthur Blake hätten sie vielleicht nichts einzuwenden. Dominik sagte der Name nichts, aber es entging ihm nicht, wie Rosslyn darauf reagierte. Alleine das Zögern sagte alles. »Ich würde«, begann der Erstoffizier unsicher. »Ich habe ihm nichts zu sagen.« »Aber er, vielleicht ihnen«, beharrte der Pirat, wobei er in die Innentasche seiner Weste griff und eine kleine silberne Kugel zutage förderte, die nicht größer als eine Kirsche war. Er wirf das kleine silberne Ding in die Luft und sie schwebte in Brusthöhe zwischen ihm und Rosslyn. Ein holographisches Bild entstand, das einen schlanken Mann mit hohen Wangenknochen und grauen Haaren zeigte. Seine graugrünen Augen blickten freundlich. Er trug die tadellose, dunkelblaue Uniform eines Flottenadmirals, der allerdings die Rangabzeichen fehlten. Man hätte glauben können, der Mann stünde direkt vor ihm, wäre da nicht ein Teil eines Gitterbodens zu sehen, den der Hologenerator ebenfalls übermittelte. Auch die künstliche Beleuchtung zeichnete andere Schatten auf das Abbild des Mannes, als es die Sonne getan hätte, die im Zenit ins Habitat strahlte. »Ich denke, es ist nicht nötig, dass ich mich vorstelle«, eröffnete er. »Nein, ist es nicht«, antwortete Rosslyn. »Ihr Name ist jedem in der kämpfenden Truppe bekannt und wird respektiert, auch wenn sie die Flotte verlassen und sich entschlossen haben, Karriere unter Kriminellen zu machen. Ein sehr simples Weltbild haben sie da. Darum würde ich jetzt gerne ihren Käpt'n sprechen. Womöglich hat er eine weniger enge Weltanschauung. Ich glaube, ihn gut genug zu kennen, um zu wissen, dass er mit mir einer Meinung ist. Ich habe mich gleich gefragt, welche Art von Gaunern hier auftauchen würde, sobald ich den Hilferuf von Admiral Carter abgesetzt habe. Er seufzte theatralisch und wirkte amüsiert. »Ich habe mich nicht darüber gewundert, jemandem von der Flotte zu begegnen. Ich hatte es sogar erwartet.« Rosslyn antwortete nicht sofort darauf. Er schien sich genau zu überlegen, was er sagen konnte. »Dann haben Sie jetzt die Falschen hier.« »Wie darf ich das verstehen?« »Wir haben den Funkspruch abgefangen«, erklärte der Erste Offizier. »Wir sind nicht die Adresseaten Ihrer Nachricht.« Der ehemalige Admiral wirkte erstaunt, überspielte seine Irritation und wurde ernst. »Ich muss unbedingt mit Ihrem Käpt'n sprechen. Er wird nicht mit Ihnen kooperieren, und ich ebenso wenig.« Ich kann Ihren Standpunkt verstehen. Blakes Stimme klang bedauernd. Dennoch hatte ich gehofft, wir könnten über einen reinen Informationsaustausch hinausgehen. Ich denke, ich gehe schon zu weit, indem ich mich überhaupt auf ein Gespräch mit Ihnen einlasse. Dennoch werde ich Ihnen einige Informationen aufdrängen, ob Sie wollen oder nicht, was sich daraus ergibt. Blake machte eine Pause und sah nach oben, als würde er eine Fliege beobachten, die um seinen Kopf schwirrte. »Wir werden sehen, und wenn Sie glauben, ich hätte die Flotte verlassen, weil ich die Menschen für verloren halte, dann kann ich Ihnen versichern, dass ich genau vom Gegenteil überzeugt bin. Diese Überzeugung ist das Motiv meines Handelns.« An Ruslins Stelle hätte Dominic geantwortet, dass es ihm herzlich egal sei, was Blake bewegte, und dass er sich offenbar gerne reden hörte. Der erste Offizier schien noch immer von dem Mann beeindruckt, obwohl er augenscheinlich mit seinem Ärger zu kämpfen hatte, und krampfhaft versuchte, Blake mit Abneigung zu begegnen. »Ich kann mich mit Captain Perk in Verbindung setzen«, sagte Ruslin tonlos. »Ich überlasse ihm, was er dazu sagt.« Er wandte sich an den Funk-Offizier. »Denghardt.« »Ja, Sir«, sagte Denghardt, wobei er die Piraten im Auge behielt. »Kann ich mich mit der Zor in Verbindung setzen?« »Wir haben ziemlich Schaden genommen. Der Verstärker auf der Ester arbeitet nicht mehr einwandfrei, und für einen Moment war die Verbindung ganz weg. Wir haben zwar wieder ein Signal, aber die Störungen sind erheblich. Vielleicht reicht es nicht zu einem Gespräch, aber eine Nachricht können Sie übermitteln.« Denghardt war ein junger Mann in Dominiks Alter mit kurzen dunklen Haaren. »Verbindung herstellen«, verlangte Ruslin. Denghardt nahm seinen Tornister ab und stellte ihn auf den Boden. Er öffnete ihn, holte ein Headset hervor, das er sich aufsetzte, und begann an den Schaltern zu hantieren. Er schüttelte den Kopf. »Das Schiff ist noch in der Nähe«, versicherte Blake. »Sie haben sich in den technischen Strukturen an der Unterseite des Habitats versteckt. Das haben wir auch getan, als sie hier angekommen sind. Deswegen konnten wir sie überraschen.« Ruslin ging nicht darauf ein, sondern beobachtete den Funker, der sich bemühte, einen Kontakt zu Captain Park herzustellen. »Was wissen Sie über Samaria?«, fuhr Blake fort. »Ist das wichtig«, gab Ruslin zurück, ohne den Admiral anzusehen. »Ich denke schon«, immerhin hielt es jemand in der Flottenleitung für wichtig, diesen Funkspruch abzufangen und an ihren Captain weiterzuleiten. Wie ich schon sagte, hat jemand Ahnung von gewissen Vorgängen, was ich sehr erstaunlich und begrüßenswert finde. Jemand, der offenbar seine Leute an wichtigen Positionen platziert hat und er räusperte sich und sah Ruslin mit gespielter Verwunderung an. »Äh, gegen die eigenen Leute ermittelt?« »Kann man das so sagen?« »Oder neige ich jetzt zu boshaften Unterstellungen?« Die Unterhaltung löste unter den Soldaten ohne Ruhe aus. Enträge und Verrat waren nichts, das man sich gerne unterstellen ließ. Alleine der Verdacht, unter einem Kommandanten zu dienen, der die eigenen Leute ausspionierte, musste zu Misstrauen und Konflikten führen. Dominic sah zu Cyrus hinüber, der angestrengt vor sich hin starrte. Irgendwie hatte Dominic auch den Eindruck, Ruslin wüsste, was Blake damit andeuten wollte. Gab es eine Verschwörung in der Flottenleitung? Wussten Perk und Ruslin davon? Waren sie vielleicht sogar darin verstrickt? Immerhin glaube ich, ihnen trauen zu können, fuhr Blake fort. Wenn Sie diejenigen wären, denen die Nachricht zugedacht war, hätten Sie mehr Schiffe mitgebracht. Ich hatte mich schon gewundert. Ein einzelner Zerstörer. Keine Begleitschiffe. Sagen Sie Ihrem Käpt'n, er kann ein Rettungsteam schicken. Inzwischen ziehe ich die Athena an das Nordende des Habitats zurück. Er braucht einen Angriff nicht zu fürchten. Bis auf Weiteres bleiben Sie als meine Gäste hier auf Samaria. Ich verspreche Ihnen einen sehr kurzen Aufenthalt. Sie haben nichts zu befürchten. Ich werde Sie laufen lassen, denn Sie sollen meine Zeugen sein. Ruslin reagierte nicht und ließ Blake und seine Leute im Unklaren darüber, was er von diesem Versprechen hielt. Dominic wünschte sich, der Pirat würde es ehrlich meinen und ließ seinen Blick über die Crew des Admirals schweifen. Die Leute wirkten gewalttätig und brutal. Sie waren furchtanflößend. Besonders der große Schwarze mit seinem roten Umhang. Es war schwer zu deuten, was sich in ihren Köpfen abspielte. Ob sie mit dem Vorgehen ihres Käpt'ns einverstanden waren oder ihnen lieber allen die Kehlen durchgeschnitten hätten. Die Mähnen der Männer und Frauen waren ausdruckslos, bis auf Jonathan McIntyres, dem Fünften, der noch immer grinste und sich an der Furcht und Unsicherheit seiner Gefangenen erfreute. Er machte keinen Hild daraus, dass er die Situation genoss. Aus dem Funkgerät kamen mehrere Rausch- und Piepstöne. Eine Stimme war zu hören, abgehackt. Mal lauter, mal leiser. Dinghardt nahm das Headset ab und Roslyn hockte sich neben den Funker, um es sich aufzusetzen. Er horchte eine Weile angeschränkt und wirkte ratlos. Captain, begann er schließlich. Ich habe leider nur schlechte Nachrichten. Die Esther ist verloren und wir mussten uns dem Gegner ergeben. Admiral Blake möchte sich mit ihnen in Verbindung setzen. Der Ex-Admiral. Er meint, er hätte Informationen, die wichtig seien. Ich werde herausfinden, was hier gespielt wird. Sie können ein Rettungsteam schicken. Er sichert uns zu, dass es nicht angegriffen wird. Ende. Er gab dem Funker die Kopfhörer zurück und widmete sich wieder der holographischen Darstellung des Piratenkapitäns. Roslinds Mimik spiegelte dabei noch immer Misstrauen und Zorn wieder. Wir sind also ihre Gefangenen, bemerkte Roslyn lakonisch und verschränkte die Hände hinter dem Rücken. Jonathan hier wird ihnen interessante Dinge zeigen, antwortete Blake. Während ich versuche, ihren Käpt'n ausfindig zu machen. Ich hoffe, er ist kein Heißsporn, wie man erst in Stücke schießen muss, ehe man mit ihm reden kann und dass er in der Lage ist, über das anfängliche Missverständnis hinweg zu sehen. Überschätzen Sie sich nicht, gab Roslind zurück. Er brennte auf einmal, einem Admiral in den Hintern zu treten. Gut zu wissen, er wird noch reichlich Gelegenheit dazu finden. Damit erlosch das Hologramm des Admirals. Der dunkelhäutige Pirat machte eine einladende Geste. Wenn ich bitten darf, sagte er und deutete auf den Katana am Fuß des Hügels. Sie dürfen bis zu vier ihre Männer mit an Bord der Trist nehmen, die anderen bleiben unter Bewachung hier. Eine junge schwarzhaarige Frau trat voller Ärger an McIntyre heran. Ihre zu einer absonderlichen Frisur geflochtenen Haare verliehen ihr das Aussehen einer schlangenköpfigen Medusa. »Was soll das heißen?« schrie sie den Schwarzen an. »Ich dachte, wir sollten...« Sie fuhr sich mit dem Daumen über die Kehle. Planänderung gab McIntyre zurück. »Weißt der Alte überhaupt noch, was er tut?« Die Antwort kam schnell, in Form einer heftigen Ohrfeuge mit dem Handrücken. Die Frau taumelte und landete mit dem Gesäß im Gras. Benommen sah sie zu McIntyre auf. »Du wirst noch lernen, die Ohren zu spitzen,« knurrte er, während sich die Frau mit dem Ärmel das Blut aus dem Mundwinkel wischte. Roslyn beobachtete das Gehabe der Piraten mit angewiederter Miene. »Wer gibt mir die Garantie, dass ihr Gesindel mein Schiff nicht plündert?« McIntyre lachte. »Niemand. Aber das wäre ja auch so, wenn sie direkt neben uns stehen. Auch dann könnten wir mit dem Schiff machen, was wir wollten.« Roslins Äußerung war lediglich ein Aufbäumen und Ausdruck der erlittenen Demütigung. Die Fäuste ballten sich hinter seinem Rücken. Er hätte dem überheblichen Piraten offenbar nur zu gerne einen Kinnhaken verpasst. »Horter, Denghard, Bergman, Sie kommen mit mir.« Dominic empfand den Befehl wie einen Schlag in die Magengrube. Es war schon schlimm genug, auf Samaria sitzen zu müssen, bewacht von schwer bewaffneten Kriminellen. Aber wie würde es erst an Bord eines Piratenschiffes sein, umgeben von der ganzen Crew, wenn es zu Kampfhandlungen käme? Nicht auszudenken, was geschehen konnte, wenn weitere Schiffe der Heimatflotte auf Samaria eintrafen. Und so wie er es aus dem Gespräch zwischen Roslind und McIntyre verstanden hatte, würde das bald passieren. Kapitel 10 Das Innere des Katana sah ganz anders aus, als Dominic es sich vorgestellt hatte. Er vermutete darin, das Spiegelbild seiner Crew wiederzuerkennen. Aber was auch immer er im Sinn gehabt hatte, es entsprach nicht dem, was er dort vorfand. Alle Korridore waren sauber und nicht durch individuelle Vorlieben verändert. Es gab weder Wandbilder noch Graffiti. Es war auch angenehm und frisch. Jonathan McIntyre legte offenbar großen Wert auf Sauberkeit, Ordnung und Disziplin. Wenn Dominic alles zusammenzählte, was er aus den Worten und dem Gebaren über den Mann herausgefunden hatte, kam er zu dem Schluss, es mit einem ehemaligen Soldaten zu tun zu haben. Die bewaffnete Eskorte brachte Roslind, Dominic und die beiden anderen jungen Männer auf die Brücke, wo man sie vor dem Fenster Aufstellung nehmen ließ. Die Triss war gestartet und das Land glitt unter ihr dahin. Zwischen den Wiesen und Feldern sah Dominic brennende Siedlungen, Häuser. Sie haben ganze Arbeit geleistet, bemerkte Roslind. Hat bestimmt nicht viel Gegenwehr gegeben. Sind hier alles Bauern und Arbeiter, die hier leben. Sie sind im Irrtum. Korrigierte McIntyre. Unbewaffnet ist hier keiner. Und unschuldig erst recht nicht. Wer ist das schon? Wir machen hier gute Geschäfte, aber nicht mit Rüben oder Kartoffeln. Roslind war bemüht, sich gleichgültig zu geben, aber sicherlich brannte es, in ihm Antworten zu erhalten. Auch Dominic fragte sich, was der Piratenkapitän mit seinen Bemerkungen sagen wollte. Die Karten völlig offenlegen wollte er zumindest nicht. Er sang lediglich die Overtüre, um Blake, den Hauptteil der Oper, zu überlassen. Dominic wusste, dass sich unzählige Verbrecherorganisationen gebildet und zusammengeschlossen hatten, um aus dem Chaos im Sonnensystem größeren Nutzen zu ziehen. Sie verschafften Flüchtlingen Passagen zu vermeintlich sicheren Orten oder verkauften Drogen an jene, die mit den Lebensumständen und den vielen Verlusten, die sie erleiden mussten, nicht mehr fertig wurden. Es gab Privatarmeen, bestehend aus Mitgliedern verschiedener Sicherheitsfirmen, die in manchen Teilen des Sonnensystems für Angst und Schrecken sorgten. Vielleicht hatten sich gleich mehrere Syndikate auf dem Samaria-Habitat einen Stützpunkt geschaffen, aber warum sollte das für die Piraten ein Problem sein, überlegte Dominic weiter. Er hielt es nur für logisch, dass es unter den verschiedenen kriminellen Gruppierungen Berührungspunkte gab. Doch so wie es jetzt aussah, hatte er sich in diesem Punkt geirrt. McIntyre deutete auf den Turm im Zentrum der künstlichen Sphäre. Wir sind gleich da, dann werden wir sehen, was passiert. Die Stadt, die sich sternförmig um den zentralen Turm in alle Richtungen ausbreitete, machte einen verlassenen Eindruck. Die Straßen und Plätze leer, etliche Häuser zerstört. Qualm trübte die Sicht über den Dächern. Die Triss ging auf einer Plattform nieder, die über einen schmalen Steg mit dem Hauptgebäude der Stadt verbunden war. Der Wind wehte und pfiffklagend um den Turm, die kühle Luft roch nach Rauch. Eine Eskorte brachte die Crewmitglieder ins Innere des Turmes, wo sie eine große Halle betraten. Eine Art Hangar, in dem allerlei Geräte und Transportbehälter herumstanden, bereit, in die daneben stehenden Transporter geladen zu werden. Durch die halb geöffneten Tore des Gebäudes drang das Tageslicht ein. Schummriges Licht, wie das in einer alten Kathedrale. Was Dominic sofort ins Auge fiel, waren die Gruppen von Gefangenen, die gefesselt vor den Rampen der Transporter saßen. Ihre Wächter blickten grimmig und hielten die Waffen auf die Frauen und Männer gerichtet, die vor ihnen kauerten. Angst stand den Gefangenen in die Gesichter geschrieben und einige waren offenbar verletzt. Sie wimmerten vor Schmerzen und krümmten sich. Gerade erhielt jemand einen kräftigen Tritt in die Seite, der ihn aufstehen ließ. Dominic erfüllte der Anblick mit Wut und Zorn. In der Mitte der weitläufigen Halle erhob sich eine ansehnliche Menge von Konsolen und Computer-Terminals, an denen sich die Piraten zu schaffen machten. Admiral Blake war bei ihm und überwachte jeden Handgriff. Als McIntyre seine Ankunft mit einem knappen Gruß kommentierte, drehte sich Blake zu Roslin und seinen Begleitern um. Blake breitete die Arme aus. Willkommen im Hauptquartier der Flats. Seine Miene blieb ernst, während er das sagte. Dominic konnte mit diesem Wort nicht viel anfangen, aber Roslin reagierte mit einem verächtlichen Schnauben. Puh, sie haben die Zuflucht der Menschen angegriffen. Die Stimme des Offiziers verriet eine Aufregung, der Irritation zugrunde lag. Wollen sie sich jetzt einreden, sie hätten den Schlechtern eine Lektion verpasst und könnten damit das Verbrechen abmildern? Blake kam näher und blieb erst mit einer Armlänge Abstand vor Roslin stehen. Während die Flotte gemeinsame Sache mit den Flats macht, haben wir ihnen bereits den Krieg erklärt. Dominic hatte das unbestimmbare Gefühl, dass der Pirat die Wahrheit sagte. Seine Worte fügten sich in den Hintergrund, vor dem die geheimnisvolle Mission der Zora spielte. Dominic fühlte, wie ihm die Worte des ehemaligen Admirals den Boden unter den Füßen wegzogen und sein Weltbild ins Wanken brachten. Ich habe noch keine Ahnung, inwieweit dieser Schritt den ohnehin schon großen Zorn ihrer Admiralität auf mich steigern wird, fuhr Blake fort. Aber ich nehme es in Kauf, dass man mir die ganze Flotte hinterherjagt, wenn auch nur einer dabei ist, der anschließend Fragen stellt. Ich bin es gewohnt, unbequem zu sein und Prügel einzustecken. Es ist nichts Neues für mich. Lediglich die Größenordnung der Prügel hat sich gesteigert. Dominic bemerkte, dass Blake nicht nur zu Roslyn sprach. Er richtete seine Worte auch an ihn und seine jungen Kameraden. Er dozierte, belehrte, streute Zweifel, säte den Samen des Ungehorsams. Und wenn man einmal gelernt hat, sich den Schmerz zu verbeißen, fuhr Blake mit leicht amüsierter Miene fort, stehen sämtliche Türen offen. Er sah Dominics Kameraden an. Die Freiheit des Außenseiters steckt voller Möglichkeiten, einem Ideal zu entsprechen, das man innerhalb der gesellschaftlichen Grenzen nicht erreichen kann. Ich muss mich keiner Konvention beugen, wie mich in der Verfolgung meiner Ziele einschränkt. Verschauen Sie uns mit diesem Unsinn, ging Roslyn dazwischen. Was mich interessiert, wie ist es Ihnen gelungen, in die Sphäre einzudringen und sie zu erobern? Ich gebe zu, toddelte Blake sich selbst. Wir hatten einen äußerst wackeligen Plan und wie so oft beschert einem der Zufall dann bessere Alternativen. Wir kamen gerade hier an, als die Kamen ihre Ware abholen wollten. Ihre Ware? Blake hob beschwichtigend die Hand. Geduld, dazu komme ich gleich. Es wird Sie beeindrucken, Sie schockieren. Er hielt einen Augenblick inne, als stünde er selbst noch unter dem Eindruck eines schrecklichen Erlebnisses. In Anbetracht seiner langen Kampferfahrung wog dieser Moment des schockierten Innerhaltens umso schwerer. Die Kamen waren gerade im Begriff anzudocken, als die Akator auftauchten und die Klinge unter Feuer nahmen. Dabei haben sie, wie üblich, erhebliche Verwüstungen in der näheren Umgebung angerichtet. Ihnen dürften die schweren Schäden auf Samaria nicht entgangen sein. In diesem Chaos setzten wir unsere Beibote ab und drangen in das Habitat ein. Es war ein leichtes, die Flets zu überrumpeln. Es herrschte Chaos und Panik. Aber jetzt zu der Ware, auf die es die Kamen abgesehen haben. Auf einen Wink des ehemaligen Admirals brachte ein Trupp von Piraten einen Schwebeheran mit vier darauf festgemachten zylindrischen Behältern. Die Innenbeleuchtung der Behälter flackerte auf und offenbarte den schrecklichen Inhalt. Denghaut musste sich übergeben und verteilte sein Mittagessen über den Boden. Auch Dominics Magen verkrampfte sich, als er die verkrümmten, deformierten Körper erblickte, die in einer blauen Nährlösung schwammen. Sie zuckten, als würden sie von Stromschlägen geschüttelt. Körperteile fehlten und an vielen Stellen war die Haut abgezogen. Dominic konnte direkt auf das rosige Muskelfleisch und auf das Geflecht rote und blaue Adern sehen. Das sind die Einwohner von Habitat Sephir, erklärte Blake und betrachtete die Behälter, als würde er sie das erste Mal in Augenschein nehmen. Sephir wurde vor zwei Wochen von der Flotte evakuiert. Aber die Menschen kamen nie an einem sicheren Ort an. Stattdessen endeten sie hier. Obwohl, er legte nachdenklich einen Finger ans Kinn. Enden ist nicht korrekt. Sie hätten noch eine weite Reise vor sich gehabt. Hinein in die inneren Welten der Galaxis. Während der alte Admiral mit seinen Ausführungen fortfuhr, musste Dominic alle Kraft zusammennehmen, um sich nicht ebenfalls zu erbrechen. Eine der verstümmelten Frauen, die sich in ihrem blauen Bart wand und krümmte, blickte ihn direkt an. Ein durchdringender Blick, voller Schmerz und Verzweiflung. Sie war am Leben und offenbar bei Bewusstsein. Ihr Mund stand offen, weit aufgerissen zu einem stummen Schrei. Sie atmete die Flüssigkeit, in der sie schwamm, und formte Worte, die ihre Lippen nicht verlassen konnten. Ruslan schüttelte den Kopf. Auch er war bleich geworden und hatte Mühe, die Festigkeit seiner Stimme nicht zu verlieren. Und ihre Anwesenheit hier entspringt also dem Ideal reiner Menschenfreundlichkeit. Er spuckte den Satz voller Verachtung. Sie, Heuchler. Blake wandte sich dem ersten Offizier der Zora wieder zu. Auch wenn ich jetzt zu den Piraten gehöre und einige Dinge getan habe, auf die ich nicht stolz sein kann, so habe ich denn auch nie aufgehört, ein Mensch zu sein. Genau genommen habe ich mich auf eben diesen Weg begeben, um meine Menschlichkeit nicht zu verlieren. Eine Notwendigkeit, wollte ich nicht alles verraten, woran ich glaube. Ruslan sah angeekelt aus. Ich habe keine Lust mehr, mir ihre Entschuldigungen anzuhören. Angst und Ekel ergriffen Dominic, während die beiden Männer diskutierten und es ihm unmöglich war, seine Augen von den bedauernswerten Menschen abzuwenden, die in den engen Behältern litten. Sie haben natürlich recht, räumte Blake ein. Ich kam nach Samaria, weil ich musste. Unter den Bedauernswerten, die hierhergebracht wurden, befanden sich Mitglieder meiner Mannschaft. Ich hatte vor, sie zu befreien. Und bevor sie fragen, nein, es ist mir nicht gelungen, sie unter den Tausenden zu finden, die hier wie Frischfleisch gelagert werden. Sie haben ein Mitgefühl, knirschte Ruslan. Blake überging Ruslans Zynismus. Wir scheinen eine ausgesprochene Delikatesse auf den Tellern mancher interstellaren Kulturen zu sein. Und die Flats bedienen die Cayman, die unsere Körper an die Welten dort draußen verkaufen. Im Gegenzug werden sie nicht angegriffen und erhalten Edelsteine, Gold oder das eine oder andere technische Spielzeug, das die Cayman entbehren können. Wir haben herausgefunden, dass es auch andere Rassen gibt, die Handel mit uns treiben. Im doppelten Wortsinn. Ich weigere mich, das zu glauben, warf Bergman ein, der Blake mit großen, entsetzten Augen ansah. Die Lippen des jungen Soldaten bebten, während er sprach. Wir Menschen kämpfen gemeinsam gegen die Ausrottung. Wir würden niemals mit den Feinden Handel treiben oder gar Menschen an sie ausliefern, damit man sie ausschlachtet. Blake lächelte mitleidig. Menschen nutzen immer Gelegenheiten, um sich zu bereichern oder ihr erbärmliches Leben zu retten. Die Hoffnung auf einen Zusammenhalt der Menschheit angesichts seiner ultimativen Bedrohung ist ein naives und dummes Märchen. Wir können nur versuchen, das Schlimmste zu verhindern und alles daran setzen, unsere Ideale zu bewirren. Wohin auch immer es die Menschheit verstreuen mag, wir werden uns immer selbst mitnehmen, ob wir nun gut sind oder böse. Blake zog unvermittelt seine Pistole und schoss in die vier Behälter. Das Glas splitterte mit knirschendem Geräusch und die blaue Flüssigkeit schwappte ölig über den Boden. Ein säuerlich beißender Geruch verbreitete sich, während die leblosen Körper in ihren Halterriemen baumelten. Das Licht im Inneren der Zylinder ging aus und die Dunkelheit erlegte sich gnädig über den grausigen Anblick. Denghard ging in die Knie und übergab sich ein weiteres Mal. Was haben Sie jetzt vor? wollte Ruslin wissen. Wir werden uns sämtliche Daten aus dem Hauptrechner Samarias holen und dann jagen wir diesen Ort des Schreckens in die Luft. Das Sprengkommando ist schon seit Stunden bei der Arbeit. Eine Frau in den mittleren Jahren, die an den Konsolen arbeitete, forderte Blakes Aufmerksamkeit ein. Schiffe im Anflug, ein Kampfverband aus zwei Kreuzern und vier Zerstörern. Mit wem haben wir das Vergnügen? Sie haben noch nicht auf unsere Funksprüche reagiert, informierte die Frau. Ah, da hat wohl jemand den Braten gerochen, meinte der Pirat anerkennt. Es gibt tatsächlich noch Offiziere mit Verstand in der Flotte. Wir haben die Datenübernahme abgeschlossen, teilte die Frau Blake mit. Wir dürften jetzt genügend Material haben, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Verschwinden wir. Du hast recht, Myra. Kehren wir auf die Athena zurück. Äh, wie war das nochmal? Erinnerte Ruslan. Keine Kooperation, lediglich Informationsaustausch. Ich würde diese Daten gerne haben. Als Zeichen ihres guten Willens. Wir werden die Informationen zuerst auswerten. Blake nahm einen Datenwürfel aus Myras Hand entgegen, nicht größer als eine Streichholzschachtel. Natürlich lege ich fest, was sie bekommen. Keine Kooperation. So wollten sie es doch. Also auch keine fällige Transparenz. Sie heben lediglich auf, was ich auf den Weg fallen lasse. Niemand bedauert das mehr als ich, denn es macht alles komplizierter, als es sein müsste. Er schob den Datenträger in seine Brusttasche. Jonathan wird sie jetzt zu ihrem Schiff zurückbringen. Wie meine Leute berichtet haben, hat ihr Käpt'n eine Bergungsmannschaft geschickt. Aber sie werden keine Zeit haben, das beschädigte Beiboot zu bergen. Zu schade. Ich hasse Verschwendung, aber in 30 Minuten gibt es Samaria nicht mehr. Also machen Sie, dass Sie fortkommen. Wieder zeigte der dunkelhäutige Pirat sein makellos weißes Grinsen und machte eine einladende Geste in Richtung Ausgang. Wenn ich bitten dürfte, mein Schiff wortet. Roslyn und seine kleine Gefolgschaft machten sich daran, den Turm zu verlassen, als Blake sie zurückhielt. Teilen Sie Ihren Käpt'n mit, dass ich ein Mensch guten Willens bin, behauptete er lächelnd. Ich teile gern, was ich habe. Vielleicht ist er ja bereit, über reinen Datentransfer hinaus zu gehen. Kapitel 11 Das Rettungsteam und die Piraten standen sich gegenüber, ohne jedoch die Waffen aufeinander zu richten. Dazwischen hockten die restlichen Mitglieder der Äster im Gras. Die zwei grotesken, schwer bewaffneten Schiffe schwebten immer noch über der Szene und zielten auf den Transporter, der Perks Rettungsteam an diesen Ort gebracht hatte. Das war alles, was Dominic durch das schmale Fenster im Laderaum der Triss erkennen konnte. Roslyn musterte seine kleine Crew mit eisigem Blick. Ihr werdet alles vergessen, was ihr gesehen und gehört habt, befahl er, als ein Ruck durch die Triss ging, die auf dem hügeligen Land aufsetzte. Das Schott, vor dem sie standen, glitt zur Seite und eine kurze steile Rampe glitt nach draußen. Roslyn packte Denkhardt am Oberarm. Der junge Mann biss vor Schmerzen die Zähne zusammen, während Roslyn abwechselnd ihn und Bergman anstarrte. Kein Wort, verstanden? Wiederholte der erste Offizier. Verstanden, Sir, antworteten die beiden fast gleichzeitig. Die zwei Rekruten waren augenscheinlich mit den Nerven am Ende und auch Dominic konnte nicht gerade behaupten, die vorangegangenen Minuten seien spurlos an ihm vorübergegangen. Immer wenn er die Augen schloss, sah er die Gesichter der gepeinigten Menschen in den gläsernen Behältern. Dieser Anblick würde ihn noch lange verfolgen. Es ist kein Ruhmesblatt in meiner Laufbahn, hörte Dominic den ersten Offizier murmeln, während sie die Triss verließen und ihnen die Piraten entgegenkamen, die gerade noch die Crew der Zora bewacht hatten. Die martialisch gekleideten Kriminellen grenzten sarkastisch, machten spöttische Bemerkungen und obszöne Gesten, während sie an ihnen vorbeigingen. Das nächste Mal, wenn ich ihnen einen Befehl gebe, Porter, zischte Roslyn, während sie ihre Schritte beschleunigten, reagieren sie sofort. Er nahm damit Bezug auf Dominics Zögern, als er seine Mannschaft aufgefordert hatte, die Waffen niederzulegen, um sich den Piraten zu ergeben. Sie sind nichts weiter als mein kleiner Finger, Porter, keuchte Roslyn, während sie die Anhöhe hinauf liefen, wo das Rettungsteam und die übrigen Crewmitglieder erwarteten. Und wenn ich mir den kleinen Finger in den Arsch schiebe, erwarte ich nicht, mit ihm zu diskutieren. Haben wir uns verstanden? Ja, Sir, keuchte Dominic zurück. Ich werde es mir merken. Ansonsten danke ich ihnen, dass sie sich verkniffen haben, das Maul aufzumachen. Schön, sie wohl aufzusehen, empfing sie Sergeant Loomis, der das Rettungsteam leitete. Ein korpulenter Glatzkopf, dessen Uniform sich über seinen Bauch spannte. Wir fürchteten das Schlimmste. Hat die Zor auch was abbekommen? Erkundigte sich Roslyn und eilte mit seiner Mannschaft in den Transporter der Bergungscrew. Nein, aber wir mussten uns zurückziehen, bekannte der Sergeant entschuldigend, als wäre er dafür verantwortlich. Überlegene Feuerkraft, Sir, modifizierter Rattlesnake-Kreuzer. Erstklassiges Überraschungsmoment, wenn ich das anmerken darf. Wir haben es gesehen, aber jetzt zahlen wir es ihnen heim, er deutete nach oben. Die Flotte ist angekommen, ja, habe ich mitbekommen. Oh, wenn ich es mir erlauben darf, Sir, meinte Loomis mit irritiertem Unterton. Es war reichlich seltsam, ohne ausreichend Geleit hier aufzutauchen. Es wird nicht zu vermeiden sein, dass die Mannschaft darüber diskutiert. Ich kenne unseren Käpt'n ja, aber das alles ist schon eigenartig, dieser eilige Aufbruch, ganz alleine. Dann das Treffen mit Piraten, ich meine. Was meinen Sie? versetzte Roslyn. Ja, ich dachte, Sie kommen vielleicht nicht zurück, Lösegeld und so. Sie verstehen? Ja, das hört sich an, als wären Sie nicht gerade glücklich, mich wohl aufzusehen. Das wollte ich damit nicht sagen. Loomis kratzte sich an der Stirn. Es ist eben nur ungewöhnlich. Der Käpt'n weiß, was er tut. Roslyn klang nicht überzeugend genug. Wie war das nochmal mit dem Finger? überlegte Dominic. Warum ließ Roslyn die Kritik am Käpt'n zu und kommentierte sie nur so milde? Er hätte Loomis für diese Mutmaßung in Grund und Boden rahmen können. Es sah so aus, als wollte der erste Offizier in der Diskussion aus dem Weg gehen und nicht noch mehr Staub aufwirbeln. Nach allem, was Dominic verstanden hatte oder sich zusammenreimen konnte, lag der ganzen Aktion ein geheimer Befehl zugrunde, der nicht von der Flottenleitung stammte. Jedenfalls stammte er nicht aus dem Gremium verdienter Admirale, die normalerweise über die Flottenbewegungen bestimmten. Auch Denghardt und Bergman mussten das mitbekommen haben. Sie waren ebenfalls keine Schwachköpfe. Die Schleuse wurde verriegelt, als sich alle an Bord des Bergungsschiffes befanden und nachdem sie alle auf den Sitzenplatz genommen hatten, flog es ab. Es gab kein großes episches Gefecht zwischen der Flotte und den Piraten, zwischen den militärischen Vertretern der Heimatflotte und dem abtrünnigen Admiral. Die Athena stellte sich dem Kampf nicht, sondern flog davon, wobei sie einem Akato-Kampfverband bedenklich nahe kam, der gerade vorüber zog. Die Flotte jedenfalls brach daraufhin die Verfolgung ab, um nicht in einen Konflikt mit den Außerirdischen zu geraten. Die Alarmsirene schnarrte unentwegt, während Dominic wieder im Feuerleitstand der Zora saß. Das Schiff beschleunigte und schloss allmählich zur Flotte auf, die sich von der künstlichen Sphäre entfernte. Dominic wandte den Blick nicht von Samaria ab. Von seiner Position im Leitstand der Schützenlinie hatte er eine gute Sicht auf das riesenhafte Gebilde. Noch nahm das Habitat mit seiner grünen Fläche aus Feldern, Wiesen und Wäldern einen Großteil seines Sichtfeldes ein. Gespannt verfolgte er auf den Anzeigen, wie sich die Distanz vergrößerte. Die Ziffern des Kilometerzählers schienen sich nur langsam zu verändern. 100 Kilometer, 200 Kilometer, 300. Unvermittelt wurde Samaria von vielen mächtigen Explosionen in Stücke gerissen. Zuletzt ein einziger greller Blitz, heller als 1000 Sonnen und die Sphäre verging in atomarem Feuer. Große Fragmente des Habitats trudelten in alle Richtungen davon. Kleinere Teile jagten an der Zora vorbei. Das Schildsystem knisterte und die Überlastungsanzeigen glommen leuchtend rot. Die Zora erreichte eine weitere Beschleunigungsstufe und schoss mit Höchstgeschwindigkeit an. Sie überholte die Trümmer der Station, von denen mehrere erneut gegen den Schild des Schiffes prallten. Ein größeres Teil zerplatzte Funken sprühend am Schutzschirm. Das Schildsystem saugte an den Stromleitungen der Zora, um die verlorene Energie auszugleichen. Für einen Moment flackerten die Kontrolllampen, auf die Dominik starrte. Die Beleuchtung ging für einige Sekunden aus. Endlich gelang es dem Schiff, sich aus der Wolke von gelöhendem Schott herauszukämpfen und das Inferno hinter sich zu lassen. Es war beruhigend, mit anzusehen, wie sich die Anzahl der roten Pünktchen, die der Zora gefährlich werden konnten, auf dem Zielmonitor verringerte. Erleichtert atmete Dominik auf, als der letzte von ihnen verschwunden war. Die Zora gliederte sich in den Flottenverband ein und der Alarm wurde aufgehoben. Die Schiffe verließen den Bereich, um den Jupiter, und steuerten den aus Habitaten bestehenden Wallongato-Ring an, der sich zwischen dem Gasriesen und dem Mars befand. In diesem Ring gab es 900 Habitate, die für jeweils eine Million Menschen ausgelegt waren und zehn, auf denen es mehr als fünf Millionen Bewohner gab. Alle Habitate waren inzwischen überfüllt und am Rande ihrer Leistungsfähigkeit. Die Umstände der Flucht dieser Völkerwanderung von nie gekannten Ausmaßen machte es notwendig, das tatsächliche Limit der künstlichen Sphären auszutesten. Man hatte die Umlaufbahn der Habitate gegenüber der Ekliptik um 45 Grad versetzt, um die Begegnungen mit den beiden außerirdischen Rassen zu minimieren, die gewöhnlich entlang der planetaren Ebene operierten. Kurz vor Erreichen der ersten Station verließ die Zora den Flottenverband und setzte Kurs auf das Chester Habitat. Nicht ganz so gewaltig wie das hauptsächlich für landwirtschaftliche Zwecke konstruierte Samaria, aber auch Chester gehörte zu den größeren Stationen, die die Menschheit erbaut hatte. Ein schillernder, überfüllter Moloch aus Ferroplast und Metall. Ein Hort faszinierender Möglichkeiten für Glücksritter, Verbrecher und Verzweifelte, in dem die Ordnung von Milizen und Banden aufrechterhalten wurde. Zwar gab es dort eine Flottenbasis, aber die Soldaten mischten sich nicht in die Angelegenheiten der Bewohner ein, solange es nicht zu größeren Ausschreitungen kam. Der Flottenstützpunkt befand sich an einem Ende des gigantischen zylindrischen Habitats, an dem Ausleger und Türme wie knorrige Wurzeln ins All ragten. Zwischen ihnen hatten etliche Schiffe festgemacht, die jetzt im der Heimatflotte glänzten, obwohl sie früher vielleicht zur östlichen, westlichen oder irgendeiner anderen Allianz gehört haben machten. Zubringerfahrzeuge schwirrten zwischen den Aufbauten der Hafenanlage und den riesigen Schiffsrümpfen herum. Transporter und Fähren brachten Personal und Verpflegung zu ihren Bestimmungsorten. Die Stadt selbst wirkte wie eine wirre Ansammlung von Gebäuden unterschiedlicher Größe und Bauart, die wie Späre oder Klingen durch die Wände des Zylinders gedrungen waren, auf deren Innenseiten wiederum sich Parks und Wiesen befanden. Diese Strukturen bildeten eine Stadt innerhalb und außerhalb der riesigen Walze. Unzählige Lichter glommen in den Gebäuden, die in die schwarze Leere stachen, die Chester umgab. Dort lagen auch etliche zivile Häfen, in denen ein ständiges Kommen und Gehen herrschte. Ein Sammelpunkt für allerlei Gesindel und Abschaum. Dominic wollte sich nicht ausmalen, welche Verbrechen sich dort Tag für Tag ereignen mochten. Die Teile der Stadt, die sich im Inneren befanden, lagen in hellem Sonnenlicht, das durch die vielen transparenten Stellen des Habitates drang. Es gab nur wenig Grün, das die wuchernde Metropole umgab. Niemand Lieferung der Agrarsphären oder die Ernte des zerbombten Heimatplaneten ausbleiben. Nach Dienstschluss trafen sich Dominic und Cyrus in ihrem Quartier. Cyrus hatte einen Wachenverstand und als sie auf Samaria angekommen waren, begannen seine Gedanken zu rasen. Ich hatte fest damit gerechnet, als Geisel auf dem Piratenschiff zu landen, sagte Cyrus. Er lag auf seinem Bett und starrte Gedanken verloren an die Gesundheit. Dominic beschloss ihm nicht zu erzählen, was er in der zentralen Stadt von Samaria erlebt hatte. Er nahm Roslyn und seine Drohungen ernst. Wenn irgendetwas über den Besuch bei den Piraten herauskam, wollte Dominic nicht der Schuldige sein und den Zorn des ersten Offiziers zu spüren bekommen. Wie kann es profitabler sein, überlegte Cyrus weiter, Gefangene einfach laufen zu lassen? Oder hat sowas ja angedeutet. Du weißt schon, dieser alte Admiral. Hast dir auch gehört, was er von sich gegeben hat? Eine Verschwörung. Ist das der Grund, aus dem wir nur mit einem Schiff hierher geflogen sind? Um kein Aufsehen zu erregen? Gibt es ein konspiratives Treffen auf Samaria? Will Perk die Flottenleitung hintergehen? Perk mit den Piraten sympathisiert? Lass Perk aus dem Spiel, antwortete Dominic. Und halt einfach mal die Klappe. Ah, ist also was dran an meiner Vermutung. Cyrus nickte selbst zufrieden. Offenbar werden bald einige vom Oberkommando gekillt. Ja, mir soll's egal sein. Hab kein Mitleid mit den Bastarden. Vielleicht ändert sich ja was, wenn die alten Köpfe rollen. Macht dir lieber Gedanken darüber, was wir auf Chester tun werden, wechselte Dominic das Thema. Ich hoffe nicht, dass wir dort länger bleiben müssen als nötig. Ist das dein Ernst? Cyrus schüttelte fassungslos den Kopf. Chester ist das Beste, was uns passieren konnte. Von mir aus können wir ewig dort bleiben. Ich hab nur Schlechtes gehört. Ja, von Leuten, die keine Ahnung haben. Cyrus setzte sich auf. Ich war schon dreimal dort. Ich kenne ein paar Restaurants und Bars, die man gesehen haben muss. Ich führ dich gern rum, damit du auch mal was mitbekommst vom Leben, bevor du den Heldentod stirbst. Dominic gab keine Antwort und schüttelte sein Bett auf. Er war hundemüde und wollte keine Diskussion anfangen. Du brauchst gar keine Angst zu haben, beschwichtigte Cyrus. Ich weiß, wie man sich auf Chester bewegen muss, um keine Probleme zu bekommen. Zwei Jungs aus der Backbord-Schützenlinie habe ich schon überzeugt. Dominic fragte sich, warum Cyrus bei seinen Überlegungen nicht darüber nachdachte, weshalb sie ausgerechnet jetzt dieses Habitat ansteuerten. Womöglich war ihm die Aussicht auf etwas Zerstreuung und Spaß am Ende doch wichtiger, als über irgendwelche Verschwörungen nachzugrübeln. Vielleicht nahm Cyrus die Konsequenz seiner Gedanken aber auch einfach nicht ernst genug. Seine Spekulationen. Bis jetzt waren sie heil davon gekommen und Cyrus schien jemand zu sein, er sich kurz schüttelte und dann das Unglück vergaß. Dominic hingegen beunruhigten Cyrus Gedanken und vor allem die Vorstellung, sich länger als nötig an einem Ort wie Chester aufhalten zu müssen. Andererseits wollte er sich auch nicht einen Feigling schimpfen lassen. Also gut, sagte er schließlich und wickelte sich in die Decke ein. Ich komme mit. Aber ich bestimme, wann wir wieder auf die Zora zurückkehren. Einverstanden, meinte Cyrus voller Freude. Ich sag dir, du wirst nie wieder zurückkehren wollen. Kapitel 12 Perk Perk und Roslyn hatten sich zivil gekleidet und saßen nun in einem Geleiter, der sie in das Zentrum der Stadt bringen sollte. Es war ein kleines Fahrzeug mit abgetrennter Fahrgastkabine. Der Fahrer war ein junger Mann, der sie bereits erwartet hatte. Roslyn gefiel die ganze Angelegenheit nicht, auch wenn er einräumen musste, dass es um eine wichtige Sache ging, die der Flotte geregelt hätte. Aber sie waren nun einmal auf die Informationen der Piraten angewiesen. Er blickte nachdenklich aus dem Fenster und sah das verschachtelte Chaos der Gebäude vorüberziehen. Er sah auch auf die grünen Ebenen des gewölbten Horizonts, die sich bis über ihre Köpfe hinauf zogen, wo er direkt auf die Dächer weiterer Häuser sehen konnte, oder auf die Köpfe Katastrophe, meinte Russell in Ernst. Hätte ich der Mannschaft Ausgehverbot erteilt und damit nur die Aufmerksamkeit auf uns gezogen, versetzte Perk, der unter deutlicher Anspannung stand. Ein kleiner Zerstörer, dessen Leute nicht von Bord gehen dürfen. Und würde sich Fragen stellen. Und wenn jemand quatscht? Ich bin mir der Risiken bewusst. Ich denke, dass die erfahrenen Offiziere den Mund halten können. Und dass sich Kadetten mit irgendwelchen Geschichten hervortun wollen, ist bekannt. Darauf wird man nicht viel geben. Hier gibt es 22 Häfen mit Görnern aus allen Welten. Informationen werden hier hoch gehandelt. Bei dem geringen Sollte ist es nur zu wahrscheinlich, dass jemand auf die Idee kommen kann, sich etwas dazu zu verdienen. Und ich bin mir sicher, dass die Informationshändler Ich habe eine Menge guter Leute unter meinem Kommando. Auch die neuen habe ich mit Sorgfalt ausgewählt. Russland schien nicht überzeugt. Die Hälfte der Mannschaft besteht aus Grünschnäbeln, egal wie gut ihre Vorgesetzten sie beurteilen. Und nach den turbulenten Ereignissen der vergangenen Stunden werden sie das Bedürfnis haben, zu reden. Wir haben es schon lange nicht mehr mit den abgebrühten Hand ins Feuer. Ach, nur wenn ich Ausgangssperre verhängt hätte, würden alle anfangen Fragen zu stellen, selbst jene, die die ganze Sache schon wieder vergessen haben. Und jetzt Ende der Diskussion. Konzentrieren wir uns auf das Treffen mit Blake. Natürlich waren Russlands Argumente nicht von der Hand zu weisen, so viel musste dem Käpten klar sein. Beide wussten, welches Risiko Perk einging. Aber Perk hatte sich nun mal entschlossen, keine schlafenden Hunde zu wecken und sah es wohl für notwendig an, den Anschein von Normalität aufrecht zu erhalten. Dennoch Russland behagte es nicht, sich nochmals mit Blake zu treffen, unabhängig davon, welche Bewunderung er einst für den alten Admiral gehegt hatte. Womöglich lag es weniger an dem Umstand, dass Blake die Seiten gewechselt hatte, sondern an etwas anderem, was es Russland so schwer machte. Es schien mehr der Schmerz zu sein, den die verblasste Bewunderung für den ehemaligen Admiral hinterließ und die in Fragmenten noch vorhanden war. Geschissen drauf, murmelte Russland, während der Gleiter in die Häuserschluchten eindrang. Das Fahrzeug steuerte auf einen der großen Türme zu, die im Zentrum der Stadt aufragten. Es hielt direkt vor Clubs, der von zwei steinernen chinesischen Löwen und zwei ebenso reglosen Türstehern in blauer Uniform flankiert wurde. Darüber der Name des Feldherren Sun Tzu in prunkvoller goldener Schrift. Auf dem breiten Boulevard vor dem Eingang herrschte dichtes Gedränge. Gut gekleidete und weniger gut gekleidete Menschen planierten über das Keramik Pflaster. Das Schrillen von Werbebotschaften, die Stimmen Fahrzeuge, die zwischen den Häusern hindurch schwirrten, vermischte sich zu einem Klangteppich, der Ruslin an das Rauschen eines Wasserfalls erinnerte. Es war lange her, dass ihm so viele Menschen dicht gedrängt auf einem Fleck begegnet waren. Und das beunruhigte ihn. Es war ungewohntes Terrain, auf dem Perk und er sich bewegten. Probieren sie den Vank zu, rief ihn der Fahrer hinterher und fuhr los, ehe Perk ihn bezahlen konnte. Verdammt, zischte Ruslin. Ich wollte ihm noch sagen, dass er warten soll. Das Innere des Lokals war mondän und stilvoll eingerichtet. Rot- und Kupfertöne beherrschten die Szenerie. Ungewöhnlich laute und rhythmische Musik lag in der von süßlich im Sandelholzduft durchdrungenen Luft. Auf zwei, drei beleuchteten Plattformen tanzten junge, barbusige Frauen, drängten. Der Club war gut besucht und offenbar der Treffpunkt zwielichtiger und wohlhabender Bewohner von Chester, wie Ruslin feststellte, als er die Gäste in Augenschein nahm. Die Gesichter gefielen ihm nicht. Einige wirkten verschlagen und gewalttätig, andere arrogant und stolz. Die Männer befanden sich allesamt in Begleitung schöner Frauen, die genauso wenig zu ihnen passten wie ihre teuren, maßgeschneiderten Junges Mädchen in einem hübschen, rot-goldenen Livret tritt an Ruslin und Perk heran. Ein Lächeln stand in ihrem schmalen Gesicht mit den schönen asiatischen Augen, eingerahmt von einem adritten Pagenschnitt. Sie lächelte freundlich. Sie müssen Ashton und Rivers sein, begann die junge Frau mit chinesischem Akzent. Blake erwartet sie bereits. Wenn sie mir folgen wollen? Ruslin konnte nicht Ashton und Rivers bemerkte er abfällig, während er den Blick auf die junge Frau gerichtet hielt. Wer ist wer? Hat ihr Blake das auch mitteilen lassen? Perk grinste breit. Ich nehme mal an, ich könnte Ashton sein. Klingt beides total bescheuert und für die Vornamen hatte Blake wohl keine Zeit mehr, oder? Blake saß in Begleitung des schwarzen Captains und der dunkelhaarigen Frau, die dieser georfeigt hatte, an einem runden Tisch in einer Wand Nische. Schön, dass sie gekommen sind, eröffnete Blake und machte eine einladende Geste. Bitte setzen sie sich doch. Es gibt hier einen ausgezeichneten Whisky. Roslyn hätte geantwortet, dass er eigentlich nicht darauf aus war, mit Gesindel zu trinken, oder dass sie eigentlich noch im Dienst wären. Doch auch das erschien in Perks Augen in einer Bar eher ungewöhnlich und würde wohl die Maskerade beeinträchtigen. Ich nehme einen Whisky, sagte Perk, in einer Traditional Rose Bank, 21 Jahre ohne Eis, wenn ich bitten darf. Roslyn liest die Piraten nicht aus den Augen. Ich schließe mich an, aber ich möchte ihn mit viel Eis. Ich will einen Grund haben, mich nicht an dieses Treffen erinnern zu müssen. zu der jungen Bedienung, die sich daraufhin entfernte und wenig später die Getränke brachte. Perk drehte nachdenklich das Glas auf dem Tisch, bevor er einen Schluck nahm. Haben Sie die Informationen dabei, über die wir gesprochen haben? Blake holte eine flache, quadratische Kristallscheibe aus der Innentasche seiner Weste hervor und legte sie auf den Tisch. Namen der Person und der involvierten Schiffe, Daten wie die Lieferung erfolgte. Der erste Offizier hat auf Samary eine Kostprobe davon erhalten, was ich mit der Art und Weise meine. Er hat ihnen doch bestimmt geschildert, was er dort zu Gesicht bekommen hat. Sie verlangen doch sicher eine Gegenleistung, fragte Perk, ohne Blakes Frage vorher zu beantworten. Wie ich schon Roslyn gegenüber bemerkt habe, sehe ich mich noch immer im Dienste der Menschheit, auch wenn Perk hin und her. Der erste Offizier der Zora sah dabei zu, wie das Eis in seinem Glas schmolz. Aber natürlich habe ich etwas im Sinn, das sie für mich tun könnten, fuhr Blake fort. Perk hob entschuldigend die Schultern. Ich weiß nicht, ob ich in der Position bin, ihnen ein Gefallen zu tun. Ja, immerhin wagen sie jetzt schon sehr viel, wenn ich das feststellen darf. Der Käpt'n schürzte die Lippen und sah in sein Glas. Da haben sie recht. Ich nehme an, fuhr Blake fort, dass sie dieses Risiko für einen guten Freund auf sich nehmen. Eine solche Sache ohne Rückendeckung durchzuziehen, das kommt mir eher unwahrscheinlich vor. Wagemut ist das eine, Dummheit das andere. Natürlich kann ich mich auch täuschen, doch das tue ich selten. Roslyn hatte Blake bisher nicht als eitel eingestuft. Aber er besaß eine ziemlich selbstgefällige Ader, die in den Berichten, die er bislang über diesen Mann gelesen hatte, unerwähnt geblieben war. Das Ganze macht mir nicht den Eindruck, Blake rührte mit der Hand in der Luft herum, als wären sie in eine offizielle Mission aus Samaria gekommen. Perk trank einen weiteren Schluck und gab erneut sehr vertrauen, dass sie so viel aufs Spiel setzen, so viel Einsatz wagen. Ich weiß nicht, wovon sie sprechen. Ja, verstehe. Blake holte ein Kuvert aus seiner Westentasche hervor und legte es neben dem kristallinen Datenträger auf den Tisch. Es wäre mir recht, wenn sie ihm diesen Brief übergeben würden. Darf ich auch erfahren, was darin steht? Selbstverständlich, verkündete er mit gönnerhaftem Tonfall. Es handelt sich um ein Gesuch auf freie Hand in gewissen Belangen. Ganz sicher, im Sinne des Wohles der Menschheit, traute sich Roslyn sarkastisch anzumerken. Blake schien tatsächlich überzeugt, noch immer auf der richtigen Seite zu stehen, so viel verriet sein überlegenes Grinsen. Ja, ganz recht, sagte Blake. Ich habe nie Schiffe angegriffen, auf denen lediglich Zivilisten unterwegs voll mit Menschen, die nur nach Hause oder in Sicherheit wollten. Ich habe mir meine Ziele immer sorgfältig ausgewählt. So viel ich weiß, hat es sich jedes Mal für sie gelohnt, warf Perk ein. Klingt nicht nach den Taten eines selbstlosen Mannes. Die dunkelhaarige Frau mit der Medusenfrisur fixierte Perk mit eisigem Blick. Natürlich hat es sich gelohnt, knurrte sie mit grimmigem Lächeln. Die Schiffe gehörten Typen, die in diesen Zeiten gute Geschäfte machen. Und das sind keine Leute mit ehrenhaften Absichten. So urteilt eine Ratte über die andere, knirschte Rosslyn, kippte seinen wässrigen Whisky hinunter und knallte das Glas auf die Tischplatte. Ihre Vorgesetzten schützen diese Verbrecher, mischte sich anschließend auch McIntyre ein. Ich sehe kein Vergehen darin, derjenige trägt, der mir ins Leder will. Wir wollen nicht streiten, ermahnte Blake und erlegte dem farbigen Käpt'n beschwichtigend die Hand auf die Schulter. Er wandte sich an Perk. Lassen Sie Ihren unbekannten Freund und Schutzengel über meinen Ansinnen urteilen. Ich denke, er wird meine Überlegungen teilen. Immerhin scheint er sich über einige Gesetze und Vorschriften hinweggesetzt zu haben, um sie auf diese Mission zu schicken, die sie letztendlich an diesen Tisch gebracht hat. Was können einen ganz gehörig aus der Bahn werfen und die Reputation endgültig zerstören? Er erlaubte sich ein kurzes Lächeln. Bei mir war es ebenso, bevor ich einen größeren Schritt gewagt habe. Irgendwann stellt uns die Wahrheit vor die Fakten und wir müssen Farbe bekennen. Sie beide spüren das, dessen rücksichtslos. Roslyn wollte sich nicht unterstellen lassen, er wäre auf dem besten Wege ein Pirat zu werden. Jetzt malen wir mal nicht den Teufel an die Wand. Blake winkte ab. Hören Sie, ich hielt die Flets zu Anfang auch nur für ein Hirngespinst, gab er dann zu. Für eine dieser düsteren Legenden, mit denen die Leute sich gerne gruseln und sich die Zeit vertreiben, bis sich die Beweise verdichteten. Ich bin mir sicher, Captain, Sie haben ebenfalls Gründe, nicht alles von der Hand zu weisen, was man sich so über dieses Thema erzählt. Oder liege ich da falsch? Captain Perk sah den Mann über sein Glas hinweg ran. Was ich glaube, ist meine Sache. Blake schien nun doch ein wenig die Geduld zu verlieren. Er tippte mit dem Zeigefinger auf das Kuvert. Perk. Aber natürlich kann ich nicht garantieren, dass mein Kumpel ihnen einen Freibrief ausstellen wird. Denn darum geht es doch. Oder etwa nicht. Blake Nick da anerkennend. Ah, das trifft genau den Punkt. Ich befinde mich ebenfalls auf einer Mission und es wäre gut, wenn ich den Rücken frei hätte. Ihnen zu begegnen war ein Glücksfall oder vielleicht sogar Fügung. Kaum hatte er zu Ende gesprochen, da veränderte sich sein Gesichtsausdruck. Er fuhr hoch und starrte mit finsterer Mähne über seine beiden Gäste hinweg. Perk und Ruslan folgten seinem Blick. Im Foyer des Clubs schien gerade ein Tumult im Entstehen. Es war im Halbdunkel nicht genau zu erkennen, was dort vor sich ging, aber es sah wie ein Hand gemenge aus. Ein Mann brüllte Drohungen und plötzlich flogen die Fäuste. Ruslan sah, wie eine Person niedergerungen wurde, eine andere konnte sich jedoch losreißen und taumelte benommen ins Licht. Ein Schuss krachte und die Gäste, die im Club friedlich an ihren Tischen gesessen hatten, suchten Deckung oder zückten an den Türstehern vorbeigeschmuggelte Waffen. Ruslan tastete instinktiv nach der Pistole an seinem Gürtel, doch die Pflichtgefühl. Er wusste, sie würden in Schwierigkeiten geraten und nun war er außerstande sich zu wehren. Kapitel 13 Dominic war nicht wohl bei der ganzen Sache. Er wäre lieber an Bord geblieben und hätte gewartet, bis die Zerra abgelegt und mit neuer Order zu ihrem neuen Einsatzort geflogen wäre. In diesem Moment aber saß er in einem Schwebetaxi und sah auf die Stadt hinunter. Er und seine Begleiter trugen schicke blaue Ausgehuniformen mit silbernen Knöpfen. Dominic wäre es allerdings lieber gewesen, sich unauffällig in ziviler Kleidung ins Gewühl von Chester zu stürzen, aber Cyrus hatte darauf bestanden, in Uniform auszugehen. Die Türen würden ihnen offen stehen und die Frauen sich ihnen an den Hals werfen, hatte er behauptet. Dominic bezweifelte beides. Immerhin war Chester voller Abschaum und Gesindel, voll von Leuten, die einem Uniformierten lieber den Hals durchschneiden würden, als sich an diesen zu hängen. Ob für Tonja Kutchenko das einzige Mädchen in ihrem kleinen Trupp auch ein Vorteil herausspringen mochte, wagte Dominic ebenfalls zu bezweifeln. Er glaubte, dass ihre Uniform Männer eher abschrecken würde. Er zweifelte jedoch nicht darin, dass die aufgeweckte Rothaarige ihren Spaß haben würde. Offenbar mochte sie es, angegafft zu werden. Die drei anderen waren, wie Tonja, ebenfalls im zweiten Jahr ihrer Ausbildung. Der große, schwarzhaarige Mike Stanton konnte behaupten, einer der besten Schützen zu sein, die Dominic befehligte. Er rang Dominic das Versprechen ab, bei der nächsten Gelegenheit ihre Fähigkeiten miteinander zu vergleichen. Drew und Frank waren Brüder, die mit Familiennamen Carlson hießen. Mit ihren hellblonden Haaren und wasserblauen Augen stachen sie aus der Gruppe heraus. Sie behaupteten, von irgendeinem Wikinger abzustammen, der Amerika entdeckt haben soll, und meinten, es sei deshalb unvermeidlich gewesen, zur Flotte zu gehen, die ihrer Ansicht nach ein annehmbares Äquivalent zur Berufung ihrer seefahrenden Vorfahren bildete. Halt, rief Cyrus plötzlich und klopfte gegen die Scheibe, die das Fahrerabteil vom Passagierbereich trennte. Sofort anhalten, er schlug mit der Faust gegen das Glas, als der Fahrer nicht sofort reagierte. Anhalten und umkehren, der Fahrer wandte sich um. Wir haben noch ein ganzes Stück bis zum Zentrum. Egal, sofort anhalten und umkehren, beharrte Cyrus und deutete hinter sich. Dorthin. Was wollen sie da, meinte der Mann verärgert. Das ist Free Haven, Der Fahrer kam dem Drängen seines Passagiers schließlich nach und wendete das Fahrzeug. Was hast du denn, erkundigte sich Dominic stellvertretend für die anderen, die Cyrus entgeistert und verdutzt anstarrten. Was wirst du gleich sehen, antwortete er, während das Taxi an den heruntergekommenen Fassaden vorbeiglitt. In der Schlucht zwischen zwei dicht beieinander liegenden Türmen konnte man einen Blick auf das Areal eines kleinen Raumhafens werfen. Ein wirres Durcheinander von Plattformen und Haltegreifern, um ankommenden Raumschiffen die Landung oder das Andocken zu erleichtern. Das, was Cyrus aufgefallen war, sprang nun auch Dominic ins Auge. Ein Katana, der inmitten der hoch aufragenden Gebäude auf einem der Landeplätze niedergegangen und durch Stege und Brücken mit den Häusern verbunden war. Umfliegen Sie den Block The Fall Cyrus. Fliegen aussteigen. Ich werde nicht auf Sie warten, schnauzte der Mann am Steuer des Wagens. Macht 50 Solar Coins. In bar. Kein Zero und Scheiß. Keine Sau brauch virtuelle Kohle, klar? Cyrus griff umständlich in seine Gesäßtasche, zog sein Portemonnaie hervor und kramte einige Scheine zusammen, die er dem Fahrer in die schmale Durchreiche legte. Was ist mehr als sie verdienen? Der Fahrer hohen Gebäuden hindurch. Am Ende der dunklen und schmutzigen Gasse konnte man die hellgraue Bordwand des Katana erkennen, die im Sonnenlicht glänzte. Bist du komplett verrückt geworden? protestierte Tonja. Was wollen wir hier? Keine Diskussion jetzt, schimpfte der Fahrer. Er ließ den Gleiter aufsetzen. Der Mann war aufgeregt und die Landung hart. Die Türen öffneten sich. Raus mit Ich hoffe, du hast hier einen verdammt guten Tipp, der uns einen unvergesslichen Tag beschert, erhielt Cyrus die Faust vors Gesicht. Wenn ich hier meine Zeit verschwende, stecke ich sie dir bis zur Schulter in den Arsch. Die Kaosen Brüder schwiegen angespannt und beobachteten, wie sich die Situation entwickelte. Das Wikingerblut war anscheinend in ihren Adern zum Stocken geraten, dachte Dominik, als er in ihre Gesichter sah, die im Dunkeln noch bleicher wirkten. Tonja fauchte wie eine wütende Katze, als sie ausstieg. Die Runden heute Abend gehen auf dich, so viel ist klar. Cyrus schien all das Gezeter nicht zu hören. Er beachtete weder Mikes Drohungen noch Tonjas Gezicke, die schließlich bemerkte, wie dreckig die Gasse war und wie sehr es dort stank. Seine Aufmerksamkeit galt ganz dem schlanken Schiff, als das Taxi über ihren Köpfen empor schwebte und davon brauste. Verdammt! Dominic schluck Cyrus ärgerlich gegen die Schulter. Katanas sind zwar selten, aber es sind keine Einhörner. Das Ding da schon, entgegnete Cyrus flüsternd. Er schlich auf das Ende der Gasse zu. Dort angekommen drückte er sich in den Schatten hinter einem Strang dicker Rohre, die an der Hauswand in die Höhe führten. Dominic und die anderen suchten hinter ihm Deckung. Ich erkenne es wieder, beharrte Cyrus, an dem Streifschuss da an der Steuerbaut Seite. Das sind die, die uns auf Samaria angegriffen haben. Dominic antwortete nicht. Er erinnerte sich noch gut an das Gespräch zwischen Roslyn und Blake auf Samaria. Es ergab durchaus einen Sinn, hier auf Blakes Leute zu stoßen. Naja, Dominic, der die Gefahr witterte, die diese Situation in sich berg. Aber dein Kumpel hat schon recht, tönte eine dunkle männliche Stimme, deren Ursprung nicht zu lokalisieren war. Wir haben uns auf Samaria ganz schön zugesetzt. Aus dem Schatten hinter ihn löste sich eine Gestalt. Es war ein großer, schlachsiger Mann mittleren Alters in der Kampfuniform der Heimatflotte. Die Schulterklappen wiesen ihn als Offizier aus. Er war mit einem Gewehr bewaffnet und trug einen Helm. In seinem hageren Gesicht glitzerten helle, graue Augen. Hohe, markante Wangenknochen wölbten die gebräunte Haut. Alles passte zur übrigen Erscheinung des Mannes, der kampferprobt und kalt wirkte. Normalerweise flieht das Pack, wenn es auf die Heimatflotte trifft, aber auf uns scheinen sie es abgesehen zu haben, fuhr er fort, wobei er über Dominics Kopf hinweg blickte und das Piratenschiff fixierte, wie ein Jäger seine Beute. Sieht so aus, stimmte Cyrus zu. Es klang ein wenig hilflos und überrascht. Diese Begegnung schien ihn zu verwirren und nervös zu machen. Dominic fühlte sich ebenfalls unwohl und angespannt. Inzwischen tauchten wie aus dem Nichts weitere Soldaten auf, die aus ihren Verstecken hinter Containern und Kisten hervortraten. Auch sie waren bewaffnet und trugen Kampfmonturen. Der Offizier musterte Dominic und seine Kameraden mit kritischem Blick. Ihr seid von der Hades nehme ich an, wenn ihr auch von Samaria kommt. Dominic wollte schon antworten, aber Cyrus kam ihm zuvor. Ah, sind wir, sagte er. Und Sie? Ich bin von der Hydra, anderer Flottenverband, aber dieselbe Mission. Wir haben noch gesehen, wie ihr Fersengeld gegeben habt, ehe wir unser Fett abbekommen haben. Dabei lachte er dreckig. Schon seltsam, dass dieses Pack sein Herz für die Menschheit entdeckt hat. Wäre schöner gewesen, die würden sich weiterhin um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern und uns unsere Arbeit machen lassen. Das, was man Menschheit nennt, ist doch bereits von »Hi, Sir« sagte Mike, wobei er einen sanften Stoß von Tonja erhielt, bevor er sich noch mehr in die Unterhaltung einbringen konnte. Irgendwie dämmerte es Dominic, dass hier irgendetwas nicht stimmte. Cyrus hatte es zuerst bemerkt und mit kühlem Kopf reagiert. Und auch Tonja schien irgendwie zu ahnen, dass es besser war, Cyrus vorerst das Reden zu überlassen. Warum seid ihr ohne Waffen hier? Wollte der Offizier wissen. Wann nicht auf Kampf eingestellt, antwortete Cyrus und deutete mit dem Daumen hinter sich. Wollten eigentlich in die Stadt und feiern, aber als wir dieses Schiff entdeckt haben, haben wir bereut, dass wir unsere Knarren nicht mitgenommen haben. Ihm kann abgeholfen werden. Der Offizier winkte ein paar seiner Männer heran. Gebt den Kameraden ein paar Werkzeuge. Die Soldaten drückten den jungen Leuten Pistolen in die Hände, während ihr Vorgesetzter an seinem Gewehr hantierte. Frischlinge, bemerkte er, habt noch nicht viel bei Fleisch Orgien mitgemacht. Nein, Sir, sagte Cyrus und rang sich ein gequältes Lächeln ab. Wir werden Blake jetzt eine Lektion erteilen, fuhr der Offizier grinsend fort. Wie wird darin bestehen, dass sie am Ende in den Fleischtöpfen auf den galaktischen Kernwelten landen werden. Die Konsumenten lieben lebende Ware. Ich werde dafür sorgen, dass die Kunden bekommen, was sie wollen. So können die Piraten noch eine Weile über ihren bisherigen Lebensweg nachdenken, bevor man sie tranchiert. Also stellt eure Strahle auf Stoßmodus ein, für einen beherzten Knockout. Dominic fühlte, wie sich ihm der Magen umdrehte. Die Bilder von den gequälten Menschen in ihren Behältern drängten wieder in sein Bewusstsein. Am liebsten wäre er dem Mann an die Kehle gegangen. Hast noch nicht viele Gefechte erlebt, Kleiner, oder? meinte der Offizier spöttisch, der Dominics Unbehagen bemerkte. Siehst blass aus, dass du mir nicht umkippst. Nein, Sir, bestimmt nicht. Dominic versuchte gelassen und gleichgültig zu wirken, aber es gelang ihm nicht. Ich habe noch noch nie ich meine es ist einfach bei den Streunern meine ich, aber der Offizier runzelte die Stirn. Kommt ihr alle vom selben Schiff? erkundigte er sich misstrauisch. Wer ist euer Captain? Niemand antwortete und Cyrus kaute stattdessen auf seiner Unterlippe herum und suchte nach Worten. Der Mann hatte die Maskerade durchschaut. Er kam nicht mehr dazu, sein Gewehr auf Cyrus zu richten, als der Knall eines Rail Geschosses durch die Häuserschlucht halte. Im nächsten Moment zerplatzte der Hinterkopf des Offiziers und er sagte zu Boden, bevor er sein Gewehr abfeuern konnte. Dominic reagierte instinktiv und sprang hinter einem Strang aus Leitungen und Aggregaten in Deckung. Es krachte und blitzte. Rauch erfüllte die Luft. Funken flogen. Er hörte Geschrei und sah, wie einige Soldaten getroffen zu Boden gingen. Cyrus und Mike hatten unter einem Lastenfahrzeug Zuflucht gefunden und drückten sich hinter einem der großen Reifen zusammen. Tonja und die Carlsen Brüder hatte Dominic aus dem Blickfeld verloren. Der Katana feuerte aus einer leichten Bordbewaffnung und beharkte die Gasse. Betonsplitter flogen Dominic um die Ohren. Fetzen von glühendem Metall prasselten auf den Boden um ihn herum. Feuer brach aus. Ein Fahrzeug ging in Flammen auf und ein Teil der Ladung explodierte. Der Qualm wurde dichter und drang in Dominics Lunge. Seine Augen begannen zu tränen. Das Gefecht dauerte eine ganze Weile, bis es endlich still wurde. Kurz darauf tauchten die Piraten auf. Ein Trupp martialischer Kämpfer, bemerkte Dominic, kam mit schnellen Schritten auf ihn zu und packte ihn an der Schulter. Mit einer kraftvollen Bewegung zerrte er ihn aus seiner Deckung. Denn da kenne ich, rief er einem seiner Kameraden zu. Wer war bei denen, die wir auf dem Flats Stützpunkt gefangen genommen haben? Aus der Gruppe, die in die Gasse gekommen war, löste sich eine schlanke, große Frau, mit schönen grünen Augen kam zum Vorschein. Sie lächelte Dominic an. Ja, ich erinnere mich an den Kleinen. Wir müssen ihn und seine Kumpel zum Boss bringen, meinte der andere, und ihm mitteilen, was gerade passiert ist. Die Frau hatte etwas Unergründliches in ihrem Blick. Ja, natürlich müssen wir das. Kapitel 14 Dominic riss sich aus dem Griff seines Gegners los und stolperte ins Innere der Bar. Er fiel ein paar Stufen hinunter, stürzte zu Boden und kam unbeholfen wieder auf die Beine. Ein Schuss krachte. Dominic riss die Hände in die Höhe. Die Irritation, Captain Perk und Rosslyn zusammen mit Blake und dessen Gefolge zu sehen, stand ihm ins Gesicht geschrieben. Dominic schwankte zwischen Abscheu und Fragen, die jetzt in seinem Kopf herum schwirrten. Dieselben Fragen, die Cyrus sich gestellt hatte. Rosslyn und Perk sprangen auf, während Blake sitzen blieb, um die Situation ruhig und überlegt zu analysieren. Seine beiden Begleiter, die Frau mit dem Medusen Haar und der dunkelhäutige McIntyre gaben sich alle Mühe, seine Beherrschtheit nachzuahmen. Zumindest der Frau war die Anspannung anzumerken. Es sah so aus, als wäre sie dabei, eine versteckte Waffe hervorzuziehen, bereit sofort zu schießen, sollte Dominic eine verdächtige Bewegung machen. Die Piraten stießen Dominics Gefährten in den Raum. Mike stürzte und Cyrus erhielt einen Stoß in den Rücken mit einem Gewehrkolben. Die Carlson Brüder und Tonja stolperten hinterher, salutierten und bemühten sich um Haltung, als sie Perk und Rosslyn erkannten. In diesem Augenblick begann die Umgebung in einem Umkreis von etwa sechs bis acht Metern um den Tisch herum an dem Blake Perk und Rosslyn saßen, zu verschwimmen. Ein leises Brummen tönte in Dominics Ohren und die Gäste sowie der Club verwandelten sich in einen undefinierbaren Nebel aus Formen und Farben. Nur was sich innerhalb eines gewissen Radius um Blakes Tisch befand, war noch klar zu erkennen. Geräusche von außerhalb dieser Barriere drangen nur noch in einer Art Sperrfeld zu sein. Ich fürchte, das kommt etwas zu spät, knurrte Rosslyn. Auch Perk, der sich immer gut unter Kontrolle hatte, war verärgert über die Kadetten, die hier so unvermutet aufgetaucht waren. Verdammt, stehen sie bequem, sie machen sich lächerlich. Offenbar hatte Blake das Feld aktiviert, als die Carlsons und Tonja vor Perk und Rosslyn salutierten. Offiziere ins Zivil gekommen waren, um sich mit Blake zu unterhalten. Dominic konnte nicht sagen, was das für sie alle bedeuten mochte, aber die Situation schürte zweifellos Gerüchte. Schon sehr bald würden sie auf Chester Gesprächsthema sein. Wir haben sie bei der Triss aufgestöbert, eröffnete die blonde Frau mit den grünen Augen und drückte Dominic die Mündung ihrer Pistole in die Seite, waren mit ein paar Flats unterwegs. Die gehörten nicht zu uns, gab Dominic zurück. Die tauchten plötzlich auf, wir waren unbewaffnet und nicht für einen Kampf ausgerüstet. Wir gehören zu Perks Leuten. Jetzt muss ich mir etwas anderes ausdenken, dass das Geräte in unbedenkliche Richtungen lenkt, bemerkte Blake säuerlich und klopfte mit den Fingerspitzen auf den Tisch. Wir wissen gar nicht, wie geschwätzig die Leute hier sind. Roslyn stand schweigend auf und stellte sich vor die Kadetten. Eine Weile ließ er seinen Blick über die jungen Leute schweifen, bevor er sich Dominic widmete. Er kam mit seinem Gesicht so nahe, dass sich ihre Nasenspitzen fast berührten und sprach so leise, dass allenfalls Cyrus ihn noch hören konnte, der neben Dominic Dominic fühlte sich außerstande etwas zu erwidern. Er bereute es inzwischen Cyrus nachgegeben zu haben, Chester zu besuchen. Nur sie und Corin waren mit auf Samaria und haben die da gesehen. Er deutete mit einem kaum merklichen Kopfnicken zu Blake und dessen Begleitern hinüber. Die vier anderen haben keine Ahnung, wer das ist, nehme ich an. Nein, Sir, stammelte Porter. Ich meine, ich gehe davon aus, ihr Freund ist immerhin eine Berühmtheit. Rosalins Augen waren schmale Schlitze, bedrohlich wie Geschützlupen und der Zorn loderte darin. Der Begriff Freund in Bezug auf Blake schien ihm nicht gefallen zu haben. Sorgen Sie dafür, dass es so bleibt. Sir, Dominic leckte sich vor Aufregung die trockenen Lippen. Ich verstehe die Situation nicht. Ich werde ihn diskutieren. Rosalins Worte waren wie ein eisiger Hauch, der Dominic fresteln ließ. Sie gehen jetzt zurück auf die Zora und dann werden wir sehen, was mit ihnen passiert. Er hob die Stimme. Alle außer Corrin und Porter wegtreten. Die Kadetten gehorchten und drehten sich auf dem Absatz um. Zögerlich traten sie durch das Eindämmungsfeld. Wollen sie nicht wissen, was ich bin mir sicher, wir werden es erfahren. McIntyre erhob sich und kam mit langsamen Schritten näher. Was haben die zusammen mit den Flitzer ausgehäckt, wollte er von der blonden Frau wissen, die noch immer ihre Waffe auf Dominic richtete. Es waren 20, erklärte sie. Jetzt sind es noch drei. Sie sind an Bord der Triss. Sie wollten die Triss offenbar zerstören. Aha, bemerkte der schwarze Käpt'n. Wir werden sie verhören, dann finden wir schon heraus, was passiert ist und wem wir vertrauen können. Es versteht sich, dass wir bis dahin eine Geisel nehmen werden. Ich werde als Geisel bleiben, schlug Cyrus verwegen vor. Ein Offizier wäre mir lieber, wandte McIntyre ein und sah Roslyn herausfordernd an. Ach, der Kadett genügt. Blake schien nun doch ein wenig aus der Fassung zu geraten. Kein zu großes Aufsehen. Wenn mal ein Kadett abgängig ist, wird das nicht für zu viel Unruhe in den Reihen der Mannschaft sorgen. Die Besucher hier im Club konnten sehen, dass die Kadetten salutiert haben. Die Frau neben Blake vermochte nicht, ihre Unruhe zu kaschieren. Die werden rumerzählen, dass wir uns mit der Flotte in Verbindung setzen wollten. Ganz falsch liegen sie da ja nicht. Perk nahm das Kuvert in die Finger, bevor er es wieder zurück auf den Tisch legte, als wollte er nichts damit zu tun haben. Dominic fragte sich, was es damit auf sich haben mochte. Vielleicht beinhaltete es die Daten, die Blake aus dem Samaria Rechner geholt hatte. Aber dann hätte es der Captain längst an sich genommen, anstatt es auf dem Tisch liegen zu lassen. Eventuell ein Bestechungsgeschenk. Rosslyn und ich sind in Zivil. Perk winkte ab. Man wird glauben, die Hände an der Schläfe würden ihnen gelten, Blake. Ihr Ruf ist unbestritten. Blake sah den Captain mit einer Spur von Mitleid an. Ich habe die Flotte verlassen, da waren ihre Kadetten noch Hosenscheißer. Unwahrscheinlich, dass man voraussetzt, sie könnten mich kennen. Dominic musste ihm Recht geben, nur Rosslyn hatte mit dem Namen Blake etwas anfangen können. Dominic und seine jungen Kameraden wussten nichts über den alten Admiral und seine Heldentaten. Wahrscheinlicher ist, sie denken, wir haben mit den Flats zu tun. Mut Master McIntyre. Naja, immerhin ist das ein Gericht, dem ich unter diesen Umständen den Vorzug geben würde. Blake verschränkte die Hände auf dem Tisch. Die Flats haben immerhin einen Teil meiner Crew entführt. Es wäre verständlich, wenn ich versuchte, mich mit den Flats zu einigen. Mir jedenfalls erschien das plausibel. Blake runzelte die Stirn und rieb sich das Kinn. Ich werde ein paar gezielte Gerüchte streuen. Er erhob sich, das Dämmfeld erlosch und der Club mit seinen irritierten Gästen wurde wieder sichtbar. Die Athena legt so bald wie möglich ab. Ich hoffe, wir hören voneinander, Captain, sagte er an Perk gewandt. Auch Perk stand auf und musterte seine Mannschaft. Für einen Moment ließ der Captain seinen Blick auf Dominic ruhen. Er las darin weder einen Vorwurf noch Ärger. Die Piratin mit den grünen Augen packte Cyrus am Oberarm und schob ihn vor sich her aus dem beschwichtigte Blake. Sie bekommen ihn wieder. Ich denke nun, sie können mir den Gefallen tun, von dem wir gesprochen haben. Als Zeichen ihres guten Willens und als Entschädigung für die Aufregung sowie den daraus folgenden Reinigungsarbeiten und natürlich auch meinen Ruf. Den wollte ich mir eigentlich nicht beschädigen lassen. Im Vorbeigehen schob er Perk das Kuvert in die Jackentasche. Dann verließen er und seine Leute den Club. Kapitel 15 Cyrus stand der Schweiß auf der Stirn, als er durch die Gänge und Korridore des Katana gestoßen wurde. Ein Trupp von drei grobschlechtigen Kerlen schien Freude daran zu haben, ihm die Mündungen ihrer Gewehre in den Rücken zu rammen. Ihm blieb ab und an die Luft weg, aber er hatte Angst, sich zu beklagen und ließ die große Frau mit den grünen Augen vor ihm her und bei aller Aufregung und Angst entging ihm nicht wie aufreizend stolz sie sich bewegte. Die enge Kombination, die sie trug, unterstrich ihre Figur und Cyrus ging in seltsamer Weise ganz andere Gedanken durch den Kopf, als sich zu befreien und davon zu laufen. Es war irritierend und er hätte gerne gewusst, ob das angesichts seiner und wirbelte herum. Sie war etwa einen halben Kopf größer als Cyrus und sah auf ihn herunter. Ihre großen grünen Augen funkelten und in ihrem Gesicht stand ein Ausdruck, den Cyrus nicht recht zu deuten wusste. Ein Lächeln umspielte ihre Mundwinkel, als sie die langen schlanken Finger ihrer Hand unter sein Kinn legte. Diese Geste hatte etwas eigentümlich Erniedrigendes an sich. Handgriffen auszuführen. Ich will, dass du etwas für uns tust, Kleiner, fuhr sie fort und legte beide Hände auf Cyrus Schultern. Ihr Gesicht war nun so nahe, dass er nichts anderes mehr sehen konnte, als diese wunderschönen Augen, die wie ein Nordlicht im Winter strahlten und funkelten. Ihm war klar, dass diese Frau wusste, wie sie auf Männer wirkte. Ihre bedrohliche Schönheit war gewiss so gefährlich wie das Waffensortiment, das sie im Gürtel trug. Cyrus war Frauen gegenüber nie besonders zurückhaltend gewesen und wusste bislang jede Gelegenheit zu nutzen, wenn er ein gutes Angebot bekam. Doch diesmal wünschte er sich inständig, diese Bekanntschaft nie gemacht zu haben. Dieses weibliche Wesen gehörte zu einer ganz anderen Kategorie als die, in der er sich auskannte. Wir haben hier einige Flats. Sie neigte leicht den Kopf und lenkte damit Cyrus Aufmerksamkeit auf ein verriegeltes Schott hinter ihr. Wir haben sie gerade eben in einer Zelle zusammengelegt, damit sie sich ein wenig untereinander austauschen. Aber sie machen es uns ein bisschen schwer. Wir haben da zwar Mikrofone und Optiken in den Wänden, aber die haben ihre Köpfe zusammengesteckt und einer summt immer laut vor sich hin, wenn sie sich unterhalten, unmöglich da was rauszufiltern. Doch manchmal fängt man Füchse mit einem anderen Fuchs. Cyrus nickte, er verstand. Was soll ich machen? Sie halten dich doch für einen von ihnen. Der Schwindel ist aufgeflogen, wandte er ein. Sicher? Also zumindest hat der Anführer zum Schluss was gemerkt. Aber der ist tot, erwiderte die Frau. Die da drin sind nur kleine Lichter. Vielleicht haben sie nicht alles mitbekommen. Und wie ich es beobachtet habe, hat er dir doch die Waffen ausgehändigt, bevor ihn das Schicksal ereilte und sich die Ereignisse überstürzten. Ich denke, die Verwechslung ist noch nicht von allen durchschaut. Also willst du uns behilflich sein? Cyrus überlegte eine Weile. Ihm gefiel es irgendwie, dass die Frau ihn brauchte und offenbar Vertrauen in ihn setzte, nützliche Informationen für sie ergattern zu können. Nicht ganz ohne Stolz sagte er zu. Im nächsten Moment erhielt er von hinten einen Schlag in die Kniekehlen, der ihn zu Boden gehen ließ. Die Frau rammte ihm ihr Knie ins Gesicht, dass er Sterner sah. Für einige Sekunden wankte Cyrus Ungegebissen und die Unterlippe war aufgeplatzt. Der Schmerz raubte ihm die Sinne. Er benötigte eine Weile, bis er wieder völlig bei Verstand war. Und jetzt, wo wir uns näher gekommen sind, sagte sie sanft mit einem Lächeln, wobei sie ihm erneut die Hand auf die Schulter legte. Ich heiße Alina. Viel Glück da drin. Hey, Concord, schlagen, stammelte Cyrus, während ein Rinsal aus Speichel an die Schleuse heran. Dann wird es dir schwer fallen, dich zu verplappern. Nach einem kurzen Blick durch einen schmalen Seeschlitz in das Innere der Zelle öffnete sie die Tür und stieß Cyrus hinein. Er taumelte und stürzte zu Boden. Hinter ihm schloss sich das Schott mit zischendem Geräusch. Es befanden sich drei Männer in der Zelle, die gerade dicht beisammen saßen und sich offenbar miteinander unterhielten. Einer löste sich aus der Gruppe, um Cyrus aufzuhelfen. Er war der älteste der drei und hatte bereits einige graue Haare. Er ist nicht gerade ein Hotel, scherzte er. Cyrus gelang es nicht, mit einer spaßigen Bemerkung zu kontern, obwohl ihm schon eine passende Erwiderung auf seiner verletzten Zunge lag. Nicht über das Essen klagen, bemerkte einer der Flats, der neben seinem Kumpel auf dem Boden hockte. Ein junger Mann mit blondem Bürstenschnitt. Wir werden noch bereuen, uns Probleme gemacht zu haben. Cyrus nickte. Ich hoffe, wir bleiben nicht lange. Er verstand seine eigenen Worte kaum und es tat weh, zu sprechen. Welches Schiff? fragte der dritte, ein kapulenter Mann mit Glatze. Ach, hast ihn doch erst mal, wandte der Ältere ein und forderte Cyrus auf, sich zu ihnen auf den Boden zu setzen, um das vertrauliche Gespräch vorzusetzen, das sie gerade unterbrochen hatten. Die Männer legten die Arme um seine Schultern und der Junge mit dem Bürstenschnitt fing mit dem Summen an. Ein durchdringender tiefer Brummton, der alle Worte überdecken sollte, die gesprochen wurden. Nochmal begann der Glatzkopf von Neuem. Welches Schiff? Cyrus musste nicht vorgeben, Schmerzen beim Sprechen zu haben. Die Lippen zu bewegen war fast unmöglich. Das gab ihm immerhin etwas Zeit, sich an den Namen des Schiffes zu erinnern, den ihm der Anführer der Flitz zuvor genannt hatte. Hardish, murmelte er schließlich. Seid einfach abgehauen, meinte der Glatzkopf verärgert. Kann ich Sondas ist schon immer ein Feigling gewesen. Sondas hat Verluste vermieden, verteidigte der Ältere der Gruppe den Captain. Das kann man von Brent und Moody nicht behaupten. Wir lassen gerne mal jemanden für sich bluten. Ich glaube nicht, dass Brent nach uns suchen wird. Cyrus nickte und merkte sich die Namen der Captains. Spielt ja keine Rolle mehr. Der Glatzkopf runzelte verärgert die Stirn und zischte durch die Zähne. Wenn es stimmt und wir hier nicht von Chester wegkommen, sind wir ohnehin geliefert. Das klang ernst. Cyrus war ganz ohr. Das stimmt leider, sagte der Alte. Die Cayman wollen einen Ausgleich für ihre Verluste. Sie schicken ein großes Schiff her, um Chester abzuernten. Wir werden nicht zwischen uns und anderen unterscheiden. Bin mir sicher, die Hydro hat bereits ohne uns abgelegt, um den Käfern nicht unnötig in die Quere zu kommen. Und die Hades auch. Wir sind also auf uns allein gestellt. Cyrus jagte einen Schauer über den Rücken. Wir kommen hierher? Der Blonde signalisierte mit Handzeichen, dass er Luft holen musste. Dann summte er wieder vor sich hin. Wir werden alles platt machen, fuhr der Glatz Kopf fort. Sie schicken ihre Hunde aus und vielleicht bekommen wir sogar mal die Cayman selbst zu Gesicht. Das wär mal was. Es dürfte kein Vergnügen werden, gab der Alte zu bedenken. Ah, wäre gut, wenn wir bis dahin wieder ein eigenes Schiff hätten. Dafür dürfte die Zeit nicht ausreichen. Der Ältere schürzte die Lippen. Wir müssen darauf vertrauen, dass die Piraten zurechtkommen, wenn es losgeht. Und hoffen dann einfach, dass sie uns nicht über Bord werfen. Cyrus überwand seine Schmerzen. Wir sollten sie warnen. Der Glatz Kopf knurrte Cyrus an. Dann können wir uns gleich eigenhändig die Kehle durchschneiden. Wir sollten vielleicht allem seinen Lauf lassen. Unter Umständen lassen uns die Cayman ja in Ruhe, wenn sie sehen, auch die Schiffe der Flotte angreifen könnten, um sich einen Ausgleich für die entgangenen Lieferungen zu verschaffen. Cyrus versuchte aus dem Gespräch seine Schlüsse zu ziehen. Sollte das alles heißen, die Flotte hätte ein Abkommen mit den außerirdischen Schlechtern? Aber keine Sorge, beschwichtigte der Alte. Wenn das Chaos ausbricht, stehen unsere Chancen gar nicht schlecht. Ich bin geschickt darin, Cyrus wollte zuerst widersprechen, doch stattdessen wischte er sich mit dem Ärmel über die blutigen Lippen. Man brauchte ein Passwort, damit die Kämen nicht angreifen. Er machte eine bedeutungsschwere Pause. Das lateinische Wort für Flüchtling. Lanius kam es Cyrus in den Sinn, er behielt es aber für sich. Hat sich irgendein sentimentaler Spinner im Flottenkommando ausgedacht? Cyrus gingen die Nerven durch. Er musste diese Informationen an Perk weitergeben, so schnell wie möglich, noch ehe die Kämen eintrafen. Er beschloss, die Komödie zu beenden, löste sich aus der Umarmung der Gruppe und sah sich nach versteckten Kameras und Optiken um. Wie konnte er den Beobachtern Zeichen geben, ihn rauszuholen? Der Junge unterbrach sein Gebrumme. Was ist los? Cyrus machte einige alte. Nein, sieht nicht so aus. Der Glatzkopf zog einen dünnen silbrigen Draht aus dem Kragen seiner Jacke. Der gehört nicht zu uns. Sei's drum, er wird gleich bluten. Der Blonde sprang auf und war im nächsten Moment mit seinen Fingern an Cyrus Kehle. Ich kriege ihn zuerst. Cyrus taumelte gegen das Schott und schweih. Der Glatzkopf packte seinen rechten Arm, in den Bauch. Cyrus spürte, wie sich der Glatzkopf auf seinen Rücken kniete. Der Mann legte gerade den Draht um Cyrus Hals, als er das Zischen der Türmechanik hörte. Das Gewicht des Fläht drückte ihm die Luft aus der Lunge. Cyrus wurde schwarz vor Augen. Dumpf vernahm er Geschrei, das Trampeln von Stiefeln, dann ein Schuss. Der schwere Mann sackte leblos auf Cyrus Rücken zusammen. Die Last des schlaffen Körpers drückte ihm weiter die Luft aus der Brust. Ein weiterer Schuss krachte und die Energiesalvente lud sich funken sprühend an der Wand. Dann wurde es still um Cyrus und dunkel vor seinen Augen, bis endlich jemand den toten Körper von ihm herunter zerrte. Erneut wurde Cyrus unsanft gepackt und aus der Zelle geschleppt. Nach und nach kehrte das Bewusstsein zurück. Zwei Männer hielten ihn fest, sodass er Alina in die Augen sehen konnte. Der Anblick entschädigte ihn ein wenig für die Umstände. Das ist ziemlich schnell gegangen. Alinas Stimme und Miene zeigten ihre Erwartung an, Cyrus müsse etwas wirklich Wichtiges zu Tage gefördert haben. Bist du ein Talent im Streit suchen oder hast Er kriegte er mit schmerz verzerrtem Gesicht. Dann kann ihm ein Schiff angreifen. Arinos Blick wanderte zwischen Cyrus und den beiden Flats hin und her, die auf dem Boden lagen und gerade gefesselt wurden. Haben die das behauptet? Ja, antwortete Cyrus und sabberte roten Speichel. Und auch wie man entkommt. Der alte Flat lachte. Sag es Ihnen, Junge, aber das ist noch nicht seine Worte genau zu artikulieren. Man muss den Kaman das lateinische Wort für Flüchtling übermitteln. Dann lassen sie einen durch. Lanius? fragte Alina ungläubig. Das ist alles? Ja, das ist alles. Sie stemmte die Hände in die Hüften. Und auf welcher Frequenz? Cyrus zögerte. Das hatte er nicht herausbekommen. Hätte er nicht die Nerven verloren, würde er vielleicht auch diese Information herausgefunden haben. Ich würde alle Frequenzen versuchen. Einer der Piraten hinter Alina lachte verächtlich auf. Alle Frequenzen? So ein Idiot. Ihr kommt hier nicht ohne uns weg, sagte der leicht ergraute Flett. Ich schlage euch einen Handel vor. Alina trat an den Mann heran. Ich wäre zu einem Handel bereit, wenn du mir meinen Kumpel wieder bringen kannst. Er wurde von euch entführt vor einigen Tagen. Sag mir, wo ich ihn finden kann und ich erfülle dir einen Wunsch. Der Flett schwieg. Offenbar gingen seine Kompetenzen nicht so weit, dass er Alinas Forderung nachkommen konnte. Sie wandte sich an einen ihrer Männer. Sagt dem Käpten der Zora, sie sollen jemanden schicken, ihren Mann abzuholen und teilt Black mit, dass wir als man Cyrus wegbringen wollte, riss er sich aus dem Griff eines der Piraten los. Ich bleibe, sagte er mit schmerzverzerrtem Gesicht. Ich muss das auch wischen. Du gehst jetzt nach Hause, Alina grinste breit. So wie ich den alten einschätze, kann das jetzt etwas dauern. Kontakt ihr mich später deswegen. Sie folgte ihren Männern in die Zelle und schloss das Schutt. Kapitel sein. Perk schickte Dominic in einem Zweimann gleiter los, um Cyrus abzuholen. Jetzt saß dieser neben ihm und sah übel aus. Als Dominic fragte, was passiert sei und wer Cyrus so übel zugerichtet hatte, antwortete dieser mit einem gestammelten Rorsch das in Dominics Ohren wie Boffnell klang. Cyrus unterstrich seine Worte mit heftigen Gesten, die Eile andeuten sollten. Immer Da ist ein Erste-Hilfe-Sitz unter dem Sitz, sagte Dominic und steuerte den Gleiter durch die Häuserschluchten. Cyrus fischte es umständlich hervor und versorgte sich mit Saugkompressen, die er sich unter Schmerzen in den Mund schob, bis er wie ein Hamster aussah. Zuletzt brach er eine Nadelampulle auf und setzte sich eine Injektion in den Arm, um die Schmerzen zu lindern. Warum haben die das gemacht? Dominic sah keinen Grund, warum man Cyrus das hätte antun müssen. Brisante Informationen besaß er nicht. Das hätte den Piraten klar sein müssen. Was sollte ein Kadett schon wissen? Hast du sie irgendwie provoziert? Cyrus tippte auf dem Display seiner Konsole herum und auf Dominics Bildschirm erschien ein kurzer Text. Äh, was? Die Cayman werden Chester angreifen? Dominic musste den Satz zweimal lesen. Es hatte nie irgendwelche direkten geplanten Angriffe auf menschliche Einrichtungen gegeben, weder von Seiten der Cayman noch der Akato. Alles, was bislang an Katastrophen geschehen war, konnte man als kollateral bezeichnen. Wann soll das passieren, wollte Dominic wissen. Jederzeit war das nächste Wort, das auf dem Bildschirm erschien. Eine weitere Zeile leuchtender Buchstaben wurde sichtbar. Flieg schneller, mit drei Ausrufe Zeichen. Dominic drückte den Schubhebel nach vorn. Er war nun doch ein wenig beunruhigt. Wenn das so sicher ist, sollten wir das dem Käpt'n sofort mitteilen. Dominic kontaktierte die Zora und verlangte Käpt'n Perk zu sprechen. Es ist wichtig, knurrte er, als ihn der Kommunikationsoffizier nicht gleich durchstellen wollte. Schließlich meldete sich hörrisch und misstrauisch, was nicht weiter verwunderlich war, wenn man bedachte, welche Unruhe Cyrus und Dominic in die Mission der Zora gebracht hatten. Von den Flats, wiederholte Dominic die Worte, die Cyrus getippt hatte. Hat einen heftigen Preis dafür gezahlt, ergänzte Dominic. Deswegen kann er gerade nicht sprechen. Ich lese seinen Text. Ein Fall für die Krankenstation? Definitiv, Sir. Er kann von Glück sagen, gab Perk zurück. Und sie auch, Porter. Aber wie kommt er dazu, mit den Flats zu quatschen? Wieder berichtete Dominic, was er auf seinem Schirm lesen konnte. Einige Flats wurden verhört. Er war dabei, hat diese Informationen von ihnen. Wir legen unverzüglich ab, wenn sie wieder an Bord sind, sagte Perk und beendete die Verbindung. Cyrus hob den Daumen. Wir sind ein gutes Schirm, stammelte er. Dominic hatte gerade den Stadtrand erreicht, als ein Signal von der Zora eintraf. Es war Roslin, der sich meldete, als Dominic den Kanal öffnete. Die Cayman sind eingetroffen. Er klang gehetzt. Eine Kralle ist in der Nähe in den Normalraum gewechselt. Sie wird Chester rammer. Sollten wir den Kontakt zu ihn verlieren, bleiben Sie beim Gleiter. Wir schicken ein Team. Kaum hatte er das gesagt, trudelten brennende Trümmer und eine ganze Hausfassade in Dominics Flugbahn. Er wich aus und jagte zwischen den Häusern der Stadt hindurch. Das Fahrzeug wurde von einem großen Teil getroffen und trudelte abwärts. Dominic versuchte einen Absturz zu verhindern, aber der Gleiter verlor mehr und gelang es, den Sturz der Maschine abzufangen und die Flugbahn einigermaßen zu stabilisieren. Er steuerte den Gleiter aus der Stadt hinaus und flog auf ein Gebiet in der Peripherie zu, das wie ein großer Park aussah. Cyrus krallte sich in die Armlehnen, während der Boden schnell näher kam. Angestrengt starrte er auf die Bäume, denen der Gleiter entgegenstürzte und stotterte irgendetwas Unverständliches. Dominic zündete die Bremsraketen. Das Fahrzeug streifte einige Baumwipfel, geriet abermals ins Trudeln, krachte mit Getöse durch die Äste und gerub sich in das hohe Gras am Rand eines Wäldchens. Der Aufprall war hart und die Haltefelder drückten Cyrus und Dominic fest in die Sitze. Die Sicherheitsvorrichtung dämpfte zwar den Schlag, der durch den Temperaturen und eine dichte Staubwolke begann den Gleiter einzuhüllen. Dominic brauchte einige Momente um die Situation zu verarbeiten. Als er wieder bei klarem Verstand war, drückte er den Schalter für den Peilsender. Zufrieden vernahm er ein pulsierendes Summen, welches anzeigte, dass das Gerät unbeschädigt geblieben war. Wie geht's dir? fragte Cyrus, der in seinem Sessel zusammengesunken war. Ich fliege das nächste Mal, deutete Dominic das Gestammel seines Kameraden. Dir geht's gut, winkte Dominic ab und betätigte erfolglos den Türmechanismus. Du solltest öfter Prügel beziehen. Inzwischen stieg Qualm von der Konsole auf. Funken knisterten in der Elektronik. Mach hier, ließ sich Cyrus durch die Kompressen in seinem Mund vernehmen. Ah, raus hier, berichtigte Dominic. Er betätigte die Sprengverschlüsse am Rahmen der Kanzel und klappte das gewölbte Glas nach oben. Aus einem Fach unter dem Sitz förderte Dominic einen leichten, chromglänzenden Raumanzug zutage. Im Grunde nur ein Thermoanzug, der nicht für lange Weltraumaufenthalte gedacht war, aber bestimmt gegen die Kälte helfen würde, die dabei war, sich auszubreiten, der Meer von Chesters Atmosphäre ins Allentwich. Cyrus war auf die gleiche Idee gekommen und kletterte umständlich mit einem eigenen Raumanzug unter dem Arm aus dem zerstörten Gleiter. Dominic griff nach einem Gewehr und einer Pistole an der Rückwand der Kanzel über den Sitzen und löste beide Waffen aus den Halterungen. Eilig schwang er die Beine über die Konsole und glitt über die gewölbte Schnauze des Gleiters ins Freie. Es fühlte sich seltsam an, als seine ändert. Nicht viel, lediglich um einige wenige Prozent, aber es war spürbar. Die Rotation des Habitats kam zum Stillstand. Dominic blickte nach oben und sah das Cayman Schiff, dessen gewaltige silbrige Struktur sich durch die Hülle der Station gebohrt hatte. Wie die Zacken einer riesigen metallenen Gabel ragten sie zwischen den Häusern hervor. Eine wirbelnde schwarze Wolke stand über den Dächern der Stadt und spuckte rauchende Trümmer aus, die in den Raum zwischen den Turmspitzen der gegenüberliegenden Städte trudelten. Das Cayman Schiff feuerte blitzende Salven in das Häusermeer, aus dem Dominic und Cyrus gerade gekommen waren. Flammen schlugen dort in die Höhe und Feuerbälle blähten sich auf. Dominic hielt sich am Gleiter fest. Die künstliche Gravitation schwächte sich weiter ab. Ein kleiner Sprung würde genügen und es konnte eine Weile dauern, bis man wieder die Füße auf den Boden bekommen würde. Auch die Temperatur begann nun deutlich zu fallen, während die Atemluft dünner und dünner wurde. Wind kam auf und wirbelte Staub in die Höhe. Dominic wusste, dass der scheinbar zarte Stoff des Raumanzuges sehr strapazierfähig war, dennoch schlüpfte er mit großer Vorsicht hinein. Er durfte nicht riskieren, ihn zu beschädigen. Er stülpte sich die Kapuze über und setzte die Atemmaske mit dem getönten Visier vor das Gesicht. Noch war es nicht nötig, die Sauerstoff Versorgung einzuschalten. Er konnte durch den Filter atmen. Cyrus sagte etwas, das auch durch die Sprechvorrichtung nicht klar zu verstehen war. Dominic sah ihn auf der anderen Seite des Geleiters. Er hielt ein dünnes, glänzendes Arasi-Seil in den Händen, das er aus einer kleinen Rolle am Werkzeuggürtel seines Anzuges hervorgezogen hatte. Auch ihm war natürlich nicht entgangen, dass sich die Schwerkraft verringerte. Wir machen die Kabel vorne am Abschlepphaken fest, sagte Dominic, öffnete eine kleine Klappe am Bug des Fahrzeuges und befestigte die Karabiner der Arasi-Seile an der Vorrichtung, die darunter zum Vorschein kam. Kaum war das geschehen, schrillte ein helles Pfeifen durch die Luft. Cyrus und Dominic hoben beinahe gleichzeitig die Köpfe. Einige glänzende Objekte, spitz und schlank wie Pfeile, schossen auf sie zu. Ein paar von ihnen verschwanden zwischen den Türmen, die den kleinen grünen Park umgaben, ein anderes jedoch ging mit lautem Krachen hinter einer Gruppe von Bäumen nieder. Die Druckwelle des Einschlages ließ die Stämme bersten, schleuderte Erde in die Höhe und fegte das Laub von den Ästen. Dominic und Cyrus warfen sich besorgte Blicke zu. Cyrus sagte etwas. Streuner. Ich hoffe auch, es sind Streuner, antwortete Dominic. Angesichts des fremdartigen Schiffes zweifelte er jedoch daran. Dominic betrachtete das Gewehr in seinen Händen. Dann warf er Cyrus seine Pistole zu, der sie kritisch betrachtete, nachdem er sie aufgefangen hatte. Es war kein zweites Gewehr da, entschuldigte er sich. Cyrus wog die Waffe in seine Hand. Er hat noch nicht lange halten können, murmelte er. Behalt die Nerven, sagte Dominic und versuchte nicht wie ein Ausbilder zu wirken. Genau zielen, Verschwende keine Munition. Ich dachte, ich ballere ein bisschen rum. Gab Cyrus zurück. Die Worte waren jetzt einigermaßen verständlich. Na so, zum Spaß. Gut, dass es dir wieder besser geht, stellte Dominic halb zynisch, halb nüchtern fest. Er bemerkte eine Bewegung zwischen den Bäumen, legte das Gewehr an, ging in die Hocke und spähte durch den Zielmonitor. Einige Sekunden konnte er lediglich den Staub sehen, der sich nur langsam lichtete und Blätter, die als Wolke in der zunehmenden Schwerelosigkeit taumelten. Doch schließlich traten die Invasoren aus dem kleinen Wäldchen hervor. Es waren fünf oder sechs und es handelte sich nicht um Streuner. Die Kreaturen waren von eindeutig insektuider Gestalt und gingen auf zwei Beinen. Sie trugen glänzende Panzer, die einige Körperpartien schützten, andere jedoch unbedeckt ließen. An diesen Stellen glänzten schwarze Hornplatten. Dominic erkannte zwei Paar Arme, von denen eines auf den ersten Blick verkümmert aussah. Die Köpfe saßen auf kurzen Hälsen. Bündel von Fühlern oder Tentakeln wuchsen aus den Schädeln und verliehen den Wesen das Aussehen von Fangheuschrecken mit bizarren Löwenmähnen. Cyrus meldete stockte der Atem beim Anblick der Invasoren. Das ist unglaublich, hauchte er. Ich hoffe, die bemerken uns nicht. Inzwischen bewirkte die schwache Gravitation, dass sich seine Füße vom Boden lösten. Auch Teile des Untergrundes begannen zu schweben und sogar der Gleiter geriet in Bewegung. Unterdessen war der ganze Trupp der Cayman aus dem Wäldchen getreten. Langsam kamen sie auf Dominic und Cyrus zu. Allerdings schienen sie die beiden Menschen im hohen Gras noch nicht entdeckt zu haben. Ich brauch ein Gewehr, stammelte Cyrus und duckte sich tiefer ins Gras. Großes Gewehr. Dominic wollte nicht die Aufmerksamkeit der Cayman erregen, indem er einen Schuss riskierte. Das Gewehr verfügte zwar über einen winzigen Raketenwerfer, aber die Ladezeit zwischen den einzelnen Salven dauerte zu lange, um sich mit dieser gut gerüsteten Schur von Cayman anzulegen. Es wäre fatal, würde er auch nur einen von ihnen verfehlen. Jede der kleinen Raketen musste treffen und er besaß nur fünf davon. Angestrengt spähte Dominic durch das Zielgerät. Der Staub verzog sich und er sah das Fahrzeug der Cayman zwischen den Bäumen. Eine große Luke an dessen Seite stand offen und gewährte ihm einen Blick ins Innere. Es war schwer, aus der Anordnung skurrile Apparaturen und Maschinen darin schlau zu werden. Aber er hatte den Eindruck, als würde er in eine Waffenkammer stören. Zumindest glaubte er Granaten zu erkennen, die in den Wänden verstaut waren. Als ihn eines der Wesen schließlich entdeckte, musste er reagieren und aktivierte den Raketenwerfer. Ein bleistiftdünnes Geschoss rastete in den Werfer ein. Dominik feuerte es ab. Die kleine Rakete zeichnete eine helle Spur in die Luft, flog zwischen den Reihen der Cayman hindurch und schlug im Inneren des Schiffes ein. Es folgte eine dumpfe Explosion innerhalb des Cayman Schiffes. Flammen schlugen aus dem Schott und dicker Rauch quill heraus. Der Überraschungsmoment wehrte jedoch nur kurz. Die Cayman legten ihre Waffen an und mehrere Schüsse trafen den Gleiter. Trümmer flogen umher und Metallsplitter zischten Dominik um die Ohren. Es gelang ihm immerhin eine weitere Rakete zu laden und abzufeuern. Einer der Angreifer wurde getroffen und von der Detonation zerfetzt. Die anderen kamen unaufhaltsam näher, während der Gleiter allmählich in die Höhe stieg. Jeder Schuss wirkte wie eine Treibladung, die das kleine Wrack nach oben beförderte. Die Haltekabel, die Cyrus und Dominik mit ihm verbanden, spannten sich allmählich. Die Cayman machten sich einen Spaß daraus, dem Fahrzeug weitere Treffer zu versetzen, das dadurch auch weiter davon driftete und die beiden Menschen hinter sich herzog. Es trieb höher und höher wie ein bizarrer zerfetzter Heißluftballon, an dem seine ehemaligen Passagiere an ihren Haltekabeln herabbaumelten. Cyrus fluchte und schimpfte, er feuerte einige ungezielte Salven ab und Dominik tat alles, um die Cayman irgendwie ins Visier zu bekommen. Vergeblich. Je mehr er es versuchte, umso heftiger geriet er ins Trudeln und verhedderte sich in seinem Arasi-Kabel. Die Cayman nahmen Cyrus und Dominik unter Feuer, aber viele der summenden Energiegeschosse gingen daneben. Eines streifte Dominiks Anzug am Bein. Kalte Luft drang durch den Riss ins Innere. Ein weiterer Schuss versenkte das Visier. Der Geruch von verbranntem Kunststoff stieg beißend in seine Nase und trieb Tränen in seine Augen. Das Gewehr entglitt seinen Fingern. Er griff danach, aber es wirbelte bereits davon. Ein Energieblitz traf die Waffe und sie zerbarst in eine Wolke aus glühenden Splittern. Ein guter Schuss. Dominik wurde klar, dass die Cayman ihn und Cyrus jederzeit hätten töten können. Aber den Insektuiden Kreaturen bereitete es offenbar Vergnügen, ihren Opfern Zeit zu geben, sich ihr Schicksal auszumalen. Cyrus gab seine letzten wirkungslosen Schüsse ab, dann warf er die Pistole weg und murmelte leise vor sich hin. Es klang als würde er beten. Dominik hatte schon lange nicht mehr gebetet. Er hatte irgendwann einfach damit aufgehört. Es fiel ihm schwer zu sagen, wann genau das war. Aber jetzt verspürte er den unwiderstehlichen Drang erneut damit anzufangen. Er sah auf die Cayman hinunter, die im grünen Gras standen und ihre Waffen auf ihn anlegten. Die nächsten Schüsse würden nicht fehl gehen. Das Spiel war vorbei. Dominik rechnete jeden Moment damit, von zahllosen Geschossen durchlöchert zu werden, als das Schiff der Cayman zwischen den Bäumen explodierte. Die Druckwelle zerschmetterte die Insektoiden und der gewaltige Feuerball verbrannte, was von ihnen übrig war. Die Schockwelle trieb das Wrack des Gleiters jedoch weiter in die Höhe. Der kleine Park, in dem sie einige grünen Fleck zusammen. Dicht neben der Fassade eines der großen Türme ging es weiter und weiter hinauf, der unsichtbaren Drehachse des Habitats entgegen. Dominik konnte Menschen sehen, die aus dem Turm zu fliehen versuchten. Sie schlugen Scheiben ein, deren Bruchstücke sich zu glitzernden Nebelschwaden aufblähten. Die Menschen schwebten nach draußen und zappelten hilflos neben Betonbrocken und geborstenem Stahl in der dünnen Luft. Dominik erkannte, dass weitere Cayman-Schiffe in die Stadt eindrangen. Pfeilförmige Schiffe, die wie Projektile in die Fassaden der Häuser oder in die Straßenzüge einschlugen. Er beobachtete große zangenförmige Fahrzeuge, die wie Miniaturausgaben des gewaltigen Schiffes aussahen, das die Chester-Station gerammt hatte. Sie landeten zwischen den Häusern und entließen Schwärme von gerüsteten Cayman-Kriegern, die sich inmitten der Stadt bewegten, als herrscher normale Gravitation. Cyrus fluchte. Wie Dominik ihn verstand, glaubte er, sie würden bis in alle Ewigkeit über den Dächern von Chester herumschweben und dann langsam erfrieren oder verhungern. Dominik fragte sich, ob der Notfallsender des zerschossenen Gleiters noch Signale aussandte. Und selbst wenn das der Fall war, zweifelte er daran, dass Perk ein Bergungsteam losschicken würde, um sie zu retten. so schlechter fühlte er sich. Cyrus fluchte ihn das weiter, zwischendrin schien er wieder zu beten. Auch Dominik sandte eine kurze Bitte an den Schöpfer, wer immer das auch war und wie immer er heißen mochte. Inmitten einer Wolke aus Trümmern und Staub trieben Cyrus und Dominik neben dem Gleiter dahin, wie Satelliten um einen geborstenen Planeten. Dominik begann zu frieren und er versuchte den Riss mit einigen Klebestreifen aus dem Reparaturset an seinem Gürtel zu flicken. Es gelang ihm kaum. Seine Finger fühlten sich bereits taub an. Schließlich hörte er Cyrus schreien. Der deutete nach oben. Dominik war so mit der Reparatur seines Raumanzugs beschäftigt gewesen, dass er das Bergungsschiff nicht hatte kommen hören. Ein wuchtiges Ding mit allerlei Greif- und Schleppvorrichtungen. Es schwebte mit geöffneter Seiten Luke Näher. Darin ein Team von fünf oder sechs Männern bereit Cyrus und Dominik an Bord zu holen. Das Bergungsschiff war ohne Begleitschutz aufgebrochen. Die einzige Möglichkeit zur Verteidigung boten die beiden Kanoniere an den Bordwaffen an Bug und Heck des Schiffes. Sie würden den Cayman jedoch kaum etwas entgegenzusetzen haben, sollten diese das Rettungsteam angreifen. Endlich setzten sich die Greifer in Bewegung, ergriffen die hilflosen Soldaten und holten sie an Bord. Während sich ein Mediziner um Cyrus kümmerte, sah Dominik angestrengt auf das Chaos hinab, das sich in Chester ausbreitete. Mit Bangen richtete er dann seinen Blick in die Höhe, wo die Ramsporner des Cayman Schiffes in das Habitat ragten. Jeden Augenblick konnte eines dieser riesigen Schiffe auf sie herabstürzen und sie vom Himmel holen. Das Schott des Bergungsfahrzeuges schloss sich und Dominik wurde auf eine Liege gelegt. Nachdem der Arzt Cyrus versorgt hatte, kümmerte er sich kurz um Dominik und konnte ihm versichern, ein ziemlich zäher Bursche zu sein. Dominik hoffte, dies nicht sobald wieder unter Beweis stellen zu müssen. Kapitel 17 Dominik und Cyrus kehrten sicher auf die Zora zurück und das Schiff legte ab. Die Zora gehörte zu den schnelleren Schiffen der Heimatflotte. Sie gewann rasch an Distanz zum Chester Habitat. Als Dominik das Bergungsschiff verließ, konnte er durch einen Seeschlitz im Schott des Haupthangers einen Blick zurück auf die Station werfen. Erst jetzt vermochte er die Größe des Cayman Schiffes zu erkennen, das wie ein riesiger zweizackiger Spieß im röhrenartigen Druckkörper des Habitats steckte. Weitere Cayman Klingen schlugen in die Station ein. Dominik hörte, wie der Schiffsarzt mit Cyrus zu schimpfen begann, den sie auf seiner Liege aus dem Fahrzeug schoben, um ihn auf die Krankenstation zu bringen. Ein Assistent drückte den Kadetten auf die Liege und der Doktor verpasste ihm eine Injektion mit der Nadelpistole. Das wird sie ruhig stellen, brummte der Doktor. Cyrus gab nicht auf, er wandte sich und versuchte aufzustehen. Der Arzt bereitete eine weitere Injektion vor, da packte Dominik ihn am Handgelenk. Was erlauben sie sich Rekrut? Dem Mediziner stieg die Zornas röte ins Gesicht. Noch so eine Unverschämtheit und ich lasse sie unter Arrest stellen. Er muss keinen Streit geben. Sollte Cyrus tatsächlich nützliche Informationen haben, konnte er es nicht riskieren, dass man ihn in eine Zelle steckte und sediert auf der Pritsche festschnallte. Perk hat uns auf eine Mission geschickt, log Dominik. Die Informationen müssen jetzt auf die Brücke. Sofort. Ach, Kauditten, hustete der Doktor verächtlich. Als Spione, wer denkt denn an sowas? Niemand, antwortete Dominik. Ich kenne Perk schon lange, er muss bei ihm stets auf Überraschungen gefasst sein, aber solche Dummheiten hat er bisher noch nicht gemacht. Der Alarm schrillte los. Lassen Sie Cyrus gehen, beharrte Dominik. Mit der Sedierung, die ich ihm verpasst habe, geht er keine zehn Meter weit. Beeilen Sie sich. In ein paar Minuten wird er sich ins Reich der Träume verabschieden. Auf der Brücke herrschte Aufregung. Vor dem Fenster konnte Perk drei helle Punkte ausmachen, die in der Bahn der Zora lagen. Ein Blick auf einen der Bildschirme offenbarte, dass es sich um weitere Cayman klingen handelte. Diesmal befanden sie sich jedoch auf Abfang Kurs. Sie wollten Beute machen. Perk stand vor dem Frontfenster und erteilte Befehle an seine Offiziere, als Porter und Corrin den Kommandostand Was wollen Sie hier? blaffte er die beiden an. Gehen Sie sofort auf Ihre Station. Sir, erwiderte Dominic. Cyrus hat eine wichtige Information. Sie haben uns genug Schwierigkeiten gemacht, sagte Perk. Tun Sie Ihre Pflicht und machen Sie Ihre Arbeit an der Schützenlinie. Cyrus hielt Dominic seinen Handcomputer vor das Gesicht. Buchstaben leuchteten auf dem Display. Porter hatte es offenbar schwer, den Satz zu entziffern. Es gibt ein Codewort, mit dem wir durch die Blockade kommen, sagte Dominic zu Perk, nachdem er den Sinn der Worte erfasst hatte. Perk musterte die beiden Kadetten wie zwei Schuljungen, die eher eine Bestrafung verdienten, anstatt ihnen das Ohr zu leihen. Cayman schwärmen aus, tönte die Stimme des Navigators durch den Raum. Ruslan musterte Corrin und Porter abschätzig, wenn das ein Scherz ist. Cyrus schüttelte den Kopf, tippte auf seinen Handcomputer und Dominic las. Es wurde gewiss immer schwieriger zu begreifen, was Cyrus schrieb. Der Junge mit dem blauen Irokesenkamm wurde zusehends schwächer. Es geht um ein Passwort, mit dem wir an den Cayman vorbeikommen, teilte Porter schließlich mit. Und wie lautet es? Wollte Ruslan wissen. Und woher hat Junge? Wieder las Dominic vor. Lanius, es muss den Cayman übermittelt werden, dann lassen sie uns durch. Perk hätte nur zu gerne gewusst, aus welcher Quelle Corrin seine Informationen hatte. Haben sie ihre Informationen von den Piraten? Wieder tippte Cyrus. Er wurde immer schwächer und allmählich fielen ihm die Augen zu. Von den Flats las Dominic. Perk blieb skeptisch. Sollen wir das Wort auf die Scheibe kritzeln? schaltete sich Roslin in das Gespräch ein. Damit die Käfer es lesen können. Kontaktieren sie die Triss, las Dominic vor. Perk bildte einen entsprechenden Befehl durch den Raum und der Funker begann eine Verbindung zur Triss herzustellen. Der Mann zögerte. Es bereitete ihm augenscheinlich Unbehagen, das Piratenschiff erneut zu kontaktieren. Auch Perk würde Gerüchte über den Kontakt zu den Piraten geben. Inzwischen beschleunigten einige der Schiffe, denen zusammen mit der Zora die Flucht vom Chester Habitat gelungen war. Sie zogen an der Zora vorbei. Perk war klar, dass sie in ihr Verderben flogen. Es dauerte eine Ewigkeit, bis sich jemand auf den Funkspruch der Zora meldete. Der zentrale Holoprojektor generierte das Bild einer Frau. Es handelte sich um die Piratin, die Coron Porter gefangen genommen und in den Club gebracht hatte. Sind sie in der Klemme? Eröffnete die Piratin mit übertrieben besorgt im Unterton. So kann man es sagen, antwortete Perk. Es geht um das Passwort und wie wir es an die Cayman übermitteln können. Die bauen gerade eine Blockade auf. Was ist ihnen diese Information wert? aber er wollte auch keine Zeit mit Verhandeln verlieren. Was wollen sie? Dasselbe was Blake von ihnen wollte. Die Frau war nicht der Käpt'n der Triss. So viel wusste Perk bereits. Aber McIntyre schien viel Vertrauen in sie zu haben. Andernfalls hätte er ihr nicht sein Schiff überlassen. Sie besaß offenbar viel Autorität und bestimmt spielte sie mit dem Gedanken, sich irgendwann als Kommandant eines eigenen Schiffes selbstständig zu machen. Ich habe Blake schon erklärt, dass meine Befugnisse nicht weit reichen. Perk versuchte seine Worte nicht wie eine Entschuldigung klingen zu lassen. Sie werden einen Weg finden. Dessen bin ich mir sicher, gab die Piratin zurück. Der Käpt'n warf einen Blick auf die näher kommenden Kämern Klingen. Sie eröffneten das Feuer und die Schiffe, die vor wenigen Augenblicken dem Flottenverband vorausgeeilt waren, wurden getroffen. Einige von ihnen vergingen in schillernden Explosionen. Falls die Käfer Gefangene machen wollten, dann sollten sie genauer zielen. Perk widmete sich wieder der Piratin. Sie haben mein Wort. Ich werde ihnen verschaffen, was sie wollen, aber ich kann ihnen keine Sicherheiten bieten, dass es gelingt. Ihr Wort genügt mir vorerst. Black hat eine gute Meinung von ihnen. Die Meinung eines Abtrünnigen und Piraten sollte Perk eigentlich egal sein, aber so war es nicht. Die Frequenz Die Frau genoss Perks Verzweiflung noch einen Moment, bevor sie sagte, keine Frequenz, Lichtsignale, Morsecode. Der Code ist so geheim, dass die Flats in keinem abhörbaren Kanal anvertrauen. Perk runzelte verwundert die Stirn. Ich habe ihr Wort, Captain. Damit erlosch das Hologramm. Perk beschloss, die Übermittlung des Passwortes selbst zu übernehmen und setzte sich in den Kommandosessel. Er aktivierte die Suchscheinwerfer am Bug der Zora und begann den Code zu senden. Wann hast du das zum letzten Mal gemacht? erkundigte sich Roslyn. Das ist schon eine Weile her, gestand Perk. Gut Fester entkommen waren, wurden zerstört. Andere wurden von den kleinen pfeilförmigen Fahrzeugen attackiert, die wie Geschosse in die Rümpfe eindrangen. Perk wiederholte die Nachricht, während weitere Schiffe in Stücke geschossen oder geändert wurden. Noch waren die Cayman Klingen im Sichtfeld der Zora nur als glitzernde Sterne zu erkennen, aber immer mehr Einzelheiten wurden sichtbar, je näher sie kamen. Aber Sommels sendete Perk die Lichtsignale an die Cayman und noch ein Schiff wurde getroffen. Die Lichter erloschen, der Antrieb ging aus, es begann zu driften. Perks Anspannung wuchs mit jedem Meter, den sich die Distanz zu den Feinden verringerte. Die Zora war schon längst in der Waffenreichweite ihrer Feinde, aber noch schwiegen die Kanonen der Invasoren. Niemals zuvor war Perk einem dieser fremdartigen Schiffe derart nahe gekommen. Auch für die Besatzung der Zora musste das eine neue Erfahrung sein. Perk konnte die Angst buchstäblich fühlen, die sich unter den Männern und Frauen der Crew aufbaute. Es herrschte ein angespanntes Schweigen. Nur die Computer piepsten und zirpten leise ihre Signale. Die Zora drang in die Lücke zwischen den Cayman Krallen ein. Perk sah, wie die Flanke eines der gigantischen silberglänzenden Schiffe endlich hinter dem linken Rand des Bugfensters verschwand. Voraus befanden sich jetzt nur noch Sterne. Er gab den Befehl Fahrt aufzunehmen und beobachtete, wie zwei Cayman Klingen im Bildschirm des Heck Monitors zu kleinen Punkten zusammenschrumpften. Erleichterung machte sich breit, vereinzeltes Aufatmen und nachdenkliches Gemurmel. Unwillkürlich fragte sich Perk, was die Besatzung angesichts des ganzen Geschehens denken mochte. Wäre er ein einfacher Soldat an Bord der Zora, würde er sich ebenfalls fragen, was auf Samaria geschehen war, warum es Kontakte zu Piraten gegeben hatte und wie es gelingen konnte, an den Cayman vorbeizukommen. Die Zora war das einzige Schiff, das aus dem Pulk übrig geblieben war, der Chester verlassen hatte, ohne angegriffen oder geändert worden zu sein. Womöglich wäre es das Beste, sich der Mannschaft zu erklären, um Gerüchten vorzubeugen, aber wenn er zu viel Preis gab, konnte das auch nach hinten losgehen. Inzwischen hatte er viele Informationen gesammelt und es würde bald möglich sein, die Hintermänner der Flats in der Flotte zu identifizieren, sofern nichts nach Außendrang, was die Verbrecher warnen konnte. Perk wandte sich Porter und Corrin zu. Porter, sie gehen jetzt in ihr Quartier und bleiben dort, bis ich sie holen lasse, aber bringen sie Corrin zuerst auf die Krankenstation. Roslyn winkte zwei Sicherheitsoffiziere heran, damit sie die beiden Kadetten von der Brücke eskortierten. Perk rieb sich nachdenklich die Stirn, als Porter und Corrin gegangen waren. Die beiden sollten keine Probleme mehr machen. Die Ishida Methode? Ja, die Ishida Methode. Verdammt Porter, schnauzte Roslyn hinter seinem Schreibtisch. Verdammt Corrin, er lag mehr in seinem Sessel vor dem großen Fenster, hinter dem sich das Weltall dehnte, als würdevoll darin zu thronen, wie sich das für einen Offizier gehörte. Was schlagen sie vor, dass ich ihn als Strafe zukommen lassen könnte? Mit den Händen vorschriftsmäßig an der Hosennate ließen Dominic und Cyrus den Ärger des ersten Offiziers über sich ergehen. Weder Porter noch Corrin wagten es, Roslyn direkt anzusehen und verharrten starr in ihrer Haltung. Ich würde sie beide aus der nächsten Schleuse werfen lassen, wenn es nach mir ginge. Der Offizier legte die Fingerspitzen aneinander. Aber es geht ja nach dem Käpten und der hat einen Narren an euch gefressen. Das verstehe wer will. Er holte zwei halbtransparente Folien unter dem Schreibtisch hervor, auf denen das Emblem der Flotte leuchtete. Ein Planet, dem zwei Adlerflügel wuchsen. Ihre Beförderung. Seine Stimme verriet, dass er gerne darüber gelacht hätte, anstatt Dominic und Cyrus zu gratulieren. Glückwunsch für Sie gewesen wäre. Und jetzt stehen sie bequem, sie sehen ja aus wie zwei Vogelscheuchen mit Holzspießen in den Aschen. Dominic und Cyrus lösten sich aus ihrer Starre, brachten aber weiterhin kein Wort hervor. Beiden hatte es gleichermaßen die Sprache verschlagen, aber irgendetwas in Dominic rät ihm, sich nicht zu sehr über die Beförderung zu freuen. Sie war weder angemessen, wenn man die Kürze ihre Laufbahnen als Kadetten in Betracht zog, noch konnte es an irgendwelchen Verdiensten liegen. Sie konnten keine nennenswerten Heldentaten vorweisen, die sich aus einer geplanten Strategie ergeben hätten. Jeder Idiot kann heute einen hohen Rang bekleiden, stieß Ruslan hervor. Natürlich wusste er, was in Dominic und Cyrus vorging und welche Fragen sie sich stellten. Wir machen quasi jeden einen anderen Eindruck zu vermitteln. Ein weiteres Feigenblatt, verhüllen soll, ist tatsächlich um unsere Streitkräfte steht. Tja, er lachte in sich hinein. In der Flotte gibt es genügend Offiziere, die noch schnell ihre Spielsachen in die Ecke räumen müssen, wenn man sie auf die Brücke ruft. Sir, Cyrus wagte dann doch etwas einzuwenden. Wenn ich etwas anmerken darf? sich einen Reim auf gewisse Abläufe machen. Aber das alleine genügt nicht. Man muss wissen, wann man schweigt und abwartet. Das lernt man nur durch Erfahrung und die kann ich ihnen leider nicht mit einer Nuckelflasche geben. Er ließ die Worte seines Vortrags einige Sekunden wirken. Als Offiziere stehen sie jetzt unter dem direkten Kommando des Captains und werden öfter mit ihm zu tun haben, als ihnen lieb sein kann. Er lehnte sich in seinem Sessel zurück. Es war so still im Raum, dass man das Leder des Sessels knirschen hören konnte. Der Offizier ließ erneut einige Momente verstreichen, während er Dominic und Cyrus argwöhnisch betrachtete. Auf diese Weise haben Perk und ich immer einen unmittelbaren Blick auf euch, ließ er die beiden schreiben, wird euch sicherlich sehr gut tun und hilfreich sein, sich jeden weiteren Schritt gut zu überlegen. Und noch etwas, als Kadetten hatten sie eine gewisse Narrenfreiheit. Als Offiziere wird man sie vor ein Kriegsgericht zerren, sollten sie das nächste Mal Mannschaft und Schiff gefährden. Ich rate ihnen also zur Umsicht. Das Erste, was sie tun werden, nachdem sie ihre Quartiere aufgesucht haben, ist ihre Kuscheltiere über Bord zu werfen und sich in das Handbuch für Offiziere zu vertiefen. Morgen um 0600 werde ich sie über die ersten beiden Kapitel abfragen. Ab morgen sind sie ebenso verantwortlich für die Logistik der Schützenrein. Ich bin froh, diesen Bereich delegieren zu können. Sie haben das Spielzeugland verlassen. Willkommen im Fegefeuer von Kompetenz und Verantwortlichkeit. Kapitel Rosefield hatte ein hageres Gesicht mit hohen, deutlich hervorstehenden Wangenknochen. Die breite Stirn und die Geheimratsecken vermittelten einen intellektuellen Eindruck. Hätte er nicht in Uniform gesteckt, könnte man ihn ohne weiteres mit einem Lehrer oder Professor verwechseln. Das Büro im obersten Stockwerk des Gebäudes, in dem das Flottenkommando seinen Sitz hatte, war dunkel. Nur das Licht einer kleinen Schreiblampe verbreitete Züge des Admirals hervortraten. Seine Sorgenfalten waren in den vorangegangenen Monaten deutlich mehr geworden, wie Perk feststellte, und es würden nach dem Gespräch nicht weniger sein, dessen war sich der Käpt'n der Zora sicher. Rosefield wirkte erschöpft und ausgezehrt. Irgendwann hatte der Admiral eine Tui aus der Jacke seiner Uniform hervorgeholt, eine Zigarette entnommen und begonnen sie zu rauchen, während Perk erzählte, was auf Samaria und Chester vorgefallen war. Nachdem Perk seinen Bericht beendet hatte, hatte sich Rosefield in seinem Sessel zurückgelehnt und lange geschwiegen. Der Zigarettenqualm hing unbewegt in der Luft und reizte Perks Augen. Die ganze Zeit überlagen die Gesuche des abtrünnigen Kommandanten und der blonden Piratin auf dem Schreibtisch des Admirals, der sie geflissentlich ignorierte. Er starrte an Perk vorbei und ordnete augenscheinlich die Fakten hinter seiner sorgenvollen Stirn. Natürlich kenne ich Blake, sagte Rosefield endlich. Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, eine Zeit lang sein Vorgesetzter zu sein. Er ist um einiges älter als du, wunderte sich Perk. Blake wurde einmal degradiert, erklärte Rosefield. War dann Captain auf der Lumia, als sich die dritte Flotte befehligte. Und wie es sich anhört, hast du keine gute Meinung von ihm. Er ist ein bornierter, arroganter Kerl, voll fehlgeläuteter Medialismus, ein moderner T. Lawrence, wenn du so willst. Hört sich nach jemandem an, der zwangsläufig auf Abwege geraten musste. Er besaß Talent, seine Vorgesetzten zu brüskieren und gegen sich aufzubringen. Rosefield sog an seiner Zigarette. Öfter als nötig, es war ein steiniger Weg für ihn bis hinauf zum Admiralsrang. Verdammt zäher Bursche, das muss man anerkennen, aber natürlich konnte er sich nicht lange als Flottenkommandant halten. Immerhin scheint er in dieser kurzen Zeit viel geleistet zu haben, meinte Perk. Darüber kann man auch anderer Ansicht sein. Perk wunderte sich über seinen alten Freund, dessen Nüchternheit er sonst so schätzte. Hinter der so offen zur Tage getragenen Abneigung Kommandanten, die standen außer Zweifel. Klingt ziemlich eifersüchtig, wagte Perk anzunehmen. Eifersüchtig? Wer? Ich? Klingt nur so, ich kann mich aber auch irren, winkte Perk ein wenig amüsiert ab. Mit einem Kopfnicken deutete er auf den kristallinen Datenträger, der neben dem Schreiben der Piraten auf der Tischplatte lag. Immerhin hat er eine Menge über die Flats herausgefunden. Ah, das ist richtig, der Satz hörte sich an, als müsse ihn Rosefield hervorwürgen. Ich hatte Stone und Ressler schon lange in Verdacht. Sanders, Brent und Moody? Das hat mich dann doch ziemlich überrascht. Ich kann keine Kommission bilden. Jedenfalls nicht mit nichts weiter als diesen gefilterten Daten aus dem Besitz eines Piraten. Auch wenn ich überzeugt bin, dass es sich um die Wahrheit handelt. Wer außer mir würde den Informationen schon Glauben schenken? Aber immerhin wissen wir jetzt mit Gewissheit, wen wir im Auge behalten müssen. Rosefield nickte bedächtig. Wem vertraust du noch außer mir? Wollte Perk wissen. Außerhalb des Flottenkommandos kaum jemandem. Der Admiral blies eine Rauchwolke in die Luft. Da sind noch Admiral Freud, Woodward und die Castro. Freud hat mich damals ins Vertrauen gezogen. Er war der Erste, der den Gerüchten über die Flats gegeben haben, so wie du sie mir erteilt hast. Rosefield schüttelte den Kopf. So viel ich weiß, nein, aber sicher bin ich mir nicht. Wissen sie denn von mir? Nein, wir haben uns darauf geeinigt, uns gegenseitig so wenig wie möglich von unseren Strukturen zu erzählen, aus Sicherheitsgründen. Du rechnest damit, man könnte euch verhaften und diese Konspiration. Ich rechne mit allem unterbrach Rosefield. Die Verwicklung prominenter Behördenvertreter könnte sich als weitreichender erweisen, als wir es jetzt für möglich halten. Ich will keinen schlafenden Riesen wecken. Jedenfalls nicht jetzt schon. Für einen Augenblick blieb Perk die Luft weg. Er hatte sich schon daran gewöhnt, dass einige der Offiziere der Flottenleitung korrupt waren, aber Rosefield schien von einer weitaus größeren Bedrohung auszugehen. Insofern müsste dir Blake eigentlich zusagen. Er hat immerhin nichts mit der Flotte zu tun und kämpft sogar mit offenem Visier. Und wie ich glaube, ist er gut aufgestellt. Er verfügt über genügend Macht, es mit einem ernstzunehmenden Gegner aufzunehmen. Rosefield sog so kräftig an seiner Zigarette, dass die Glut wie ein kleiner goldener Stern aufleuchtete. Dann auch nahm der Admiral die zwei Schriftstücke mit angewiederter fassen. Er überflog den Text, legte die Papiere dann zurück auf den Schreibtisch und drückte den Zigarettenstummel in den Aschenbecher, der neben der Computertastatur stand. Eine holographische Benutzeroberfläche wurde vertikal über dem Schreibtisch generiert. Perk sah sie von seiner Seite aus spiegelverkehrt, aber er erkannte das Symbol der Flotte darin. Ich werde Freud, Woodward und die Castro überzeugen müssen, murmelte Rosefield mürrisch, während ein Drucker zusammen begann. Aber sie werden mir zustimmen, dessen bin ich mir sicher. Sie haben ihre Methoden, wie die unseren, aber zusammen bilden wir bestimmt ein großartiges Team. Damit schaltete er den holographischen Monitor ab und nahm zwei Kunststoffkarten aus dem Drucker. Er schob sie Perk hinüber. Das kannst du Blake und seiner Freundin geben. Rosefield lehnte sich zurück und verschwand im Halbdunkel aus dem Lichtkegel der Schreibtischlampe. Ich riskiere viel dabei. Ich will hoffen, dass wir damit erfolgreich sind. Perk nahm die Dokumente an sich, die Edward Blake und Alina Morris, die Vollmachten, erteilten sich als Freibeuter zu betätigen und steckte sie in seine Jackentasche. Er würde sie persönlich an die beiden Piraten übergeben, sobald sich die Gelegenheit ergab. Ein weiteres Mal wurde ihm bei diesem Gedanken mulmig zumute. Die Unruhe unter der Mannschaft war angesichts der Begegnung mit den Piraten gewachsen. Ein weiteres Treffen würde das Misstrauen weiter verstärken. Eine ganze Weile herrschte gespannte Ruhe im Büro des Admirals, während die beiden Männer ihren Überlegungen nachhingen. Vor den Fenstern verblasste die Abenddämmerung. Die Lichter von San Francisco leuchteten dafür umso heller. Das geometrische Raster der Metropole zog sich über das hügelige Land im Osten soweit das Auge reichte. Im Westen hingegen zeichnete sich der Ozean als ein unermesslicher schwarzer Schatten ab, auf dem Schiffe ihre einsamen Bahnen zogen. Auch das dunkle Wasser der Bucht stanzte ein Loch in das Meer von Lichtern zu Füßen des Flotten Hauptquartiers. Ich setze darauf, dass Blake hätte nie gedacht, dass ich mich jemals auf so dünnes Eis wagen würde. Ich brauche Beweise, die ich der Regierung zeigen kann und die es rechtfertigen, zwei Piraten Rückendeckung gegeben zu haben, sollte etwas auflegen. Zumindest in dieser Hinsicht hatte Perk ein gutes Gefühl. Blake war fähig. Das war ihm, Roslyn und Rosefield klar. Und er hatte den Willen, die Flets zur Strecke zu bringen. Was hast du den Daten entnehmen können? fragte Perk. Nicht viel, antwortete Rosefield in einer Mischung aus Resignation und einer Spur Irritation. Aber ich habe auch nicht genug Personal, um den wenigen Fakten nachzugehen, die es gab. Es gab einige sehr offensichtliche Informationen, andere sind verborgen. Ich war noch nie gut darin, Verschlüsselungen zu knacken. Dennoch Anvertrauen will ich Missionsziel ausgewählt? Die Brooklyn Kolonie auf dem Mars. Okay, und wen treffe ich dort? Schmuggler, Plünderer, Flats? Keine Ahnung, behauptete der Admiral. Aber ich habe eine Positionsangabe gefunden und es gibt eine Zeitangabe dazu. In etwa 50 Stunden wird da etwas passieren. Ein gewisser Bosskuh soll eine Ladung aufnehmen. Okay, sonst irgendwelche Anweisungen? Rosefield schüttelte den Kopf. Mach, was du für nötig hältst. Ich rechne mit keiner großen Sache, kann mich aber auch täuschen. Für den Anfang allerdings scheint es mir eine gute Wahl, um zu sehen, was Blakes Daten taugen. Wenn wir Erfolg haben, wie auch immer der aussehen mag, kann ich bestimmt weitere Offiziere von unserer Sache überzeugen, die im Augenblick noch zögern. Dann haben wir bald Kapazitäten Woodward mit seinen Schiffen in der Nähe. Und sollte es nötig werden, könnte ich auch die Castro dazuholen. Perk sah das Gespräch als beendet an. Er wollte umgehend auf die Zora zurückkehren, aber Rosefield hielt ihn zurück. Ah, da ist noch etwas, sagte Rosefield. Perk wartete gespannt auf die Ausführungen seines Freundes. Ich denke, dass Blake mehr im Sinn hatte, als er uns diese Daten gegeben hat. Ach ja? Ja. Rosefield steckte sich eine weitere Zigarette in den Mund und zündete sie mit seinem alten Sippo an. Er hauchte eine blaue Dunstwolke aus und begann seine Gedanken zu formulieren, ohne Perk direkt anzusehen. Es war, als spreche er zu einem Unsichtbaren, der sich bei ihm im Raum befand. Als ich zu Beginn T. Lawrence erwähnt habe, führte er aus, tat ich das nicht ohne bestimmten Grund. Ich habe die sieben Säulen der Weisheit gelesen und bin zu dem Schluss gekommen, dass Lawrence ein romantischer und naiver Visionär gewesen ist. Auch intelligent, aber nicht gesellschaftsfähig. Ein Humanist. Auf seine Weise, natürlich. Im Krieg erfolgreich, im zivilen Leben dagegen. Rosefield könnte sich eine Pause in seiner Rede, die Perk für eine Zwischenbemerkung nutzte. Es gibt zu viele Menschen mit Angst. Eine spannende Vision könnte nicht schaden, und für einen guten Krieger haben wir ebenfalls bitter nötig. Rosefield nahm die Worte des Käptens zur Kenntnis und fuhr dann mit seinen Ausführungen fort. Ich konnte Lawrence immer ein starkes menschliches Ideal als Motiv unterstellen. Er verstand es, Menschen für sich einzunehmen, sie zu beeinflussen und für allerlei Torheiten zu gewinnen, um seine Ziele zu verwirklichen. Ich muss einräumen, auch Blake hat mich beeinflusst mit einer sehr spannenden Information. Etwas, das mir Hoffnung gibt. Zweifellos bin ich nicht der Einzige, der mit diesem Köder gelockt wurde. Er wird diese Information wohl gestreut haben, wenn er schlau ist. Rosefield hatte jetzt Perks ganze Aufmerksamkeit. Die Flats haben da jemanden gefangen genommen, sagte Rosefield mit abwesendem Blick. Einen Mann, der behauptet, mit den Akator zu den inneren Welten gereist zu sein. Es soll eine Zuflucht geben. Wir Menschen wären dort willkommen. Du meinst, Blake möchte, dass die Menschen auch dorthin aufbrechen und soll verlassen? Wenn das so ist, glaube ich, dass du mit Lawrence auf dem Holzweg bist. Blake hält sich wohl eher für einen modernen Moses. Rosefield antwortete nicht darauf. Es war ja auch nur meine Sichtweise. Moses war schließlich kein Heerführer, soviel ich weiß. Ich gehe nicht so oft in die Kirche wie du. Für was Blake sich auch immer halten mag, so etwas muss sorgfältig angepackt werden. Jemanden zu enttäuschen kann schon zu Beginn alles verderben. In so einem Fall würde ein wütender Mob Blake ganz schnell aufknüpfen. Kapitel 19 Dominic machte gerade eine Pause und stand mit einem Bächer Kaffee in der Tür seiner kleinen Gefechtskanzel, als er bemerkte, wie die Zora an Geschwindigkeit verlor. Er stürzte den lauwarmen Kaffee hinunter, kletterte in die Kanzel und sah aus dem Fenster. Er kannte das Glitzern, das weit vom Bug des Schiffes im Dunkeln strahlte. Es handelte sich um Siebes Silver Beams. Seltsame kleine Geschöpfe, die wie glänzende Fische durch das All glitten und die gleichzeitig mit den Außerirdischen im Sonnensystem aufgetaucht waren. Sie folgten den Bahnen der Cayman und Akato Schiffe und waren harmlos, zumindest nach dem, was man gehört hatte. Man hörte jedoch eine Menge und meistens handelte es sich um Vermutungen und wilde Spekulationen. Einige Wissenschaftler hielten es für möglich, dass diese Kreaturen, die eine Größe von zwei bis vier Metern hatten, aus dem Hyperraum stammten. Sie wurden von den Raumkrümmungsgeneratoren der Fremden aus ihrer Daseinssphäre zwischen den Dimensionen gerissen, spekulierten die Gelehrten. Und dies sei der Grund, warum sie den Emissionen der interstellar verkehrenden Schiffe folgten, behaupteten die Wissenschaftler weiter. Was auch immer der Fall sein mochte, für Dominic zählte allein der faszinierende Anblick, den der schillernde Schwarm bot, der in geschmeidigen Bewegungen durch den Weltraum glitt. Doch so schön das Bild auch war, er vermochte sich nicht vorzustellen, dass Perk die Geschwindigkeit der Zora gedrosselt hatte, um sich und der Mannschaft einen schönen Moment zu gönnen. Noch während Dominic darüber nachdachte, schrillten die Sirenen auf und Russlins Stimme querkte durch den Lautsprecher. Gefechtsübung, verkündete er gleichmütig. Siebys unter Feuer nehmen. Augenblicklich meldeten alle Stationen der Schützenlinie Gefechtsbereitschaft. Dominic sah die grün hinterlegten Quadrate mit den Namen der Kanonierer auf dem Display. Am liebsten hätte er gegen den Befehl protestiert, aber wegen ein paar Silverbeams wollte er nicht seinen Posten riskieren. Immerhin gab es auch die Ansicht, dass es sich bei den Sibys nicht um Lebewesen handelte. Sie seien nur mit Energie gefüllte Dimensionsblasen, Kraftlinien folgten, erzeugt von den Hyperraum Generatoren der außerirdischen Schiffe. Steuerbordlinie einsatzfähig, meldete Dominic an die Brücke, nachdem seine Schützen ihre Kampfbereitschaft signalisierten. Feuer freigegeben. Die ersten Schützen begannen zu schießen. Die leuchtenden Geschosse und Projektile treben den Schwarm auseinander. Einige der getroffenen Sibys blitzten hell auf und verloschen. Die verbliebenen vollführten Ausweichmanöver in weiten Kurven. Sie wirbelten in wilden Mustern durch das All, blieben aber doch als Gruppe zusammen. Der Schwarm blähte sich auf oder zog sich zusammen. Er formierte sich neu und zog nah an der Zora vorüber. Helle Lichtfinger aus den Geschützen des Schiffes stachen in die glitzernde Wolke. Dominic hatte zwar den Finger am Abzug seiner Kanone, aber er brachte es nicht fertig auf die Sibys zu zielen, geschweige denn, auf sie zu schießen. Sein Zögern würde die Steuerbordschützenlinie Punkte kosten, doch der leuchtende Reigen vor dem Bug der Zora zog ihn ganz und gar in seinen Bann. Dominic sah den Sibys nach, die jetzt unter dem Schiff hindurchtauchten, als er einen Aufschrei hörte. Er riss Eines der Quadrate auf dem Display wechselte von rot wieder zu grün. Die Worte Schütze nicht aktiv erschienen darin. Kurz darauf begann ein weiteres Symbol grün zu leuchten. Der inaktive Schütze war Monica Simmons, die große schwarzhaarige Frau, die zu den älteren Soldaten auf der Zora gehörte. Dominic sprang von seinem Sessel und schlüpfte durch das enge Schott hinaus auf den Korridor und sah Elina am anderen Ende auf dem Boden liegen. Sie krümmte sich in Krämpfen und schlug die Fäuste gegen ihre Schläfen. Dominic betätigte einen Schalter an der Tür und rief die Sanitäter. Dann lief er los, um der jungen Frau zu Hilfe zu kommen. Da prallte er mit Monica Simmons zusammen, die aus dem Schott ihrer Kanzel sprang. Sie stürzten beide zu Boden und ehe er sich versah hatte sie die Hand an seiner Kehle. Sie drückte zu. Es war schmerzhaft und der Griff ihrer Finger kraftvoll. Dominic, der nicht wusste, was das alles sollte, schlug ihr die Faust in den Bauch und für einen Augenblick lösten sich ihre Hände von seinem Hals. Er rappelte sich auf, aber die erfahrene Kämpferin hatte sich schon wieder gefasst, sprang auf und versetzte ihm einen schmerzhaften Tritt gegen den Oberschenkel. Dominic ging in die Knie und sah noch, wie eine Klinge in ihrer Faust aufblitzte. Geistesgegenwärtig griff ihr ihr Handgelenk, verdrehte es und die Klinge fiel zu Boden. Es war nur ein kurzer Erfolg. Im nächsten Moment hatte sie Dominic erneut an der Gurgel gepackt und drückte ihn gegen die Wand. Sie schien übermenschliche Kräfte zu haben. Ihre blauen Augen fixierten Dominic. Der Wahnsinn stand in ihrem Blick geschrieben, während sie unbenannte Worte hervorstieß. Dominic rang nach Luft, während sich Elina noch immer auf dem Boden wälzte und schrie. Verletzt nicht die Augen der Thierry, zischte Simmons. Verletzt nicht die Augen der Thierry. Dominic versuchte vergeblich, sich aus ihrem Griff zu lösen, da sagte sie unvermittelt zusammen. Bewusstlos fiel sie gegen seine Brust. Alexander Peterson stand hinter ihr und steckte gerade seine Pistole in das Halfter zurück, deren Griff er Monika eben über den Kopf gezogen hatte. Hat einen harten Schädel, die wird schon wieder. Während Dominic die besinnungslose Frau vorsichtig auf das Laufgittergleiten les, war Peterson schon weiter gerannt, damit er sich um Elina kümmern konnte. Verdammt, knurrte Dominic. Wo bleiben die Sanitäter? Elina zitterte im ganzen Leib, während Peterson ihren Mund zu öffnen versuchte, indem er einen Stift zwischen die Zähne schob. Wusste gar nicht, dass sie Epileptikerin ist. Verhindern wir, dass sie sich die Zunge abbeißt. Dominic vernahm weiterer Schreie. Sie schienen von der Backbord-Schützenlinie zu kommen. Er hatte Cyrus, der Befehle bellte. Als es Peterson gelungen war, den metallenen Kugelschreiber zwischen Elinas Zähne zu schieben, sprang Dominic auf. Er lief in den Feuerleitstand, trennte die Energieversorgung zu den Geschützen und stellte eine Verbindung zur Brücke her. Noch ehe er etwas sagen konnte, schnauzte Roslyn ihn an. Porter, sind Sie verrückt? Bringen Sie uns auf Distanz zu den Siebis. Sein Tonfall musste auf den ersten Offizier respektlos wirken, aber er wusste nicht, was gerade hier unten passierte und er wusste nichts von dem Zusammenhang, den Dominic vermutete. Was zur Hölle? Tun Sie es sofort, befahl Dominic. Für diese Frechheit würde Roslyn ihn in Stücke reißen. Wir sprechen uns noch. Roslyn Ärger war nicht zu überhören, aber die Zora begann zu beschleunigen. Die Antriebe summten und je weiter sich das Schiff von den Silver Beams entfernte, umso mehr beruhigte sich Elina. Schließlich hatte sie sich wieder in der Gewalt und kauerte erschöpft auf dem Boden. Peterson redete beruhigend auf sie ein. Auch Monica Simmons kam wieder zu sich und stand mit wackeligen Beinen auf. Was war Los verlangte Dominic von Simmons zu erfahren. Die Frau sah ihn verlegen und beschämt an. Sir, bitte leiten sie kein Verfahren gegen mich ein, flehte sie mit belegter Stimme. Ich habe keine Erklärung dafür, sie angegriffen zu haben. Ich vielleicht schon, aber sicher bin ich nicht. Simmons starrte verlegen auf ihre Stiefelspitzen. Ich möchte mich auf der Krankenstation melden. Zuerst will ich etwas Wissen. Dominic stellte sich ihr in den Weg. Was sind die Augen der Arteri? Ich verstehe nicht. Sie haben da etwas gesagt, fuhr er fort, in einer seltsamen Sprache. Klang wie ein afrikanischer Dialekt oder so. Ich spreche keine Fremdsprache. Haben sie etwas Seltsames gesehen, während sie mich angegriffen haben? Sie schüttelte zuerst den Kopf, aber dann schien sie sich an etwas zu erinnern. Ich habe eine Lichtkanone benutzt, erklärte sie, und irgendetwas ist an dem Strahl entlang gekommen, und dann, dann ist, Dominic war ganz ohr. Was war dann? Ich erinnere mich nicht. Peterson half Elina wieder auf die Beine. Ich bringe die Kleine erst auf die Kranken station. Ja, nehmen sie Simons mit, Dominic nickte ihm zu. Kaum waren die drei Roslyn auf, die Zornes heute, stand ihm ins Gesicht geschrieben. Sie schalten die Zuleitung auf, während die Geschütze feuern. Er baute sich vor Dominic auf. Ich ziehe sie zur Verantwortung, wenn sie die Waffen beschädigt haben. Ich habe nicht um den Offiziersrang gebeten, erinnerte Dominic. Sie würden mir einen Gefallen tun, wenn sie mich degradieren. Das können sie vergessen. Roslyn verschränkte die Arme vor der Brust. Also, was ist hier los? Haben sie Erfahrungen mit den Siebis? War das erste Mal, dass wir nahe genug waren, um sie zu beschießen. Ich denke, wir sollten das in Zukunft lassen. Es klingt eigenartig, gab Dominic zu, aber ich glaube, es entstand eine Verbindung zwischen den Frauen und den Silver Beams. Monika hat irgendetwas in einer fremden Sprache geredet, obwohl sie sagt, sie beherrsche keine Fremdsprache. Dann sagte sie etwas von den Augen der Atiri. In diesem Moment wurde Dominic bewusst, wie verrückt sich das für den so rationalen Roslyn anhören musste. Aha, und jetzt sollen wir die Schützin auf Drogenkonsum untersuchen lassen? Der Offizier schüttelte verächtlich den Kopf. Cyrus tauchte auf und salutierte vor Roslyn als er den Korridor betrat. Ich würde auch darüber lachen, brachte er sich in das Gespräch ein. Aber Tonja Kutienko hat mir dasselbe gesagt. Sie wirkte auf mich, als stimmte sie unter einem fremden Einfluss. Aber die hat bestimmt keine Drogen genommen. Und Sie sind ein Arzt, dass sie das beurteilen können? Nein, aber ein bisschen Ahnung habe ich schon. Oh verdammt, was für großartige Experten sich doch in meiner Crew befinden. Roslyn bedachte Cyrus und Dominic mit skeptischen Blicken. Dann ging er ohne ein weiteres Wort darüber zu verlieren. Cyrus machte einen sehr verstörten Eindruck auf Dominic. Was denkst du darüber? fragte er ihn. Er ist noch zu früh, um sich ein Urteil zu bilden, denke ich, gab Corinne zu. Aber ich glaube, wir sind darauf etwas Wichtiges gestoßen. Es war das dritte Mal, dass Dominic in der Nähe einer außerirdischen Kreatur Übergriffe auf den menschlichen Verstand erlebt hatte. Zwar war er diesmal nicht unmittelbar betroffen gewesen, aber die Frauen in der Schützen Linie hatten dieses Phänomen am eigenen Leib erfahren müssen. Kapitel 20 Dominic stand im Korridor vor seinem Quartier und sah aus einem der schmalen Fenster. Die Zora überflog gerade die Nachtseite der Erde in einem Orbit von weniger als 50 Kilometern. Er konnte auf die Staaten Nordamerikas hinunterblicken und auf die unzähligen Lichtpunkte, die in der Dunkelheit wie Diamanten funkelten. Dazwischen das gewaltige Netzwerk aus Straßen und Highways. Dominic versuchte angestrengt die Gegend auszumachen, in der seine Familie lebte. In jedem der unzähligen glimmenden Pünktchen meinte er die Form zu erkennen, die er vor kurzem verlassen hatte. Es war ein eigenartiger Moment, seiner Familie wieder so nahe zu sein und doch zu wissen, dass die Zora gleich Kurs setzen würde, um in die Tiefen des Sonnensystems einzutauchen. Nimmst du Perk ab, was er sagt? hörte er Cyrus sagen, der gerade das Quartier betrat und sich endlich in sein Bett zurück ziehen wollte. Dominic wandte sich vom Fenster ab. Ich wüsste nicht, warum ich zweifeln sollte. Natürlich hatte auch er die kurze Ansprache des Käptens gehört, die im ganzen Schiff übertragen worden war. In dieser sprach er von einer geheimen Mission. Er ging kurz auf die Kontakte mit den Piraten ein und kündigte an, dass noch weitere Begegnungen dieser Art folgen mochten. Ich bin mir nicht ganz im Klaren darüber. Cyrus setzte sich auf seine Pritsche. Ich denke, wir haben nur die halbe Wahrheit erfahren. Kann sein, aber er muss uns ja auch nicht alles erzählen, oder? Vielleicht, aber wir sind ja nur Soldaten. Auf jeden Fall hätte er in seiner Ansprache mehr Mut und Vertrauen zeigen können. Cyrus legte die Stirn in Falten. Ich würde nur zu gern wissen, ob das alles auf Perksmist gewachsen ist und er auf eigene Faust handelt. Klingt jedenfalls so. Wenn es schief geht, könnte man ihn für einen Irren halten, der sich selbst auf eine geheime Mission geschickt hat, weil er Gespenster sieht. Ich denke, dass da noch andere sind, die die Fäden ziehen. Was meinst du? Ja, natürlich, antwortete Dominik Kopfschüttelnd. Deshalb ist er wieder zur Erde geflogen. Mit Sicherheit hat er sich Informationen für den nächsten Schritt geholt. Cyrus rieb sich sein geschwollenes und schmerzendes Kinn. Er wirkte noch immer sehr mitgenommen. Deswegen operieren wir ja auch nicht in einem größeren Verband, wo Dominik wird. Niemand, der dazwischen funken kann. Keine Diskussion, keine Indiskretion. Ganz unauffällig. Zwischen den Fronten, Dominik nickte. Ja, so könnte man sagen. Ach, und jetzt könnte das alles hier wirklich noch anspruchsvoll werden. Genau, das wollte ich vermeiden. In diesem Moment halte ein Befehl durch den Korridor. Die weibliche Stimme der Schiffs-KI klang weich und angenehm. Die Offiziere Porter und Corin bitte in den Privatraum des Käptens. Ich wiederhole. Die Offiziere Porter und Corin bitte in den Privatraum des Käptens. Die beiden jungen Männer sahen einander an. Cyrus seufzte und verdrehte die Augen. Oh Mann, allein schon die Gewissheit kommender Pflichten macht mich fertig, beklagte er sich. Und ich wette, die werden immer unangenehmer, je länger der Einsatz andauert. Und ich muss noch mal einen Bericht schreiben. Du glaubst nicht, wie sehr mich das nervt. Ach, was soll's. Dominic hob die Schultern. Gehen wir, sonst gibt's einen Anschiss wegen Trädelei. Captain Perk und Roslyn erwarteten die beiden jungen Offiziere in der privaten Unterkunft des Kommandanten auf dem Brückendeck. Ein Lob vorweg, eröffnete Perk, der auf der Kante seines Schreibtisches saß. Sehr gut, dass sie ihre Leute beschäftigt gehalten haben. Wie ich höre, ist Tonja Kutchenko die beste Schützin an Bord. Glückwunsch, Dominic. Nun zu dem, was uns erwarten mag. Und stehen sie bequem. Perk überließ Roslyn die weiteren Erklärungen. Für uns vier sind die Flats nun keine düstere Legende mehr, sagte Roslyn. Daraus ergibt sich eine gewisse Verantwortung. Wir müssen verhindern, dass weitere Menschen den Kämern in die Hände fallen beziehungsweise in deren Hände ausgeliefert werden. Wir werden eine Mars Kolonie anfliegen, Bord und Roslyn ließ sich die Unterbrechung gefallen. Die Flats haben doch noch nie eine Basis, ein Habitat oder eine Kolonie angegriffen. Gehen damit nicht ein Risiko ein? Ich meine, die würden damit doch in Erscheinung treten und sich angreifbar machen. Sie haben recht, Porter. Ich habe auch nicht gesagt, dass die Flats einen Angriff starten werden. Das entsprechen nicht dem, was man so in den düsteren Legenden hört. Vielleicht wissen sie von Plänen anderer Organisationen, die einen Überfall durchführen wollen. Wie gewöhnlich würden sie danach das Schlachtfeld plündern wie die Geier. Und wir wissen ihr, welche Beute sie machen wollen. So dürften sie nicht auf nennenswerten Widerstand stoßen, wenn sie auf diese Weise vorgehen und erst dann in Erscheinung treten, wenn das Chaos vorüber ist. Sie werden sich eher absetzen, als ihr Leben zu riskieren, indem sie gegen die Flats kämpfen. Wenn die Flats als Retter auftauchen, müssten sie gar keinen Widerstand fürchten, sagte Dominic. Als Mensch wäre ich erleichtert, wenn die Flotte auftaucht, um zu helfen, nachdem die Cayman zugeschlagen haben. Sie sind kein Dummkopf, Porter, meinte Perk. Versauen sie es diesmal nicht. Dominic überlegte laut. Kann es sein, dass die Flats in die Planung der Cayman Einsicht haben und ihre Aktion danach ausrichten? Immerhin scheinen sie immer vor Ort zu sein, wenn unsere außerirdischen Gäste irgendein Unheil angerichtet haben. Nein, sagte Perk mit fester Stimme. Es erscheint mir sehr unwahrscheinlich. Aber sie scheinen eine gewisse Ahnung zu haben, wo die Cayman beabsichtigen Basen zu errichten und tauchen sie dann auf, um das Feld abzuernten. Russlin ergänzte vielleicht haben sie ein Muster in den Aktivitäten der Käfer entdeckt, das uns bisher entgangen ist. Wir müssen also auf alles gefasst sein, sollte ein Cayman Angriff erfolgen. Oder es treten andere Parteien auf streunende Ronin, Plünderer, Piraten oder Akator, die sich mit den Käfern prügeln wollen. Dominic hörte all die vertrauten Begriffe und die damit verbundenen Bedrohungen. Er fragte sich, was sie gegen diese Angreifer ausrichten konnten, sollte es zu einer Konfrontation kommen. Gegen die Akator und Cayman wären sie ohnehin machtlos und bei den anderen Gruppen kam es darauf an, in welcher Kampfstärke die auftauchen würden. Ein einzelner kleiner Zerstörer wie die Zora mochte für einen größeren Alleine Blakes Athena reichte aus, die Zora in die Flucht zu schlagen. Wer konnte schon sagen, über welche Kampfkraft die anderen Piraten verfügten? Ist das nicht alles zu riskant für ein so kleines Schiff wie unseres? Wundte Dominic ein. Wir können Verstärkung rufen, informierte Roslyn. Captain Woodward ist mit seiner Fregatte und drei Zerstörern in der Nähe und man hat mir zugesagt auch die Castro hineinziehen zu können, sollte das nötig werden. Dominic kannte die Namen und wusste wie fähig diese Männer waren. Wiederum wurde ihm klar, dass hinter Perk einflussreiche Leute steckten, die ihm den Rücken deckten. Perk sah Dominic und Cyrus mit ernstem Blick an. Sie wissen also Bescheid, halten Sie Ihre Mannschaften auf Zack, wir haben noch gut 30 Stunden, gönnen Sie sich etwas Schlaf und dann machen Sie sich kampfbereit. Die beiden jungen Offiziere salutierten und wollten gerade gehen, als sich Perk an Cyrus wandte. Sie kommen um 3 Uhr 30 Sportzeit auf die Brücke. Ich habe noch einen weiteren Auftrag für Sie. Kapitel 21 Das nächste Treffen mit den Piraten kam schneller zustande, als Cyrus Coren es sich wünschte. Nur wenige Minuten nachdem er und Dominic aus dem Quartier des Captains kamen, verließ die Zora die Ebene der planetaren Ekliptik in einem steilen Winkel. Sie beschleunigte auf Lichtgeschwindigkeit und kam nach gut einer Stunde zum Stillstand. Blakes gelbschwarzes Schiff schwebte etwa 50 Kilometer voraus im Schwarz des Alls und Cyrus erhielt den Befehl, sich sofort auf den Weg dorthin zu machen. Jetzt nährte sich Cyrus in seinem Geleiter der riesigen Athena. Es war schon beeindruckend gewesen, als er das Schiff durch die transparente Kuppel des Samaria-Habitats beobachtet hatte, als die Zora den Rückzug hatte antreten müssen. Jetzt schwebte er in seiner winzigen Nussschale heran und starrte auf die Strahlenkanonen, Plasma-Schleudern und Railguns, die wie Stacheln und Hörner aus dem Rumpf des Giganten ragten. Der Hangar war geöffnet und Cyrus konnte den schlanken Katana sehen, der darin stand, umringt von zahlreichen Jagdmaschinen. Beim Gedanken an Alina Morris, die auf der Triss als erster Offizier diente, wurde ihm übel und sein Kinn begann erneut zu schmerzen. Der Gleiter wurde vom Leitstrahl der Athena erfasst und auf einen Landeplatz manövriert. Cyrus stockte der Atem, als er Alina entdeckte, die auf dem Hangardeck stand und ihn offenbar erwartete. Sie sah freundlich aus. Ihr Lächeln war betörend und genauso makellos, wie er es in Erinnerung hatte. Ihre Schönheit ließ Cyrus vergessen, was ihm angetan hatte. Die Kuppel des Gleiters öffnete sich und Cyrus trat hinaus in den Hangar. Willkommen an Bord, begrüßte ihn Alina. Weder erwähnte sie die seltsamen Umstände ihres letzten Treffens, noch entschuldigte sie sich für die Prügel, die er hatte einstecken müssen. Cyrus hatte auch nicht damit gerechnet. Er verdankte ihr das Leben und Cyrus war bereit, ihr zu verzeihen, ohne dass sie darum bat. Er rieb sich das Kinn, eine unwillkürliche Reaktion. Cyrus ärgerte sich, nicht geistesgegenwärtig genug gewesen zu sein, sich zu unterdrücken. Alina schien seine beiläufige Geste nicht entgangen zu sein, denn ein Lächeln zuckte um ihre Mundwinkel. Ich begleite dich auf die Brücke, eröffnete sie und machte eine einladende Handbewegung zu den Korridoren hinüber, die aus dem Hangar hinaus führten. Der Käpt'n wartet schon ungeduldig. Ungeduldig wunderte sich Cyrus. Was ist das erkundigte sich Cyrus. Hat er kein Interesse an einem Körper Brief? Nein, hat er nicht, antwortete Alina ein wenig irritiert, dass Cyrus davon wusste. Er hat seine persönlichen Gründe dafür. Tja, deinem Käpt'n fällt es offenbar schwer, Geheimnisse für sich zu behalten. Er hielt es für nötig, mich über den Zweck, meine kleinen Mission zu informieren, kurz bevor ich mich auf den Weg machte. Aha, Physiäre dieses Privileg für sich beantragt haben. Sie gingen nicht weiter darauf ein. Stattdessen deutete sie auf ein kleines, ungeschlacht wirkendes Schiff, das neben der Triss stand und vor Waffen starrte. Das ist die Dagger, mein Eigentum. Ich werde es in Zukunft häufiger benutzen. Um zivile Schiffe zu plündern? Alina zeugte sich nicht im geringsten gekränkt. Wir legen uns nur mit denen an, die es auch verdienen. Und ihr wisst das immer ganz genau, ja? meinte Cyrus verächtlich. Schon seltsam. In meiner Welt laufen die bösen Jungs nicht mit Markierungen auf der Stirn herum. In meiner Welt tun sie das. Ihre Stimme klang überzeugt. Unsere Informationen sind bestens. Darf ich dich daran erinnern, dass es unsere Informationen waren, die dir und deinen auf unsicherem Boden stand. Ich habe immerhin auch meinen Beitrag dazu geleistet, setzte etwas unbeholfen hinzu. Somit hat die Flotte durch mich einen Anteil dazu geleistet. Alina nickte gütig. Ja, das ist wahr. Vielleicht willst du ja bei uns unterkommen. Wir haben immer Bedarf von fähigen Leuten. Cyrus fragte sich, ob dieses Angebot ernst gemeint war. Es klang beinahe so. Ich noch während er das behauptete, wusste er, dass es sich um eine Lüge handelte. Es gab durchaus Alternativen zu einer Laufbahn in der Flotte und viele davon konnte er mit seinem Gewissen vereinbaren. Sich zur Flotte zu milden hatte jedoch den geringsten Aufwand bedeutet, was seinem Charakter sehr entgegen kam. Das kann ich verstehen, räumte die Piratin ein. Viele von uns dachten früher auch konservatives Denken. In einer sich bewegenden Welt kommt es dem Wahnsinn gleich. Cyrus konnte diese Haltung gut verstehen. Im Grunde genommen entsprach sie seiner pragmatischen Natur. Nicht selten bezeichnete man ihn als Opportunisten und er hatte davon abgesehen zu widersprechen. Es handelte sich schlichtweg um die Wahrheit. Aber so anpassungsfähig er auch sein mochte, er hatte nicht vor, sich Verbrechern anzuschließen. Es kommt wohl immer drauf an, was man als moralisch vertretbar ansieht, sagte sie, als hätte sie seine Gedanken gelesen. Und ich habe bislang nichts getan, was mir ein schlechtes Gewissen machen würde. Tja, dann stimmt wohl möglicherweise etwas mit deinem Gewissen nicht. Alina lachte verhalten. Mit dem ist alles in Ordnung. Endlich betraten sie einen der Lifte, der sie zum fuhr sie unbeirrt fort. Den Gehorsam verweigert und mich gegen geltendes Recht aufgelehnt, gegen die Regeln des Establishments verstoßen. Aber dennoch habe ich nichts getan, wofür ein guter Gott mich in die Hölle schicken würde. Was sagst du, wagte Cyrus ihr zu entgegnen. Ja, das sage ich. Alina zeigte sich noch immer unbeirrt. Ich habe getötet. Und du hast das womöglich auch schon. Und dennoch quälst du dich nicht mit Gewissensbissen. Und du kannst nicht davon ausgehen, dass du nur böse Menschen ins Jenseits befördert hast oder anderen dabei behilflich warst, das zu tun. Es hängt immer von der Frage ab, auf welcher Seite man steht oder in welche Gesellschaft man hineingeboren wurde. Ja, nur ist es so, dass in den meisten Gesellschaften Mord und Diebstahl als Verbrechen angesehen werden. Sehr richtig, stimmte Alina zu und der Aufzug sauste nach oben. Also bin ich unschuldig wie ein kleines Kind. Und du kannst das auch bleiben, wenn das deine einzige Sorge ist. Cyrus verstand nicht, warum er sich mit Alina auf dieses Gespräch eingelassen hatte und warum sie sich einreden wollte, unschuldig zu sein. Prinzipien zu überdenken hat. Und wenn das geschieht, sollte eine Handlung folgen. So oder so. Bleibt er untätig, so ist das auch eine Entscheidung. Die Frage ist, ob man danach noch in den Spiegel schauen kann. Und ich versichere dir. Bei diesen Worten sah sie Cyrus mit ihren funkelnden hellen Augen an. Ich kann das noch immer. Und sogar mit einem breiten grinsen. Ich habe ein besseres Gefühl als früher. Wenn du einmal weißt, was ich weiß, wirst du auch deinen Weg wählen müssen. Und du wirst merken, dass es auch ein Verbrechen sein kann, sich den Konventionen zu beugen und das Maul zu halten. Cyrus fragte sich, wie lange er sich dieser philosophischen Debatte noch aussetzen musste. Er würde Edward Blake und Alina Morris die Vollmachten überreichen und sofort wieder auf die Zora zurückkehren. Er verspürte keine Lust auf moralische Diskussionen mit Menschen, die weit außerhalb der Gesellschaft ihre fragwürdigen Positionen bezogen hatten. Obwohl Cyrus schon immer mit Abweichlern und Rebellen geliebäugelt hatte, wollte er doch nicht so weit gehen, mit diesem Pakt zu sympathisieren. An ihren Händen klebte das Blut Unschuldiger. Davon war er überzeugt. Schließlich öffnete sich der Lift und nach einigen Metern Fußmarsch durch einen weiteren Korridor erreichten sie endlich die Brücke. Konventionen sind dazu da und dafür zu schützen Verbrecher zu werden, bemerkte Cyrus noch eilig, obwohl er selbst nicht ganz von der Wahrheit seiner Worte überzeugt war. Sie waren hastig gewählt und nicht durchdacht. Konventionen sind oft auch der Deckmantel für verbrecherische Taten, erwiderte Alina treffsicher. Blake drehte sich zu den beiden um, ehe Cyrus ihr eine eher trotzige den stichhaltige Antwort geben konnte. Der Käpt'n verschränkte die Arme hinter dem Rücken und musterte Cyrus eingehend. Hörg schickt mir tatsächlich diesen aufgeweckten jungen Mann, begann Blake anerkennend. Cyrus fischte in der Innentasche der Jacke seiner Uniform nach den zwei kleinen Kunststoff Körten und versuchte die Schmeichelei des Piraten zu ignorieren. Als er die Dokumente gefunden hatte, überreichte er sie Blake und Alina. Damit habe ich dann wohl meine Aufgabe erfüllt, sagte Cyrus ungeduldig. Er wollte so schnell wie möglich wieder zurück auf die Zora. Alina und ich sind die ganze Sache noch einmal durchgegangen, fuhr Blake unbeirrt fort. Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe oder täusche ich mich? Cyrus verstand nicht, worauf Blake hinaus wollte. Wovon sprechen sie? Alina frischte sein Gedächtnis ein wenig auf. Die Angelegenheit mit den Flats auf Chester, als die im Begriff waren, uns anzugreifen. Wir hatten die schon eine Weile entdeckt und beobachtet und als ihr dann aufgetaucht seid, glaubten wir, die machen euch gleich kalt. Hat aber eher so ausgesehen als hielten die euch für jemanden aus den eigenen Reihen und du hast mit dem Chef der Truppe geredet, das habe ich gesehen, also gehe ich mal ganz stark davon aus, dass du ihn irgendwie belabert hast. Ich habe lediglich versucht, aus der Sache rauszukommen, was dir ohne Zweifel gelungen ist und später hast du dich auch nicht dämlich angestellt, als ich dich zu den drei Gefangenen gesperrt habe. Ohne deine Cleverness hätten wir vom Angriff der Cayman wohl zu spät erfahren. Blake nickte zustimmend. Sie scheinen ein fähiger junger Offizier zu sein. Ach, das täuscht, gab Cyrus zurück. Bloß ein Laufbursche, wie man sieht. Du würdest einen erstklassigen Spion abgeben, meinte Alina. Schlagfertigkeit und Frechheit sind grundlegende Eigenschaften für einen Spitzel. Womöglich war es dumm von mir, dich durch das halbe Schiff zu führen. Cyrus wurde heiß und kalt zugleich. Ich habe nur ein Ohr für deine philosophischen gesellschaftlichen Ausführungen gehabt. Ich habe nichts weiter gesehen. Und wenn, dann habe ich schon wieder vergessen. Alina hat ihren Abschluss in Sozialwissenschaften gemacht. Auf der Compton teilte Blake Cyrus mit. Unterhaltung mit ihr sind stets eine Bereicherung. Cyrus fragte sich unwillkürlich, ob der lange Spaziergang durch die Korridore der Athena wohl ein kalkulierter Schachzug gewesen war, um ihm einen Floh ins Ohr zu setzen. Sollte er die Flotte verlassen und auf der Athena anheuern? Das letzte Mal, als wir uns begegnet sind, fuhr Blake fort, waren sie noch kein Offizier. Sie müssen schon mehr tun, um mich zu überzeugen, erlachte und auch Blake huschte ein Grenzen über das Gesicht. Ich brauche immer fähige Leute, besonders wenn sie Humor haben. Das ist ein Anzeichen für einen stabilen Geist. Blake wurde wieder ernst. Sollten sie sich in der Flotte unterfordert fühlen, wenden sie sich an mich. Ich habe anspruchsvolle Arbeit zu vergeben. Perk hat genügend spannende Aufgaben für mich. Ah ja, eben an, aber er war mit seiner Schlagfertigkeit am Ende. Nein, danke. Perk ist ein fähiger Captain. Ich verspüre keinen Drang, ihn zu verlassen. Ja, Perk ist fähig, gab Blake zu. Fast schon wie ein Pirat, oder? Ich möchte jetzt gehen, Sir. Natürlich. Der ehemalige Admiral zeigte sich verständnisvoll. Aber mein Angebot steht. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Alina brachte Cyrus zu seinem Geleiter zurück. Wenigstens sah sie auf dem Rückweg davon ab, mit ihm zu diskutieren und weiter für ein Leben als Pirat zu werben. Er hatte ohnehin seine eigenen beunruhigenden Überlegungen, mit denen er fertig werden musste, auch wenn er das Gegenteil beteuerte. Blakes Angebot erschien ihm attraktiver, als er sich eingestehen wollte. Hallo, hier ist Alan. Schön, dass dir gefallen hat. Es würde Georg und mich sehr freuen, wenn du es liken und teilen könntest. Ansonsten mit dem Code Space Invaders bekommst du unter dem Link, den habe ich unten angefügt, dem Link shop bloodword.com einen feinen Rabatt auf dieses Hörbuch. Naja, das soll es auch schon gewesen sein. Es geht weiter mit dem nächsten Kapitel. Kapitel 22 Dominic zumindest vermuten lesen, dass Russelin ziemlich genau wusste, wo sie zu suchen hatten. Was das jedoch sein sollte, konnte sich Dominic nicht vorstellen. Aber er stieß ständig auf einen Namen, der in den Daten, die sie von Blake erhalten hatten, wiederholt auftauchte. Arthur Berman. Der Name erschien zwar nicht in den endlosen Zahlen und Buchstaben rein, die einen Großteil der Informationen ausmachten, aber er war Bestandteil einer Liste, in der allerlei Frachtnummern und Bezeichnungen aufgeführt waren. Möglicherweise war Berman ein Händler. Irgendwie kam Dominic dieser Name bekannt vor, aber er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, woher. Er ging in Gedanken die Namen aller Offiziere und Captains durch, mit denen er im Laufe seiner Ausbildung zu tun gehabt hatte. Aber es gab niemanden darunter, der den Namen Berman trug und auch niemanden, der im Suspekt erschien. Ruslan hielt eine Tasse Kaffee in der Hand, als er zu Dominic kam, um den Status der Datenauswertung abzufragen. Wie weit sind sie mit den Informationen? Haben sie etwas Brauchbares entdeckt? Dominic musste bekennen, nichts Nützliches herausgefunden zu haben. Ah, die Daten sind sehr chaotisch. Diese Feststellung entsprach zwar der Wahrheit, doch sie klang wie eine Entschuldigung. Man kann sie auf viele Arten interpretieren, es gibt eine Menge Bezeichnungen und Begriffe, die genauso gut Decknamen sein könnten. Das andere ist ein riesiger Textblock mit sinnlos aneinandergereihten Buchstaben. Was immer Blake hat, was zu hoch. Das soll nicht ihre Sorge sein, Porter, wiegelte der erste Offizier ab. Wenn sie den Eindruck haben, dass diese Daten ein unnützes Durcheinander sind, sehe ich das als ein gutes Zeichen. Allzu offensichtlich, es macht mich stutzig. Und wenn sie jetzt schon ein Muster gefunden hätten, würde ich auf eine falsche Fährte Zumindest hat er uns keine Daten gegeben, an denen sich schon mal jemand versucht hat. Er hat nichts anderes behauptet. Es gibt Kontakte, Austausch von Informationen, aber ansonsten keine gemeinsamen Aktionen. Und natürlich will er immer einen Schritt voraus sein, würde ich auch so machen. Daher müssen wir umso gerissener sein. Russellin nahm einen Schluck von seinem Kaffee. Bei solchen Daten ist Intuition am Wichtigsten. Sagen Sie mir, wenn Sie bei irgendetwas hängen bleiben. Das bin ich schon, Sir. Russellin machte ein verdutztes Gesicht. Ach ja, klang vor einigen Sekunden noch ganz anders. Sagt Ihnen der Name Arthur Berman etwas? Nein. Gibt es einen Captain mit diesem Namen? Russellin überlegte einen Moment, schüttelte dann aber den Kopf. Nein, nicht dass ich wüsste. Ach, ich schlug einen Text, in dem der Name einige Male auftauchte und versuchte, Zusammenhänge zu anderen Passagen zu finden. Aber ich weiß einfach nicht genau, was da bei mir klingelt. Es handelt sich hier um eine einzelne Bemerkung in dem, was ich für eine Lieferliste halte. Hier heißt es, Berman ist überfordert. Reklamationen nehmen zu. Alternative zu Berman wünschenswert. Haben Sie schon in der Datenbank nachgesehen? Oh ja, es gibt etwa 4000 Treffer. Dominic schüttelte den Kopf. Angefangen bei einem Dichter über ein Hover Hockey Spieler, der vor 400 Jahren gestorben ist, bis hin zu einem Berman Triebwerks Konverter, der in zivilen Schiffen verbaut wird. Dann noch etliche Einträge im Adressregister. Ah, könnte ein Koloniebewohner sein. Roslyn warf einen Blick aus dem Fenster, wo der Mars als heller roter Punkt zu erkennen war. Offenbar ein Händler. Der Typ sollte in Brooklyn zu finden sein. Tja, die Bevölkerungszahl liegt bei 10.000 dauerhaft Ansässigen, eine unbekannte Zahl von Flüchtlingen und Pendlern. Kein Berman dabei. Immerhin haben wir einen Namen. Roslyn klopfte Dominik auf die Schulter. Hören wir uns also ein bisschen um und sehen, ob jemand die Person kennt. Kaum hatte Roslyn das gesagt, meldete sich der Navigationsoffizier. Akato Schlachtkreuzer, verkündete er mit deutlicher Anspannung, fliegt mit hohem Tempo unter Lichtgeschwindigkeit. Im Zentrum der Brücke baute sich das holographische Abbild des Akato Schiffes auf. Es ähnelte einem knorrigen Baumstamm, der lange Zeit im Wasser getrieben war. Seine organisch strukturierte Oberfläche glänzte matt. Perk reagierte sofort. Fahrt verlangsern, Waffenenergie auf null, Schilder auf null. Das Bremsmanöver kam plötzlich und die gravimetrischen Dämpfer hielten Dominik auf seinem Sessel fest. Der Druck, den sie ausübten, war unangenehm, beinahe schmerzhaft. Dominiks Blick wanderte nach rechts zum Fenster. Das Akato-Schiff kam schnell näher. Es kreuzte den Kurs der Zora von Steuerbord her in einem spitzen Winkel und schien das Tempo ebenfalls verringert zu haben. Offenbar war es auch zum Mars unterwegs, um die Stützpunkte anzufliegen, die die Akato auf seiner Oberfläche errichtet hatten. Bald war es so dicht herangekommen, dass Dominik die Form des Raumers mit bloßem Auge erkennen konnte. Geschwindigkeit weiter drosseln, befahl Perk, während sich die Distanz zu dem riesigen Schiff weiter verringerte. Die Zora raste wie ein Geschoss auf das fremde Schlachtschiff zu. Schnell wuchs es weiter zu seiner immensen Größe an, der Annäherungsalarm schrillte los. Voller Stopp, verdammt, brüllte Perk. Die Andruckfelder summten. Die Kraft, mit der sie die Besatzung an Ort und Stelle hielten, war fast nicht mehr auszuhalten. Für einen Moment fiel Dominik das Atmen schwer, aber es war ihm nicht ganz klar, ob er dies den überlasteten Energiefeldern anrechnen sollte oder dem Anblick, den das mächtige Schiff der Mannschaft bot. Abgesehen von dem Wrack des Beibotes, das bei seinem Haus in den Wald gestürzt war, war Dominik einem Akato-Schiff noch nie so nahe gewesen. Jeden Moment konnte es das Feuer eröffnen und die Zora in Stücke schießen. Es wäre nicht das erste Mal, Doch es flog weiter, ohne das winzige Menschenschiff zu behelligen. Arrogante Schweine, zischte Russlin laut und für alle hörbar. Ein Schuss vor den Bug wären wir doch zumindest wert gewesen. Die Anspannung löste sich. Jemand lachte über die Bemerkung des ersten Offiziers, während sich das monströse Schlachtschiff entfernte und zu einem kleinen Punkt zusammenschrumpfte. Auf einer seiner früheren das Olympus in den Himmel schraubten. Dort oder an einem ihrer anderen Stützpunkte mochte das Schiff anlegen und warten, bis es anfliegende Cayman unter Beschuss nehmen konnte. Der Mars war umkämpft und die verbliebenen Kolonisten hatten kein einfaches Leben. Womöglich war er gerade deshalb ein so geeigneter Ort für den Abschaum der Menschheit. Perk kam zu Roslin und Porter. Sie beide sind soweit? Ja, Sir, antwortete der erste Offizier ohne Dominics Reaktion abzuwarten. Dann legen sie es zivil an und machen sich abflugbereit. Perks Worte verrieten seine Anspannung. Wir bleiben über ihren Köpfen und geben Bescheid, wenn sich etwas ereignet. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Der Sandsturm, den sie zu durchqueren hatten, war ein nützliches Problem. Vor fremden Blicken geschützt, konnte Dominic den Gleiter außerhalb der Brooklyn Kolonie zur Landung bringen. Er stand nun etwa zwei oder drei Kilometer von der Siedlung entfernt, in einer flachen Talmulde. Aber der relativ kurze Fußmarsch in Richtung der Kolonie, der hatte es in sich. Ruslin und Dominic kämpften gegen Windböen, an die jeden Schritt zu einem Kraftakt machten. Der Staub behinderte die Sicht und verstopfte die Filtermasken. Jeder Atemzug war anstrengend, doch immerhin nahm der Filter den Geruch, den unerträglichen Schwefelgestank aus der Luft. Der Gestank, der die Marsatmosphäre tränkte, war ein Nebeneffekt des Terraformings, eine Begleiterscheinung, die ein Grund dafür war, warum der Mars nicht zu einem der ersten Reiseziele für Auswanderer zählte. Porter hörte Dominic den ersten Offizier, der gegen den Sturm anschreien musste. Gehen wir nochmal unseren Hintergrund durch. Ja, Sir, antwortete Dominic. Wir mussten von Samaria fliehen, verdammte Akathos, verdammte Piraten. Wir kamen mit der Hydra nach Chester. Kommandant der Hydra ist Captain Lawson, erster Offizier Theresa Ruiz Gonzales. Wir hatten immer Probleme mit den Käpten und ihr. Er ist ein arroganter, fantasieloser Arsch. Sie eine Karrieristin Onnes Gruppe. Das Bild von ihm haben sie noch im Kopf, oder? Ja, Sir, nach dem Desaster auf Samaria beschlossen wir eigene Wege zu gehen. Das folgende Debakel auf Chester hat uns darin bestärkt, uns von der Flotte zu trennen und unser Glück auf eigenen Wegen zu suchen. Genau, Porter, und mit was handeln wir? Dominic zuckte unwillkürlich zusammen. Verbesserte Stasisbehälter, Sir, bei dem Gedanken an die unglücklichen Menschen in den Glaszylindern wurde ihm noch immer schlecht. Dieser Anblick würde ihn bis in alle Ewigkeit verfolgen. Auf technische Diskussionen lassen wir uns nicht ein, ergänzte Roslin. Weil wir keine Ahnung davon haben, wie sie funktionieren, ist das eben unser Geschäftsgeheimnis. Dominic hoffte, dass sie diese Mission schnell und unkompliziert hinter sich bringen konnten. Börmen finden, ihn gefangen nehmen, ausfragen oder vielleicht töten, nachdem sie ihn ausgequetscht hatten. Bei dieser Vorstellung stockte ihm abermals der Atem. Er wünschte sich, dass es nicht dazu kommen mochte. Dafür war er noch nicht bereit. Ihm war klar, dass er die ganze Sache nicht zu Ende gedacht hatte und dass diese Möglichkeit durchaus denkbar war. Nicht, dass er sich hätte weigern können, den Auftrag durchzuführen, doch es wäre nützlich gewesen, ein wenig Zeit dafür gehabt zu haben, sich mit dieser unerfreulichen Möglichkeit zu beschäftigen. Was auch immer geschehen mochte, tief im Inneren zweifelte Dominic daran, dass es einfach werden würde. Nach endlos langen Minuten errichten Dominic und Frank Roslin die Außenbereiche der Kolonie. Der Sturm wütete mit unverminderter Stärke und in den leeren Straßen von Brooklyn wirbelten düstere Staubwolken. Fenster und Türen der niedrigen Häuser waren verriegelt. Die Siedlung wirkte wie ausgestorben. Es dauerte eine Weile, bis die beiden Soldaten in die zentral gelegenen Bereiche der Kolonie vorgedrungen waren. Hier waren die Gebäude höher, standen dichter beieinander und hielten den Wind wie eine Mauer zurück. Roslin und Porter begegneten einigen Menschen, die ihren Angelegenheiten nachgingen und sich weder für die Fremden interessierten noch sich auf ein Gespräch mit ihnen einlassen wollten. Die Kapuzen tief vor die maskierten Gesichter gezogen eilten die Leute vorüber. Erst als Dominic und Roslin eine der Pforten passierten, die in die überdachten Sektoren von Brooklyn führten, fanden sie sich im Gewimmel eines Marktplatzes wieder, auf dem Händler an ihren Ständen Waren anboten. Das Bazar. Auch hier trugen die Menschen abgewetzte Bronchos und Roben über alten Schutzanzügen, die sie gegen den feinen Marsstaub schützen sollten. Die Kleider und Anzüge waren meist von rostbrauner Farbe. Alles andere hätte kaum Sinn gemacht. In allen Filmen und Bildern, die Dominic vom Mars gesehen hatte, war dessen eisenhaltiger Staub bestimmend für den Eindruck gewesen, den dieser Planet bei ihm hinterließ. eine Welt von rostigen Farbtönen, Schattierungen aller möglichen Arten von Dreck. All das hatte Dominic bisher davon abgehalten, den Mars freiwillig zu besuchen. Dominic und Roslyn konnten endlich die Masken abnehmen und wieder durchatmen. Die warme Luft innerhalb dieses Abschnittes von Brooklyn war abgestanden und stickig. Den Umweltsanlagen, die den überdachten Teil der Kolonie mit Frischluft versorgten, gelang es nicht, den ekelhaften Schwefel Gestank gänzlich herauszufiltern. Aber allmählich schien sich Dominic daran zu gewöhnen und die würgende Übelkeit ließ etwas nach. Roslyn klopfte sich den Staub aus dem Überwurf. So, jetzt werden wir mal nach Berman fragen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir so vorgehen sollten, warf Dominic ein. Ich meine, wir wissen nicht, mit was Berman handelt, ob er etwas produziert oder ob er für die Logistik verantwortlich ist. Wenn wir sagen, dass wir mit technischen Gerätschaften für den Transport handeln, wirkt es vielleicht komisch oder verdächtig, wenn wir einen Gemüsehändler nach ihm fragen. Möglich wäre es besser sich... Roslyn hob die Hand. Irgendwo muss man anfangen und ich werde nicht viel Worte machen und mich verplappern. Du hältst am besten ganz die Klappe. Sie steuerten den ersten Stand an, an dem das dürftige Obst und Gemüse aus der kargen Landwirtschaft angeboten wurde, die man auf dem Mars betrieb. Vor dem Eintreffen der Außerirdischen verfügte der Mars über große, von Sperrfeldern geschützte Plantagen, die reiche Ernte brachten. Aber das war Vergangenheit. Die schweren Stürme, die über den Planeten wehten, vernichteten immer mehr Ackerfläche und zerstörten das einst dichte Netz aus Wasserleitungen zur Berieselung der Felder. Das meiste des mühsam gewonnenen Wassers versickerte seither nutzlos im Sand. An der Kasse hinter den Kisten mit grünem Zeug, das an Spinat erinnerte, stand ein dicker Mann, der sich schon eine ganze Weile beobachtete. Er verschränkte die unangenehmes Gefühl beim Anblick des Mannes. Aus irgendeinem Grund waren sie ihm bereits aufgefallen und er wirkte misstrauisch. Roslyn wünschte einen guten Tag und der Mann gerüßte mürrisch zurück. Kennen Sie Berman? fragte Roslyn. Die Miene des pausbäckigen Mannes wurde noch verdrießlicher. Versuchen Sie es woanders, presste er zwischen den Zähnen hervor. Ich mache keine Geschäfte mit Der Mann sah für einen Augenblick irritiert aus. Dann lachte er verächtlich und schnauzte sie an. Auch dass ihr verschwindet. Dominic und Roslyn zogen ab und versuchten ihr Glück an anderen Ständen. Das Ergebnis fiel jedoch immer ähnlich aus und es dauerte nicht lange bis man ihnen weitere misstrauische Blicke zuwarf. Wir sollten unseren Standort vielleicht wechseln gab Dominic zu bedenken. Hier fallen wir schon auf. Er verkniff sich die Bemerkung dies vorher schon gewusst zu haben. Roslyn stimmte zu und sie ging einige Straßen weiter bis sie auf einen großen von mehrstöckigen Gebäuden eingefassten Platz gelangten. Sie konzentrierten sich dort mehr auf die Geschäfte und Läden in den Häusern stießen aber auch nur auf Schweigen und Ablehnung. Am besten gehen wir woanders hin bemerkte Dominic beunruhigt. Inzwischen hatten sie ziemlich viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Vielleicht versuchen wir es auf der anderen Seite der Stadt. Langsam aber sicher wird das Pflaster zu heiß stimmte Roslyn zu. Sie betraten eine Seitengasse um sich den neugierigen Blicken zu entziehen. Dort drängten sich die Häuser und Wohncontainer noch dichter zusammen und bildeten enge dunkle Gassen und Korridore. Sie waren nicht weit gekommen, da bemerkte Dominic, dass ihnen jemand folgte. Er ließ einige Momente vergehen, bis er nach seiner Pistole griff, sich umwand und sie auf den Verfolger richtete. Wer sind sie? Seine Stimme hörte sich fest und fordernd an. Die Gestalt, die ihn folgte, trug einen Kapuzenmantel über einer verschlissenen Flottenuniform, offenbar ein Mann. Er kam gelassenen Schrittes auf Dominic und Rosalind zu und streifte sich beiläufig die Kapuze vom Kopf. Dann hob er die Hände, um zu zeigen, dass er unbewaffnet war. Ich bin Dex Loomis, begann er. Das Lächeln passte nicht zu seinem hageren zynischen Gesicht. Man nennt mich den Constabler. Haben wir jetzt ein Problem? Wollte Rosalind wissen und legte die Hände auf seinen Pistolen Halfter. Hängt von ihnen ab. Inwiefern? Barman ist ein delikater Name, erklärte der Mann. Man läuft hier nicht herum und spricht ihn offen aus. Ja, wir sind neu in der Sache, entschuldigte sich Dominic, was Rosalind nicht zu gefallen schien, der die Stirn runzelte und ihn mit einem strengen Blick bedachte. Rosalind ging auf den Constabler Aber erst muss ich mir über sie beide im Klaren sein. Er streifte die Kapuze wieder über den Kopf. Steck das Ding weg, befahl Rosalind Dominic. Mach schon, weg mit der Pistole. Dominic kam dem Befehl nur widerwillig nach. Er spürte eine Bedrohung, die von Loomis ausging. Oder war es nur die Aufregung, die ihm gerade einen Streich spielte? Ich bringe euch Der Constabler verfügte über eine geräumige und luxuriös ausgestattete Unterkunft. Angesichts seines verwahrlosten Äußeren rechnete Dominic mit einer ebenso schäbigen Behausung. Offenbar verfolgte der Constabler mit seiner Erscheinung einen Zweck. In der Öffentlichkeit wirkte er unscheinbar und ebenso heruntergekommen wie alle anderen Kolonisten. Der verborgene Wohlstand zeigte jedoch, dass er mächtige Freunde hatte. Weiterhin in Lumpen herumzulaufen schien Teil seiner Täuschung zu sein. Dominic wusste nun, sie waren auf der richtigen Spur. Die Informationen, die er aus den Daten herausgefiltert hatte, stellten sich als brauchbar heraus. Er fühlte stolz in sich auf, keinem so gute Arbeit geleistet zu haben. Warum nennt man sie den Constabler? fragte Roslin, legte seinen Mantel ab und hängte ihn an einen Haken an der Eingangstür, wo Loomis zuvor seinen eigenen Umhang platziert hatte. Auch Dominic entledigte sich seines schweren Ponchos, während ihr Gastgeber in den großen Wohnraum ging. Constabler, wiederholte Loomis, hat in meinem Fall zwei Bedeutungen, aber ich finde es passender, wenn ich zuerst ihnen ein paar Fragen stelle. Er bot seinen Gästen ein großes Sofa als Sitzgelegenheit an und stellte drei Gläser mit klarem eisgekühlten Wasser auf den niedrigen rechteckigen Tisch davor. Daraufhin nahm er in einem großen Ledersessel Platz und studierte die Besucher eingehend. Constabler also, sagte Roslyn nachdenklich. Ein Beamter der Strafverfolgung, sie haben die Seiten gewechselt. Ich nehme an, die andere Bedeutung leitet sich vielleicht aus dem Militärischen heraus. Als Constabler war man in einigen Gegenden auch der Da haben wir ja richtig Glück gehabt. Wir suchen nützliche Kontakte. Ja, ich habe meine Möglichkeiten analysiert und mein Arbeitsfeld modifiziert, meinte der Constabler Mörisch. Aber jetzt bin ich an der Reihe. Was führt sie beide hierher? Geschäfte, sagte Roslyn. Was für Geschäfte? Das wissen sie doch sehr gut. Seit Samaria ausgefallen ist, müssen wir Alternativen finden, um die Lieferung aufrecht zu erhalten. Ja, Samaria ist ein Verlust, aber wie wollen sie eine derart große Lücke füllen? Ganz einfach, durch verbesserte Transportbehälter. Verbessert? Das schien Lunges zu interessieren. In wiefern verbessert? Betriebsgeheimnis traute sich Dominik einzuwerfen. Der Constabler ärgerte sich offenkundig über diese Bemerkung. Junge, sagte er knurrig. Du solltest aufpassen, ich kann vorlaute Bengel nicht ausstehen. Nur die Ruhe, wir wollen es uns nicht mit ihnen verscherzen, entschuldigte sich Roslyn für seinen Begleiter. Aber was das angeht, werden wir nur mit Börmen sprechen. Der Constabler hob die Augenbrauen und 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 für einen Moment glaubte Dominik einen Hauch von Belustigung über sein Gesicht huschen zu sehen. Eine ähnliche Reaktion, wie sie der erste Händler gezeigt hatte, den sie einige Minuten zuvor angesprochen hatten. Sie wollen mit Börmen sprechen, wiederholte Loomis tonlos. Ist Ihnen klar, dass das nicht so einfach ist, wie Sie denken? War uns von Anfang an bewusst, stätigte Roslyn. Dominik beschlichte Eindruck, dass dem Constabler irgendetwas sauer aufgestoßen war. Ihm gefiel der Gesichtsausdruck des Mannes nicht. Er wirkte wie jemand, dem gerade ein Licht aufgegangen war. Sagen Sie, wie lange sind Sie schon im Fleischgeschäft, wollte der Constabler erfahren. Seit ich auf der Hydra angeheuert habe, vor etwa drei Jahren. Und der Kleine? Ich bin erst seit zwei Jahren dabei, log Dominik und wieder meinte er, ein Lächeln in den Mundwinkeln seines Gegenübers zu erkennen. Er spürte unterschwillig, dass ihre Tarnung aufgeflogen war. Die Hydra hat es also aus dem Chaos von Chester heraus geschafft, wunderte sich der Constabler. Ich war der Meinung, die Cayman hätten sich die Mannschaft der Hydra geholt, und zwar alle, als Denkzettel für das Versagen ihres Captains am... Wie hieß der doch gleich? Larsen hieß der, antwortete Roslyn. Wir waren nicht an Bord, als es gut, aber wer zu Börmen will, muss erst mit dem Mandarin sprechen. Ach ja? Ganz recht. Hab noch nie von dem gehört. Können sie auch nicht. Der Constabler gab sich jovial. Ihn kennen nur einige Captains und ich. Ist besser so. Er entscheidet, ob sie zu Börmen gehen oder nicht. Ich kann jedoch ein Wort für sie einlegen. Es käme uns sehr gelegen, wenn wir keine Zeit verlieren würden. Oh, dann machen wir uns mal auf den Weg. Irgendetwas an der Art, wie er das sagte, gefiel Dominic nicht. Es wäre ihm lieber gewesen, sie hätten versucht, noch ein wenig mehr über den Mandarin herauszufinden, aber Roslyn und Loomis waren schon aufgestanden, um das Haus zu verlassen. Sie legten ihre staubigen Mäntel wieder an, die noch immer nach Schwefel rochen und traten Knall hörte. Loomis ging in die Knie und fiel leblos in den Sand. Porter und Roslyn kamen nicht dazu, ihre Pistolen zu ziehen, um sich zu verteidigen. Davon würde ich ihnen abraten, sagte ein Mann, der ein kurzläufiges Gewehr auf die beiden richtete. Auch er war in die übliche rostrote Robe gehüllt, das Gesicht unter einer Schutzmaske mit getönten Gläsern verborgen. Da sind sie, fragte Roslyn. Und was wollen sie von uns? Von ihnen bestimmt nichts, gab der unbekannte spittisch zurück. Sie tappen ja völlig im Dunkeln. Seien sie froh, dass ich auf sie aufmerksam wurde und sie gerettet habe. Und jetzt helfen sie mir Loomis in seine Wohnung zurück zu schaffen. Mit diesen Worten ließ er das Gewehr unter seinem Umhang verschwinden. Dann nahm er Kapuze und Maske ab. Zum Vorschein kam ein breites Gesicht mit dunklen Augen und schwarzem struppigen Haar. Also los jetzt fuhr er fort und packte Loomis Füße. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Warum helfen sie uns? Fragte Dominic während sie die Leiche in die Wohnung trugen. Gehören sie zu Blakes Leuten? Nein antwortete der Mann. Ich bin freischaffend, aber Blake ist die vertrauenswürdigste Person, die sich gerade im Sol-System aufhält. Er dumm von mir, ihn von der Kundenliste zu streichen. Vertrauenswürdig, dass ich nicht lache, meinte Roslyn säuerlich. Ist aber so, ob sie das wollen oder nicht, ich mache hin und wieder etwas für ihn und daraus ziehen sie zwei Figuren gerade erheblichen Nutzen. Dominic keuchte. Es schlaffe Körper war schwerer als er dachte, was ihn seltsamerweise mehr beschäftigte als der Umstand, dass er gerade eine Leiche transportierte. Und wie heißen sie? fragte Dominic den Fremden. Einen echten Namen, bitte, ergänzte Roslyn. Ich will nicht länger mit Constablern und Mandarines zu tun haben. Mit Namen scheinen sie so ihre Probleme zu haben, sagte der Mann mit dem breiten Gesicht. Mit Bermen lagen sie auch komplett falsch. Sie klappten das Schlafsofa auf, legten Loomis in den Bettkasten und machten es wieder zu. Ihr unbekannter Helfer wischte sich den Schweiß von der Stirn und stemmte dann die Fäuste in die Hüften. Mein Name ist Alexander Brast, stellte er sich endlich vor. Ich beliefere gerade den Nachrichtendienst, den Black installiert hat Schaffend antwortete Brast und Ruslan gab sich damit zufrieden. Man sagte mir, ich solle bald mit Besuchern rechnen. Dass es so schnell gehen würde, davon hatte ich keine Ahnung. Er ging zur Tür und machte eine Geste, die zur Eile aufforderte. Sie haben eine Menge Aufmerksamkeit mit ihrer Fragerei erregt. Ich habe mich an ihre Fersen geheftet und mit Entsetzen beobachtet, wie sie an den Constabler gerieten. Ich als sie sich gerade um Kopf und Kragen geredet hatten. Inwiefern? fragte Ruslan, als sie die Wohnung des Constablers verließen und durch die Gasse hasteten. Wie haben sie das gemeint? Wer ist dieser Barman? Barman ist kein Mensch, offenbarte Alexander Brest. Es ist ein Ort, der drittälteste Raumhafen des Mars. Was wüssten sie zwei Trottel, wenn sie in der Schule aufgepasst hätten? Er befindet sich nördlich von hier, aus der Zeit der zweiten Siedlerwelle, erreichbar durch einen 900 Kilometer langen ZA Verbindungstunnel, Null Atmosphäre. Dort holen die Cayman ihre Ware ab. Sie dürften inzwischen auch wissen, dass die Flats kein Märchen sind, oder? Ah, wissen wir inzwischen, bestätigte Ruslan. Und auch, womit sie handeln. Dominic bemerkte, dass sie sich immer weiter von den breiten Hauptwegen entfernten. Die Gassen wurden verwinkelter und einsamer. Wohin gehen wir jetzt? fragte Dominic. Den Mandarinen besuchen, antwortete Brast. Und was wollen wir dort? Wollte Ruslan erfahren. Wir müssen Tatsachen schaffen. Spätestens morgen wird man nach Loomis suchen. Bis dahin? Was ist bis dahin? Ruslan hörte sich beunruhigt an. Brast zögerte. Das kann keiner sagen, aber wir können noch etwas Nützliches tun. Ich würde es nicht wagen, hätten Sie mich nicht dazu gezwungen. Und da bleiben Sie am besten bei der Geschichte, die Sie Loomis erzählt haben. Ja? Kapitel Kapitel 23 Der Eingang zur Residenz des Mandarin war unscheinbar. Leucht zu übersehen, würde man nicht danach suchen. Im Grunde nur eine schmale Nische zwischen zwei Gebäuden, die man nicht einmal als Gasse bezeichnen konnte. Man konnte sie nur hintereinander im Gänsemarsch betreten. Es war dunkel und je weiter sie in den engen Korridor vordrang, umso finsterer wurde es. Am Ende standen sie vor einer Tür, die man allem Anschein nach von außen nicht öffnen konnte. Eine schummerige, gelbe Lampe über dem Türsturz wirf einen trüben Schein in die Dunkelheit. Plötzlich glitt die Abdeckung eines schmalen Seeschlitzes zur Seite. Für einen Augenblick fiel helles Licht durch den engen Spalt, dann schob sich ein Schatten vor die Öffnung. »Was willst du hier, Brest?«, fragte ein Mann hinter der Tür. »Ich bringe Gäste,« antwortete Brest. »Der Mandarin wird sie sehen wollen.« Es dauerte eine Weile, aber schließlich glitt die Tür seitlich in die Wand, um Brest und seine Begleiter einzulassen. Der Raum hinter der Türe diente dazu, Besucher des Mandarin in Augenschein zu nehmen, bevor man sie in den Club ließ. Dominique sah eine Kamera mit einer stark gewölbten Linse und einen grimmigen Wächter vor dem Eingang am anderen Ende des Raumes, in dessen Armbeuge ein kurzläufiges Gewehr ruhte. Der Mann, der ihn geöffnet hatte, besaß einen kahlen Kopf, der scheinbar ohne Hals auf seinen breiten Schultern saß. Sein Kompagnon war ein genaues Abbild und begann die Besucher nach Waffen zu durchsuchen. Nachdem er fündig geworden war, verstarrte er die Waffen in einem Wandschrank. »Keine Angst, die bekommen Sie wieder,« brummte er. »We sind ja keine Diebe.« Mit einer einladenden Geste erlaubte es der Kahlkopf den Gästen, den Club zu betreten. Es ging eine schmale Treppe hinunter und schließlich gelangten sie in einen großen Saal mit mäßiger Beleuchtung. Dominique hörte leise sinnliche Musik und nahm den Duft unterschiedlicher Drogen wahr. Die schwere Süße der Sumer-Pflanze, das herbe Aroma der synthetischen Axan-Kristalle und der scharfe Zitronengeruch von Saja-Harz. Das Licht von Hologrammen und Bildschirmen wirf einen blauen Schimmer in das Dunkel. Dominique sah Zahlen und Diagramme, die die Kurse diverser Aktien oder Wetteinsätze anzeigten. Animierte Tabellen und Grafiken. Hier und da ein Kommentator, der die Gründe für Kursverluste und Gewinne erläuterte. Auf einer mit Kissen und kostbaren Stoffen bedeckten Empore saß ein dicker Mann und rauchte Wasserpfeife. Gehüllt in ein altertümliches, buntes Gewand, versehen mit verspielten Mustern und üppigen Stickereien, gab er einen sonderbaren, geckenhaften Eindruck ab. Ein Harlequin kam es Dominique in den Sinn. Zu den Füßen des Mannes lagen fünf Frauen in hautengen, glänzenden Kostümen, die den Neuankömmlingen aufmerksame Blicke zuworfen. Zwei von ihnen erhoben sich mit geschmeidigen Bewegungen. Sie kamen näher, schlichen heran wie hungrige Tiger. Ihre Blicke spiegelten Lust und Gier wieder, als wären sie gerade dabei, sichere Beute zu machen. In den langen Haaren der Frauen glitzerten Perlen und Edelsteine. Bei jedem ihrer Schritte klingelten goldene Glöckchen an Handgelenken und Fesseln. Ein Mann, der Dominique zuerst nicht aufgefallen war, da er einen schwarzen Anzug trug und im Dunkeln hinter seinem Herrn gestanden hatte, trat hervor. Er war nicht besonders groß und blickte abschätzig von der Empore auf die neuen Gäste herunter. In seinem schmalen, blassen Gesicht erleuchteten dunkelrote Lippen, die auf den Konsum von Purpormon hindeuteten und die förblich auf interessante Art und Weise mit seinen eisblauen Augen korrelierten. »Was so bedeutet dieser Besuch?«, fragte er stellvertretend für seinen Herrn. Die zwei Frauen tänzelten um Dominique herum und berührten ihn ab und an mit ihren Fingerspitzen. Ihre Bewegungen folgten den leisen Trommelschlägen, die die sphärische Musik begleiteten. Berest richtete seine Worte nicht direkt an den Mandarin, sondern an dessen hageren Diener, der wohl so etwas wie einen Kastellan darstellen sollte. »Ah, Jetman«, begann er, »das sind Geschäftsleute, die uns helfen wollen, unsere Verluste bei den Lieferungen zu kompensieren«, erklärte Berest, woraufhin der Mandarin die Pfeife aus dem Mund nahm und seine Gäste eingehender betrachtete. »Der Junge heißt Nick Porter und der andere Frank Roslin. Beide waren auf der Hydra.« »Es wird schwer sein, Lawson zu ersetzen«, sagte der blasse Jetman, ohne auf Berests Worte einzugehen. »Er war einer der besten Lieferanten«, Berest nickte. »Ja, nach dem Samaria-Desaster haben wir etwas gut zu machen. Es wäre schön, wir würden jegliche Ausfälle zukünftig verhindern können. Abgesehen von den jüngsten Katastrophen war das ja schon immer ein Problem.« Die beiden Frauen schmiegten sich inzwischen eng an Dominic, küssten seine Wangen, seine Nacken. Er war mal Atemstrich über seine Haut. Es fiel ihm schwer, sich auf das Gespräch zu konzentrieren. »Ja, ja, und wie wollen die da«, der blasse Mann machte eine fahrige Geste in Richtung Dominic und Roslin, »unsere Probleme dann lösen?« »Das ist unser Geschäftsgeheimnis«, behauptete Roslin. »Wir handeln nicht mit Geheimnissen«, war die Antwort des hageren Mannes, »also mit Spionen.« »Na ja, der Junge hat mir gesagt«, fing Brest an zu erzählen, »sie hätten ein Gerät, das die Fluktuation der Stasisfelder verhindert.« »Wie kommst du dazu, ihm das zu sagen, Brest?« Roslin spielte seinen Part sehr gut und Dominic versuchte seinen Teil zu der Täuschung beizusteuern. Das allerdings war nicht einfach, da die beiden Frauen anfingen, ihm obszöne Dinge ins Ohr zu flüstern und ihn zu küssen. »Ich dachte, es sei nützlich, etwas durchblicken zu lassen«, sagte Dominic, bemüht sich deutlich auszudrücken. »Etwas mit Substanz.« Das schien den dicken Kerl zu überzeugen, der sich auf seinem Divan räkelte wie ein kostümierter, fetter Clown. »Wenn wir mit eurer Hilfe Lieferausfälle reduzieren«, die tiefe Bassstimme des Mandarinen übertönte die Musik, »dann könnt ihr einen guten Anteil abgreifen.« »Wie hoch wäre der?«, erkundigte sich Roslin. »Dazu kommen wir, wenn es funktioniert«, winkte der Mandarin ab. »Ich muss erst sehen, ob es sich bewährt.« »Wie lange braucht ihr, um die Behälter umzurüsten?« »Wir hatten noch keine Gelegenheit, sie näher in Augenschein zu nehmen«, erzählte Roslin. »Wir haben die Ware nach Samaria geliefert, und dort hat man sie verpackt, ohne uns an die Zylinder heranzulassen. Ich weiß, wie die Dosen funktionieren, aber es wäre gut, wenn ich mal an einer herumschrauben könnte, um zu sehen, wo wir den Stabilisator am sinnvollsten unterbringen. Dann kann ich auch die Zeit berechnen, die wir für die Umrüstung brauchen werden.« Der Mandarin runzelte die Stirn. »Sie haben keines dieser Geräte bei sich?« »Nein«, antwortete Roslin. »Zu schwer, zu wertvoll, zu viele Diebe nach allem, was ich über Brooklyn weiß.« »Diebe«, der Mandarin lachte. »Es gibt hier keinen Dieb, der nicht für mich arbeitet.« Alle lachten, und auch die beiden Frauen hörten für einen Moment auf, Dominic zu bearbeiten. »Ich könnte die beiden nach Bermann bringen«, schultete sich Brest wieder in das Gespräch ein. »Bis die nächste Lieferung eingeht, hätten sie genug Zeit, um sich die Behälter in Ruhe anzusehen.« »Der dünne Jetman wandte sich an seinen Herrn.« »Sollen wir ihnen Passierscheine ausstellen?« Der Mandarin sog an seiner Wasserpfeife und entließ einige Rauchkringel aus seinem Mund. »Nicht nötig. Du wirst Brest und diese Geschäftsleute begleiten. Schau ihnen genau auf die Finger.« Der Diener verneigte sich, wie ihr wünscht. Brest schlug vor, seinen Gleiter zu nehmen, um sie zu einer Schleusenstation zu bringen, die sich gut 100 Kilometer nördlich von Brooklyn befand. Dort konnte man den Zero-Atmosphere-Tunnel betreten, der nach Bermann führte. Der alte Stützpunkt selbst lag viel zu weit entfernt, als dass man ihn an einem Tag mit einem Gleiter erreichen konnte, beteuerte Brest. Jetman sah das offenbar ähnlich und hatte nichts einzuwenden. Noch immer tobte der Sturm. Er schien sogar stärker geworden zu sein. Sie kamen nur langsam voran. Der Gleiter wurde immer wieder von Windböen gepackt und durchgeschüttelt. Dominic wurde allmählich unruhig. Falls die Leute das Mandarin den toten Loomis zu früh finden würden, wäre das Spiel vorbei. Brest schien von ähnlichen Befürchtungen geplogt, denn er behauptete, dass das Kommunikationssystem seines Fahrzeuges in diesem Sturm unbrauchbar sei. Dominic zählte inzwischen die Kilometer, die auf der Konsole des Gleiters wie ein Countdown abliefen und die Distanz zur Schleusenstation anzeigten. Nach endlos langer Zeit kamen sie schließlich an der bunkerartigen Station an, die in den roten Felsen hineingebaut war. Ein breites, geschlossenes Metallschutz schützte den Eingang. Brest hielt direkt davor, geschützt unter einem mächtigen Felsvorsprung, der den Eingang überragte. Anschließend stiegen sie aus und drängten sich an das Tor. Der Jetman betätigte einige Schalter auf einer in den Stein eingelassenen Konsole. Danach meldete sich jemand über einen Lautsprecher und der Jetman schrie in das Mikrofon. Der Wind heulte noch immer so laut, dass Dominic nicht verstehen konnte, was er sagte. Immerhin öffnete sich kurz darauf das Schott einen Spalt weit und sie konnten das Innere der Station betreten. Als sich die Tür wieder schloss, war es totenstill. Sie fanden sich in einer weiten, dunklen Halle wieder, in der allerlei Transportgerät zu sehen war. Dominic erkannte Greifer, die von der Decke baumelten. Stapler, Gravo-Schlitten und einige deaktivierte Laderoboter, die wie eiserne Skulpturen in der Dunkelheit herumstanden. Alles neuartige Gerätschaften, die eine Menge Geld kosteten. Eine Gruppe von zehn oder zwölf Männern war dabei, die Maschinen zu reinigen und zu reparieren. Einer von ihnen kam auf die unangemeldeten Besucher zu und schob sich gerade sein Headset vom Kopf. Er war groß und breitschuldrig und erinnerte Dominic an die Türsteher des Mandarin, nur dass dieser hier einen schmutzigen Overall trug. Tatsächlich der Jetman persönlich, sagte der Mann und wischte sich die Finger an einem Lappen ab. Fühle mich geehrt, hab den Genuschel am Tor kaum verstanden. Er stopfte sich das Tuch in den Gürtel und musterte die Begleiter des Jetman. Was können wir für den Mandarin tun? Wir brauchen nur eine Transportgondel, erklärte der Jetman. Kein Problem. Folgen Sie mir. Der Mann wandte sich um und führte die Gruppe ans andere Ende der Halle, wo sich eine Reihe großer, runder Luken befand. Eine davon öffnete sich und gab den Blick auf eine dunkle Röhre frei, die offenbar bis nach Börmen reichte. Ein kleines, zylindrisches Fahrzeug mit einem Chassis aus Dura-Glas senkte sich von der Decke herab. Die Sitzreihen darin boten Platz für neun Passagiere. Bereit für den Höllenritt, ihr Weicheier, scherzte der Arbeiter und öffnete eine Schiebetür an der Seite des Zylinders. Wir schießen euch mit Überschall durch die alten Röhren und manchmal kommt man auch am Zielort an. Der hagere Jetman setzte sich als erster in das Vehikel. Für die launige Bemerkung des Arbeiters hatte er nur ein dünnes Lächeln übrig. Danach folgten Brest, Ruslan und Porter, der das Fahrzeug misstrauisch begutachtete. Sie, sie haben gerade einen Schatz gemacht, oder? fragte Dominic besorgt. Ich hab kein Humor, antwortete der Arbeiter knapp, und nachdem Dominic sich gesetzt hatte, verschloss er das Fahrzeug, das sich unmittelbar darauf in Bewegung setzte. Die Fahrt war genau der Höllenritt, den der grobschlechtige Kerl in seinem schmutzigen Overall prophezeit hatte. Dominic wurde von dem Geschaukel und dem Lärm übel, der die Transportgondel erfüllte, die durch den stockdunklen Tunnel jagte. Nur hin und wieder flammte ein Funken auf, wenn der metallener Rahmen der Kapsel die Schachtwand berührte. Nach einer gefühlten Ewigkeit bremste das Fahrzeug ab und glitt in das Licht einer kreisrunden Halle von riesigen Ausmaßen. Eine hochgewölbte Kuppel bildete das Dach der Anlage. Es war zu einem Drittel geöffnet und trübes Tageslicht sickerte herein. Dominic hielt es durchaus für möglich, dass eine Cayman-Klinge problemlos in dieser Halle landen konnte. Burman war eine veraltete, aber dennoch beeindruckende Konstruktion. Seit der von den Akato und Cayman verursachte Krieg begann, mochte hier kein großes Menschenschiff mehr niedergegangen oder gestartet sein. Große Schiffe wagten sich kaum noch in die Nähe des Roten Planeten. Sie waren zu auffällig und zogen die Neugier der Cayman auf sich. Allenfalls kleine Transporter, nicht länger als vielleicht 50 Meter, flogen den Mars an oder bewegten sich in seinem Orbit. Hier ist ja mal gar nichts los, bemerkte Brest. Der Jetman öffnete die gläserne Seitentür der Kapsel. Seitdem sich die Cayman auf Chester bedient haben, ist es hier sehr ruhig geworden, erläuterte der dünne Mann. Aber ich bin zuversichtlich, dass sich das bald wieder ändern wird. Chester war eine verständliche Ausnahme. Die Cayman haben genug mit den Akato zu tun und werden uns die Erntearbeit auch weiterhin überlassen. Nach dem Ausfall von Samaria rechne ich hier bald wieder mit einem vollen Lager. Larsen meinte, dass Berman überlastet sei, warf Ruslan ein. Wohin würden wir ausweichen, wenn die Cayman mit unserer Auslastung nicht zufrieden sind? Wenn Berman alles alleine stemmen muss, könnte es zu Engpässen kommen. Daran haben wir gedacht, die Alternative ist der alte Baxter-Außenposten. Der Jetman sagte das nicht ohne Stolz. Womöglich war er an den Gewinnen beteiligt, die über diese Station eingefahren wurden. Sollten mich ihre Verbesserungen überzeugen, werde ich dafür sorgen, dass auch Baxter mit den modifizierten Behältern ausgestattet wird. Die alte Station hat inzwischen einen guten Ruf bei den Cayman. Und mir ist sehr daran gelegen, in ihre Achtung zu steigen. Ein Vorteil wäre wünschenswert, denn das Feld zur Ernte ist groß. Und solange Blut fließt, soll man investieren, nicht wahr? Bei den Worten des Mannes wurde Dominik übel. Er hatte die Ernte gesehen, von der dieser groteske Mann so leichtfertig sprach, und das Leiden der Menschen, die in den Behältern eingeschlossen waren. Auch wenn ihn die Erinnerung daran erneut aufwühlte, wurde seine Aufmerksamkeit nun von einem seltsamen Objekt angezogen, das im Zentrum der Halle stand und zunächst nicht aufgefallen war. Ein kleines Schiff. Es mochte etwa die Ausmaße der Ester haben, die auf der Samaria-Station ihr Ende gefunden hatte. Ach, sieh an, stieß Brest erstaunt hervor, der das Schiff ebenfalls entdeckt hatte. Die Bosco sind noch da. Der Jetman ging nicht darauf ein. Allem Anschein nach schien ihm die Anwesenheit der Bosco nicht recht zu sein, weil er immer diese Leute auch sein mochten. Den Ausdruck Bosco hatte Dominik noch nie zuvor gehört. Er klang nach einem Namen aus den östlichen Territorien. Hier sind einige Stasisbehälter. Der Jetman deutete auf eine Reihe von Zylindern in ihrer Nähe. Die können sie sich jetzt in Ruhe ansehen. Roslyn und Dominik widmeten sich den Behältern, während Brest versuchte, den Kastellan in ein Gespräch zu verwickeln. Dem wiederum war jedoch mehr daran gelegen, Dominik und Roslyn zu beobachten. Und wie geht es jetzt weiter? fragte Dominik leise. Ich habe keine Ahnung, gestand Roslyn flüsternd. Wir brauchen noch einen Beweis für die Verwicklung der Flotte in die ganze Sache. Ich hatte gehofft, hier ein Schiff der Flotte vorzufinden oder einen hochrangigen Offizier auf frischer Tat zu erwischen. Wer sind die Bosco? Weiß ich nicht. Winkte Roslyn ab und machte sich an der Abdeckung eines Stasisbehälters zu schaffen. Wir müssen jetzt einen professionellen Eindruck machen. Dominik sah sich das fremde Raumschiff genauer an. Auf den ersten Blick sah es wie ein Konstrukt aus Menschenhand aus, doch je länger Dominik es in Augenschein nahm, umso mehr Zweifel überkamen ihn. Viele der Details wirkten nicht so, als stammten sie aus den Gehirnen menschlicher Ingenieure und ihren Werften. Die Bosco sind keine Menschen, stellte Dominik fest und Roslyn hielt für einen Moment inne. Ach ja? Er nahm den Deckel ab, an dem er herumgerüttelt hatte und sah auf die Kabel und Schalter, die darunter zum Vorschein kamen. Dominik gab sich reichlich Mühe, konzentriert zu wirken, aber ihn interessierten die Bosco nun sehr viel mehr, als es für ihre Mission zuträglich war. Es fiel ihm schwer vorzugeben, sich mit der Verbesserung der Stasisbehälter zu beschäftigen. Immer wieder wanderte sein Blick zu dem fremden Schiff hinüber. Er machte große Augen, als plötzlich eine Gruppe annähernd humanoider Wesen eine Rampe herunterstieg. Sie lachten. Jedenfalls glaubte Dominik, dass es Gelächter war, was da so schrill und laut durch den Hangar hallte. Es klang unheimlich. Eine Mischung aus Geschrei und Fauchen. Auch Roslyn sah zu den Kreaturen hinüber, deren Köpfe wie die von braunen Echsen aussahen. Kleine Hornansätze über den Augenwülsten. Sie gingen von übergebeugt und hatten lange peitschenartige Schwänze, die hinter ihnen durch die Luft wedelten. Roslyn gelang es nicht mehr, gleichgültig zu wirken. Was sind das für Kerle? Der Jetman hatte die Verblüffung auf Roslans und Dominiks Gesicht offenbar bemerkt. Wenn sie zu den Flats gehören wollten, dürfte sie die Anwesenheit der Bosco nicht überrascht haben, mit denen die Verbrecher offenbar auch Geschäfte machten. Genauso wenig, wie es Brest überraschte, der schon länger mit den Flits zu tun hatte und Dominik und Porter mit seiner vorhergehenden Bemerkung wohl darauf vorbereiten wollte. Der Jetman zog seine Pistole aus dem Gürtel und legte auf den ersten Offizier der Zora an. Aber ehe er etwas sagen oder tun konnte, hatte Brest ihm mit dem Griff seiner Waffe eins übergezogen. Der Kastellan des Mandarinen fiel schlaff zu Boden und beliebt liegen. Die Bosco unter Feuer nehmen, schrieb Brest und schoss über die Köpfe der beiden Flottenoffiziere hinweg. Er traf einen Bosco, der von der Wucht des Projektilgeschosses von den Füßen gerissen wurde. Dominik holte seine eigene Waffe aus dem Holster und legte auf die echsenartigen Wesen an, die hinter einigen Kisten und Containern in Deckung gegangen waren. Brest rannte durch die Halle auf das Schiff der Bosco zu, während er erneut einige ungezielte Schüsse auf die Echsen abgab. Dominik feuerte die Hälfte des Energieblocks leer, der seine Pistole versorgte. Es gelang ihm, die Bosco in Schach zu halten, bis Brest deren Schiff beinahe erreicht hatte. »Verdammt«, zischte Roslin ungläubig und voller Zorn. »Mist, Kerl, wenn der mal nicht abhaut und uns mit den Bosco alleine lässt.« Dominik sah, wie Alexander Brest die kurze Rampe hinaufallte und im Inneren des Raumschiffes verschwand. In diesem Augenblick wagten sich die Bosco aus ihrem Versteck und deckten Roslin und Dominik mit gleißenden Energiesalven ein. Die Entladungen und die Druckwellen der Explosionen, die sie verursachten, waren so heftig, dass Dominik zu Boden geschleudert wurde. Fetzen von glühendem Metall und Tropfen von geschmolzenem Kunststoff flogen ihm um die Ohren. Für einen Augenblick verdeckte Dichter Qualm die Sicht. Roslin lief hinter einem anderen Behälter in Deckung. Helle Energiestrahlen peitschten über ihn hinweg und schlugen tiefe Krater in die Hallendecke. Es war ein Wunder, dass er nicht getroffen wurde. Gesteinssplitter regneten herab und zerplatzten mit dumpfem Knall auf dem Boden. Ein weiterer Feuerstoß zerfetzte den Behälter, bei dem Roslin gerade angekommen war. Die Detonation schleuderte den Offizier wie eine Puppe durch die Luft und ließ ihn hart auf den Boden krachen. Er blieb einen Augenblick reglos liegen. »Ist er tot?«, fragte sich Dominik. Die Bosku mussten sich jetzt nur noch um Dominik kümmern, der noch benommen auf dem kalten Beton kauerte. In Anbetracht ihrer momentanen Überlegenheit kam einer der Bosku lässig näher. Der andere lief zurück zum Schiff. Die Augen des Wesens glänzten, während sie sich auf Dominik richteten. Helle, gelbe Pupillen in schwarzen Augäpfeln irritierten Dominik. Sie wirkten wie lodernde Flammen, umgeben von Dunkelheit. Mit hartem, stechendem Blick richteten sie sich auf ihn. »Rusk«, forchte der Bosku und legte das Gewehr auf Dominik an. »Rusk«, »maachach«. Was auch immer die gefurchten Worte bedeuten mochten, sie klangen nicht freundlich in Dominiks Ohren. Dies und der grauenhafte Anblick der Echse verursachte ihm Gänsehaut. Er spielte mit dem Gedanken, sich zu ergeben. Plötzlich röhrten die Triebwerke des Schiffes auf und die Echse wirbelte herum. Im gleichen Moment eröffneten die Bordgeschütze das Feuer. Sie tröffen den Bosku, der beinahe die Rampe erreicht hatte. Er verschwand in einem Wirbel aus Feuer, Funken und Rauch. In der nächsten Sekunde wurde die Echse von einem Energiestoß erfasst, die gerade noch auf Dominik angelegt hatte. Es blieb nicht viel von ihr übrig. Dominik eilte zu Roslin hinüber, der mühevoll aufzustehen versuchte. Inzwischen erfüllte das Brausen der Triebwerke die Halle. Brest konnte das Bosku-Schiff jetzt jeden Moment starten und die beiden Offiziere zurücklassen, falls er das wollte. Wir müssen an Bord, keuchte Roslin. Schnell, bevor der Kerl ohne uns verschwindet. Dominik half dem verletzten Roslin auf, der sich die Schulter geprellt hatte, und gemeinsam schleppten sie sich durch den Hangar. Dominik glaubte zwar nicht, dass Brest ohne sie abfliegen würde, aber sicher war er sich da nicht. Sie schienen kaum voranzukommen, während der Lärm, den die Düsen verursachten, weiter anschwoll. Endlich erreichten sie die Rampe und stolperten ins Innere des Schiffes. Kurz darauf wurde die Rampe eingefahren. Die Lucke schlug zu und das Gefährt hob ab. Brest gelang es mehr schlecht als recht, das fremde Schiff aus dem Hangar zu steuern. Als Dominik und Roslin im Cockpit des Fahrzeuges erschien, war er voll und ganz damit beschäftigt, es in der Luft zu halten. Der Agent deutete auf den Sitz neben sich. Ich brauche einen Co-Piloten. Dominik zögerte nicht und nahm Platz, während sich der verletzte Roslin auf der anderen Seite an einer Konsole niederließ und sich die Schulter hielt. Die Armaturen des Cockpits waren zwar mit fremden Symbolen beschriftet, aber die Art und Anordnung der Hebel und Knöpfe kamen Dominik vertraut vor. Es bedeutete ein Wagnis, das Ding zu fliegen, aber angesichts ihrer Situation gab es keine bessere Alternative. Eine Rückkehr nach Brooklyn auf dem alten Weg war undenkbar. Die Crew der Schleusenstation musste inzwischen darüber im Bilde sein, was sich auf Börmen abgespielt hatte. Das Schiff schlingerte durch die Luft. Die Konstruktion ächzte und knirschte, wenn Brest versuchte, seine eigenen Flugfehler zu korrigieren, was alles nur noch schlimmer machte. Dominik zog an einem Hebel und es gelang ihm damit, den Kurs ein wenig zu stabilisieren. Da war ein Booster zwischengeschaltet, erklärte er. Hab den Schub weggenommen. Das war ungefähr, als würde man einen Arschtritt bekommen, jedes Mal, wenn man Gas gibt. Brest machte ein Handzeichen, das seine Anerkennung ausdrückte. Von diesem Zeitpunkt an stabilisierten sich die Flugmanöver und Brest konnte die Maschine besser beherrschen. Sie haben sein Ding noch nie zuvor geflogen. Dominiks Frage war mehr eine Feststellung. Das ist mein erstes Mal, antwortete der Agent. Erneut sackte das Schiff mehrere Meter ab, bevor er es wieder nach oben ziehen konnte. Aber sie wissen eine Menge darüber. Hab ich recht? Ist doch nicht so schwer, sich zurechtzufinden. Ihnen ist das ja auch gelungen. Ja, aber ich würde mir nicht zutrauen, an Bord zu gehen, es zu starten und zu fliegen. Wir hatten keine Wahl, oder? Ansichtssache. Brest wurde ärgerlich. Ich hab mich vor, mich verhören zu lassen. Schon gar nicht von einem Grünschnabel wie dir. Sie überflogen die Einöden des Mars in niedriger Höhe. Nachdem sie Brooklyn in weitem Bogen passiert hatten, steuerte Brest die Position an, wo sich der Gleiter befand, mit dem Rosslyn und Porter auf dem Planeten gelandet waren. In diesem Moment zog der erste Offizier der Zora seine Pistole und richtete sie auf den Agenten. Ich hab mir überlegt, ob wir das Schiff nicht behalten sollen. Brest sah Rosslyn für einige Sekunden an, ohne eine Emotion zu zeigen. Es fiel Dominic schwer zu deuten, was in ihm vorging, aber Angst schien er keine zu haben. Er zeugte sich beherrscht und schien seine Alternativen zu kalkulieren. Schließlich glitten seine Finger über die Armaturen und nachdem er einige Schalter betätigt hatte, begann das gesamte Schiff zu vibrieren. Rosslyn schob den Lauf seiner Waffe näher an den Kopf des Mannes. Was haben sie gemacht? Du hast recht, Junge. Brest sprach zu Dominic, ohne Rosslyn dabei aus den Augen zu lassen. Ich weiß einiges über die Boskuh-Schiffe und habe ein paar nützliche Sachen herausgefunden. Wenn der Mandarin herausfindet, in welchem Umfang ich bei ihm spioniert habe, wird er mir sämtliche Kopfgeldjäger auf den Hals hetzen, die er anwerben kann. Rosslyn drückte die Mündung der Waffe gegen Brests Stirn. Was haben sie gemacht? wiederholte er seine Frage von vorher. Ich habe das Kühlsystem des Reaktors heruntergefahren, führte Brest aus. In zwei Minuten wird er überhitzen. Dann nützt es auch nichts mehr, die Kühlung wieder hochzufahren. Sind Sie wahnsinnig? Oh nein, aber ich kalkuliere sehr gut. Ich kann weder auf dem Mars bleiben, noch mit leeren Händen zu Blake zurückkehren. Ich habe bei ihm etwas wieder gut zu machen. Und ich sehe es lieber in seinen Händen, als ihm sagen zu müssen, dass ich es der Flotte überlassen musste. Das würde meine Lage nur noch schlimmer machen. Sie sind bereit, dafür drauf zu gehen? In knapp zwei Minuten werden Sie es wissen, Rosslyn. Die beiden Männer blickten einander an. Es verstrichen einige Sekunden, in denen Dominic mit aufkeimender Panik zu kämpfen hatte. Aber schließlich gab sich Rosslyn geschlagen und er steckte seine Waffe weg. Als sie gelandet waren, löste Dominic eilig die Gurte, rutschte von seinem Sessel und eilte aus der Kanzel. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder, Brest, hörte Dominic Rosslyn noch sagen, bevor auch der sich daran machte, das Schiff zu verlassen. Nachdem die beiden Flottenoffiziere von Bord gegangen waren, mussten sie zusehen, wie Brest mit dem Schiff der Bosku davonflog. Rosslyn zeigte sich daraufhin noch mürrischer, als das sonst der Fall war und sprach kaum ein Wort, während Dominic den Gleiter zur Zora zurücknavigierte. Kapitel 24 Perk verlangte umgehend Bericht und war nicht sehr glücklich, als Rosslyn davon erzählte, wie sie das Bosku-Schiff an Blake verloren hatten. Der Hauptgewinn. Die Stimme des Käptens klang matt und resigniert. Ein Interstellar-Schiff und wir haben es verloren. Vielleicht sollten wir mit Blake darüber sprechen, schlug Dominic vor. Diese Beute ist zu wichtig, um sich geschlagen zu geben. Glauben Sie etwa, das wäre mir nicht bewusst. Ich denke nur, für Dominic Ford, dass man die Sache behutsam und diplomatisch anfangen muss. Auch wenn es uns gegen den Strich geht. Wenn wir in Erwägung ziehen, das Ding gewaltsam in Besitz zu nehmen, könnte es dabei verloren gehen. Das habe ich auch nicht vor. Wie sollten wir das auch anstellen? Rosslyn rutschte auf seinem Sessel hin und her. Dominic wusste, dass es dem Offizier zutiefst widerstrebte, mit den Piraten zu reden oder gar zu verhandeln. Womöglich erwog er sogar eine Kommando-Aktion, wenn sie herausgefunden hatten, wo sich das Schiff befand. Wir haben uns schon zu viel mit denen eingelassen, sagte Rosslyn, wie Dominic es erwartet hatte. Wir sind nur ein wenig schlauer als zuvor, während Blake seine Position weiter gefestigt hat. Perks Blick verharrte auf Dominic und es sah so aus, als messe er Rosslyns Worten kaum Gewicht bei. Ich ziehe in Bewegung, einen Kurierdienst einzurichten. Ein Nachrichtentransfer zwischen Blake und uns. Rosslyn atmete hörbar aus. Ist das wirklich nötig? Ihm schien es schwer zu fallen, sich angemessen auszudrücken. Ich habe den Eindruck, er führt uns an der Nase herum. Und wenn nicht, was haben wir denn schon bekommen? Eine Menge Rätsel, durch die wir uns durchwählen müssen. Porter hat bisher ganz gute Arbeit geleustet, entgegnete Perk. Zugegeben, der Goldtopf am Ende des Regenbogens ist uns durch die Lappen gegangen. Aber Blake hat lediglich Glück gehabt. Es ist nicht strafbar, sich fähige Leute auf die Lohnliste zu setzen. Aber wir sind auch nicht dämlich. Und haben immerhin eine Menge herausgefunden. Allein zu wissen, dass die Menschen jetzt ein Sternenschiff haben, ist schon spannend genug. Vielleicht bekommen wir ja heraus, wo es jetzt ist. Inzwischen setzen wir Kurs auf den Baxter-Außenposten. Ich werde bei Rosefield Verstärkung anfordern und Blake über unsere Absichten bezüglich Baxter informieren. Ich werde jedenfalls nicht als Kurier fungieren, sagte Roslyn ernst. Ich denke hierbei auch an Potter und Corrin. Perks Miene verriet Zuversicht. Das wird eine sehr interessante Aufgabe für ehrgeizige Offiziere sein. Er tippte auf eine Schaltfläche und kurz darauf meldete sich der Brückenoffizier. Corrin soll unverzüglich in mein Privatquartier kommen, befall Perk. Als Dominic und Cyrus Corrin zurück in ihrer kleinen Kabine waren, wirkte Cyrus wie gelähmt. Jetzt nimmt das Ganze noch größere Formen an, murmelte er. Ich hatte nicht vor, Kurier durch Spion zu werden. Er hat doch nur gesagt, wir sollen Vertrauen bei Blake und seiner Crew gewinnen, entschuldigte Dominic den Käpt'n. Ah ja, und nebenbei die Augen offen halten. Na und? Aber er wird es nicht bleiben. Er wird verlangen, dass wir bei den Piraten herumschnüffeln, und das kann ins Auge gehen. Tja, man wächst eben in seine Aufgaben hinein, antwortete Dominic mit gespieltem Selbstbewusstsein. Es ist verdammt gefährlich. Ach, hier ist alles gefährlich, wir sind auf einem Kriegsschiff. Du weißt, wie ich das meine. Cyrus setzte sich auf die Pritsche und schnirrte seine Stiefel auf. Ich hatte nicht vor, mich mit Piraten zu unterhalten und nebenbei zu versuchen, sie auszuhorchen. Ich setze dann schon lieber hinter meiner Kanone und nehme sie unter Feuer, als mich mitten unter das Gesindel zu begeben und zu riskieren, bei einem einzigen falschen Wort umgebracht zu werden. Wir müssen ja nur glauben, man hätte etwas Interessantes gesehen, das nicht für fremde Augen bestimmt ist. Zack, und schon fixieren sie einen in einer Triebwerksschüssel. Mit Worten kannst du doch umgehen, sagte Dominic. Da müsste ich mir schon mehr Sorgen machen, würde ich diesen Auftrag bekommen. Ich würde mich ins Unglück stammeln. Wir haben Pirks Ausführungen den Boden unter den Füßen weggezogen, ganz ehrlich, besonders die Sache mit dem Sternenschiff. Das ist so etwas wie der heilige Graal. Das kann nicht geheim bleiben. Alle werden bald danach suchen. Das wird eine Jagd durchs ganze Sonnensystem. Dominic musste zugeben, so weit hatte er nicht gedacht. Der Jetman war vielleicht noch am Leben und würde sich mit Sicherheit einen Reim über den Ablauf des Geschehens machen können, wenn er die Überreste der Bosku zusammengesetzt hatte. Spätestens dann würde er wissen, dass Brest und seine Begleiter mit dem Schiff der Echsen weggeflogen waren. In der Zwischenzeit können wir uns mit einigen Fakten vertraut machen, teilte Dominic mit und rief mehrere Informationen auf dem Handcomputer an seinem Unterarm ab, die er in den Raum projizierte. Was ist das? Wollte Cyrus wissen. Diese Daten stammen von Blake, erklärte Dominic. Park möchte, dass wir daraus schlau werden. Aber es ist ein ziemliches Durcheinander. Toll. Und woher stammt das alles? Blake hat es aus dem Zentralrechner der Flets aus Samaria. Schwer zu sagen, ob er daraus seine Schlüsse ziehen konnte. Ich toppe jedenfalls noch sehr im Dunkeln. Irgendwie schien Cyrus dieses Rätsel zu interessieren. Sag mir mehr davon. Dominic ließ die holographischen Daten im Präsentationsmodus ablaufen. Ab und an wollte Cyrus, dass er ein Bild anhielt oder einen Ausschnitt vergrößerte. Was ist das für ein Coder-Wilch? fragte Corrin, als ein schier endloser Textblock vor seinen Augen vorüber glitt. Das sind eine Million Seiten an Text, erklärte Dominic. Es gibt wenige zusammenhängende Sätze. Sie ergeben aber keinen Sinn und haben keinen Kontext. Cyrus starrte auf die Buchstaben und tippte sich gedankenverloren gegen die Nase. Hast du etwa was gefunden? erkundigte sich Dominic. Cyrus verneinte mit grüblerischer Miene. Er zog schließlich Hemd und Hose aus und wickelte sich in seine Decke. Ich muss da erst drüber schlafen. Willst du mir nicht sagen, was dir aufgefallen ist? Nein, murmelte er kaum hörbar. Dominic hatte das unbestimmbare Gefühl, dass Cyrus an den unendlich langen Buchstabenkolonnen etwas aufgefallen war. Er wollte sich jedoch nicht von Corrin das Heft aus der Hand nehmen lassen. Dominics Ehrgeiz war geweckt. Er arbeitete zwar lieber im Team, aber wenn es nötig wurde, konnte er ziemlich über sich hinaus wachsen, sobald er auf sich alleine gestellt war. Er sah auf die Uhr. Ein Uhr Bordzeit. Bis zum Dienstantritt auf der Schützenlinie hatte er noch fünf Stunden. Ein paar davon konnte er wohl opfern, um dem Geheimnis des Textes auf die Spur zu kommen und Cyrus gegebenenfalls auf die Plätze zu verweisen, sofern der nicht lediglich geblufft hatte. Dominic fand einige Programme, um kodierte Texte zu entschlüsseln, aber auch diese verlangten vom jeweiligen Benutzer ein gutes Maß an Kreativität, um zumindest die Punkte festzulegen, an denen das virtuelle Werkzeug ansetzen sollte. Er sah sich einige der Seiten an und bemühte sich, ein Muster darin zu erkennen. Er ordnete einigen Worten Zahlen zu und versuchte sie in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Aber dieser Ansatz war wohl falsch. Es gab keine Anordnung, die Sinn ergeben hätte. Sein Ehrgeiz trieb Dominic an, weiterzumachen, bis er endlich einige wenige Ergebnisse hatte. Sie bezogen sich nicht auf den Inhalt des Textes, aber er fand eine Struktur in der endlosen Folge von Buchstaben. Die vielen Seiten gehörten unterschiedlichen Gruppen an. Dominic tippte darauf, dass es sich bei jeder Gruppe um eine einzelne Nachricht handelte. Womöglich war der ganze Text das Protokoll einer Korrespondenz. Er versuchte noch einige vergebliche Anläufe darin, verborgene Botschaften zu entdecken und erst als ihm die Augen zufielen und sich seine Gedanken im Kreis zu drehen begannen, ging er zu Bett. Dominic hatte einen viel zu kurzen und unruhigen Schlaf und als er seinen Dienst antreten musste, war er hundemüder. Er beneidete Cyrus, der noch zwei weitere Stunden schlafen konnte und machte sich auf den Weg zur Schützenlinie. Dort ordnete er eine Angriffssimulation an und wertete danach halbherzig die Ergebnisse aus. Anschließend ließ er alle Schützen Wartungsarbeiten erledigen und widmete sich wieder den Daten, die ihm den Schlaf geraubt hatten. Aber je länger und je intensiver er versuchte, eine Lösung zu finden, umso weiter schien sie sich zu entfernen. Kurze Zeit darauf stand Cyrus im Türrahmen und sah Dominic an. Corenns Gesicht verriet Anspannung. Ich habe einen Spezialauftrag, eröffnete Cyrus. Richtig miese Sache. Blake? Wenn es nur der wäre. Dann der kalte Engel, folgerte Dominic. Cyrus hatte Dominic von den seltsamen Begegnungen mit Alina Morris erzählt. Cyrus nickte. Du hast das Quartier eine Weile für dich, aber untersteh dich, meine Sachen zu durchwühlen. Dominic lächelte matt. Wie waren deine Träume? Schon eine Lösung gefunden? Cyrus gab sich überlegen. Ich stehe hier schon ein paar Minuten und habe dir über die Schulter geschaut. Ist eine harte Nuss was? Oder hast du etwa schon was gefunden? Dominic gab keine Antwort. Naja, Lösungen kommen doch immer im Schlaf, meinte Cyrus amüsiert. Solltest du auch mal versuchen. Das Rezept der Genies. Wenn du dir den Stock aus dem Hintern ziehst, wird dir die Muse den Arsch küssen. Dich scheint sie nicht geküsst zu haben. Auf einem Kriegsschiff. Würde mich sehr wundern. Wäre auch zu viel verlangt. Aber einen Tipp habe ich doch noch für dich. Denk mal über eine Lochmaske nach. Er wandte sich ab, um zu gehen. Eine Art Schablone schlug er vor, während er sich entfernte. Und jetzt? Wunsch mir Glück. Viel Glück, rief ihm Dominic hinterher. Komm heil wieder. Als Cyrus gegangen war, versuchte Dominic seinen Vorschlag anzuwenden, auch wenn er sich zunächst dagegen stäubte, da er nicht von selbst darauf gekommen war. Aber andererseits, die Methoden, die er zuvor angewandt hatte, trugen keinerlei Früchte, so viel musste er sich eingestehen. Seine Frustration stieg von Minute zu Minute, und je mehr er sich ärgerte, umso schwerer fiel es ihm, sich zu konzentrieren. Er war noch kein Stück weitergekommen, als Rosslyn ihn auf die Brücke holte und nach Ergebnissen fragte. Was erwarten Sie, Sir? Verteidigte sich Dominic. Vielleicht sollten Sie die Daten lieber an den Funker geben. Ich bin mir sicher, der kennt alle gängigen Verschlüsselungstechniken. Potter, Sie wissen genau, dass der Käpt'n das schon getan hätte, erklärte Rosslyn. Aber diese Daten sind zu berisant. Alle Erkenntnisse müssen unter uns bleiben. Sie, Corinne, der Käpt'n und ich sind nun eine verschworene Gemeinschaft. Das letzte Mal, als Dominic diesen Begriff gehört hatte, war er gerade acht Jahre alt gewesen und wollte nach einem misslungenen Schulstrich seine Kumpels nicht verpitzen. Die Lehrerschaft, der er sich damals gegenüber sah, strapazierte ihm gegenüber diesen Ausdruck, um ihr Missfallen über die kindliche Loyalität zu artikulieren. Es hatte sich gut angefühlt, dass sie ihn nicht weichkochen konnten, und in der Achtung seiner Freunde war er danach weitergestiegen. Jetzt allerdings gehörte er tatsächlich einer Verschwörung an, die nichts Kindliches an sich hatte. Dominic rieb sich die Schläfe. Es tut mir leid, aber ich fürchte, dass es eine Nummer zu groß ist. Eventuell ist Cyrus geschickter darin. Rosslyn wollte das nicht hören und winkte ab. Corinne hat andere Aufgaben. Wir werden uns jetzt um Baxter kümmern. Und sie haben inzwischen jeder Menge zu tun. Kapitel 25 Cyrus hatte nicht geglaubt, die Athena so bald wiederzusehen. Aber sein Gleiter stand erneut im Hangar des Piratenschiffes und er wurde ein weiteres Mal zu Blake gebracht, der in seinem Quartier auf ihn wartete. Und all das, was man von Cyrus verlangte, beinhaltete weitaus mehr, als er je befürchtet hatte. Im Gespräch mit Rosslyn und Perk hatte er herausgefunden, dass der erste Offizier und Porter auf dem Mars einigen Hinweisen nachgegangen waren. Sie sollten den Verdacht bestätigen, dass die Flotte oder zumindest einige ihrer Captains mit den Flats Geschäfte machten. Sie hatten jedoch nichts Konkretes gefunden und nun sollte Cyrus sein Glück versuchen, indem er mit Blakes Leuten auf einer alten Raumstation herumschnüffelte. Ein Kommandoeinsatz in einer Gruppe von Piraten. Ohne Zweifel waren die guten Jahre vorbei, die er auf der Scotia verbracht hatte. Cyrus ging noch einmal das zurückliegende Gespräch in Perks Quartier durch und blieb immer wieder an einigen Fakten hängen, die Rosslyn dargelegt hatte. Demnach war Samaria einer der wichtigsten Umschlagplätze der Flats gewesen, bis er vernichtet worden war. Die Bermann-Station auf dem Mars war, zufolge interner Berichte der Plünderer, seit langem überlastet. Nach dem Ausfall von Samaria hätte dort noch viel mehr Trubel herrschen müssen, wie Rosslyn angemerkt hatte. Aber der Raumhafen war leer. Rosslyn hatte herausgefunden, dass man die gesamte Logistik inzwischen über Baxter abwickelte, doch Cyrus zweifelte daran. Er schloss die Möglichkeit nicht aus, dass die Flats inzwischen gewarnt wurden und nur darauf warteten, dass die Flotte auftauchte und Kommando-Aktionen durchführte. Wenn dem so war, stand seine Mission unter einem schlechten Stern. Sie konnten allesamt in eine Falle geraten. Blake begrüßte Corrin erfreut. Da kommt ja der beste Mann der Flotte. Cyrus wusste nicht, wie er auf die Schmeichelei reagieren sollte. Das hoffe ich doch, antwortete er und sein Blick wanderte zum McIntyre, der auf der Tischkante saß und die Szene eindringlich studierte. Der farbige Captain des Katana schien skeptisch. Wenn Alina ihn begleitet, kann nichts passieren, sagte der Schwarze, ohne Cyrus direkt anzusehen. Cyrus' Befürchtung Alina solle ihn begleiten, bestätigte sich also. Oder hoffte er insgeheim darauf, sie solle mit ihm kommen? Die blonde Frau faszinierte und ängstigte ihn zugleich. Wir verpassen euch falsche Identitäten, erklärte Blake. Und einen Lebenslauf, den sie bitte verinnerlichen. Sie werden genug Zeit haben, um gut vorbereitet in die Räuberhöhle einzudringen. Perk wird natürlich über sie Nachrichten und Informationen bekommen. Ich habe ihnen angeboten, ihn auf dem Laufenden zu halten, aber er vertraut mir noch nicht ganz. Ich nehme an, sie haben einen Kommunikator bei sich. Cyrus deutete auf seinen rechten Unterarm. Im Ärmel seiner Uniformjacke lag das Sprechgerät in einer dafür vorgesehenen Tasche. Blake streckte die Hand aus. Es wäre gut, wenn man sie nicht damit erwischt. Dürfte ich es haben? Cyrus zog das flache Gerät heraus und reichte es dem Piratenkapitän, der es auf seinen Schreibtisch legte. Jonathan wird sie zu ihrem Schiff bringen, fuhr Blake fort. Dort lernen sie dann ihre weiteren Begleiter kennen. Nun zu ihrer Tarnung. Grob gesagt gehören sie zu einem Trupp von Söldnern. Sie haben mit einem der Flats zusammengearbeitet, der auf Samaria getötet worden ist. Einem gewissen Jared Stokes. Alina hat die Einzelheiten. Sie wollen sich auf Baxter umsehen und neue Kontakte knüpfen. Klar soweit? Damit war Blake mit seinen Ausführungen am Ende und nachdem er Cyrus Glück für die Mission gewünscht hatte, begleitete ihn McIntyre hinaus. Er führte ihn in einen kleinen Hangar, wo ein Transporter stand, der eher in eine Schrottpresse gehörte, als dass man ihn in einen Einsatz schicken sollte. Mit gemischten Gefühlen sah Cyrus Alina auf einer der vielen Kisten sitzen, die man zum Verladen bereitgestellt hatte, und sich die Stiefel schnüren. Du kommst klar, Junge, wollte der schwarze Käpt'n noch wissen, bevor er kehrtmachte und ging, ehe Cyrus antworten konnte. Alina hatte Cyrus schon längst bemerkt, war aufgestanden und mit ihrem betörend sinnlichen Gang näher gekommen. Mein kleiner Operettenoffizier, sagte sie in gewohnt spittischer Art. Ah, wir müssen dir bessere Kleider verschaffen. Komm mit, ich zeig dir die Betty. Das Innere des Transporters war beengend. Nichts für Menschen mit Platzangst. Im Grunde genommen bestand er nur aus einem Cockpit, einem Mittelgang und vier Gefechtskanzeln mit den dazugehörigen Kanonen. Diese Kanzeln dienten offenbar auch als Quartier für die Schützen, denen die verstellbaren Sitze als Bett genügen mussten. Drei Männer waren gerade dabei, sich darin einzurechten. Die Betty haben wir vor einigen Monaten geändert, erklärte Alina. Die Mannschaft ging dabei drauf, musste aber nicht weinen um die. Waren Abschaum allesamt. Waren wohl ebenbürtige Gegner, Cyrus deutete auf eine der Kanzeln, die noch nicht besetzt zu sein schien. Kann ich mich da breit machen? Nur zu, ermunterte Alina. Sie trat mit dem Fuß gegen eine Kiste an der Wand. Da drin findest du passende Kleider. Cyrus fand darin eine alte, hellbraune Uniform, wie sie von der Asiatischen Union benutzt wurde. Sie als schäbig zu bezeichnen, wäre noch geschmeichelt gewesen und ihr Geruch entsprach ihrem Aussehen. Der ehemalige Träger schien das Leder mit irgendwelchen Ölen und Fetten eingerieben zu haben. Es rauch ranzig wie ein alter Topflappen. Wir behalten unseren Namen, informierte Alina. Wir müssen es nicht noch komplizierter machen. Es sorgt nur für unnötige Fehler. Sie deutete auf das Display der Waffenkontrolle in seiner Kanzel. In der Konfigurationsdatei findest du einen versteckten Ordner. Er beinhaltet deine Legende. Präg sie dir gut ein. Sie gibt dir auch Aufschluss über die Konstellation innerhalb der Mannschaft. Ich bin der Commander der Betty und du bist der kleine Board-Ingenieur dieses beschissenen Karns. Du hast mir recht, solange wir keine Beziehung vortäuschen müssen. Alinas Augen blitzten auf. Ja, das wird dir gefallen, oder? Cyrus verwandte die nächsten Minuten darauf, seine Crew besser kennenzulernen. Sie bestand aus Alina und noch einer Frau namens Jenny Oldman, die als Pilot fungierte, sowie drei weiteren Männern. George Pellin, ein großer, dunkelhaariger Kerl mit beinahe schwarzen Augen. Steph Mulder, der ebenso groß und breit war wie Pellin, aber mit seinem schmalen Gesicht, den blauen Augen und den hellblonden Haaren nicht so verwegen wirkte. Tony Sapieri bildete das komplette Gegenteil der anderen. Er war schlank, sah gut aus, wirkte gepflegt und war einen Kopf kleiner als Cyrus. Sein gebräuntes Gesicht besaß einen gewitzten Ausdruck und das breite Grinsen hatte etwas Gewinnendes an sich. In seinem rechten Ohrläppchen glänzte ein goldener Ring. Er war der Einzige, der Cyrus mit Handschlag begrüßte und ihn mit einigen freundlichen Worten in der Mannschaft willkommen hieß. Der große Mulder allerdings schien sich veranlasst, etwas klarzustellen. Hör zu, Junge, pulterte er mit seiner tiefen Stimme. Du bist nur hier, weil der Käpt'n es so will. Ansonsten würden wir dich dann kürzer machen, kapiert? Ich hab mir keine Illusionen gemacht, gab Cyrus zurück. Alina drängte sich dazwischen. Ja, das hat er kapiert. Sie tippte mit dem Zeigefinger auf Mulders Brust. Und wenn du dich verquatschst, puste ich dich persönlich ins All raus. Verstanden? Cyrus konnte zwar bestätigen, dass die Unternehmung gut vorbereitet war, dennoch hatte er Bedenken. Also, wir fliegen jetzt einfach so nach Baxter, sehen uns da mal um und hoffen, dass uns dabei niemand in den Hintern kneift, ja? Alina sah ihn fragend an. So in etwa, ja? Daraufhin nahm sie Cyrus am Oberarm und schob ihn in seine enge Kanzel hinein. Er fühlte sich unwohl, Alina so nahe zu sein. Schau mal dahin. Ihre Worte hatten einen befehlenden Unterton. Cyrus folgte Alinas Blick und sah einen großen Container im Hangar stehen, der gerade beladen wurde. Ihm stockte der Atem, als er feststellte, mit welcher Fracht die Piraten ihn gerade bestückten. Er zählte etwa 20 Zylinder, in denen nackte Leiber schwommen. Es war nicht zu erkennen, ob die Menschen darin bei Bewusstsein waren oder nicht. Aber einige von ihnen wandten und krümmten sich, als würden sie von Schmerzen gepeinigt. Cyrus kannte diese Behälter nur aus Dominics Beschreibungen, als sich dieser zusammen mit Roslyn in der Hauptstadt Samarias mit Blake getroffen hatte. Das sind unsere Eintrittskarten, erklärte Alina Lapidar. Das sind Menschen, entrüstete sich Cyrus. Wir müssen ihnen helfen. Das haben wir versucht, sagte Alina. Alle, die wir befreit haben, sind gestorben. Uns fehlen die Mittel, sie aus der Stasis zu wecken. Da steckt Cayman-Technik mit drin. Cyrus versuchte, ruhig zu bleiben. Woher stammen die? Die stammen aus Samaria. Hoffen wir, dass die Buchhaltung auf Baxter nicht dahinter kommt. Wenn die herausfinden, dass wir sie von Samaria haben, würde das Fragen aufwerfen. Befüllt haben wir die Behälter offiziell auf Titan, nachdem die Akkarte und Cayman sich dort vor ein paar Tagen geprügelt haben. Die Albany-Kolonie im Amundsen-Territory auf Titan hat es erwischt. Als die Aliens weg waren, haben wir geerntet. So nennen das die Flats. Merk dir das Wort. Geerntet. Sprich es nach. Geerntet. Presste Cyrus hervor. Du kommst mit dem kurzen Abriss unserer Flat-Karriere klar? Ja, das ist kein Problem, aber die Flats haben bestimmte Liefer- und Wegedaten gespeichert, wandte Cyrus ein. Sie werden schon wissen, dass ihr sie aus Samaria gestohlen habt. Im Gegensatz zum Stasis-Emitter, Stamm des Chassis und die Prozessoren aus irdischer Produktion teilte ihm die Piratin mit. Damit kennen sich unsere Spezialisten aus und sie haben die Daten geändert. Jetzt sieht es so aus, als hätten wir sie vom Jet-Man gekauft. Schon vor zwei Jahren. Da brauchen wir uns also keine Sorgen machen. Keine großen zumindest. Er ist der Jet-Man. Ein Mistkerl, der für den Mandarin arbeitet. Cyrus verstand nicht. Inzwischen machte ihm die Nähe zu der schönen Frau zu schaffen. Er spürte ihre Wärme und roch den Duft, der von ihr ausging. Du hast keine Probleme mit unserer Fracht? Nein, antwortete sie knapp. Besser, du gewinnst dich dran. Ich bin mir sicher, wir werden noch viel Schreckliches kennenlernen, je tiefer wir in diese Gesellschaft von Leichenfledderern vordringen. Cyrus betrachtete den Container, der gerade verschlossen wurde. Du nimmst das alles sehr leicht. Kommt dir das so vor? Ihr Gesichtsausdruck hatte etwas Beleidigtes an sich. Nein, das tue ich nicht. Aber ich richte mich nach den Fakten und der Situation. Ich lasse nur zu, was mir nützt. Ist besser für das Überleben. Sie verließ die Kanzel und erließ einen verstörten und zugleich sehnsüchtigen Cyrus zurück. Es fiel ihm schwer, sich festzulegen, was er für Alina empfand. Sie würden in den nächsten Stunden oder Tagen sehr viel Zeit miteinander verbringen. Und er, er wusste nicht, wie er damit umgehen sollte. Ohne Zweifel würde diese Mission eine Herausforderung für ihn bedeuten. In vielerlei Hinsicht. Der Container wurde von der Hangermannschaft auf den Rücken der Betty gehievt und dort verankert. Danach flog das kleine Schiff ab, um Kurs auf die abgelegene Baxter-Station zu nehmen. Sie befand sich in Höhe der Uranus-Umlaufbahn in einem Sonnenwinkel von vier Grad über der Ekliptik. Die Flugzeit dorthin sollte bei Höchstgeschwindigkeit zwölf Stunden betragen. Inzwischen war Cyrus in seine abgetragenen Kleider geschlüpft, wie Alina ihm befohlen hatte, damit er sich auf natürliche Weise darin bewegte, wenn sie Baxter erreichten. Sie war ihm zu schwer und zu unbequem und der unangenehme Geruch tat ein Übriges. Cyrus hatte seinen neuen Lebenslauf verinnerlicht und romantischen Gefallen daran gefunden. Er war also jetzt ein verbitterter Idealist, den die Niederschlagung von Unruhen in ärmlichen Südregionen des Mars in die Reihen der Flets getrieben hatte. Ein Ereignis, das zwei Jahre zuvor stattgefunden hatte, nachdem die außerirdischen ihre Aufmerksamkeit mehr und mehr auf den Roten Planeten gelenkt hatten. Es gab viel Stoff, mit dem er seine Fantasie beschäftigen konnte. Endlich näherten sie sich der Baxter-Station. Die Mannschaft drängte in die Pilotenkanzel, um einen unmittelbaren Blick darauf werfen zu können. Baxter war ein riesiger, grauer Ring, der im Licht der fernen Sonne schimmerte. Er rotierte langsam und Cyrus floss daraus, dass die Station nicht über Gravogeneratoren verfügte. Es war nur zu offensichtlich, dass dieses Gebäude noch vor der Einführung von Schwerkraftdemittern gebaut worden war und damit mindestens tausend Jahre alt sein musste. An einem der Ausleger, an dessen Spitze sich ein Hangar befand, blinkte ein Lichtsignal auf. Jenny Oldman antwortete mit dem Bugscheinwerfer, wie das wohl bei den Flats üblich war, die damit jeglichen verräterischen Funkverkehr vermeiden wollten. Sie haben uns eine Landebucht zugewiesen, teilte die Pilotin der Betty mit. Dort, wie jetzt die grüne Markierung leuchtet, die Betty bremste weiter ab und zog an der Bordwand der Station vorbei. Über all die Jahrhunderte hatte die harte Strahlung der Sonne dem Material zugesetzt und es an vielen Stellen ausgebleucht. Das graue Metall und die Segmente aus Keramik schimmerten weiß, als seien sie mit Salz überzogen. Mehrere Bereiche wirkten porös und brüchig. Es hätte Cyrus nicht gewundert, wenn das ganze Konstrukt plötzlich auseinandergebrochen wäre. Alle auf ihre Posten, befahl Alina und die Crew hastete auf ihre Stationen. Fertigmachen zum Löschen der Ladung. Als Cyrus in seinem Sessel saß, fiel ihm auf, dass er keine Ahnung davon hatte, wie man die Fracht vom Buckel der Betty herunterbekommen sollte. Er würde nur dumm herumstehen und unnötige Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Er wischte seine schweißnassen Hände an der Hose ab. Ach, mach dich nicht verrückt, sagte er zu sich selbst. Du kannst ja immer noch wichtig wirken, du rumstehst. Der Hangar war grösser, als es von außen den Anschein hatte. Nachdem sie alle ausgestiegen waren, wunderten sie sich über den Betrieb, der dort herrschte. Ein weiteres Schiff aus einer Baureihe, die Cyrus unbekannt war, stand neben der Betty. Die Mannschaft lud gerade ihre Fracht aus dem Fahrzeug. Cyrus musste alle Kraft aufwenden, um beim Anblick der transparenten Zylinder und ihrem Inhalt nicht vor Entsetzen aufzuschreien. Bisher hatte sich Cyrus für einen harten Kerl gehalten, aber er musste sich seinen Irrtum inzwischen eingestehen. Alina dagegen war tatsächlich hart. So viel stand fest und das flößte ihm zumindest etwas Zuversicht ein, dass die ganze Operation ein gutes Ende nehmen könnte. Ein korpulenter Mann kam mit schnellen Schritten heran. Wer ist bei euch zuständig? rief er in die Gruppe der Piraten, die unter dem Bauch der Betty stunden. Alina trat auf den Mann zu. Das bin ich. Abladen und auf den Transportschlitten dort. Er wedelte mit der Hand und deutete unwirsch auf einer Hover-Plattform, die in der Nähe stand. Zum Lager und dem Kontor geht es da lang. Mit einem Kopfnicken wies er zu den großen Aufzügen hinüber. Und dann wieder Platz machen, um viel zu tun. Wir wollten etwas länger hierbleiben, sagte Alina, was den Mann ziemlich verärgerte. Dann schiebt euren Kahn an die Wand da drüben. Er tippte auf seinem Datenpad herum, das er in den fleischigen Fingern hielt. Ich kann euch aber sagen, dass die Hafengebühren deftig sind. Wir sind keine armen Schlucker, konterte Alina. Wie viele Konserven? Zwanzig. Dem Hafenmeister war sein Erstaunen deutlich anzusehen. Das ist was anderes. Nicht schlecht für Freischaffende. Wir würden gerne ein bisschen was von unserem Geld hier ausgeben, setzte Alina nach. Wo kann man das hier auf die beste Art machen? Der Mann setzte ein freundlicheres Gesicht auf. Sektor, im Bernays. Sagt, dass ich euch schicke. Orden, LePierre. Cyrus musste sich ein Lachen verkneifen. Der hässliche Mann sah nicht wirklich wie jemand aus, zu dem dieser Namen passte. Was soll das bewirken? Fragte Alina nach. Wann kommt ihr günstiger weg? Informierte LePierre. Und Bernays? Bernays, was? Ist nicht ohne Einfluss. Er hat immer Arbeit für tüchtige Leute, wenn ich sie ihm empfehle. Steph Mulder zeigte sich begeistert. Das klingt gut. Wir sind nämlich die Besten. Cyrus biss die Zähne zusammen. Bloß nicht zu dick auftragen, du Idiot. Am Ende würde sich der dicke Kerl noch nach ihnen erkundigen. Und das könnte bitter werden. Also, Jungs. Cyrus legte seine ganze bescheidene Autorität in seine Stimme. Abladen und dann rein ins Vergnügen. Jupp, ihr habt ihn gehört, kam ihm Alina zur Hilfe und die Männer begannen mit Unterstützung eines Hallenkrans den Container vom Dach der Betty zu buxieren. Cyrus hatte seine Rolle gefunden und schimpfte die Männer zusammen, wenn etwas nicht zügig lief. Auf diese Weise kam er den Behältern wenigstens nicht zu nahe und musste sie nicht anfassen. Endlich waren die Zylinder auf den Transportschlitten verladen und die Piraten machten sich daran, die Fracht zu den Liften zu bringen. Inzwischen steuerte Jenny Oldman die Betty in ihre Parkposition und schloss sich danach ihren Kameraden an. Beim Kontor handelte es sich um eine große Halle, deren Boden dem Verlauf der gekrümmten Außenhaut der Station folgte. Es war ein seltsames Gefühl, Menschen in der Ferne zu sehen, die sich in einem schrägen Winkel bewegten und einem nach oben gebogenen Horizont folgten. Endlos waren die Reihen von Stasisbehältern, die sich von einem Ende der Halle zum anderen zogen. Cyrus fragte sich, wie viele Menschen bereits an die Kämern verkauft worden waren und wie lange dieser Handel schon lief. Es mussten Milliarden von Menschen gewesen sein, die ein unglückliches Geschick nach Baxter oder die anderen Marktplätze der Flats verschlagen hatte, um dann wie Frischfleisch verkauft zu werden. Alina versetzte Cyrus einen Rippenstoß, während der Schwebeschlitten auf eine Gruppe von Männern zustrebte. Hey, komm wieder zu dir. Cyrus atmete tief durch. Ich werde mich zusammennehmen. Am besten fühle ich mich, wenn ich ein wenig herumkommandieren kann, ein bisschen schauspielern. Darin war ich schon immer gut. Nachdem die Ware begutachtet, registriert und zwischen all den anderen Behältern und Containern verschwunden war, wurde der Wert ihrer Lieferung auf Alinas Handcomputer gutgeschrieben. Wo finden wir Barney? erkundigte sich Alina bei dem langen Mann, der die Lieferung entgegengenommen und die Überweisung getätigt hatte. Der ließ sich Zeit damit, einige letzte Eintragungen in seinen Rechner vorzunehmen. Dann deutete er nach oben. Sie gehen zurück zum Aufzug und dann fahren Sie rauf zum zentralen Ringsegment. Von da aus folgen Sie der Beschilderung zu Sektor A. Er ist nicht zu verfehlen. Der zentrale Ring war gänzlich anders, als es der heruntergekommene Rest der Station vermuten ließ. Es gab eine Menge Bars und Restaurants, deren bunte Leuchtreklamen die einzigen Lichter zu sein schienen, die das Dunkel erhellten. Musik tönte hier und da aus den Lokalen. Eingehüllt in eine Geräuschwolke verschiedenster Sprachen und Dialekte drängte sich eine Menge von Menschen auf dem Hauptkorridor. Cyrus und seine Begleiter kamen nur langsam voran. Es gab daher genug Gelegenheiten, sich die Flats aus der Nähe anzusehen. Cyrus erschrak, wie entsetzlich normal und harmlos die Männer und Frauen wirkten. Er hätte nicht sagen können, was genau er erwartet hatte, aber das, was er sah, entsprach nicht seinen Vorstellungen. In seinen abgetragenen Kleidern kam er sich seltsam fehl am Platze vor, denn viele der Flats trugen teure und extravagante Sachen. Baxter schien nicht nur ein Umschlagplatz zu sein, wie er dachte, sondern auch ein Treffpunkt für die High Society, der Verbrecherbande. Ein Tanz der Vampire, überlegte er grimmig und hatte damit die passende Beschreibung für das Gefühl gefunden, das er gerade verspürte. »Da ist das Barneys«, tönte Mulder und deutete auf einen blauen Schriftzug, der an der Fassade eines der Gebäude leuchtete. Ein zweistöckiger Bau, der ein wenig an einen Bunker erinnerte. »Da kommen wir mit unserer Aufmachung bestimmt nicht rein«, gab Cyrus zu bedenken. »Das wissen wir erst, wenn wir es versucht haben«, gab Alena zurück und sie sollte Recht behalten. Die zwei Türsteher ließen sie tatsächlich ein und Cyrus kam es vor, als hätte man sie schon erwartet. Angst überkam ihn. Er schloss nicht aus, dass er selbst in einem Stasisbehälter landen konnte. Sein Eindruck erhärtete sich noch, als er das mondäne Innere der Bar zu Gesicht bekam. Gedämpftes Licht, blaue Farbtöne, kunstvoll beleuchtete Aquarien mit bunten Fischen verströmten einen angenehmen, grünblauen Schimmer. Die Gäste waren allesamt sehr gut gekleidet. Die Piraten in ihrer schäbigen Verkleidung mussten wie Fremdkörper wirken. Schon rechnete Cyrus damit, dass man sie umgehend wieder hinauswerfen würde, aber stattdessen kam ein Angestellter in Livret heran und wies ihnen einen Tisch zu. Man hat uns erwartet, folgerte er und Elina schwieg skeptisch. Die anderen, außer Sipieri, der ebenfalls nachdenklich aussah, waren unbedarfte und freuten sich über die Möglichkeit, ein hochklassiges Dinner zu genießen. Halten wir die Augen offen, sagte Elina, als sie sich setzte. Cyrus sah sich beunruhigt um. Sein Magen verkrampfte sich. Sie hatten mehr Aufmerksamkeit erregt, als ihnen lieb sein konnte. Kapitel 26 Woodwards Schiff nannte sich Midas. Eine stattliche Freikatte, gut doppelt so groß wie die Zora. Ihr zylindrischer Rumpf strotzte von Geschützluken und Kanonenrohren. Zwei große Hangartore ließen den Blick auf ein beachtliches Kontingent an Kampfmaschinen zu. Sie kamen längsseits und nachdem eine Fähre der Zora Perk an Bord gebracht hatte, saßen sich die beiden Kapitäne in Woodwards Quartier gegenüber, getrennt durch einen Schreibtisch, über dem einige Hologramme schwebten. Statistiken, Tabellen und ähnliches. Hinter dem Käpt'n dehnte sich die rote Oberfläche des Mars aus, die im hellen Sonnenlicht strahlte. Peter Woodward war ein kleiner, etwas fülliger Mann mit schwermütiger Miene und blassem Gesicht. Dünne schwarze Haare ließen die glänzende Kopfhaut sehen. Woodwards Stimme war leise und jedes seiner Worte wählte er mit Bedacht. Perk kannte ihn von früheren Einsätzen. Ein fähiger Käpt'n mit vielen Auszeichnungen, der nie viel redete, aber umso gewichtigere Taten vorweisen konnte. Lange vor dem Auftauchen der Akkarte und Cayman kämpften Perk und Woodward gegen Rebellen, Piraten oder die Streitkräfte der Asiatischen Union. »Ich habe nicht vor, meinen Posten hier zu verlassen«, sagte Woodward wie beiläufig und legte dabei die Hände auf die Obsidianplatte seines Schreibtisches. Seine dunklen Augen waren schmale Schlitze. »Azudem würde das Hauptquartier Fragen stellen, wenn ich das tue. Ich bin keineswegs unabhängig. Meine Kompetenzen sind begrenzt.« Das war natürlich eine Untertreibung. Perk wusste, wie viel Einfluss Woodward hatte. Er genoss größere Freiheiten als die meisten anderen Käpt'ns. Seiner Meinung wurde ein enormer Wert beigemessen. Womöglich hielt er deswegen den Ball flach, um zu vermeiden, dass man mit Bitten und Gesuchen an ihn herantrat, wie Perk das gerade tat. »Na ja, du kannst doch ein, zwei Kanonenboote hier lassen«, wendete Käpt'n Perk ein. »Das dürfte doch genügen, um den Posten hier zu halten.« Woodward sah seinen Gesprächspartner an, eine ganze Weile lang, und sagte nichts. »Ja, das könnte ich machen«, antwortete er schließlich. »Wir ist das Hauptquartier von deiner Mission?« »Nein«, antwortete Perk. »Rosefield traut niemandem, oder nur wenigen.« Woodward starrte den anderen Käpt'n an. Sein Blick forderte weitere Auskunft. »Uber Rosefield hat sich etwas ausgedacht«, beeilte sich Perk zu sagen, »was unsere Exkursion plausibel macht.« »Okay, dürfte ich dann den fingierten Grund erfahren.« »Nur damit wir uns abstimmen können, sollte man mich in Zukunft dazu befragen, oder wenn ich meinen Bericht schreiben muss.« »Natürlich. Die Zora soll treibende Schiffe ausfindig machen und Notsignalen nachgehen.« Woodwards Gesicht blieb noch immer ausdruckslos. »Er wäre ein idealer Partner in einer Pokerrunde«, dachte Perk. Doch dazu war der Käpt'n der Medas zu ungesellig, wie Perk aus eigener Erfahrung wusste. Mit seiner hölzernen, zuweilen abweisenden Art zählte er nicht gerade zu den gern gesehenen Gästen des Offizierscasinos. »Ah, eine umfangreiche Aufgabe«, meinte Woodward schließlich. »Ein guter Vorwand, um eine lange Mission zu rechtfertigen.« »Ja, wir haben immerhin schon viel herausgefunden und werden uns bald so nah an die Flats herangetastet haben, um Namen und Beweise vorlegen zu können.« Perk war sich bewusst, wie sehr er gerade übertrieb. »Klingt interessant.« Woodward war nicht anzusehen, ob er Perk bereits durchschaute. Noch immer lagen die Hände des Käpt'ns auf der Tischplatte und noch immer fiel es Perk schwer zu ergründen, was den Mann eigentlich bewegte. Peter Woodward galt als kühler Analytiker und daher sollte die Art des Mannes Perk nicht überraschen. »Wem werden die Ergebnisse vorgelegt?«, fragte Woodward. »Wenn wir die Verräter überführt und das Gesindel dingfest gemacht haben.« Darüber hatte sich Perk noch keine Gedanken gemacht. Er vertraute Roslin, den er ebenfalls seit Jahren kannte und der bestimmt wusste, was er mit gewonnenen Informationen anfangen würde. In erster Linie fühlte sich Perk gegenüber Rosefield verpflichtet und er ging davon aus, dass alles seinen richtigen Weg gehen würde. Aber vielleicht wäre es besser gewesen, sich mit diesem Punkt eingehender zu befassen, als er den Admiral in dessen Büro auf der Erde besucht hatte. »Will er denn die Gerichte damit beliefern und dann Anklage gegen die Flottenleitung erheben?«, fragte Woodward, als Perk mit seiner Antwort zögerte. »Ich habe viele Freunde unter den Admiralen. Ich will nicht dumm dastehen, wenn sich herausstellt, dass ich in Operationen verwickelt bin, die zum Ziel haben, einigen von ihnen in den Rücken zu fallen. Wenn ich das tue, dann nur, wenn die Beweise und die Art, wie sie ihren Weg in ein Rechtsverfahren finden, legal sind.« Perk gefiel Woodwards Wortwahl nicht. Oder vielmehr sein Standpunkt, der dadurch zum Ausdruck kam. Wenn es Verbrecher in der Flottenführung gab, waren sie es, die der Menschheit in den Rücken gefallen waren und nicht umgekehrt. Ihre Entlarvung rechtfertigte alle Mittel, egal wie schmerzhaft dieser Schritt auch sein konnte. Sie würden Freunde verlieren. So viel war klar. Bereits jetzt. »Du bist doch schon viel zu tief verstrickt in die Sache.«, Geperkt zurück. »Wenn irgendetwas schief geht, stecken wir alle mit drin.« Woodward schwenkte seinen Sessel hin und her, wobei er die Stirn in Falten legte. »Rosefield ist sozusagen ein Kulminationspunkt.« Es klang beinahe wie ein Vorwurf. »Was immer er mit den Fakten anfangen wird, wird bestimmt sein für uns und die Flotte.« »Das weißt du doch.« »Ja, das weiß ich.« Endlich nahm Woodward die blassen Hände vom Tisch. »Ich will nur sicher gehen, dass wir uns nicht blamieren. Wenn ich meinen Posten verlasse, dann wird das nicht geheim bleiben und es könnte die Fläts alarmieren. Auf Baxter muss ich etwas Entscheidendes tun oder man wird mir gehörig Probleme machen. Unabhängig davon, wie hoch mein Credit bei der Admiralität ist. Sollte sich diese Operation nicht als durchschlagender Erfolg herausstellen, kann das peinlich werden. Man wird alle Beteiligten für Narren halten, die auf Verschwörungstheorien hereingefallen sind. Ich kann und muss mit vielen Vorwürfen leben, aber Inkompetenz will ich mir nicht unterstellen lassen. Ja, wer will das schon? Doch, de Perk. Dieses Risiko müssen wir wohl eingehen, Woodward. Der Feind agiert im Verborgenen. Als Soldaten sind wir es gewohnt, uns offen in die Schlacht zu stellen. Ich gebe zu, ein Scheitern wird uns alle zurückwerfen und die Position der Flats stärken. Doch sehe ich in diesem Moment keine Alternative zu solch einem Vorgehen. Sie werden stärker und wir reiben uns auf. Das muss enden. Woodward wirkte noch immer wie eine Statue. Ja, das ist wohl so. Ich fürchte mich nur dafür, etwas zu überstürzen und in eine unüberlegte Sache hinein zu geraten. Das gilt es natürlich zu vermeiden, stimmte Perk zu. Es dürfte genügen, wenn wir uns eine halbe Lichtminute von Bexer entfernt in Wartestellung begeben. Meine Leute geben mir Bescheid, sollten Schiffe der Flotte auftauchen und ihre Ladung löschen. Dann schlagen wir zu und erwischen das Gesindel bei der Arbeit. Woodward schien auch immer die Chancen abzuwägen. Ich will hoffen, es funktioniert alles so, wie wir uns das vorstellen. Kapitel 27 Matteo di Castro Ein breitschultriger Mann mit einem fröhlichen ovalen Gesicht, dunkelbraunen Augen, pechschwarzen Haaren und einer auffälligen Habichtnase. Er zeigte sich stets gut gelaunt und das, obwohl er sich ständig im Einsatz befand und rund um die Uhr gefordert war. Es schien, als hätte er es nicht nötig, Urlaub zu machen und war immer zur Stelle, wenn es irgendwo brannte. Mann hatte ihm den Spitznamen der Schnelle Matt verliehen und er tat sein Bestes, dieser Bezeichnung Ehre zu machen. Er gehörte ganz offensichtlich zu den geborenen Soldaten, deren Zuhause die Flotte und deren Familie die Truppe war, wenn man diese abgedroschenen Vergleiche bemühen wollte. Die Castro war außerdem bekannt dafür, sich nicht ständig im Hauptquartier der Flotte oder in den Offizierscasinos von San Francisco herumzutreiben. Das unterschied ihn von den anderen Captains, die dort nach Gelegenheiten suchten, den Admiralen in die Hintern zu kriechen, um sich Posten und Privilegien zu sichern. Aufgrund seines Rufes hatte er es weder nötig, noch schien er das Bedürfnis zu haben, sich bei der Führung einzuschmeicheln. Ein Charakterzug, der ihm bei den Soldaten Sympathien einbrachte. Die Castro befehligte die Brandon, einen kleinen Zerstörer von gleicher Bauart wie die Zora. Er war von Rosefield angewiesen, sich mit Perk in Verbindung zu setzen. Die beiden Schiffe lagen jetzt nebeneinander und das holographische Abbild die Castros schwebte wie eine Erscheinung vor Captain Perk auf der Brücke der Zora. Du siehst dann nach wie vor angespannt aus, eröffnete die Castro kopfschüttelnd. Sein spanischer Akzent würzte die Ungewöhnliche begrüßern. Manche Dinge werden sich wohl niemals ändern. Perk wusste darauf zunächst nichts zu sagen. Ja, ich bleibe mir treu, antwortete er schließlich. Das kann nicht jeder von sich behaupten, oder? Außer ich vielleicht. Die Castro grinste selbstbewusst. Tja, dann ist es wohl gut, dass wir doch gewisse Ähnlichkeiten haben. Es gibt so viele, die sich verbiegen und jedes Mal meint man es mit einer neuen Person zu tun zu haben. Das ist etwas, das mich irritiert. Aber du und ich, wir bewahren unsere Qualitäten. Die Castro besaß ein gewinnendes, breites Lächeln. Dein Verstand, mein empathisches Talent. Das sperrt Worte. Macht uns effektiv. Da sind wir klar im Vorteil. Also, was hat Rosefield dir gesagt? Nichts, gestand die Castro. Er meinte nur, ich soll mich mit dir treffen und du würdest mir die Einzelheiten darlegen. Du weißt ja, wie er ist. Er wollte mir nichts über Funk sagen und auch nicht in seinem Büro. Er hat seine Gründe. Die Castros-Mine spiegelte eine Mischung aus Irritation und Kränkung wieder. Ich finde, er wird immer sonderbarer und sieht inzwischen überall, wie sagt man, Phantasma, Gespenster. Du weißt, dass er immer einen guten Riecher hatte und ich denke, er hat ihn nicht verloren. Du solltest ihm vertrauen. Das tue ich doch, sonst wäre ich ja nicht hier. Also, was kann ich für dich tun? Perk wusste nicht, wie die Castro auf die Informationen reagieren mochte, die er ihm gleich unterbreiten würde. Wir haben Kontakte zu Blake. Es fand ein Austausch spannender Informationen statt. Das Resultat? Wir werden die alte Baxter-Station angreifen, sobald Schiffe der Flotte dort anlegen. Für einen Moment schien die Castro tatsächlich überrascht. Er sagte eine Weile keinen Ton. Dann? Blake? Der Blake. Die Legende. Ah, der Pirat, bestätigte Perk. Er maliger Admiral der Flotte. Die Castro, dessen Hologramm unruhig flimmerte, wirkte sprachlos. Der Angriff auf Baxter und die Anwesenheit von Flotteneinheiten schien ihn weniger in Bestürzung zu versetzen, als Blake zu begegnen. Ein-, zweimal setzte er zu einer Bemerkung an, ging aber nicht auf diesen Aspekt ein. Du hattest Kontakt zu Piraten? Rosefield weiß davon, erklärte Perk weiter. Aber mach dir nicht zu viele Gedanken. Er ist über diese Verbindung ebenso beunruhigt wie du. Bin ich beunruhigt? Na, ich bin nicht beunruhigt, nur überrascht. Aber es ist ohne Zweifel eine pikante Angelegenheit. Ist doch genau nach deinem Geschmack. Ich fürchte um meine Reputation, wenn wir das Ganze versauen. Wie sieht die Absprache mit Blake aus? Ja, es gibt keiner. Das Kriterium für den Angriff habe ich dir genannt. Es ist keine reine Vermutung mehr, dass Teile unserer Einheiten mit den Flats zusammenarbeiten. Wir wissen nicht, was geschehen kann, wenn wir die eigenen Einheiten ins Visier nehmen. Entweder geben sie uns Anlass, das Feuer zu eröffnen, oder sie streichen die Flagge. Es hängt ganz von den Captains ab, denen wir auf Baxter begegnen, und wie tief sie in die ganzen Verbrechen verstrickt sind. Wir sollen nach eigenem Ermessen handeln. Es ist schwierig. Deswegen hat Rosefield ja auch dich geschickt. Schwierig? Es ist nicht schwierig. Die Castro schien die Sache weniger kompliziert zu sehen. Handeln nach eigenem Ermessen war schon immer der Befehl, mit dem ich am besten zurechtkomme. Ich denke, dir geht es da ähnlich. Perk musste zugeben, dass ihm die Castros unbekümmerte Art zusagte. Immerhin dämpfte das seiner eigenen Bedenken etwas ab. Wir warten auf das Eintreffen der Athena. Bis dahin beobachten wir und sondieren die Lage aus der Distanz. Wenn Blake eine Rechnung mit den Flats offen hat und den Angriff beginnt, ohne dass ein Flottenschiff auf Baxter angedockt ist, dann ziehen wir uns zurück. Wir werden ihm nicht dabei behilflich sein, seine persönlichen Fäden auszutragen, sollte das seine Absicht sein. Was weißt du über Baxter? Wollte die Castro wissen. Ich habe von dieser Station noch nie etwas gehört. Baxter ist uralt und wurde von der alten Pazifischen Allianz installiert. Ein Ring von drei Kilometern Durchmesser. Der Bau muss die Allianz all ihre Ressourcen gekostet haben. Mehr kann ich darüber auch nicht sagen. Die Daten sind spärlich und in den Archiven taucht die Station gar nicht erst auf. Und genau deswegen haben die Flats sie sich unter den Nagel gerissen. Sie wird mit Waffen ausgestattet sein. Ja, davon ist auszugehen. Perk tippte auf der Konsole herum, die das taktisch-strategische Projektionsfeld umgab und eine Darstellung der Station begann sich zu bilden. Sehen, das sind zwar alte Daten, aber ich gehe davon aus, dass die innere Struktur der Station nicht grundlegend geändert wurde. Offen wäre es. Die Castros Hologram deutete auf die Achse der Station. Das dürfte die Zentrale sein. Ah, anzunehmen. Die Castro wirkte skeptisch. Die Athena und zwei kleine Zestörer gegen eine so große bewaffnete Station. Dazu eventuell noch einige Flatschiefe. Ich bin kein Feigling, Perk. Gewiss nicht. Aber einen Dummkopf möchte ich mich auch nicht zimpfen lassen. Perk hatte noch einen Trumpf im Ärmel, aber er wusste, dass die Castro darüber nicht erfreut sein würde. Perk hatte ebenfalls fast gelacht. Der überspitzte Vergleich hatte durchaus etwas Passendes. Er sah Woodward vor sich, der blass wie ein Ei in seinem schwarzen Sessel saß und ihn über die glänzende Obsidian-Tischplatte anstarrte. Er machte seltsam wirken. Ganz besonders in den Augen von die Castro, aber ein Schwachkopf war er nicht. Im Gegenteil. Seine Vorsicht und sein zögerliches Verhalten waren durchaus nachvollziehbar. Manche Soldaten würden lieber unter seinem Kommando dienen, als unter dem von die Castro, dessen unberechenbare Aktionen immer Risiken bedeuteten. Soldaten, die es nicht nach Abenteuern verlangte. Die Castros Reaktion auf Perks Nachricht bestärkte ihn darin, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Woodward bildete einen perfekten Ausgleich zu Mateos stürmischem Temperament. Die Castro stemmte die Fäuste in die Hüften. Ah, Woodward ist aber offenbar nicht hier bei uns. Er wird zu uns stoßen, sobald wir unsere Position eingenommen haben. Er ist eben vorsichtig und will vorerst außer Reichweite bleiben, sollte sich eine Blamage abzeichnen. Aber ich zähle auf ihn, wenn er merkt, dass wir richtig liegen. Wenn Rosefield richtig liegt, ergänzte die Castro. Er riskiert eine Menge mit dieser Aktion. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Flats auf dem falschen Fuß erwischen werden und unsere Mission problemlos durchführen können. Und wann wird das sein? Wenn ich Befehl dazu gebe, ich warte noch auf Nachrichten. Die Castro dachte kurz nach, runzelte die Stirn und sagte dann, Du hast also ein Kommando eingesluist. Blake hat einige seiner Leute noch Baxter geschickt. Perk erwähnte nicht, dass Cyrus Corrin mit dabei war. Wir werden uns Bescheid geben, wenn sich etwas tut. Du feinst ihm sehr zu vertrauen. Rosefield hat ihm einen Freibrief ausgestellt und ich bin zuversichtlich, dass in ihm noch der alte Admiral steckt. Man sagt, deine Menschenkenntnis sei einzigartig, sagt man das. Es entstand eine kleine Pause in ihrem Gespräch, bis die Castro wieder das Wort an sich nahm. Ich hoffe, wir werden nicht zu lange hier herumsitzen. Es gibt nichts Slimmeres als Langeweile. Dürfte ich einen Vorschlag machen. Perk war ganz ohr. Ich habe ein gutes und erfahrenes Enter-Team. Ich würde gerne die Zentrale direkt angreifen. Ein Enter-Keil mit einer Spezialeinheit von fünf dürfte genügen. Es herrschte einen Augenblick lang Schweigen. Perk hätte das gerne selbst übernommen, aber die Castro wusste, warum es besser war, wenn er diesen Teil übernehmen würde. Es ist ein offenes Geheimnis, fuhr die Castro fürd, dass die Hälfte deiner Mannschaft nach dem letzten Einsatz den Dienst auf der Sora kritisiert hat. Und ebenso wenig ist es ein Gerücht, dass deine derzeitige Mannschaft aus Grünsnäppeln bestät. Ah, in Ordnung, ich lasse der erfahrenen Crew den Vortritt, räumte Perk zähneknirschend ein. Es war vernünftig. Ich werde einige Einheiten in den äußeren Ring schicken. Die werden die Verteidiger beschäftigen. Die Castro lächelte zufrieden. Trotz aller Vernunft, irgendwie hatte Perk seine Probleme mit die Castros Vorschlag. Im Augenblick hatte er aber einfach nicht genug Spezialisten, um damit ein Enter-Keil zu besetzen. Wir nehmen jetzt Kurs auf Baxter. Ich habe eine Distanz zum Ziel von zwei Lichtsekunden für unseren Beobachtungsposten festgelegt. Die exakten Koordinaten werden dir übermittelt. Ich setze unsere Ankunftszeit auf, acht Stunden. Es wäre gerne Freer dort. Perk gefiel dieser Gedanke nicht. Auch wenn es sinnvoll war, die Umgebung um Baxter und den Schiffsverkehr dort eine Zeit lang zu sondieren, es barg ein großes Risiko in sich. Je länger wir dort sind, umso größer ist die Gefahr, entdeckt zu werden. Es wird eben keine Sache werden, die man schon als gegessen betrachten kann. Ich ging davon aus, dass Rosefield sich ausgewählt hat, und es sich eben um ein Husarenstück handelt, bei dem zu viel Nachdenken schädlich wäre. Die Castro schien für einen Augenblick überrumpelt. Dann jedoch grinste er breit. Ja, so wird es sein. Ich halte jetzt besser die Klappe, bevor ich mich noch um Kopf und Kragen rede und man mich für einen Sauderer hält. Damit erlosch sein Hologramm und Rosalind trat an Perk heran. Ich hätte an deiner Stelle dennoch darauf bestanden, die Zentrale anzugreifen, auch mit unseren Grünschnäbeln. Dem ersten Offizier war die Verstimmung sehr deutlich anzumerken. Die sind gut, das weißt du auch. Du wirst deine Chance bekommen, antwortete Perk. Aber nicht bei diesem Einsatz. Matthias hat recht. Ich habe zu wenig erfahrene Leute. Ich kann keinen davon riskieren. Du wirst die Neuen begleiten und auf sie aufpassen. Kapitel 28 Dominic lag auf seiner Pritsche unter einer Wolke von bunten Hologrammen, die über ihm kreiste. Der Käpt'n hatte ihn angewiesen, sich in der Ruhe seines Quartiers mit der Entschlüsselung der geheimen Daten zu befassen. Inzwischen konnte Dominic tatsächlich ein paar weitere Ergebnisse vorweisen. Der Hauptteil der Information blieb jedoch noch immer unverständlich. Schließlich rang sich Dominic dazu durch, den Vorschlag von Cyrus anzunehmen und es mit einer Schablone zu versuchen, die spezielle Bereiche in den endlosen Textblöcken herausfilterte. Er versuchte es mit speziellen Algorithmen, deren Parameter er immer wieder anpasste. Der Erfolg hielt sich jedoch in Grenzen. Dominic ließ die mageren Ergebnisse von einem Mustererkennungsprogramm analysieren und bekam wieder erwarten eine interessante Antwort. Der Computer erzeugte eine kurze Textzeile. Schlüssige Zeichen weisen Ähnlichkeiten mit der Fibonacci-Zahlenfolge auf. Dominic hatte noch nie von so etwas gehört. Als er den Begriff in das elektronische Lexikon eingab, erhielt er eine Erläuterung zu einem mathematischen System, das unter anderem die Wachstumsvorgänge von Pflanzen beschrieb. Ein Additionssystem, in dem die Summe zweier vorhergehender Zahlen die darauf folgende Zahl ergab und so weiter. Dominic wies den jeweiligen Ergebnissen eine Position innerhalb der Textblöcke zu. Zu Beginn lieferte dieses Vorgehen keine nennenswerten Resultate, aber nach einer Reihe von Versuchen bildeten die markierten Buchstaben und Zahlen komplexe Sätze. Der Text war in Latein abgefasst, so viel konnte Dominic erkennen und würde jemandem, dem diese Sprache unbekannt war, nichts sagen. Er suchte ein Übersetzungsprogramm und erhielt dann eine Unmenge von verständlichen Daten. Das Logbuch der Samaria-Station samt Nachrichten und Lieferinformationen. Der plötzliche Erfolg fühlte sich zuerst wie ein Tritt in die Magengrube an, bevor sich dann ein Triumphgefühl einstellte. Dominic sprang auf, stürmte auf die Brücke und kam gerade dazu, als Perk seine Unterhaltung mit die Castro beendete und noch ein paar Worte mit Roslyn wechselte. Der Erste Offizier kam anschließend auf Dominic zu. Was gibt es? fragte er mit dem üblichen, gereizten Unterton. Ich habe die Texte entschlüsselt. Roslyn wirkte skeptisch. Haben Sie das? Bevor Sie sich vor dem Käpt'n blamieren, zeigen Sie mir erst, was Sie herausgefunden haben. Dominic aktivierte den Computer an seinem Unterarm, der ein Hologramm über seiner Handfläche erzeugte. Er erhielt Koordinaten von Schiffsbewegungen und genaue Informationen, die die Ladung betrafen, die von diesen Schiffen nach Samaria gebracht werden sollte. Einige Bilder zeigten Raumschiffe, die zur Flotte gehörten, aber die Kennungen waren nicht zu lesen. Mit den Bewegungen seiner Finger konnte Dominic die Abbildungen beeinflussen, sie vergrößern oder drehen. Dieses Schiff ist eindeutig eine Fregatte aus der Titan-Baureihe und hier ist ihre Flugroute, sagte Dominic. Eine schematische Darstellung des Sonnensystems baute sich auf und zeigte den Kurs der Fregatte. Wir müssen nur noch herausfinden, zu wem das Schiff gehört. Anhand der Flugdaten müsste man das ermitteln können. So wie es aussieht, war das Schiff auf Chester, vier Tage bevor die Station vernichtet wurde. Ruslan war gewiss beeindruckt, aber er hatte keine Probleme damit, seine Bewunderung zu verbergen. »Captain«, rief er Perk zu, der gerade damit beschäftigt war, die Projektion des Baxter-Außenpostens zu studieren. Der Käpt'n kam näher und betrachtete die Daten, welche zwischen Ruslan und Porter schwebten. »Sie haben die Information also entschlüsselt.« »Besser, das habe ich«, sagte Dominic nicht ohne Stolz und deutete auf die quadratischen Textblöcke, die als dreidimensionaler Quader dargestellt wurden. »Es handelt sich um ca. 900 Millionen Seiten. Jede Seite umfasst 10.000 Zeichen. Ich denke, wir haben hier die gesamte Korrespondenz zwischen Samaria und den Flatschiffen, die regelmäßig Kontakt zu Samaria hatten.« »Wie sind Sie dahinter gekommen?«, verlangte Perk zu wissen. Dominic sammelte seine Gedanken. »Gewisse Zeichen stehen in Zusammenhang miteinander. Das ganze Material kann man nur auswerten, wenn man alle Seiten vergleicht und nach einem Muster sucht.« »Und ich habe eins gefunden.« »Beachten Sie die hellgevorgehobenen Bereiche auf dieser Seite, Käpt'n.« »Diese Wölkchen.« Perk schob die Fingerspitze an einen der hellen Flecke innerhalb des Textes. »Natürlich stehen viele Zeichen miteinander in einem zufälligen Zusammenhang und könnten willkürliche Worte bilden. Der, die, das sind die einfachsten Konstellationen. Aber auch Sand, Fett, Berg oder so. Aber je weiter Sie sich vom Zentrum der jeweiligen Wolke entfernen, umso unsinniger werden sie. Am Hundekorken oder Leberkuss zum Beispiel. Dauert es noch lange, warf Roslin ungeduldig ein. »Lass gut sein, Frank, beschwichtigte Perk.« »Ich will Einzelheiten wissen. Details sind mir wichtig.« »Danke, Sir«, sagte Dominic mit einem beiläufigen Blick auf Roslin. »Es galt nun, das genaue Zentrum der jeweiligen Wolke zu finden. Es gibt da diese Fibonacci-Zahlenfolge, anhand der man das Wachstum von Pflanzen beschreiben kann. Ich ordnete die Werte zu und beginnend mit dem ersten Zeichen der jeweiligen Seite, von denen aus weiterer Stelle markiert werden. Diese so markierten Zeichen sind entscheidend. »Sie bilden sinnvolle Worte und Sätze. Ich habe den gesamten Text extrahiert.« Das Hologramm erlosch, um gleich darauf als akkurater Dialog wieder zu erscheinen. »Julius Caesar im Original«, sputtete Roslin. »Ja, es ist Latein«, bestätigte Dominic. »Ich wechsle zur Übersetzung.« Roslin und Perk gelasen ein paar Zeilen. Nach einigen Augenblicken wendete sich der Käpt'n an Dominic. »Sie benutzen offenkundig Decknamen. An den Käpt'n Snoopy, Dark Prince oder Frankenstein gibt es auf keinem Schiff der Flotte. Und soweit ich weiß, auch nicht auf irgendeinem anderen Schiff, das im Sonnensystem unterwegs ist. Im Grunde genommen sind wir also genauso schlau wie vorher. Nicht so schnell, ich bin mir sicher«, ergänzte Roslin, »dass Blake weiß, wer sich hinter dem ein oder anderen Namen verbirgt.« »Und woher sollte er das wissen?«, fragte Dominic. »Er hat Spione«, erklärte der erste Offizier. »Ein unbestreitbarer Vorteil, jemanden direkt an Ort und Stelle zu haben, der Schlussfolgerungen ziehen kann. Ein Programm kann man mit diesen Namen täuschen.« Blake hatte bestimmt Spitzel auf Samaria. Dominic begriff. »Das also ist der Grund, warum Cyrus mit den Piraten nach Baxter geflogen ist.« »Ja, das ist richtig.« Perk klopfte Dominic auf die Schulter. »Ich bin mir sicher, wir wissen bald, wer sich hinter den Namen verbirgt. So oder so. Vielleicht finden Sie ja auch noch etwas in den Daten, das wir als Beweis gebrauchen können, und wir können es uns sparen, nach Baxter zu fliegen.« Dominic war skeptisch, aber er nickte dennoch und gab vor, zuversichtlich zu sein. »Inzwischen werden wir uns mit dem Angriffsziel vertraut machen«, sagte Perk und deutete auf das Bild des Baxter-Außenpostens. »Die Daten stammen aus dem Archiv«, führte der Käpt'n aus. »Wir haben keine Daten und Angaben über Baxters derzeitiges Aussehen. Es könnten hier und da ein paar Geschütztürme hinzugekommen sein. Wenn wir uns herangeschlichen haben, werden wir mehr sehen, aber ich denke, es wird nicht genug sein, um sicher sein zu können. Befassen wir uns also mit dem, was wir haben.« Perk führte aus, welche Bereiche er an der Station für Schwachstellen hielt und wo er es für möglich erachtete, ein Enter-Kommando absetzen zu können. »Sollte es dazu kommen«, führte er dann aus, »will ich, dass du, Frank, die Truppe anführst.« Noch bevor Perk die Worte ausgesprochen hatte, wusste Dominic, dass der Käpt'n von ihm verlangen würde, Roslyn zu begleiten. »Ich bin der Meinung, Sie beide geben ein gutes Team ab«, sagte Perk und Roslyn nickte beiläufig. »Ich denke dabei an Ihren gemeinsamen Einsatz auf dem Mars.« »Ich glaube, ich bin im Gefechtsstand besser aufgehoben«, wandte Dominic ein. »Wir werden hier keine Glaubensdinge diskutieren.« Perk's Ton wechselte zu ungewohnter Strenge. »Sie halten sich für das Enter-Kommando bereit. Wie lange legt Ihr Nahkampftraining zurück?« Dominic überlegte einige Sekunden. »So lange also.« Der Käpt'n rieb sich das Kinn. »Frank, sorge dafür, dass er sich aufwärmen kann. Wir haben ja noch ein paar Stunden Zeit.« »Ziehen Sie sich Ihre Trainingsklamotten an, Porter.« Dem ersten Offizier schien der Gedanke, Dominic ordentlich in die Mangel nehmen zu können, nicht schlecht zu gefallen. »Und warten Sie im Übungsraum auf mich.« Während Perk und Roslyn noch ein paar Details des Einsatzes besprachen, zog sich Dominic um und stand nun auf dem grauen Gummiboden des Trainingsraumes. Das enge Trikot, das er trug, bestand aus einem Gewebe, das gegen Schnitte und Stiche schützte, sofern sie nicht mit großer Kraft geführt wurden. Das transparente Visier des leichten Helmes besaß nur einen schmalen Schlitz, durch den man atmen konnte. Das Licht erlosch bis auf einige wenige rote Lämpchen entlang der Bodenleiste. Ein Kampfautomat schob sich aus dem Halbschatten über Dominics Kopf. Aus dem tonnenförmigen Rumpf ragten Greifer, Zangen und Vorrichtungen, an denen man verschiedenartigste Waffen befestigen konnte. Der Roboter erinnerte in seiner Form an eine Spinne und wirkte ebenso bedrohlich. Sein Anblick jagte Dominic einen Schauer über den Rücken. Die Automaten waren zwar darauf programmiert, niemanden zu verletzen, aber es kam immer wieder zu Unfällen beim Training. Manche davon endeten tödlich. Einige fahle Lichter am metallenen Körper der Maschine leuchteten auf. Der erste Offizier sieht eine Übung mit Kurz- und Langmessern vor, halte es schnarrend aus dem Körper des Kampfautomaten. Eine Klappe öffnete sich und aus der Öffnung glitt ein Sortiment besagter Waffen heraus mit den Griffen voran. Die schwarzen Klingen waren allesamt geschärft und glänzten ölig. Dominic schluckte bei diesem Anblick. Offenbar hatte Russell ihn nicht vor, mit stumpfen Messern zu trainieren. Nur bei den geübteren Soldaten benutzte man scharfe Klingen, aber zu denen zählte sich Dominic nicht. Allein die stille Bedrohung, die von den Klingen ausging, machte ihm zu schaffen. In dieser Waffengattung war er nie gut gewesen. Er begann sich zu fürchten. »Wählen Sie Ihre Waffe«, forderte der Roboter auf, »und nehmen Sie Verteidigungsstellung ein.« »Ich muss mich erst etwas aufwärmen«, runte Dominic ein. Aufwärmmodus. Messerkampf. Tönte die blechende Stimme des Roboters, woraufhin einige wirbelnde Zylinder in die Dunkelheit projiziert wurden, denen Dominic ausweichen musste. Er duckte sich, wenn einer seinem Kopf entgegenflog, sprang darüber hinweg, als sie über den Boden rotierten. Bei Berührung erhielt Dominic Stromschläge. Die Taten weh und der Schmerz jagte Adrenalin durch seine Ardern. Nach einigen Minuten erhöhte die Maschine die Intensität des Trainings. Ein Hagel holographischer Kugeln schoss durch die Dunkelheit, dem er nur mit Mühe ausweichen konnte. Seine Fehlerquote stieg an und ein Stromstoß nach dem anderen durchzuckte Dominics Körper. Es dauerte eine Ewigkeit, bis Russlin endlich erschien. Das Licht ging an und die Aufwärmübung war beendet. Dominic schwitzte und keuchte, während er sich auf den Boden setzte. Verdammte Scheiße, Porter, waren Russlins erste Worte, der ebenfalls ein leichtes Panzertrikot trug. Aufwärm, hatten wir gesagt, nicht verausgaben. Herzfrequenz, Blutdruck und Muskelelastizität befinden sich in perfektem Verhältnis für das angeforderte Intensivtraining, informierte die Maschine. Die Adrenalinausschüttung ist optimal, um höchste Aufmerksamkeit und schnelle Reflexe zu gewährleisten. Der Offizier schob sich den Helm über den Kopf und kloppte das Visier vor sein Gesicht. Wir fangen mit langen Messern an, sagte er und zog zwei davon aus dem Automaten. Eins davon warf er Dominic zu, der es mit mehr Glück als Geschick am Griff zu fassen bekam. Fast im gleichen Augenblick griff Russlin an. Dominic sprang auf und konnte dem Stich gerade noch ausweichen. Er erkannte eine Finte, machte einen Schritt nach links und bog seinen Oberkörper zur Seite, um dem Stoß zu entgehen, den Russlin gegen seine Brust führte. Dominic nutzte Russlins eigenen Schwung, um ihn mit der linken am Arm zu packen und an sich vorbeigeleiten zu lassen. Mit der rechten stieß er die Klinge unter die Achsel seines Gegners. »Treffer«, tönte der Automat tonlos. »Tödlich.« »Ja, nicht schlecht«, sagte Russlin, der jetzt wieder vor Dominic stand und sein Messer in die linke Hand wechselte. »Sie sind ja ein richtiger Tiefstapler, Porter. Ich dachte, ich lasse es langsam angehen, aber wir können jetzt wohl durchstarten.« Die nächsten Minuten waren eine Demütigung für Dominic. Er erhielt einen Treffer nach dem anderen und war bald so erschöpft, dass er sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Russlin gönnte ihm nur einen kurzen Moment der Erholung, entwaffnete Dominic mit einem geschickten Angriff. Der Erstoffizier steckte die langen Klingen zurück in den Leib des Kampfroboters und zog dann die kürzeren Versionen heraus. Die Übungen mit diesen Waffen beinhalteten Methoden, mit denen man Ausfallschritte und Stiche kombinierte. Immerhin gelang es Dominic, die Punktezahlen Rosslins gering zu halten, indem er sich darauf verlegte, auszuweichen, anstatt Angriffe zu wagen, die der Offizier ohnehin jedes Mal mit Leichtigkeit abwehrte. Erst als Russlin müde wurde, gelang es Dominic, den ein oder anderen Punkt zu erzielen und seinen Gegner zu verblüffen. Schließlich beendete Russlin den Kampf, nahm den Helm ab und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Gut gemacht«, lobte er, woraufhin Dominic sich fragte, ob das sein Ernst sein konnte. »So, wie darf ich das verstehen?«, wunderte er sich. »Ja, wie ich es gesagt habe«, gab Russlin zurück. »Andere haben in kürzerer Zeit mehr Treffer einstecken müssen, ohne daraus zu lernen und eine neue Taktik anzuwenden. Sie sind sogar recht kreativ und können einen Angreifer überraschen.« Er steckte den Dolch in die Maschine zurück. »In den engen Gängen einer Station würde ich sie gern bei mir wissen, wenn es Mann gegen Mann geht und man im Getümmel keine Waffe abfeuern kann.« »Warum ist es überhaupt nötig, Baxter zu enttern?«, fragte Dominic. »Wir brauchen ein paar Gefangene«, erklärte Russlin. »Wenn wir durch sie und weitere Daten kommen könnten, wäre das gut. Daten, die nicht zuerst durch Blakes Hände gegangen sind. Vielleicht wird es auch nötig, Corrin wieder dort rauszuholen. Weiß man, wie es ihm geht?« »Er hat seine Ankunft bestätigt. Mehr noch nicht. Er wird uns darüber informieren, was sich auf Baxter tut.« Russlin verließ den Raum und wies die Maschine an, in seinem Stil weiterzumachen. Nach einer halben Stunde befalle er ihr und widmete Dominic einen geflissentlichen Blick. »Danach ruhen sie sich aus, Porter.« Kaum hatte er das gesorgt, brachte sich die Maschine in Kampfposition. In einer ihrer Greifzangen blitzte ein kurzes Messer. »Nehmen Sie sich in acht, Porter«, warnte die synthetische Stimme, als der Roboter seinen ersten Stoß führte. Kapitel 29 Cyrus hatte keinen Appetit. Die Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wurde, gefiel ihm nicht. Sie mochte zwar nichts zu bedeuten haben, aber es wäre ihm lieber gewesen, nicht so sehr im Rampenlicht zu stehen. Es mochte an seiner Anspannung liegen, aber er fühlte sich von neugierigen Augen beobachtet. »Ich würde mich gern etwas umsehen«, sagte Cyrus. »Hier werde ich jedenfalls nicht bleiben.« Elina schien sein Vorhaben nicht zu gefallen. »Keine Lust herauszufinden, was es mit diesem Barney auf sich hat?« »Ehrlich gesagt, nein.« »Ach, in Ordnung.« Die Piratin gab mit skeptischer Miene nach. Es war ihr anzusehen, dass ihr nicht gefiel, dass Cyrus sich aus der Gruppe entfernte. Aber sie hatte kein Recht, ihm irgendetwas zu befehlen. »Mach keine Dummheiten«, mochte Elina. »Bleib in der Nähe und fang bloß keinen Streit an.« »Ich bin weder der Typ für das eine noch für das andere. Keine Sorge.« Cyrus verließ die anderen, aber als er an der Theke vorbeikam und den Barkeeper sah, da kam ihm eine Idee. Die Männer und Frauen hinter der Theke waren für gewöhnlich immer informiert und wurden mit allerlei Klatsch und Tratsch versorgt. »Warum sollte er nicht einfach versuchen, hier an ein paar nützliche Informationen zu kommen?« »Was muss ich tun, um an jemanden heranzukommen, der hier wichtig ist?« fragte er den langen Mann mit den streng zurückgekämmten schwarzen Haaren, der gerade dabei war, Gläser zu spülen. »Ihm unten, der wichtig ist?«, wiederholte der Barkeeper. »Ganz genau, der wichtigste Typ bin ich, hier drin jedenfalls«, scherzte der lange Mann. »Die besten Drinks auf Baxter, nur bei Lenny, dem Russen.« »Ich werd's mir merken«, antwortete Cyrus, der eigentlich nicht zum Scherzen aufgelegt war. »Frag nach Freddy«, fuhr Lenny, der Russe, fort. »Freddy Brand. Er ist der Besitzer von Baxter.« »Fragen ist kein Problem«, wandte Cyrus ein. »Kontaktieren ist die Herausforderung.« »Sein Büro wird von zwei Wachhunden beschützt.« Lenny holte ein Glas aus dem Spülbecken und rieb es mit einem Tuch ab. »Larrington und Nistler. Die lassen niemanden an ihn ran.« »Sein Büro ist eine Festung.« »Aaah, und für jede Festung gibt es ein Passwort.« Lenny schüttelte den Kopf. »Ich weiß keines.« Brand sucht sich die Gäste aus, nicht umgekehrt. Cyrus versuchte, aus diesen Fakten eine Möglichkeit zu konstruieren, um an diesen Freddy Brand heranzukommen. »Aber eigentlich ist es gar nicht nett, in sein Büro zu kommen«, fuhr der Barkeeper fort. »Sein Schlafzimmer ist der Ort, an dem er sich zugänglich zeigt.« Cyrus schluckte. Diesen Weg wollte er eigentlich nicht bestreiten. Er fragte sich unwillkürlich, wie weit ein Spion gehen musste, um an Informationen zu gelangen. Er hatte sich vorgestellt, vielleicht jemanden töten zu müssen oder zu foltern, um an wichtige Daten zu kommen. Ob er imstande war, einem Menschen etwas anzutun? Er schloss die Möglichkeit nicht völlig aus. Aber mit einem Mann ins Bett zu gehen, war bisher nicht Teil seiner Vorstellung gewesen. »Bist ein ganz hübscher Kerl«, Lenny setzt eine herausfordernd anzügliche Miene auf. »Sonst würde ich auch kein Wort mit dir reden.« Cyrus versuchte, seinen nächsten Satz zu formulieren. »Aber ganz davon abgesehen«, fuhr Lenny fort. »Im Büro findest du ihn eigentlich nie.« Lenny stellte das Glas ins Regal und fischte sich das Nächste aus dem Wasser. »Die Station hat einen Aussichtspunkt. Da kannst du ihm eher begegnen. Und wenn du dich nicht so dumm anstellst, dann...« »Hey, danke. Und wie komme ich zum Aussichtspunkt?« Lenny schien das Gespräch für beendet zu halten. »Ja, ein bisschen Mühe musst du dir schon machen. Oder wirst du gerne rundum bedient.« Die etwas zweideutige Anmerkung bildete den Schluss ihrer Unterhaltung. Cyrus bedankte sich noch einmal und ging aus der Bar hinaus auf den Hauptweg, der den Ring von Baxter durchlief. Irgendwie fühlte er sich im Trubel des breiten Korridors wohler als am Tisch in der Bar. Hier konnte er in der Menge untertauchen, sich ungesehen bewegen und etwas herumschnüffeln. Er beschloss, das Zentrum des gewaltigen Ringes zu suchen. Dort musste es so etwas wie eine Beobachtungskuppel geben. Jedenfalls nahm er das an. Es klang logisch. Würde man von ihm verlangen, eine solche Station zu konstruieren, hätte er die Beobachtungskanzel genau dorthin gesetzt. Sich im Inneren dieses rotierenden Ungetüms zu orientieren, war alles andere als einfach. In modernen Stationen erlaubte die künstliche Schwerkraft ein relativ einfaches Bauen. Die meisten Konstruktionen waren würfelförmig. Es gab ein klar definiertes Oben und Unten und nie stand man irgendwann irgendwo aus der Perspektive anderer auf dem Kopf. Aber Baxter? Baxter jedoch war eine gekrümmte Welt und je näher man ihrem Mittelpunkt kam, umso leichter schien man sich zu fühlen. Im Zentrum des Rades sollte Schwerelosigkeit herrschen. Alleine deshalb musste es irgendetwas Interessantes an dieser Stelle geben. Vielleicht irgendein Vergnügungszentrum, wo man spannende Sachen ausprobieren konnte, die bei Null Gravitation einen besonderen Reiz hatten. Cyrus ging da so einiges durch den Kopf. Er fand eine schmale Gasse, die im rechten Winkel vom Hauptkorridor abzweigte und an deren Ende er in einen Lift einsteigen konnte. Die Kabine sauste hinauf und er fühlte tatsächlich, wie er leichter und leichter wurde. Als sich die Türe wieder öffnete, fand sich Cyrus in einem weiteren Ringsegment wieder. Eine Röhre beinahe vollständig aus Glas. Er schätzte den Durchmesser des gläsernen Ringes, der sich zwischen Außensektion und Zentrale befand, auf gut 300 Meter. Direkt über seinem Kopf sah er die Kommando-Plattform der Station. E war mit modernen Gravogeneratoren ausgerüstet, denn er konnte hinter den Fenstern Menschen sehen, die sich unabhängig von der Rotationsgravitation bewegten. Cyrus erkannte Antennen und Empfangsschüsseln, deren Reichweite er nur schätzen konnte und die ein Herantasten an Baxter zu einem Wagnis machten. Er sah auch zwei Geschütze, deren Läufe in die Schwärze des Weltraums hinausragten. Es gehörte Raketenrampen und Torpedo-Luken. Wenn Perk und Black ihren Angriff störteten, musste diese zentrale Plattform ihr primäres Ziel sein, das es auszuschalten galt. Cyrus aktivierte das Mikrofon des kleinen Computers an seinem Handgelenk. Flüsternd beschrieb er, was er entdeckt hatte und wie er die Stärke der Station einschätzte, während er sich in langen Sprüngen durch den Ring bewegte. Anschließend schickte er die Nachricht an die Zora und hoffte inständig, dass die Sensoren der Station das schwache Signal nicht registrieren oder seinen Ursprung orten konnten. Er wagte nicht daran zu denken, was passieren mochte, sollten die Detektoren Alarm schlagen. Er warf einen Blick hinüber zur Kommandozentrale. Alles blieb ruhig und auch geraume Zeit später tauchten keine Wachleute auf, um Cyrus festzunehmen. Seine Anspannung legte sich etwas und es keimte ein vages Triumphgefühl in ihm auf. Er beschloss, den Ausblick nach einer Weile zu genießen und betrachtete das kreisende Meer von Sternen, das sich endlos vor ihm drehte. Irgendwo dort draußen musste sich die Zora befinden, deren Sensoren auf die Station gerichtet waren. Aber solange kein Schiff der Flotte hier andockte, würde Perk nicht angreifen. Cyrus sah einen Abschnitt der Station unter sich, wo einige kleinere Raumfahrzeuge festgemacht hatten. Er fragte sich, ob die Flats auch mit anderen Verbrecherorganisationen zusammenarbeiteten und ob sie noch mit weiteren Dingen handelten als mit Menschen. Er wusste, dass Opiate seit Beginn des Krieges eine sehr begehrte Ware darstellten. Sie halfen, die große Zahl der Verwundeten zu behandeln, die das interplanetare Chaos forderte. Andere nahmen die Drogen, um der ganzen Situation zu entfliehen. Cyrus setzte seinen Weg fort und kam nach einer Weile wieder dort an, wo er den Ring betreten hatte. Zwei- oder dreimal begegnete er anderen Menschen. Er hatte angenommen, weitaus mehr Besucher hier anzutreffen, die einen ungestörten Ausblick auf die Sterne genießen wollten. Die romantische Veranlagung der Flats schien nicht so ausgeprägt zu sein wie die von Cyrus. Bei der Art ihres Geschäftes sollte ihn das eigentlich nicht wundern. Er warf nochmals einen eingehenderen Blick hinaus auf den Hauptring, wo gerade ein Frachtschiff ablegte, bevor er weiter durch den Ring spazierte. Nach einer Weile sah er einen Mann, der sich auf einem der Sitze niedergelassen hatte, die man aus der Wand klappen konnte. Er mochte vielleicht doppelt so alt sein wie Cyrus und tippte auf einer Tastatur herum, die auf seinen Knien ruhte. Er war so vertieft in die Auswertung einer Ansammlung bunter Hologramme, die vor ihm leuchteten, dass er Cyrus noch nicht bemerkt hatte. Wenn Cyrus Lennys Worten vertrauen konnte, war es ziemlich wahrscheinlich, dass es sich bei dem Mann um Freddy Brand handelte. Naja, aber natürlich konnte es auch jemand ganz anderes sein, in der er die Stille des Aussichtsareals nutzte, um ungestört seinen Geschäften nachzugehen. Doch wenn es sich um Brand handelte, dann war das eine grandiose Gelegenheit, näher mit ihm bekannt zu werden. Cyrus wusste nicht, wie er es anstellen sollte, den Mann anzusprechen, ohne ihn zu stören oder zu verärgern. Er wendete sich ab und sah zu den Sternen hinaus, während er sich überlegte, wie er die Unterhaltung am besten einfädeln konnte, fand aber keinen geistreichen Ansatz. Mit einem plumpen Einstieg würde er bei Brand nicht punkten können, sollte es sich bei ihm um einen Mann von Format handeln. Cyrus meinte, sich selbst nicht mehr zu kennen, denn normalerweise fiel es ihm leicht, mit Menschen eine belanglose Unterhaltung anzufangen. Nun aber hatte er mehr damit zu tun, sich seine Aufregung nicht anmerken zu lassen. Möchte ich viel los her, sagte der Mann, ohne den Blick von seinen Hologrammen abzuwenden. Hat sich gut rausgemacht, das alte Ding. Er legte die Tastatur beiseite, woraufhin die leuchtenden Bilder verloschen, stand auf und klopfte gegen den Fensterrahmen. Sie habe ich hier noch nie gesehen. Was halten Sie von der alten Raumstation? Cyrus sah in ein schmales, kantiges Gesicht, dessen Kinn von einem kurzen Bart umrahmt war. Tja, kann ich nichts zu sagen. Bin noch nicht lange dabei. Samary hat mir besser gefallen. Viel Grün, mehr Sonne. Und die Luft war frischer. Oh ja, ein großer Verlust. Aber jeder Verlust bietet die Chance auf einen neuen Anfang und neue Möglichkeiten. Der Mann sah Cyrus an. Der antwortete, Klingt ganz wie jemand, der immer auf der Sonnenseite steht, egal wie das Blatt im Wind sich wendet, was? Der Mann nickte. Ja, ich habe schon früh auf Baxter gesetzt. Liegt schön abgelegen, und ich rechne nicht damit, dass uns sobald jemand entdeckt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Samaria zu auffällig wurde. Cyrus fragte sich, was der Mann wusste. Ich dachte, Samaria ist einem Schlagabtausch zwischen Cayman und Akato zum Opfer gefallen. So habe ich das jedenfalls gehört. Ich habe Zweifel. Der Mann reichte Cyrus die Hand. Frederick Brand. Cyrus erwiderte den Handschlag. Cyrus Coren. Warum haben sie Zweifel? Es soll da einen Hilferuf gegeben haben. Nach dem Inhalt zu urteilen war Samaria zwar beschädigt, aber nicht so weit, dass es zu dieser gewaltigen Explosion kommen konnte, die das ganze Ding zerrissen hat. Ein Angriff der Flotte also? Möglich. Brand lehnte sich gegen die Fensterscheibe. Hat mich jedenfalls eine Menge gekostet. Es gab fähige Leute auf Samaria. Ich bin seither auf der Suche nach Männern und Frauen, die sich noch beweisen wollen. Und deswegen haben sie mich angesprochen, ja? Nein, ich wollte zunächst etwas plaudern. Es verirren sich nur wenige Leute hierher. Manchmal frage ich mich, ob ich der Einzige bin, der diesen Ort besucht, um die Aussicht zu genießen. Hat mich eine Stange Geld gekostet, den Glasring zu installieren. Ich komme mir fast vor, wie dieser verrückte Ludwig. Cyrus hatte eine vage Ahnung, wovon er sprach. Sie meinen, wir sind König. Brand legte seine Hände an den Handlauf und sah hinaus ins All. Wir brauchen Zufluchtsorte, um den Fängen der Wild zu entgehen, in der wir atmen müssen. Er sah Cyrus an, als hätte er in ihm einen verwandten Geist gefunden. Sie scheinen auch jemand zu sein, der sich seine Fluchten gönnt, oder? Er und der Geschäft hat seine Herausforderung. Wäre dumm, würde man glauben, ohne Fluchten auszukommen, was? Sagte Cyrus. Es gelang ihm ziemlich gut, die Sympathie des Mannes zu bekommen. Der jedenfalls nickte und lächelte Cyrus an. Ich versuche, diese Aspekte zu verdrängen, gab er zu. Natürlich gelingt das nicht ganz, aber der galaktische Konflikt, in den wir Menschen geraten sind, erstellt uns vor existenzielle Fragen. Wir haben immerhin einen Weg gefunden, nicht ins Schussfeld der Fremden zu geraten und uns mit ihnen zu arrangieren. Wir überleben nur, wenn wir keine Probleme mit ihnen bekommen. Sollte die Menschheit weiter bestehen, wird man diese traurige Episode bald vergessen haben. Und auch die Verbrechen, die wir begangen haben. Es war interessant, dass Brent einräumte, ein Verbrecher zu sein. Ich sehe das auch so. Look, Cyrus. Die Zukunft gehört denen, die ihre Chancen nutzen. Brent verschränkte die Arme vor der Brust. So ist es. Moral ist eine rechte Aufgabe. Das kann ich bestätigen. Und ich will unter den Gewinnern sein, teilte Cyrus mit. Tja, sie wirken auf mich wie jemand, auf den man setzen kann. Wie ich schon erwähnte, fehlt es mir derzeit an Jägern. Die Besten meiner Mannschaft waren gerade auf Samary, als es hochging. Aber zum Glück habe ich hier schon länger eine Geschäftsstelle, die ich in den letzten Jahren ausgebaut habe. Ich nannte das ja immer gern mein Hinterzimmer. Aber jetzt wird daraus wohl die Hauptgeschäftsstelle. Aus meinen Einnahmen finanziere ich einen großen Teil von Baxter. Er musterte Cyrus eindringlich. Und sie waren tatsächlich noch nie hier? Nein. Eilig versuchte Cyrus einige der Namen und Begriffe in seinem Kopf zusammen zu sammeln, die er von Dominic und Alina gehört hatte. Berman war mein gewohnter Anlaufpunkt. Ihr Mandarine und der Jetman, meine häufigsten Abnehmer. Und jetzt nicht mehr. Nein, zu unsicher. Brand nickte bedächtig. Der Mandarine hat ein bisschen zu hoch gepokert. Und seit sich die Bosco in seiner Nähe herumtreiben, will kaum noch jemand mit ihm Geschäfte machen. Wissen Sie, wie man die Echsen unter den Bewohnern der Galaxis nennt? Mistkäfer. Brand lachte. Naja, in der irdischen Entsprechung. Ich wusste gar nicht, dass auf anderen Planeten so etwas wie Mistkäfer existieren. Aber offenbar gibt es Scheiße auf allen Welten. Und damit auch Kreaturen, die in der Scheiße wühlen. Das akkerte Wort für Mistkäfer ist Schar. Klingt griffig. Immerhin gehörten die Caymen auch zu den Insekten und waren mit den Mistkäfern verwandt. Ich habe gehört, dass Spermen ins Visier der Behörden geraten sein soll, sagte Cyrus. Brand rieb sich nachdenklich das Kinn. Ja, jemand schnüffelte herum. Vielleicht dieselben Leute, die das Samaria-Desaster verursacht haben. Aber ich denke, die Flotte hat in diesem Fall nichts damit zu tun. Ich würde zu gern wissen, wer da versucht, mir das Leben schwer zu machen. Ich habe früher auch zur Flotte gehört, offenbarte Cyrus. Aber mir haben sich diese anderen Möglichkeiten, Karriere zu machen, sehr schnell erschlossen. Ich hätte weiter mit meinem Käpt'n auf Jagd gehen können, aber ich habe es dann doch vorgezogen, mein eigenes Kommando zu führen. Sie arbeiten also nicht alleine? Nein, ich bin mit Freunden unterwegs. Brand löste sich vom Fenster und straffte seine Jacke. Klingt interessant. Sie sind nicht zufällig mit einem Schiff angekommen, das Betty heißt? Für einen Augenblick lief es Cyrus eiskalt den Rücken hinunter. Er befürchtete, ihre Unternehmung wäre bereits aufgeflogen. Ja, genau. Das ist das Schiff einer Freundin. Ich habe schon gehört, dass ihre Fracht eine beeindruckende Qualität hat. Mein Hafenmeister hat mich informiert. Viele Jäger nehmen es in Kauf, dass die Zielobjekte Schaden abbekommen, wenn man sie einfängt. Cyrus versuchte ruhig zu bleiben und sich irgendetwas auszudenken, das dieses Detail plausibel machte. Wir jagen in der Dunkelheit und benutzen Betäubungsgeschosse mit Sedinengas oder Stunnerprojektile. Bis jetzt hatten wir noch keine wirklichen Gegner, denen es Spaß bereitet hat, uns Probleme zu machen. Manche haben sich gewehrt, aber wir verstehen unser Handwerk. Brand schien diese Geschichte zu gefallen. Wir müssen uns eingehender unterhalten, Erholte eine kleine Kunststoffkarte hervor, auf der sein Name in schimmernden Lettern stand. Zeigen Sie die vor, und man wird sie zu mir lassen, er deutete zur Zentrale hinüber. Ein Türöffner gewissermaßen. Ich weiß das zu schätzen. Cyrus schob die Karte in die Brusttasche seiner Jacke. Brand deutete mit einem Kopfnicken nach oben. Oh, da kommen Ihre ehemaligen Kameraden. Cyrus sah, wie sich der Rumpf eines Flottenkreuzers heranschob, um an Baxter anzudocken. Brand überlegte laut. Müsste die York sein. Unter Captain Sword. Kennen Sie ihn vielleicht? Nein, antwortete Cyrus, obwohl das nicht stimmte. Er hatte den Namen schon gehört, und sein ehemaliger Kommandant of Scotia schien mit diesem Mann befreundet zu sein. Ich sehe es vor, der Flotte aus dem Weg zu gehen. Aha, der Abschied war wohl etwas... Ah, er war schnell und schmerzlos, behauptete Cyrus. Inzwischen hielt er sich für ganz geschickt darin, seiner erfundenen Vita-Leben einzuhauchen. Aber ich habe Material mitgehen lassen. Ich brauchte ein Starters-Set. Keine Ahnung, ob die dafür viel Verständnis aufbringen. Ich will es jedenfalls nicht herausfinden. Tja, ich muss mich jetzt um die Formalitäten kümmern, erklärte Brand. Wollen Sie mitkommen? Cyrus wollte sein Glück nicht noch länger auf die Probe stellen. Auch wenn ihm bislang alles gelungen und sein Lügengeflecht nicht aufgeflogen war, musste er sich doch eingestehen, seine Nervosität nur schwer unter Kontrolle halten zu können. Ein einziger Fehler, und er würde in einer der gläsernen Konserven enden. Ich genieße lieber noch ein wenig die Aussicht. Ein Romantiker, bemerkte Brand, ganz ohne Sport. Gefällt mir sehr gut. Ich wusste es sofort, als ich sie sah. Nachdem Brand fort war, übermittelte Cyrus die Ankunft des Kreuzers York an Perk. Es konnte jetzt nicht mehr lange dauern und es würde zum Kampf kommen. Vielleicht überlegte es sich Captain Perk aber auch anders, wenn er erfuhr, es mit einem Schlachtschiff aufnehmen zu müssen, das im Feuerschutz der Station agieren konnte. In diesem Fall müsste Blake in den Kampf eingreifen und Perk unterstützen. Die Athena hatte ihre Feuerkraft bereits bewiesen, aber war dem Piraten wirklich zu trauen? Theoretisch könnte Blake sich auch einfach aus einem Kampf zurückziehen, wenn es ihm zu brenzlig wurde, und Perk hängen lassen. Ja. Cyrus beschloss, zu Alina und den anderen zurückzugehen und ihnen die Situation zu erklären. Als er durch den zentralen Korridor eilte, gab es plötzlich einen Tumult. Es bildete sich schnell eine Menschenmenge, die den Gang wie ein Korken verstopfte, sodass er nicht zur Bar durchkommen konnte, wo er die anderen zurückgelassen hatte. Er konnte nichts sehen und es dauerte lange, bis sich der Menschenauflauf wieder aufgelöst hatte. Offenbar war es im Barneys zu einem Zwischenfall gekommen. Cyrus ahnte nichts Gutes und wandte sich an einen der Schaulustigen. Ein schlanken Mann in einem roten, mit Gold verzierten Raumanzug, flankiert von zwei hübschen Frauen. Was war denn los? fragte Cyrus. Der Mann zündete sich gerade eine Zigarette an und genoss seinen Zug, bevor er antwortete. Spione, sagte er und hauchte eine blaue Wolke aus. Barney meint, einige von ihnen erkannt zu haben. Sind Piraten nach allem, was ich gehört habe? Barneys alte Kumpel. Dämliches Puck, knurrte Cyrus. Verdammtes dämliches Puck. Kapitel 30 Die Zora verließ ihre Position, raste nun mit Höchstgeschwindigkeit heran und nahm ihre primären Ziele ins Visier. Der Zerstörer bremste auf Gefechtsgeschwindigkeit ab und eröffnete das Feuer auf die Baxter-Station. Die Kanoniere verstanden ihr Handwerk und setzten etliche Treffer, doch die Geschütze von Baxter verfügten über starke Schilde. Die ersten Energiesalven verpufften nutzlos an den Abwehrfiltern. Die Railgun-Projektile wurden abgelenkt. Bevor die Zora windete, um dem Feuer der Verteidiger zu entgehen, schoss Perk eine Reihe von Penetrationsraketen ab, die in der Lage waren, die Schilde zu durchdringen. Während die Zora erneut beschleunigte, setzte sie zwei Enterboote ab und erhielt Treffer, als sie Distanz gewann. Noch während die Baxter-Kanonierer sich auf die fliehende Zora konzentrierten, schob sich die Athena heran. Die schnelle Brandon unter dem Kommando von DeCastro griff zur selben Zeit an und zerstörte einige Raketenrampen am Hauptring von Baxter. Sergeant Milton Coons befehligte eines der Enterboote, in dessen Crew sich Dominic und Roslyn befanden. Der dicke Sergeant stand am Ende der Sitzreihen und musterte seine Truppe. Coons hatte schon öfter Enterkommandos angeführt und gehörte zu Perks erfahrenen Männern. Hin und wieder tauschten er und Roslyn ein paar spitze Bemerkungen aus. Offenbar, um vor der Crew Zuversicht auszustrahlen und ihre eigenen Ängste zu überspielen. Die Soldaten saßen auf den schmalen Sitzen mit dem Rücken zur Wand und hielten ihre Gewehre zwischen den Knien. Alina Green saß Dominic gegenüber und starrte angespannt auf ihre Stiefel. Wie er mitbekommen hatte, war sie nicht nur eine hervorragende Schützin. Mit dem Messer erreichte sie sogar eine bessere Punktezahl als Dominic, wenn man den Resultaten der letzten Übungseinheiten trauen konnte. Im Geiste aber sah er die junge Frau noch immer hilflos und sabbernd auf dem Boden liegen, nachdem die Siebis über sie hergefallen waren. Wir bleiben zusammen, sagte er. Alina, durch seine Worte aus ihren Gedanken gerissen, sah ihn fragend an. Wir bleiben zusammen, wiederholte er und sie nickte knapp. Wir werden ein Loch in die Außenhaut der Station sprengen, erklärte der Sergeant mit lauter Stimme. Für die Neulinge unter euch, damit ihr euch nicht in die Hosen scheißt, wenn es kracht. Das Boot wird in die Öffnung eindringen und sie wie ein Korken verschließen. Wir werden also kein Problem mit entweichender Atmosphäre haben. Ein Stoß erschütterte das kleine Schiff, als es von einer Salve getroffen wurde. Jetzt Helme versiegeln, dunnerte der Sergeant. Filter zuschalten und die Hinweise im Sichtdisplay beachten. Dominic sah, wie sich Informationen in der Scheibe seines Visiers aufbauten. Keiner entfernt sich mehr als 20 Meter vom Center, erklärte Kuhns weiter. Ein roter Kreis leuchtete auf und bezeichnete Kuhns Position in der Truppe als besagten Center. Die anderen Soldaten wurden als eine Wolke von 50 blauen Dreiecken dargestellt. Lediglich Roslins Dreieck tendierte eher zu weiß und war etwas größer abgebildet. Sie kennen ihre Aufgaben, schrie Kuhns, als der Pilot die Stanzladung abfeuerte, um ein Loch in die Hülle der Station zu sprengen. »Porter, Sie bleiben in meiner Nähe.« »Ja, Sir«, antwortete Dominic matt. »Und du machst auch keine Dummheiten, Frank.« Roslin gab sich gekränkt. »Dummheiten sind dein Fachgebiet, Mill.« »Beinte Einsätzen gehört ein Arsch mehr, Frank. Vergiss das nicht.« »Lass das mal nicht eine Frau hören.« Dominic konnte nicht sehen, was außerhalb des Bootes vor sich ging, denn das Fahrzeug besaß weder Fenster noch Sichtluken. Es war nichts weiter als ein gepanzerter Rammsporn, geschaffen, die Außenhüllen von Schiffen zu durchbrechen, um die Endermannschaft in dessen Inneren abzusetzen. Die offizielle Bezeichnung lautete »Injektor«. Es war bedrückend, darin zu sitzen, dicht zusammengepfercht und darauf zu warten, dass der Kampf begann oder von einem direkten Treffer pulverisiert zu werden. Den Informationen in Dominics Display waren keine Daten zu entnehmen, die Aufschluss über die Gefechtssituation gaben. Dominic hatte ohnehin keine Zeit, sich viele Gedanken zu machen. Der Keil war aus kurzer Distanz auf Baxter abgeschossen worden. Wie geplant schlug das Boot wie ein Pfeil in die Baxter-Station ein. Die Trennwand zwischen Mannschaftsraum und Kanzel glit zur Seite und die Spitze spaltete sich mechanisch in zwei Hälften. Dichter Qualm wallte herein und wirbelte durch das kleine Schiff. Coons war der Erste, der aus dem Fahrzeug sprang, um Baxter zu entern. Roslin und Dominic folgten ihm ohne Zögern und dann kam der Rest der Truppe hinterher. Der Rauch verzog sich und enthüllte einen großen Lagerraum, in dem allerlei Maschinen und Geräte herumstanden. Ein gedrungener Transporter stand im Zentrum der Halle und glotzte die Eindringlinge mit seinen gewölbten Cockpitscheiben an, wie eine riesige Stubenfliege. Unter seinem Bauch hatten Menschen Deckung gesucht. Die ersten Schüsse fielen. Eine Alarmsirene heulte auf. »Miller«, schrie Coons einen Unteroffizier an. »Ihre Gruppe rüber zum Tor. Der Rest mit mir. Wir nehmen die Typen in die Zange.« Während Miller und sein Trupp davon eilten, suchten Dominic und die anderen Schutz hinter Kisten und Containern. Sie wurden ordentlich unter Feuer genommen und Roslin fluchte. »Einnert mich an Berman«, zischte er. »Sie erinnern sich doch auch noch, Porter, oder?« »Ich habe nichts vergessen«, antwortete Dominic. Er wagte sich aus der Deckung und er fasste einen der Flats in seinem Zielmonitor. Er drückte ab und der Mann sagte leblos zusammen, als er in die Brust getroffen wurde. Dominic wandte sich an Alina Green. »Gib mir Feuerschutz!« Alina sprang hinter dem Container hervor und lief los. Roslin rannte ihr hinterher und gab einige ungezielte Schüsse in Richtung der Flats ab. »So war das nicht gedacht«, zischte Dominic. Weitere Enterbote rammten die Station. Der ohrenbetäubende Explosionslärm von Stanzladungen hallte durch die Korridore. Dominic zuckte zusammen und verlor die Flats für einen Augenblick aus der Sicht. Alina und Roslin waren inzwischen nah an den Gegner herangekommen. Alina konnte einen von ihnen mit einem gezielten Schuss niederstrecken. Dominic feuerte eine Garbe ab und hüllte den Feind in ein Inferno aus Explosionen und Flammen, um die junge Frau zu sichern. Noch ehe ihn Kunz zurückhalten konnte, war Dominic hinter dem Container hervorgesprungen und lief der Schützin hinterher. Kunz Flüche drangen aus Dominics Helmlautsprecher und beinhalteten die Namen von Roslin und Porter. Wieder gab Dominic einen Feuerstoß ab und traf einen weiteren Flat, der augenblicklich zu Boden ging. In der Nähe explodierte eine Kiste, eine heiße Druckwelle fegte heran, begleitet von glühenden Metallsplittern und brennenden Kunststoffteilen. Beißender Rauch breitete sich aus und beschränkte die Sicht. Im dichten Qualm sah Dominic das Flackern von Energie geschossen, die offenbar aus Alinas Waffe stammten. Der erste Offizier war von der Explosion zu Boden geschleudert worden. Dominic wäre beinahe über Roslin gestolpert, der sich gegen dessen Versuche wehrte, ihm wieder auf die Beine zu helfen. Kümmern Sie sich um Alina, verdammt! Roslin rappelte sich mühsam auf. Ich komme klar. Nebelmodus, befall Dominic. Der Sichtmodus in seinem Visier wechselte und zeigte ihm eine violette, scherenschnittartige Welt. Er konnte Alina sehen, der gerade von einem Mann das Gewehr aus der Hand gerissen wurde. Ein weiterer Flat tauchte auf. Eine Frau. Sie zwei nahmen Alina in die Mange. Sie zog ihr Messer, aber die Frau hinter ihr bekam Alinas Handgelenk zu fassen. Der Mann vor ihr hatte ebenfalls eine Klinge in der Hand. Dominic bekam ihn ins Fadenkreuz und schoss. Der Mann stürzte zu Boden. Als Dominic die Frau hinter Alina ins Visier bekam, gab er einen weiteren Schuss ab, der ihr durch den Hals drang und ihr fast den Kopf vom Rumpf trennte. Im Sichtfeld des Helm-Displays wirkte die Szene unwirklich, unreal. Inzwischen begann die Absorgvorrichtung der Halle zu arbeiten. Die Luft klärte sich und Dominic konnte den Helm wieder öffnen. Unvermittelt tauchte eine weitere Gruppe von Feinden auf. Dominic konnte nicht sagen, ob sie gerade angekommen waren oder ob es am dichten Vorhang aus Rauch und Qualm gelegen hatte, der sie bisher vor seinen Augen verbarg. Beide Seiten waren überrascht und begannen blind um sich zu schießen. Die Gruppe der Flats wurde auseinandergetrieben. Die meisten wurden getötet und einigen gelang es zu fliehen. Eine Frau war jedoch stehen geblieben und starrte Dominic an. Als sie das Gewehr anlegte, schoss Dominic ihr in die Brust. Die Frau sackte zusammen und fiel mit einem dumpfen Poltern auf den Boden. Diesmal verfremdete kein Sichtfilter die Szene. Er spürte den ungläubigen Blick ihrer blauen Augen wie ein Messer, das in sein Herz eindrang. Hörte ihr kurzes Keuchen, als sie der Schuss traf und sah ihre langen, blonden Haare, die ihr wie eine helle Flamme hinterher wehten, während sie stürzte. Eigenartigerweise verspürte Dominic weder ein Gefühl der Schuld oder des Bedauerns. Es war geschehen, das war alles, was er wusste. Er registrierte es als einen Fakt. Mehr war es nicht. Mehr durfte es jetzt nicht sein. Wenn sie sich in Kürze durch die Korridore und Nebentunnel der Raumstation kämpfen wollten, waren weitere Begegnungen mit dem Feind gewiss. Er sollte nicht anfangen, seine Handlungen zu hinterfragen. Dazu mochte es später noch Gelegenheit geben. Im Moment war es gut, dass er keine Schuld empfand, aber es fühlte sich irgendwie falsch an. Eines war gewiss. Nach Baxter würde er nie wieder derselbe sein. Verdammt gut gemacht, lobte Kunz, der das Geschehen beobachtet hatte. Danke, Porter, keuchte Elina, nahm ihr Gewehr auf und sah auf die zwei toten Flats zu ihren Füßen. Hast mir das Leben gerettet. Dominic wusste nicht, was er sagen sollte. Er fühlte sich wie betäubt und betrachtete das Chaos, das er angerichtet hatte, mit scheinbarer Gleichgültigkeit. Korridor gesichert, rief Miller gegen das Heulen der Sirene an und winkte die anderen zu sich. Porter, Green, Kunz deutete zu einem anderen Tor hinüber, das in die Halle führte. Tor schließen und verschweißen. Es soll uns niemand in den Rücken fallen. Wenn wir weiter vordringen, vergessen sie nicht, das bei allen Türen und Luken zu machen. Verstanden? Inzwischen wurde überall gekämpft. Das Donnern von Explosionen und das Krachen von Energiegeschossen drang an Dominics Ohren. Ein eigenartiger, fauchender Knall, an sich die Luft beim Durchgang des heißen Strahles dehnte. Das war ziemlich beeindruckend, sagte Elina und holte einen kleinen Schweißbrenner aus ihrer Gürteltasche. Eine helle, blaue Flamme stieß aus der Düse. Und du warst sehr mutig, lobte er, obwohl ihm auch das Wort dämlich auf der Zunge lag. Er betätigte einen Schalter am Türrahmen. Die Türflüge schoben sich zusammen und Elina begann sie miteinander zu verschweißen. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich jemals so etwas tun könnte, gestand sie und strich mit der Flamme über den schmalen Türspalt, brachte das Metall zum Schmelzen. Aber ohne dich wäre es übel ausgegangen. Dominic benötigte einige Sekunden, um zu antworten. Ja, sagte er nur. Wir sollten zusammenbleiben, antwortete Elina. Endlich schaltete sie den Brenner ab und schob ihn in die Tasche zurück. Mit dir kann man sich sicher fühlen. Kapitel 31 Cyrus zog sich in eine der vielen Bars zurück und setzte sich in ein dunkles Eck, um nicht weiter aufzufallen. Es war ihm klar, dass die Flats bald herausfinden würden, dass sie nicht alle Spione erwischt hatten. Er saß in der Falle. Argwöhnisch beobachtete er seine Umgebung. Betrachtete die Gäste, die sich an der Theke an ihren Getränken erfreuten. Die Menschen, die im Halbdunkel an den Tischen saßen und besonders jene, die gerade zur Tür hereinkamen. Je länger er hier herum saß, umso unwohler begann er sich zu fühlen. Untätig zu bleiben war keine Option, so viel war ihm klar. Er musste etwas tun, anstatt ins Grübeln zu versinken. Sich mit Frederick Brandt in Verbindung zu setzen, konnte eine Möglichkeit sein, etwas Land zu gewinnen. Immerhin bestand die geringe Chance, dass er noch nicht herausgefunden hatte, dass Cyrus zu den Spionen gehörte. Vorausgesetzt, die Flats verfügten nicht über ausgeklügelte Verhörmethoden, die auch dem zähesten Delinquenten die Zunge lösten. Es war unklar, ob nicht schon einer aus der Crew geplaudert hatte. Cyrus kannte keinen davon und vermochte nicht einzuschätzen, wie widerstandsfähig sie in Wirklichkeit waren. Wie dem auch sei, es gab eine verschwindend geringe Möglichkeit, dass Cyrus etwas über Alina und ihre Mannschaft bzw. ihren Verbleib herausfinden konnte. Ihm klopfte das Herz so heftig, dass er es beinahe in seiner Kehle zu spüren vermochte. Er zog die Visitenkarte hervor, die Brandt ihm gegeben hatte und fragte sich, wie weit er damit kommen würde. Cyrus erinnerte sich an die Worte eines Ausbilders. Selbst wenn einem Krieger der Kopf abgeschlagen wird, hatte er gesagt, sollte es ihm noch möglich sein, eine letzte Tat auszuführen. Damals war ihm diese Lektion wieder pure Schwachsinn vorgekommen. Doch nun war seine Lage so aussichtslos, dass sie durchaus einer vollzogenen Enthauptung gleichkam. Und tatsächlich war es ihm möglich, noch eine einzige, mutige Tat zu vollbringen. Cyrus verließ die Bar, trat auf den Hauptkorridor, wo noch immer dichtes Gedränge herrschte, und tauchte in den Schutz des Gewimmels ein. Eine Weile ging er den breiten Boulevard hinunter, bis er eine Möglichkeit fand, zur Zentrale von Baxter zu gelangen. Ein geräumiger Lift führte nach oben. Niemand hinderte ihn daran, einzusteigen und den obersten Knopf zu drücken. Die Kabine sauste hinauf, und als er die Achse der Station erreichte, fühlte er, nachdem die Gravitation zuerst etwas abgenommen hatte, wie ihn ein künstliches Schwerkraftfeld auf den Boden zog. Die Tür glitt zur Seite, und Cyrus betat einen kurzen Gang, der an einem kreisrunden Schott endete, vor dem zwei Wachtposten standen. Sie sahen grimmig aus und musterten Cyrus voller Argwohn, als er näher kam. »Hast dich wohl verirrt«, stieß einer der Männer hervor. Cyrus zeigte ihm die Visitenkarte, die er schon eine ganze Weile in der Hand hielt und zwischen den Fingern drehte. »Mr. Brand sagt, ich könne ihn sprechen«, die beiden Wachmänner wechselten einen kurzen Blick, dann öffnete einer von ihnen das Schott. »Deine Waffe lässt du hier?« »Geht klar«, Cyrus hob die Hände, woraufhin der Mann die Pistole aus seinem Halfter zog und sie in eine Nische in der Wand legte. »Sein Büro findest du den Gang runter, immer geradeaus«, er deutete mit dem Daumen hinter sich. »Melde dich bei Tara, sie sitzt am Schreibtisch davor. Wenn du ihr keine Angst machst, lässt sie dich ins Heiligturm.« Cyrus ging durch den Korridor, von dem aus weitere Gänge abzweigten. Auch darin befand sich Wachpersonal mit Gewehren, die vor verschlossenen Türenposten standen. Cyrus erkannte, dass er auf dem richtigen Weg war. Hier hatte man die Piraten untergebracht, zweifellos. Nur wie sollte es ihm gelingen, Alina und die anderen aus ihren Gefängnissen zu befreien? Er beschloss, die Bewaffneten anzusprechen. »Ja, ich glaube, ich habe mich verirrt.« Er bemühte sich, eine Unschuldsmine aufzusetzen. »Können Sie mir sagen, wo ich Brand finde? Ist er hinter einer dieser Türen?« »Mach, dass du wegkommst, Kleiner«, laffte ihn einer der Wächter an und machte einen Schritt auf ihn zu. »Ich habe eine Einladung von Brand«, beharrte Cyrus und zeigte auf die Karte. »Ist doch nicht zu verfehlen, Dummkopf«, bemerkte ein anderer Trätver und packte Cyrus am Arm. Plötzlich schrillte ein Alarm auf. Die Beleuchtung wechselte zu pulsierendem Rot und schon erschütterten die ersten Detonationen den Boden. Die Wachleute sahen einander ratlos und irritiert an. Einige von ihnen drängten sich an Cyrus vorbei, hinaus in den Hauptkorridor der Zentrale. In diesem Moment gab es eine weitere Explosion, sehr viel näher als die vorhergehenden. Eine Druckwelle fegte durch die Räume. Sie riss Cyrus und die verbliebenen Wachleute von den Füßen. Funken wirbelten durch die Luft und beißender Qualm breitete sich aus. Als sich einer der Wachleute aufrappeln wollte, entriss Cyrus ihm das Gewehr und streckte ihn mit dem Kolben nieder. Der andere Mann rührte sich nicht und lag seltsam verdreht auf dem Boden. Offensichtlich war er bereits tot. Eine weitere Detonation in unmittelbarer Nähe rüttelte die Station durch. Im nächsten Augenblick gab es einen Schusswechsel. Schrei und kleinere Explosionen. Ein Enterkile musste die Zentrale direkt gerammt haben. Im ersten Moment dachte Cyrus daran, sich ins Gefecht zu werfen und seine Kameraden zu unterstützen. Aber da er keine gepanzerte Flottenuniform trug, lief er Gefahr, im Getümmel getötet zu werden. Er musste warten, bis der Kampf vorüber war. Inzwischen konnte er versuchen, Alina und die anderen zu befreien. Eilig durchsuchte er die Kleider eines der Wachmänner und fand schließlich einen elektronischen Schlüssel in Form eines schmalen, kristallenen Zylinders. Während der Kampf um ihn herum an Heftigkeit zunahm, öffnete Cyrus eine der Türen. In der Zelle fand er Alina und Jenny Oldman, die ihn sprachlos anblickten. Plötzlich so, ich kann es selbst kaum glauben, sagte Cyrus. Und das alles ganz ohne Kopf. Alina war die Erste, die ihre Stimme wiederfand. Was ist das für ein Lärm? Die Flotte ist eingetroffen, erklärte Cyrus. Enterkile sind in die Zentrale eingedrungen und setzen gerade Kommandoeinheiten ab. Wie zur Bestätigung krachten weitere Schüsse und eine heftige Explosion ließ Boden und Wände erzittern. Wir bleiben vorerst hier in den Zellen, schlug Alina vor und zog Cyrus herein. Nicht, dass die uns über den Haufen schießen im Eifer des Gefechtes. Wir sehen nicht aus wie Soldaten. Cyrus stimmte zu. Ich hoffe nur, dass sie die Zentrale nicht entlüften. Spätestens wenn der Keil wieder... Alina legte den Zeigefinger an die Lippen. Er verstand und schwieg, obwohl er darauf brannte, Alina zu erzählen, wie er es geschafft hatte, sie zu befreien. Die drei warteten einige Minuten und allmählich wurde es still. Der Lärm verebte. Keine Schüsse. Keine weiteren Explosionen. Die Jungs waren fix, überlegte Cyrus anerkennend und horchte in die Stille. Es war ungewöhnlich ruhig. Cyrus trat vorsichtig aus der Zelle heraus und meinte Stimmen zu hören. Eine Unterhaltung, so wie es sich anhörte. Ungewöhnlich. Was man üblicherweise erwarten konnte, waren Befehle, die man den Gefangenen entgegenbrüllte. Waffenweg auf den Boden, Macht schon, schneller. Etwas in dieser Art. Militärisches Einschüchterungsgehörbe eben. Aber davon war nichts zu vernehmen. Cyrus ging einige Schritte durch den Seiteneingang des Zellenblocks und wagte einen verstohlenen Blick in den Hauptkorridor. Das Büro am Ende des Korridors war geöffnet und er konnte eine spannende Szene verfolgen. Frederick Brand stand hinter seinem Schreibtisch vor dem Enterkommando. Das Enterkommando war klein. Es bestand lediglich aus sechs Mann, soweit er Cyrus erkennen konnte. Er kannte keinen der Leute. Also stammte die Crew nicht von der Zora. Brand redete mit einem kleinen, schwarzhaarigen Mann, der sein Gewehr lässig in seiner Armbeuge hielt. Es war kaum zu verstehen, was sie sagten, aber Cyrus wurde das Gefühl nicht los, dass sich die beiden Männer kannten. Irgendetwas in Haltung und Mimik der beiden deutete darauf hin. Wer ist das? Fragte Alina, die sich nun doch aus ihrer Zelle gewagt hatte und hinter Cyrus stand. Weiß ich nicht, flüsterte er. Sind nicht von der Zora. Jetzt wurde die Unterhaltung etwas lauter. Präfekt hat dich gewarnt, hörte Cyrus den kleinen Mann sagen. Es folgten einige schwer zu verstehende Sätze. Der wütende Mann sprach mal lauter, mal leiser. Cyrus verstand seine Worte nur bruchstückhaft. Ehrgeiz. Zu weit aus der Deckung gewagt. Bläme, dir zu verdanken. Dann folgte eine Tirade aus Beschimpfungen und Flüchen. Brand nahm die Vorwürfe mit grimmiger Miene entgegen. Du weißt, dass das nur Vorwände sind, erwiderte er. Will er mir zum Vorwurf machen, dass ich erfolgreicher bin als er? Dass ich meine Position weiter gestärkt habe und als zuverlässiger gelte? Ich habe mir einen Ruf erworben, ganz ohne fremde Hilfe. Ist er darauf neidisch? Wieder sagte Brands gegenüber etwas, das Cyrus nicht richtig verstehen konnte. Ach Quatsch, er will alles für sich, antwortete Brand. Das ist die Wahrheit. Und ich nehme an, für dich springt auch ein guter Posten dabei heraus, wenn ihr mich ausgeschaltet habt. Habe ich recht? Cyrus schob Alina zurück in den Gang und begann die Zellen zu öffnen. Mund halten, waren ihre Begrüßungsworte, wenn die Türen beiseite glitten und sie die gefangenen Piraten überrascht ansahen. Keinen Ton. Dann erklärten sie ihren Kameraden kurz, wie sie die Situation einschätzten. Diese Soldaten gehören zu den Flats. Die haben hier eine Rechnung zu begleichen und wir müssen hier weg sein, bevor sie mit dem Enterschiff verschwinden und den Bereich entlüften. Nehmen wir doch die Waffen da, Steph Mulder deutete auf die Gewehre und Pistolen der Wachmänner auf dem Boden. Und dann machen wir die Typen fertig. Cyrus hielt nichts davon. Es war zu gefährlich. Wir verschwinden leise und heimlich. Er ging davon aus, dass die Mannschaft des Enter-Teams eine Eliteeinheit war, perfekt aufeinander eingestellt, während er keine Ahnung davon hatte, wie die Piraten kämpften. Mit allen anderen Flats hätte er es jederzeit aufgenommen, aber bei diesen hier war es zu riskant. Die Männer und Jenny Oldman sahen Alina an, die noch unentschlossen schien. Ich bin auch dafür, sagte sie schließlich. Cyrus konnte die Enttäuschung auf den Gesichtern der anderen sehen. Nein. Ihr werdet noch genug Gelegenheit bekommen, den Leichenfledderern eins auf den Pilz zu brennen. Wie auch immer, gab George Palin zurück. Die Waffen nehmen wir mit. Ich gehe auf keinen Fall nackt daraus. Sie schlichen aus ihrem Versteck, aber sie kamen nicht weit. Einer der Flats hatte sie bereits entdeckt und feuerte, ohne zu zögern. Er traf Sepieri an der Schulter. Die Piraten waren genötigt, sich zu verteidigen, was in der Leere des Korridors, der keinerlei Deckung bot, kaum möglich war. Cyrus sah, wie Brandt die Gelegenheit nutzte und eine Waffe unter seinem Schreibtisch hervorzog. Es gelang Brandt, einen Schuss auf den kleinen Mann abzugeben, bevor dessen Kameraden dann wiederum Brandt niederschossen. Diesen kurzen Moment nutzte Cyrus und jagte eine Granate in Richtung des Büros, traf aber nur den Türrahmen. Die Detonation zwang die Flats, Deckung zu suchen und verschaffte Cyrus und Alinas Crew einen Vorsprung. Cyrus deutete auf das Keilschiff, dessen geöffneter Rachen aus der Wand ragte. Rein da, brüllte er. Schnell, schnell! Die Projektile aus Magnetgewehren zischten Cyrus um die Ohren, während er und die Piraten in das kleine Schiff eilten. Cyrus warf sich in einen der Pilotensitze im Heckbereich und verschloss das Cockpit. Der Bug des Enterkeiles war nun wieder eine massive Spitze, an der die Geschosse der Flats wirkungslos verpufften. Und wie geht es jetzt weiter? erkundigte sich Alina. Cyrus kannte zwar einige Symbole auf der Konsole, aber viele andere waren ihm ein Rätsel. Bis jetzt war die Bedienung eines Enterbootes nicht Teil seiner Ausbildung gewesen. Er zog am Steuerknüppel und hoffte, das Boot würde sich aus der Wand lösen, aber es erfolgte keine Reaktion. Du musst erst die Gegentriebwerke entriegeln, knurrte Pallon und deutete mit seinen fleischigen Fingern auf einen auffallenden roten Knopf über der Tastatur. Cyrus betätigte ihn und zog anschließend den Steuerknüppel zu sich heran. Der Schub der Gegentriebwerke entlud sich wie eine Explosion und schob das Fahrzeug aus der Wunde, die es in die Zentrale von Baxter geschlagen hatte. Das Metall von Schiff und Station knirschte und kreischte, als sich der Enterkeil hinausbewegte. Cyrus versuchte vergeblich, aus den Anzeigen auf dem Bildschirm schlau zu werden. Es gab keine Kameras, die zeigten, was außerhalb des Fahrzeuges vor sich ging. Nur eine wirre Anordnung von Diagrammen und Zahlen, aus denen sich nur ein ausgebildeter Pilot einen Reim machen konnte. Lass mich mal ran, Junge. Pallon zerrte Cyrus vom Pilotensitz herunter und zwängte sich stattdessen hinein. Ich hab das schon mal gemacht. Er lachte und wies mit einem Kopfnicken auf einen Monitor über der Konsole. Da zieht es einen von den Halunken raus. Sein Lachen wurde lauter. Und noch ein. Wer sagt denn, was für ein Spaß. Cyrus konnte nicht sagen, ob sich das Schiff bewegte. Die Beschleunigungsdämpfer arbeiteten perfekt. Es gab keine Fenster und damit auch keine Sicht nach draußen, die gezeigt hätte, wo sie sich gerade befanden. Aber Pallon schien genau zu wissen, was die Zahlen und Grafiken auf dem Bildschirm bedeuteten. Er steuerte das kleine Boot sicher und routiniert von Baxter fort. Wir können noch nicht weg von hier. Alina nahm eines der Gewehre aus der Halterung an der Wand und überprüfte dessen Ladung. Wir gehen nicht ohne Barney. Blake wird sich freuen, ihn wiederzusehen und einige Antworten aus ihm herauszukitzeln. Ihr kennt diesen Typen, wunderte sich Cyrus. Alina sagte, wir kennen Trevor Bane. Er nennt sich jetzt Barney. Er war lange Zeit der Waffenwart auf der Athena. Naja, und warum müssen wir den Gauner holen? Warum sollten wir ihn entkommen lassen? Alina schüttelte den Kopf. Nein, wir brauchen ihn. Er soll plaudern. Und dann wird uns schon einfallen, was wir noch mit ihm machen können. Kapitel 32 Inzwischen trafen weitere Truppen ein. Woodward hatte Verstärkung angefordert und einen Teil seines Kampfverbandes nach Baxter beordert. Nun befand sich eine ansehnliche Anzahl von Flottensoldaten innerhalb der Station, die ihre Stellungen weiter ausbauten. Coons besprach sich gerade mit Rosslyn und anderen Offizieren, um die Lage zu sondieren. Es kostete Mühe, sich vorwärts zu kämpfen und alle Zugänge zu versiegeln, durch die ihnen die Fläts in den Rücken fallen konnten. Diese Arbeit erforderte Umsicht. Keinen Zugang oder Lüftungsschacht durfte man übersehen. Innerhalb einer so großen Gruppe von Kämpfern war es ein leichtes, sich in trügerischer Sicherheit zu wähnen und leichtsinnig zu werden. Coons drohte jedem, der nachlässig wurde, mit spitzen Stiefeln in den Arsch zu treten. Oder die Zahnbürste des Betreffenden würde am nächsten Morgen ins Leere greifen. Immerhin fand Dominic etwas Zeit, um auf seinem Ortungsgerät nach seinem Freund zu suchen. Es war einfach, Cyrus' Signal zu lokalisieren, aber das Gerät lieferte seltsame Daten. Danach zu urteilen befand er sich außerhalb der Baxter-Station. Auf dem kleinen Display an Dominics Unterarm sah er, wie Cyrus sich zwischen der Achse und dem Ring der Station bewegte. Nachdem Sergeant Coons mehr als deutlich gemacht hatte, wie sehr er Schludrigkeit verabscheute, erklärte er seinen Leuten das weitere Vorgehen. Wir nehmen die Lastenaufzüge, um in den zentralen Korridor zu kommen, erklärte er. Wir können maximal 50 Mann nach oben schicken. Das ist unsere erste Welle. Ihre Aufgabe wird es sein, den Zugang zu sichern und zu verteidigen. Stoßen Sie nicht vor. Warten Sie ab, bis Welle 2 da ist. Erst mit Eintreffen der zweiten Welle haben Sie die Erlaubnis, Geländegewinne zu erzielen. Aber lasst euch allerdings auch keine Chance entgehen, setzte Roslin hinzu. Sonst mutiert ihr am Ende zu einer Bande von Feiglingen. Coons ging mit der ersten Welle. Roslin, Dominic und Alina waren bei ihm. Während der Aufzug nach oben fuhr, wendete sich Dominic an den Sergeant. Ich habe Corrin geortet, sagte er. Er scheint in Schwierigkeiten zu sein. Ach. Coons war eindeutig nicht dazu aufgelegt, Corrins Probleme zu diskutieren. Wir werden jetzt nicht anfangen, nach ihm zu suchen. Ihre ganze Aufmerksamkeit muss dem Sichern der Stillung gelten. Danach dringen wir weiter in die Station vor, machen so viele Gefangene wie möglich und sichern Lagerbestände und Computer-Terminals. Assah, ich meine nur. Machen Sie schnell, Porter. Gleich geht die Türe auf und dann haben wir keine Zeit zum Quatschen. Cyrus hatte einen Geheimauftrag. Ich denke, wir sollten ihm helfen. Er scheint Probleme zu haben. Roslin nickte. Was, Porter, nur machen. Er hat das Zeug zum Helden. Die breite Tür des Aufzugs öffnete sich und schon stachen die ersten Energielanzen in die Reihen der Soldaten. Ein älterer Soldat neben Dominic wurde von einem grellen Lichtgeschoss getroffen. Ein direkter Treffer, der den Brustpanzer durchschlug. Der Geruch von verbranntem Fleisch drang in Dominics Nase. Battlebots, schrie Coons und schraubte einen Energieverstärker auf den kurzen Lauf seines Gewehres. Dominic sah den sechsbeinigen Roboter durch den Korridor stampfen. Hinter ihm kamen die Verteidiger von Baxter heran. Coons scheuchte alle Soldaten aus dem Lift und schickte den Fahrstuhl wieder nach unten. Es gelang ihm, ein-, zweimal auf den Bot zu schießen, ohne jedoch viel Schaden anzurichten, bevor er getroffen wurde und zu Boden ging. Ein großes Loch klaffte zwischen Brust und Schulter des Sergeant. Die Soldaten bildeten eine Verteidigungslinie, aber es gab nichts, was ihnen Schutz oder Deckung bot. Etliche wurden verletzt oder getötet, bis Dominic das Gewehr von Coons nahm und auf den Battlebots feuerte. Der Energieverstärker saugte an der Kraftzelle des Gewehrs, um den Geschossen beachtliche Wucht zu verleihen, aber die Ladezeit war zermürbend. Dominic traf eines der Beine des Battleboards. Für einen Augenblick taumelte die Maschine und musste sich neu ausrichten. Genügend Zeit für eine Gruppe von Soldaten, um aus der Linie auszubrechen und die Flanke der Flats anzugreifen. Eine Blitzgranate wurde gezündet. Die Visiere der Helme dunkelten ab, doch die ungeschützten Augen der Flats wurden geblendet. Zumindest trugen die meisten keine Kampfausrüstung und konnten einige Sekunden keine Gegenwehr leisten. Lediglich die Milit der Station war besser ausgerüstet und konnte dem Vorstoß der Soldaten etwas an Schwung nehmen. Dominic schoss ein weiteres Mal und endlich brach ein Bein des Roboters ab. Noch ein Schuss und ein zweites war vom Rumpf getrennt. Der metallene Körper krachte klärrend zu Boden und begrub eine ganze Anzahl von Flats unter sich. Alina wirf eine magnetische Brandgranate gegen das mechanische Ungetüm. Das Feuer der chemischen Emulsion fraß sich mit einer weißen Flamme durch das Chassis und verwandelte das Monster in rauchenden Schrott. Die Tür des Lastenaufzuges öffnete sich. Die zweite Welle traf endlich ein. Los, weiter, drängte Alina und legte das Gewehr an. Sie erzielte einige Treffer. Dominic sah, wie noch mehr Soldaten etwas weiter entfernt hinter den Gegnern in den zentralen Korridor eindrangen. Jetzt wurden die Flats zwischen den Flotteneinheiten in Bedrängnis gebracht. Schließlich gaben sie auf, warfen ihre Waffen weg und hoben die Hände. »Helfen Sie mir auf, Porter!« keuchte Coons. »Geben Sie mir mein Gewehr wieder!« Dominic half dem korpulenten Mann wieder auf die Beine. »Ich denke, wir haben einen Teil der Station unter Kontrolle.« Coons löchelte mitleudig. »Es wird erst spannend, wenn wir in die verzweigteren Strukturen vordringen müssen.« Er hustete und spuckte Blut. »Es wird noch eine ganze Weile in Anspruch nehmen. Schon mal einen Kampf in einer Station miterlebt?« »Nein, Sir,« musste Dominic zugeben. »Sie wissen doch gar nicht, wie man da kämpft. Und was sich die Verteidiger so alles ausdenken, um die Invasoren zu stoppen. Hoffen wir mal, dass die Flats feiglinge sind, die keine Ausdauer haben und sich lieber ergeben, als zu kämpfen. Und dass es ihnen an Fantasie mangelt.« Dominic entgegnete, »Sie haben nichts zu verlieren und wird sie allesamt exekutieren. Sie werden mit aller Macht kämpfen.« »Kannst du mal sehen, Porter. Es wird noch ein ganzes Stück Arbeit.« Der Gefechtslärm verhallte. Nur der entfernte Donner, der Baxter erbeben ließ, zeigte, dass in anderen Abschnitten der Station weitergekämpft wurde. »Sie werden hier einen Ankerpunkt errichten, Porter. Von hier schwärmen wir in kleinen Trupps aus.« »Porter, ich bleibe hier bei Kohns und übernehme,« informierte Roslyn. »Außerdem muss ich da nicht dauernd auf ihren Hintern aufpassen.« Dominic sah wieder auf das Display an seinem Unterarm. Cyrus schien nicht weit weg zu sein. So wie es sich darstellte, war er nun wieder innerhalb der Station. »Wollen Sie wirklich nach Korn suchen?«, fragte Kohns. »Ich bezweifle, dass Sie ihn in diesem Blaber entfinden werden.« »Na ja, wenn wir ohnehin ausschwärmen müssen, dann wäre mir dieses Ziel am liebsten. Der Käpt'n würde das von mir erwarten,« antwortete Dominic. »Du musst verdammt wichtig sein,« Kohns hustete erneut. Roslyn winkte einen Sanitäter heran. »Wenn Korn erfolgreich war, ist er vielleicht wirklich wichtiger als wir zwei, alte Haudegen.« Der Sergeant wandte sich an Porter. »Nehmen Sie zehn Mann mit und rechnet Sie mit entlüfteten Korridoren.«, erwischte sich das Blut vom Kinn. »Rückzugstaktik, effektiv und hinterhältig. Achten Sie auf beschlagene Scheiben oder Kondenswasser.« Das Enterboot verfügte über keine Stanzladung mehr und schlug lediglich mit seiner gehärteten Spitze durch die Außenwand des Hauptringes von Baxter. Es gab einen heftigen Aufprall und wären die Wände des Ringes ebenso stark gepanzert gewesen wie die der Zentrale, hätten sie die Schnauze des Bootes gewiss zertrümmert. Die Segmente der Rammspitze glitten auseinander und die Piraten stürmten nach draußen. Der Raum, den sie betraten, gehörte zu einem Lager. Cyrus blickte auf gefüllte Regale und allerlei große Kisten, die auf dem Boden herumstanden oder auf Transportschlitten gestapelt waren. Alina sah Pellin fragend an. »Bist du sicher, dass wir da sind, wo wir wollten?« »Ich bin sicher«, erwiderte der große Mann etwas herablassend. »Ich habe ein gutes Orientierungsvermögen und ich weiß, wir müssen da lang.« Er deutete auf einen schmalen Gang. »Da geht's in die Bar.« Sie schlichen vorsichtig durch die leeren Räume, warfen Blicke in Seitengänge oder öffneten hier und da eine Tür, um nicht in einen Hinterhalt zu geraten. Als sie endlich die Bar erreichten, war sie verlassen. Alina schlich leise über die Tanzfläche hinüber zur Bühne und blieb vor einer geöffneten Tür stehen. Sie horchte hinein und winkte die anderen dann zu sich. Cyrus erkannte einen weiteren dunklen Gang und einen Raum an dessen Ende. Heller Lichtschein drang von dort in den Korridor. Er hörte jemanden keuchen und darin herumlaufen. Einen Mann, der in Eile schien und gefallen daran, fand alle zu verfluchen, die seiner Meinung nach Schuld an dem ganzen Unglück trugen, das er zu ertragen hatte. Als sie sich dem Raum vorsichtig näherten, sah Cyrus einen Kerl mit Glatze, der gerade damit beschäftigt war, einen Panzerschrank auszuräumen und den Inhalt in eine Kunststoffkiste zu packen, die auf einem Gravo-Schlitten stand. Ein weiterer Mann lag auf dem Boden zu Füßen eines großen Schreibtisches. Das große, rauchende Loch in der Stirn machte klar, dass er die Welt der Lebenden verlassen hatte. Seine starren Augen fixierten die Decke mit einem Ausdruck von Überraschung und Schock. Cyrus erkannte, dass es sich um Lenny, den Russen, handelte. Der Glatzkopf war so fixiert darauf, seine Reichtümer in Sicherheit zu bringen, dass er gar nicht merkte, dass man ihn beobachtete. »Schlimm, schlimm, wenn man alles verliert, Barney«, sagte Alina und der Mann wirbelte herum. Trevor Bayne, alias Barney, machte große Augen. Auf seinem breiten Gesicht spiegelten sich Überraschung und Furcht. Für einen Moment schien er unfähig zu reagieren. Doch als sich seine Hand in Richtung Pistolenhalfter senkte, krachte ein Schuss. Der Energiestroll versenkte Barneys Hand und ließ ihn aufstehen. »Verdammte Schlampe«, fluchte er. »Wer hat euch rausgelassen?« »Ist tatsächlich eine interessante Frage«, gab Alina zurück. »So einfach kann man das nicht sagen. Es war wohl eher ein Versehen. Und ein Fluchtfahrzeug hat man uns auch gleich überlassen. Aber wem wir das alles zu verdanken haben? Ich weiß es nicht. Du vielleicht?« Cyrus gab ihm stillen zu, dass ihn diese Frage auch beschäftigte. Die Soldaten, die Brandt getötet hatten, gehörten entweder zu den Flats oder einer anderen kriminellen Gruppierung. »Aber es ist besser, wir unterhalten uns auf der Athena«, fuhr Alina fort. »Mitkommen«, sie wies mit der Pistole zum Ausgang. Barney sah abwechselnd auf den Gravor-Schlitten und die restlichen Behälter im Panzerschrank. »Das kannst du ruhig auf deine Verlustliste setzen.« Sie hob die Pistole und zielte auf seinen Kopf. »Und jetzt? Los!« Warte, wendete Cyrus ein und wendete sich an Barney. »Was ist in den Küsten? Geld? Edelsteine?« »Ja, zum größten Teil.« Eine Detonation ganz in der Nähe ließ den Boden schwanken. Cyrus versuchte, seine Unruhe zu verbergen. »Daten? Informationen über das Netzwerk der Flats?« Der Mann zögerte zuerst, schien aber dann eine Möglichkeit erkannt zu haben, seine Haut zu retten. »Ja, auch Daten und Informationen. Sie sind verschlüsselt. Ich weiß, wie man sie dekodiert.« »Und in welcher der Kisten befinden sich die Daten?« Barney hob die Hände. »Darf ich mich umdrehen und sie aus dem Schrank holen?« »Ich mach das«, wandte Cyrus ein, kam hinter den Schreibtisch und zog die Pistole aus Barneys Halfter. Es handelte sich um eine vergoldete Waffe mit schönen Gravuren und eingesetzten Diamanten. Er schob sie in seinen Gürtel. Sie würde eine großartige Trophäe abgeben. »Wo finde ich die Daten?« »Oberstes Fach«, teilte Barney mit. »Hinter den Metallkassetten. Es ist ein silberner Datenstick.« Cyrus fand das kleine Ding, nahm es heraus und steckte es in die Brusttasche seines Mantels. Alinas eisiger Blick entging ihm nicht. »Ihr habt den Typen da und eine Menge Wertsachen«, sagte er entschuldigend. »Das Ding hier ist für meinen Käpt'n.« »Das ist alles für Blake«, protestierte Pallin und machte einen Schritt auf Cyrus zu. Alina hob die Hand. »Ohne Cyrus wären wir nicht hier«, beschwichtigte sie. »Das ist sein Teil der Beute.« »Klar?« »Der brauche ich auch nicht«, sagte Cyrus mit zufriedenem Grinsen. »Hab auch keine Lust, den Gravoschlitten über das Schlachtfeld zu schieben.« Mulder trott vor und packte Barney am Kragen. »Wirst nichts zu lachen haben, wenn du Blake gegenüberstehst.« Der Handcomputer an Cyrus' Unterarm gab ein Signal von sich. Als er auf das Display sah, erkannte er Dominics Bild und daneben den Hinweis auf eine eingehende Nachricht. Keine Sekunde später gab es eine heftige Erschütterung und einen donnernden Knall. Irre Wucht stieß Cyrus und alle anderen in Barneys Büro zu Boden. Eine heiße Druckwelle fegte durch die Bar. Funken und Rauch wirbelten in den Raum. Der Gestank von verbranntem Kunststoff und der Qualm, der beißend in seine Nase drang, raubten Cyrus den Atem. Für einen Augenblick schien Cyrus die Besinnung zu verlieren und taumelte. Als er wieder klar bei Sinnen war, fühlte er Finger, die an seiner Schulter entlang tasteten, um an die Pistole zu kommen, die er noch immer umklammert hielt. Eine andere Hand suchte nach dem Datenstick in seiner Jackentasche. Reflexartig schlug Cyrus Barney den Knauf der Waffe gegen die Schläfe. Verdammt, was machen die Idioten, brüllte Mulder. Die sollen doch nicht die ganze Station in die Luft jagen. Alina richtete sich hustend auf. Machen wir, dass wir wegkommen, bevor das Ding auseinanderbricht. Mit dem bewusstlosen Barney im Schlepptau versuchten Cyrus und die Piraten zum Enterschiff zurückzukehren. Aber als sie die Tanzfläche der Bar erreichten, war ihnen der Weg versperrt. Für Cyrus bedeutete der Anblick, der sich ihnen bot, nichts Neues. Die Wesen hatte er schon zuvor in Chester zu Gesicht bekommen. Und nun standen wieder drei davon vor ihm, gehüllt in silberne Rüstungen. Die Piraten verharrten wie angewurzelt. Fassungslos starrten sie auf die Cayman in ihren schimmernden Panzeranzügen und waren für einige Sekunden wie paralysiert. Cyrus reagierte als erster und schoss auf eines der Wesen. Hallo, hier ist Alan. Schön, dass dir das Video bisher gefallen hat. Es würde Georg und mich sehr freuen, wenn du es liken und teilen könntest. Ansonsten mit dem Code SPACEINVADERS bekommst du unter dem Link, den habe ich unten angefügt, dem Link shopbloodword.com, einen feinen Rabatt auf dieses Hörbuch. Naja, das soll es auch schon gewesen sein. Es geht weiter mit dem nächsten Kapitel. Kapitel 34 Dominic stellte einen Trupp zusammen. 20 Männer und 8 Frauen. Darunter Monica Simmons und Eleanor Green, mit der er, wie sie beide festgestellt hatten, ausgezeichnet zusammenarbeitete. Sie verstanden sich blind, instinktiv und brauchten nicht viele Worte, um ihre Aktionen abzustimmen. Sie waren ein effektives Team, das perfekt kämpfte und tötete. Durch eine kleine Schleuse gelangten sie tiefer in die Eingeweide der Station hinein. Sie erreichten einen Raum mit einer Kraftstation. Das Brummen großer Maschinen dräunte in Dominics Ohren. Wände und Boden vibrierten. Die Soldaten bewegten sich auf einem engen Laufsteg zwischen mächtigen Kabelstrengen und wulstigen Rohrleitungen. Dominic hatte die Position des Center inne und überprüfte die Symbole auf seinem Handcomputer. Seine Gruppe bildete einen Schwarm blauer Pfeile, die sich um sein Icon schorten. Cyrus' Signal war noch gut 400 Meter entfernt und wurde als kleines Fadenkreuz dargestellt. Es hatte sich in den letzten Minuten kaum vom Fleck bewegt. Dominic vernahm das Krachen von Schüssen und Granaten. Es klang gedämpft und weit entfernt. Wie zu erwarten gab es auf dem Hauptkorridor noch Kämpfe. Sie umgingen diesen Bereich quasi hinter den Kulissen in den Wartungsgängen und Korridoren. Noch waren sie nicht auf größere Feindeinheiten gestoßen, die auf dieselbe Idee gekommen wären. Aber natürlich konnte das nicht lange so bleiben. Dominic vermutete, dass sich die Flats in das Labyrinth der Versorgungssektionen zurückziehen würden, sobald sie auf dem zentralen Korridor in Bedrängnis gerieten. Dennoch kam es überraschend, als die ersten von ihnen aus einem der seitlichen Zugänge eilten. Der Moment der Verblüffung wehrte auf beiden Seiten nicht lange. Es fielen nur zwei oder drei Schüsse, bevor ein Nahkampf entbrannte, in dem Gewehre kaum von Nutzen würden. Klingen kamen zum Einsatz und ab und an eine Pistole, die aus kurzer Distanz oder direkt aufgesetzt abgefeuert wurde. Irgendwo ging eine Granate hoch. Helm und Visier dämpften den Donner und den Explosionsblitz, doch die Druckwelle warf Dominic mit brutaler Gewalt gegen die Wand. Ein Trümmerteil wirbelte zischend an seinem Kopf vorbei, streifte seine Schulter in einer kurzen, glühend heißen Berührung. Weitere Feinde kamen heran und stürmten auf Dominic und seine Kameraden ein. Er sah das Messer, das auf seinen Hals niederstach, und bekam das Handgelenk des Mannes zu fassen, der es führte. Unvermittelt hatte der Angreifer Dominic mit dem anderen Arm in den Schwitzkasten genommen. Eine ganze Weile rangen sie miteinander und Dominic bekam kaum noch Luft, während sein Hals in der Armbeuge des Flat klemmte, als sei er in eine Schraubzwinge geraten. Dominic brachte es fertig, sein Messer zu ziehen, als ihn der Angreifer gegen die Wand presste. Verzweifelt versuchte er, den Mann mit der Klinge zu verletzen, aber der drückte ihn so fest gegen die Wand, dass er die Hand mit dem Messer kaum bewegen konnte. Mit seiner letzten Kraft gelang es ihm, sich von der Wand wegzudrücken und mit dem Dolch nach dem Kopf des Angreifers zu stechen. Im nächsten Augenblick löste sich der Griff des Flat um Dominics Kehle. Das Messer fiel aus seinen Fingern und landete klirrend auf dem Laufgitter. Als Dominic herumwirbelte, sah er Elena, die hinter dem Mann stand, und ihre Klinge immer wieder in dessen Seite stach, bis er endlich erschlaffte und zu Boden ging. Der präzise und mechanische Ablauf ihrer Bewegungen beängstigte Dominic. Fast hatte Dominic den Eindruck, es mache ihr Freude, zu kämpfen und zu töten. So sehr es ihn auch verstörte, im Moment wollte er sie schon in seiner Nähe wissen. »Jetzt habe ich dir die Haut gerettet«, schürzte sie. Ihre Augen funkelten. »Ah, nur weiter so«, gab Dominic zurück. Sie drehte sich um, hob ihr Gewehr auf, bedachte Dominic mit einem Lächeln und wischte sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Dominic ran dabei ein Schauer über den Rücken. Sie war dabei, sich zu verändern, auch wenn er gerade Nutzen daraus zog. Es gefiel ihm nicht. »Hier war ein Schauer über den Rücken.« Es gelang den Soldaten, die restlichen Flets zu töten oder zum Rückzug zu zwingen. »Zugang versiegeln«, befahl Dominic, während sich der Rauch verzog. »Verluste?« »Zwei Tote, vier Verletzte«, antwortete Alexander Hoffmann, ein Mann von knapp 30 Jahren, der Sanitäter der Gruppe. »Rettungsteam ist angefordert.« Dominic sah sich die Verletzten an, die man zu einer relativ sicheren Stelle des Raumes gebracht hatte, um sie zu versorgen. Einer war nicht bei Bewusstsein und schwer an der Brust verwundet. Sein Kampfanzug zeigte etliche Löcher. Hoffmann hatte sein Möglichstes getan, die Wunden mit Medogel zu versorgen. Die anderen drei hatten nur leichtere Verletzungen an Arm und Bein. »Wir bleiben bei ihm«, sagte einer von ihnen zu Dominic und schwenkte seine Pistole. »Nochmal überraschen die uns nicht.« Der Trupp drang weiter vor. Es gab noch vereinzelte Begegnungen mit den Gaunern, versprengte Flets, die sie entweder töteten oder gefangen nahmen. Sie waren ein gutes Stück weit gekommen, als ein mächtiger Ruck durch Baxter ging. Das Licht flackerte und der Boden bebte. Fast zeitgleich tönte Roslinds Stimme aus dem Helmlautsprecher. »Porter!« Er klang gehetzt. »Ziehen Sie sich mit Ihren Leuten zurück! Sofort!« lautete der Befehl des ersten Offiziers. »Haben Sie mich verstanden, Porter!« Klar und deutlich. Nach den Angaben auf dem Display war Cyrus nicht mehr weit entfernt. Höchstens noch 150 Meter. Eine relativ kurze Distanz. Eine wahrscheinlich einfache Sache, die jedoch zu einem Albtraum werden konnte, sollten Sie auf eine größere Truppe von Flets treffen. Immerhin waren sie weit gekommen und sie hatten sich gegen den Feind behauptet. Das machte Dominic zuversichtlich, auch noch die letzten 100 Meter zu schaffen und Cyrus zu retten. Es war Dominics erstes Kommando und er beschloss, die Mission zu Ende zu bringen. Die Truppe war eine gute Mischung aus motivierten jungen Soldaten und älteren, rangniederen Kämpfern, die genügend Praxis besaßen, um ihren unerfahrenen Kameraden beizustehen. Dominic war von Stolz erfüllt und ein ungewöhnlich starker Widerwille gegen den Befehl stieg in ihm auf. Darf ich den Grund für den Rückzug erfahren, wagte er Roslin zu fragen. Die Cayman sind eingetroffen, antwortete Roslin. Und auch die verdammten Akator. Wir werden hier alles pulverisieren. Verstanden, bestätigte Dominic. Wir kehren um. Er schaltete sein Sprechgerät auf allgemeinen Empfang. Rückzug. Alle zurück zum Stützpunkt. Einige der Soldaten gehorchten unverzüglich und machten sich auf den Rückweg. Dominic. Andere jedoch standen ratlos herum. Ihnen schien der Befehl nicht zu gefallen oder sie warteten darauf, dass Dominic ihm zuerst Folge leistete. Das Ganze hier für nichts, bemerkte einer von ihnen. Die Verstimmung über den Befehl war ihm anzuhören. Es sollte der Ausflug, beklagte sich ein weiterer. Halbe Sachen sind doch Mist. Monika und Elena Green standen vor Dominic und schwiegen. Sie schienen jedoch der Meinung ihrer Kameraden zu sein und machten keine Anstolten, Dominics Befehl nachzukommen. Aber auch er hatte nicht vor, sich aus dem Staub zu machen. Wenn die anderen das dachten, kannten sie ihn schlecht. Ich gehe weiter und hole unseren Mann, erklärte Dominic. Zu seiner eigenen Überraschung hatte er weder ein schlechtes Gewissen dabei, Roslinds Befehl zu ignorieren, noch davor, sich weiteren Gefechten zu stellen. Im Gegenteil. Der bisherige Erfolg stachelte ihn an, weiterzumachen. Wir haben auch nichts anderes erwartet, sagte Elena. Es geht doch um Cyrus, oder? Ja, natürlich geht es um Cyrus, bestätigte Dominic. Während weitere Soldaten sich dafür entschieden, den Rückzug anzutreten, verblieb Dominic zuletzt eine kleine Schau von sechs Kameraden, die bereit waren, mit ihm nach seinem Freund zu suchen. Also gut, verlieren wir keine Zeit. Dominic setzte sich an die Spitze seiner Crew und eilte durch den engen Tunnel. Eine runde Schleuse markierte das Ende des Versorgungsganges. Dominic überprüfte das Aussehen des Schutts. Wie Kunz es geraten hatte, suchte er nach Kondenswasser oder nach Eis auf dem Glas des Bullauges in der Türe. Es sah nicht so aus, als hätte man die Räume dahinter entlüftet. Dominic öffnete das Schutt und trat in den Bereich dahinter. Qualm hing in der Luft, die Wände von Rauch geschwärzt. Hier und da loderten kleine Brände. Vorsichtig arbeiteten sich die Soldaten durch die rauchgeschwängerten Korridore, als sich die Luft plötzlich klärte. Es verschlug Dominic den Atem, als er in einen Saal mit Tanzfläche blickte, auf der eine Gruppe von drei Cayman-Kriegern stand, die ihm den Rücken zuwandte. Hinter den Kreaturen sah er Cyrus, die blonde Piratin, der auf Chester begegnet war, und einige andere, die offenbar zu ihrer Mannschaft gehörten. Was dann geschah, passierte instinktiv und in Bruchteilen von Sekunden. Cyrus zog seine Pistole und schoss auf die Cayman. Dominic schüttelte seine Verblüffung ab. Er hob sein Gewehr, zielte auf den Nacken eines der Außerirdischen direkt vor ihm und drückte ab. Der Cayman brach sofort zusammen, und bevor seine Artgenossen reagieren konnten, stürzten sich die Soldaten auf ihn. Eleanor Green gab einen Schuss aus ihrer kurzläufigen Pistole ab, doch der verpuffte Funken sprühend an der glänzenden Rüstung des großen Wesens. Auch die Piraten mischten sich nun in das Getümmel und griffen einen der Käfer an. Die große, insektoide Kreatur wirbelte herum und wischte seine Gegner in einer fließenden Bewegung mit dem Lauf des Gewehres von der Tanzfläche. Einer der Piraten konnte die Waffe ergreifen und klammerte sich daran. Im gleichen Moment zückte der Cayman eine Klinge, stach nach dem Mann und verletzte ihn am Arm. Dominic warf sich gegen das Bein der anderen Kreatur und hielt sich an deren Oberschenkel fest. Hektisch versuchte er, den Lauf seiner Pistole an der Kniekehle des Außerirdischen anzusetzen. An der Fuge der Panzerung musste er verwundbar sein. Eleanor Green ergriff das andere Bein des Wesens und tat es Dominic mit ihrem Messer gleich. Der Cayman schlug um sich und feuerte einen Schuss aus seiner Waffe ab. Eine Explosion zerschmettete einen Teil der Bar und warf Menschen und Cayman durcheinander. Dominic verlor für einen Augenblick die Besinnung. Nur langsam klärte sich sein Blick, während er sich aus den schwelenden Trümmern aus Holz- und Kunststoffteilen arbeitete. In seinen Ohren rauschte und klingelte es. Die Umgebung drehte sich im Kreis. Er hatte Mühe, auf den Beinen zu bleiben. Seine kleine Truppe sowie die Piraten lagen auf dem Boden zwischen zerborstenen Tischen und Stühlen. Es war unmöglich zu sagen, wie schwer verletzt sie waren, aber tot schienen sie nicht zu sein. Sie stöhnten und versuchten sich aufzurappeln. Dominic sah, wie sich einer der Cayman erhob. Auch er wirkte angeschlagen. Es kostete ihn Kraft, Monika abzuschütteln, die es geschafft hatte, ihr Messer in einen ungeschützten Bereich zwischen Helm und Nackenpanzer zu versenken. Sie klammerte sich noch daran und baumelte benommen am Rücken des Außerirdischen. Der Cayman tat alles, um sein Gleichgewicht zu behalten und die junge Frau mit fahrigen Bewegungen in die Hände zu bekommen. Das Wesen zischte und fauchte, wankte und fiel auf die Knie. Dominic versuchte, mit seiner Pistole auf einen der Körperteile zu zielen, die nicht von der silbernen Rüstung bedeckt waren. Noch immer taumelte die Welt vor seinen Augen. Das Rauschen in seinen Ohren ließ etwas nach. Es gelang ihm, einen leidlich gezielten Schuss abzugeben, der den Cayman unter der Achsel traf. Er hatte keine nennenswerte Wirkung, aber für einen Augenblick war das Wesen abgelenkt und richtete seine Aufmerksamkeit auf Dominic. Auch der andere Cayman schien wieder zu sich zu kommen und tastete nach seiner Waffe. Dominic lud eine Granate in die Kammer seiner Pistole und schoss auf die insektoide Kreatur. Das Geschoss zerfetzte die rechte Schulter des Käfers und schleuderte seinen verstümmelten Körper über das glatte Parkett. Sein Artgenosse war inzwischen herangekommen und trat Dominic in die Seite. Er sah noch einmal, wie grotesk Monika vom Rücken des Außerirdischen hing, bevor ihm schwarz vor Augen wurde. Er erwartete jederzeit einen weiteren Tritt, aber stattdessen krachte der gepanzerte Leib neben ihm auf den Boden. »Fass mal auf«, murmelte Monika, die noch immer auf dem Rücken des Cayman lag und ihre Hand nach Dominic ausstreckte. »Es ist echt fantastisch. Musst du erleben, sonst glaubst du es nicht.« Ihre Finger berührten Dominics Stirn und im nächsten Moment tauchte er in eine Vision ein, die ihm eine seltsame Welt zeigte. Einen Planeten von dichten Wäldern und Dschungeln. Die Sonne strahlte hell von einem klaren blauen Himmel. Ihre Strahlen stachen durch das grüne Blätterdach eines Waldes. Die Arten von Pflanzen waren Dominic gänzlich unbekannt. Bäume, deren Stämme verdrehtem, ineinander verflochtenem Gras glichen, schraubten sich viele Meter in die Höhe. Im Unterholz huschten seltsame Tiere umher, die wie bunte Vögel aussahen. Ein silbriges Insekt kroch über einen Farnwedel. Es glänzte im Sonnenlicht wie poliertes Metall. Sein Panzer teilte sich und ein paar schillernder Flügel kamen zum Vorschein. Mit tiefen Brummen flog das Tier davon. Als Dominic sich umdrehte, sah er einen mächtigen Turm. Aus einer weiten, von zahllosen Flüssen durchzogenen Talebene ragte er empor. Ohne Zweifel handelte es sich um ein Cayman-Bauwerk, dessen Spitze bis in den Weltraum reichte. Dominic konnte Raumschiffe erkennen, die an den Turm angedockt waren oder ihn umkreisten. Stornend trat Dominic aus dem Schatten des Urwaldes und ließ seinen Blick schweifen. Er stand am Rande einer steilen Klippe, an die sich der Wald drängte. Zu seiner Rechten donnerte ein breiter Wasserfall zu Tal. Hunderte von Metern rauschte er schäumend über die Felsen. Sein Gischtnebel zauberte einen Regenbogen über das dunkle, basaltartige Gestein. Eine Flugmaschine mit glänzenden Flügeln schoss unter Dominics Standort an der Felswand vorbei. Sie beschrieb einen sanften Bogen aufwärts und stieg schnell in den Himmel hinauf. Während Dominic ihr mit seinen Blicken folgte, sah er weitere Türme, die den Horizont säumten. Er erkannte riesige Schiffe, die über das blaue Firmament zogen. Dominic betrachtete eines der großen Fahrzeuge genauer, als sich das ganze Traumgebilde unvermittelt aufzulösen begann. Die Farben verblassten, Formen zerbröckelten und wichen der verqualmten Dunkelheit von Barneys Tanzlokal. »Besser als jeder Trepp«, stammelte Monika und zog das Messer aus dem Genick des Cayman. Ihre Hand war von dunkelblauem Blut bedeckt. Der Donner einer Reihe von Explosionen stieß Dominic gänzlich in die Wirklichkeit zurück. Er stand auf, seine Sinne klar und scharf. Auch das Schwindelgefühl und das Dröhnen in seinen Ohren waren verschwunden. Was immer er gerade erlebt hatte, es schien ihn erfrischt zu haben. Dominic schulterte sein Gewehr und half Cyrus auf die Beine. »Machen wir, dass wir hier rauskommen«, sagte Dominic. »Die Cayman werden alle mitnehmen und zu Konserven verarbeiten, die sie finden können.« Er beschloss, eines der Gewehre an sich zu nehmen und wand es dem Außerirdischen aus den Fingern. »Ich glaube, so ein Souvenir würde Black auch gefallen«, sagte Alina und holte sich ebenfalls eine der außerirdischen Waffen. »Wenn sie etwas mehr Zeit hätten«, überlegte Dominic, »hätte er einen der toten Cayman mitsamt seiner Rüstung mitgenommen.« Aber so wie es aussah, mussten sie sich beeilen. Es dauerte scheinbar ewig, bis Dominic seine Truppe wieder auf den Beinen hatte. Die Hälfte war verwundet, aber verloren hatte er niemanden. Er sah sich seine abgekämpfte Schar an und überlegte, wie er sie sicher und vor allem schnell zum Stützpunkt zurückbringen konnte. Der zentrale Korridor kam dafür nicht in Frage. Dort würden sie mit Sicherheit auf weitere Cayman treffen, ganz abgesehen von den Flats, die sich bestimmt in den Geschäften und Läden verschanzt hatten und sie ins Kreuzfeuer nehmen konnten. »Wir treten jetzt den Rückweg an, denselben Weg, den wir gekommen sind«, entschied Dominic. »Lasst uns hoffen, dass wir keinen weiteren Ärger mehr mit den Käfern bekommen.« »Wir gehen einen anderen Weg«, warf die blonde Piratin ein. »Ist mir scheißegal«, konterte Dominic. »Wir nehmen den Enter Kyle«, erklärte sie und warf einen Blick auf Cyrus, als wäre es eine Aufforderung, mit ihr zu kommen. »Wir haben, was wir wollten«, antwortete Dominic. »Ja, wir auch.« Mit diesen Worten war das Gespräch für die Piratin beendet. Sie wandte sich ab und verschwand mit ihrer Crew durch einen der hinteren Ausgänge. »Sie hält wohl nicht viel von langen Abschieden«, bemerkte Dominic noch kurz, bevor er sich mit Cyrus und seiner Mannschaft auf den Rückweg zum Stützpunkt machte. Kapitel 35 Roslyn empfing Dominic und den Rest seiner Truppe mit einer Tirade aus Flüchen und Verwünschungen. »Was haben sie sich dabei gedacht?« »Ich hätte gute Lust, sie hier zurückzulassen«, schrie er Dominic über den zunehmenden Gefechtslärm an. »Ich konnte nicht ohne Cyrus weg«, konterte Dominic. »Und außerdem haben wir Beute gemacht.« Er hob das Cayman-Gewehr, aber Roslyn schien das nicht zu interessieren. »Das nächste Mal werde ich nicht warten, bis ihre Kumpels oder diverse Schätze eingesammelt haben.« Er scheuchte die jungen Soldaten in den Lastenaufzug und der Lift sauste nach unten. »Als ich die Cayman erwähnte, dachte ich eigentlich, sie wären klug genug, die Beine in die Hand zu nehmen.« »Tja, die sollten sich nicht mit mir und meiner Truppe anlegen«, meinte Dominic scherzhaft und wog das Gewehr in der Hand. »Wir haben drei von denen fertig gemacht.« »Ach, dass sie sich damit mal nicht selbst verletzen«, gab Roslyn zu bedenken und studierte die Waffe so argwöhnisch, als hielte Dominic eine Bombe in den Armen. Erst als Dominic zurück auf der Zora war und von der Brücke aus auf das Schlachtgeschehen starrte, wurde ihm klar, wie knapp sie einer Katastrophe entgangen waren. Der kleine Zerstörer bewegte sich zwar außerhalb der Reichweite sämtlicher Kanonen auf Baxter oder den Waffen der Aliens, aber die ringförmige Station war aus dieser Entfernung noch gut mit bloßem Auge zu erkennen. Auch die Schiffe der Cayman und der Akato zeichneten sich deutlich gegen das Schwarz des Weltalls ab. Explosionen flammten auf, Energiegeschosse zogen glühende Linien durch den Raum. Das zentrale Hologramm zeigte die Einzelheiten des tobenden Gefechtes. Cyrus, der neben Dominic stand, betrachtete die Projektion mit fahlem Gesicht. Es schien aussichtslos, dass jemand aus dieser Hölle entkommen konnte. Die Athena tauchte in der Abbildung nicht auf. Schwer zu sagen, wann sie abgeflogen war. Cyrus sah zu Perk und Roslyn hinüber, die am Fenster standen, und die Schlacht durch diverse optische Apparaturen beobachteten, die an der Konsole vor dem Bugfenster befestigt waren. Es schien ihn zu drängen, einen unverfälschten Blick auf das Geschehen zu werfen. Ja, dir scheint die blonde Walküre sehr am Herzen zu legen, bemerkte Dominic mit etwas Unverständnis. Halt die Klappe, sagte Cyrus. Ich mag sie. Mehr nicht. Ja, klar. Mehr nicht, wiederholte Dominic. Was hast du herausgefunden? Oh, eine Menge, antwortete Cyrus, nicht ohne Stolz. Ich glaube jedenfalls mehr, als du mit deiner Grübelei aus den Daten von Blake herausgeknobelt hast. Perk hört sich freuen. Dann wirst du ja bald mein Vorgesetzter, spottete Dominic mit einer Spur von Missgunst. Mit noch mehr Verantwortung und noch mehr Schreibkram. Dominic nervte die Tatsache, dass Cyrus bei den Ergebnissen, die er bei seiner Datensicherung zutage fördern konnte, ebenfalls einen Anteil gehabt hatte. Zu Beginn hatte er geglaubt, in Cyrus ein Großmaul gefunden zu haben, das bald gehörig auf die Schnauze fallen und scheitern würde. Nicht, dass er ihm das gewünscht hätte, aber für ihn war das so deutlich abzusehen gewesen, wie Blitz und Donner in einer Gewitterwolke. Dominic musste zugeben, sich geirrt zu haben und wurde das Gefühl nicht los, sich in einem Wettstreit mit Cyrus zu befinden, bei dem dieser die Nase vorn hatte. So lange jedenfalls, bis Dominic die Cayman-Waffe in die Hände bekommen hatte. Perk gab endlich den Befehl abzudrehen und ließ kurz auf ein Dominic-unbekanntes Ziel nehmen. Schönes Geschenk haben sie mir da an Bord gebracht, sagte der Käpt'n, als er zu Dominic und Cyrus kam, die noch immer vor dem Hologramm standen, bis es abgeschaltet wurde. Das Cayman-Gewehr ist eine spannende Sache, Porter. Ich wüsste nicht, dass jemand so etwas schon mal in die Finger bekommen hat. Und was haben Sie für mich, Corinne? Cyrus sah nachdenklich aus. Ich habe noch eine unangenehme Neuigkeit, warf er zögernd ein. Aber es wäre gut, wenn das sonst niemand mitbekommt. Sie ist sehr brisant. Im Quartier des Käpt'ns waren Perk, Roslyn, Dominic und Cyrus ungestört. Cyrus erzählte, was ihm auf der Baxter-Station widerfahren war, bevor der Angriff der Flotte begann. So wie ich es sehe, hat die Castron nicht nur Verbindung zu den Flats. Erst einer ihrer Anführer und hat diesen Angriff deswegen unterstützt, um einen Konkurrenten auszuschalten und seine Spuren zu verwischen. Womöglich hat er auch dafür Sorge getragen, dass unsere Aktion überhaupt stattfinden konnte. Perk und Roslyn war ihre Bestürzung deutlich anzusehen. Der Käpt'n starrte fassungslos ins Leere und schien in seinen Gedanken zu versinken. Der erste Offizier hatte sich jedoch bald wieder im Griff. Und sie sind sicher, die Castros Namen gehört zu haben? fragte er Cyrus. Sie waren aufgeregt und nicht unmittelbar dabei. Einige Meter entfernt, nicht wahr? Ja, ich habe gute Ohren und sie haben mir klar und deutlich gesprochen, antwortete Cyrus. Außerdem benutzten wir ihren Enterkile und der hat eine Flottenkennung. Ich wette, er stammt von der Brandon und den hat Blake jetzt. Wenn Sie nachfragen, wird bestimmt einer fehlen. Naja, die Castro hat angekündigt, dass er die Zentrale angreifen würde, erinnerte Perk seinen ersten Offizier. Das ist kein Geheimnis. Und er kann behaupten, der Kahn sei verlustig gegangen. Damit können wir ihn nicht festnageln. Er kann einfach leugnen, ein Kommando geschickt zu haben, das es gezielt auf Brand abgesehen hatte. Perk schüttelte den Kopf. Ich kann es noch immer nicht ganz glauben, aber es könnte eine Menge erklären. Matteo ist immer im Einsatz, ständig unterwegs. Er weiß schon, welchen Geschäften er nachgeht, wenn er zwischen den Planeten herumfliegt. Jetzt erscheint alles, was er je getan hat, in einem ganz anderen Licht. Ruslan setzte sich auf die Tischkante. Wir müssen Rosefield Bescheid sagen. Ich werde ihn informieren. Dann lassen wir wieder Kurs auf die Erde setzen? Nein, widersprach der Käpt'n. Die Castro soll keinen Verdacht schöpfen. Wenn wir sofort zum Hauptquartier fliegen, ist das zu auffällig. Wollen wir dann also hier im Nirgendwo rumhängen, bis sich der Rauch gelichtet hat? Wir fliegen nach Xeto, sagte Perk. Ruslan schien nicht überrascht. Ah, wegen der Cayman-Waffe. Es handelte sich mehr um eine Feststellung, als um eine Frage. Dominic wollte gerne wissen, was Xeto war. Er vermutete einen Stützpunkt, aber normalerweise hatten Flottenstützpunkte noch eine Zahlenfolge hinter dem Namen. Ist Xeto ein Stützpunkt? Erkundigte sich Dominic dennoch. Wir haben auch unsere Geheimnisse, Junge. Lassen Sie sich überraschen. Kapitel 36 Dominic brannte darauf, ein paar Worte mit Elena Green und Monica zu sprechen, die sich zusammen ein Quartier teilten. Der Flug nach Xeto sollte eine knappe Stunde dauern. Genug Zeit, um den beiden Schützinnen Fragen zu stellen. Er stand jetzt vor dem Quartier der beiden Frauen und betätigte die Signaltaste. Nach einigen Sekunden öffnete sich die Tür. Elena sah überrascht und unruhig aus, als hätte Dominic sie bei etwas Verbotenem erwischt. Sie blickte sich kurz nach Monica um, bevor sie Dominic wieder ihrer Aufmerksamkeit zuwandte. Willst du mich nicht reinlassen? Er sah über ihre Schulter in den dunklen Raum hinein. Unser Quartier ist sehr klein. Ich glaube, du kannst davon ausgehen, dass ich das weiß, Monica. Sie zögerte noch immer. Dominic gab sich dienstlich. Haben Sie etwas zu verbergen, Soldat, fuhr er in distanziert kühlem Tonfall fort. Elena Green nahm Haltung an und trat zur Seite, um Dominic Zutritt zu gewähren. Nein, Sir, habe ich nicht. Dominic zwängte sich an der jungen Frau vorbei in den dunklen Raum und schaltete das Licht an. Monica stand neben ihrer Pritsche in Habachtstellung und stieß ein pflichtbewusstes Sir hervor. Stehen Sie bequem, sagte Dominic und war wie betreibt, während sein Blick über die Wände des Quartiers schweifte, die mit allerlei Bildern und Ornamenten bemalt waren. Was zur Hölle soll das bedeuten? Kunst, Sir, beeilte sich Elena zu erklären. Ja, das sehe ich auch. Aber zur Hölle, warum müssen Sie dazu Ihre Unterkunft benutzen? Es gibt einen Freizeitbereich und dort kann man sich an Holokunst versuchen. Die zwei Frauen schwegen beschämt. Sie haben wirklich Glück, dass Perk nicht regelmäßig Quartierinspektionen durchführen lässt wie andere Captains. Dominic betrachtete einige der Motive eingehender. Unweigerlich fühlte er sich an seinen Bruder Benjamin erinnert, der ebenfalls seine künstlerische Ader entdeckt und sich eine skurrile Galerie aus den Schädeln von Cayman-Schnüfflern zusammengestellt hatte. In den Zeichnungen der beiden Schützinnen glaubte Dominic Raumschiffe und Bauwerke zu erkennen. Es konnte sich dabei aber auch um exotische Fische und Bäume handeln. Er sah Planeten und Monde in der Umklammerung gewaltiger technischer Gebilde. Die Motive erstreckten sich über Wände und Decken, versehen mit Mustern, die ihn an irische Knotenornamente erinnerten. Allerdings waren die Muster hier weitaus komplexer und strukturierter als alles, was er bisher zu Gesicht bekommen hatte. Er fragte sich, wie viel Zeit die beiden Frauen in ihre Kunst investiert und wie oft sie dafür in den letzten Tagen und Wochen auf Schlaf verzichtet hatten. Vor allem aber wollte er wissen, was sie veranlasste, sich derart zu verausgaben. Was soll das Ganze? Seit wann geht das schon so? Monika schien das Bedürfnis zu haben, sich ihm anzuvertrauen. Es platzte förmlich aus ihr heraus und sie wirkte aufgeregt. Es hat alles mit den Siebis angefangen, erklärte sie Dominik. Ihre Stimme zitterte, die Lippen bebten. Schweiß stand auf ihrer Stirn. Als sie über den Energiestrahl der Kanone an Bord gekommen sind. Ich habe Dinge gesehen, die ich nicht in Worte fassen kann. Weshalb male ich sie? Meine Empfindungen, meine Gefühle. Elena geht es ebenso. Wir träumen von anderen Welten. Schönen Welten, schrecklichen Welten. Die Siebis sind Reisende. Sie durchstreifen das Universum seit Jahrmillionen. Kennen alle Zivilisationen. Alte Reiche, neue Reiche. Es ist kaum zu fassen. Die Eindrücke sind... Sie sind... Überwältigend, kam Dominik ihr zu Hilfe. Ja, genau. Es sind sie. Mit jedem ihrer Worte erinnerte sich Dominik an seinen Bruder. Er hatte ihn davor gewarnt, mit den Fremden in diese Art von Gedankenkontakt zu kommen. Dennoch hatte Dominik es herausgefordert und auch eine Vision gehabt. Aber bisher verspürte er keine Entzugserscheinungen oder andere Nebenwirkungen. Vielleicht lag es daran, dass er den Kontakt freiwillig und in vollem Bewusstsein erlebt hatte. Bei Benjamin musste es, so wie bei Monica und Elena, eher ein Übergriff gewesen sein. Dominik richtete seine Aufmerksamkeit auf Elena Green. Ich habe sie beide kämpfen gesehen. Die zwei Frauen wechselten einen geflissentlichen Blick. Ich habe mir auch ihre Punktezahl beim Kampftraining angesehen, offenbarte er. Die waren bis vor kurzem noch eher durchschnittlich. Ich lag stets höher, selbst in der Zeit, als ich mein Training etwas hatte schleifen lassen. Aber in ihren letzten Trainingseinheiten gingen sämtliche Punktewerte in die Höhe. Und zwar um satte 250 Prozent. Ich habe mir den Bericht angesehen, bevor wir auf Baxter gelandet sind. Wie erklären Sie sich Ihre momentanen Fähigkeiten? Monica schüttelte den Kopf, aber Elena fühlte sich veranlasst, die Sache zu erklären. In erster Linie habe ich das Gefühl, dass meine Gewaltbereitschaft steigt. Und sobald ich angespannt bin, sind alle meine Sinne so wach wie nie. Besonders, wenn es zum Kampf kommt. Ich sehne ihn regelrecht herbei. Kommt es dann dazu, ist es beinahe wie ein Tanz. Ich kann die Reaktion meines Gegners abschätzen. Ich bemerke jede seiner Regungen, weiß sich zu deuten und darauf zu reagieren. Andernfalls hätten wir gegen die Cayman keine Chance gehabt. Dominic nahm diese Informationen mit scheinbarer Gleichgültigkeit auf, doch im Inneren war er mehr als beunruhigt. Was würde passieren, wenn sie keine Gelegenheit mehr bekämen, ihr Aggressionspotenzial an einem Feind abzureagieren? Die Wandmalereien, die waren verständlich, wenn man wusste, was Elena und Monica widerfahren war. Ausdruck einer Psychose. Er musste die Sache mit Roslyn besprechen. Aber es interessierten ihn noch weitere Aspekte an der ganzen Angelegenheit. Was können Sie mir noch über die Siebis sagen, außer, dass die steinalte Vorgabunden sind? Haben sie Intelligenz, ein Wesen, eine Seele? Oder sind es nur Energieblasen, die zufällig unseren Weg gekreuzt haben? Offenbar hatten die zwei Frauen darüber nichts zu berichten. Monica jedoch wagte, eine Vermutung zu äußern. Ich, ich habe irgendwie nicht den Eindruck, dass sie ein Wesen oder eine Seele haben. Sie zuckte mit den Schultern. Ich weiß lediglich, dass sie angefüllt sind mit Wissen. Sie sammeln es. Ah ja, und für wen? Kam Dominics spontane Zwischenfrage. Ich weiß es nicht, antwortete die Schützin etwas hilflos. Sie tun es einfach, aber zu welchem Zweck? Das kann ich nicht sagen. Als sie diesen Anfall hatten, Trance, wandte Monica ein. Ich nenne es erstmal einen Anfall, wenn es recht ist, gibt Dominic zurück. Aufgrund seiner eigenen Erfahrungen wusste er es zwar besser, aber im Moment galt es, Fakten herauszufiltern und nicht über gemeinsame Erlebnisse zu plaudern. Würde er den beiden sagen, dass er Ähnliches erlebt hatte, konnte es sich negativ auf ihr Verhältnis auswirken und die Faktenfindungen beeinflussen. Sie, sie sagten etwas von den Augen der Arterie, wollte Dominic wissen. Ich hatte sie gefragt, was das sei, und sie sagten, sie wüssten es nicht. Ich weiß nicht, was Sie meinen, Sir. Also, in Ihren Visionen, wurde Dominic weiter nach. Haben Sie da nichts gesehen, was die Arterie sein könnten? Sie sah ihn ratlos an und antwortete nicht. Auch Eleanor schien mit diesem Begriff nichts anfangen zu können. Dominic erinnerte sich an einen Text aus der Bibel, den der Gemeindegeistliche seiner Kirche einmal erwähnt hatte. Gott, dessen Augen die ganze Erde durchschweifen, lautete er. Dominic bezweifelte zwar, dass es sich bei den Sibis um eine Art Engel handelte, aber sie schienen zu dem Zweck geschaffen, einer höheren Macht zu dienen. Und wie es aussah, beobachtete jemand das Geschehen im Sonnensystem. Wer immer die Arterie waren, sie hatten allem Anschein nach Interesse an den Menschen. Dominic lachte über sich selbst, dass er die beiden Frauen ansah und die Kunstwerke, die sie an die Wände gemalt hatten. Seine Überlegungen konnten allesamt Fantasiegebilde sein, basierend auf den wirren Gedanken von zwei jungen Soldatinnen, Hirngespinster eines malträtierten Geistes. Aber wenn er die Komplexität und Struktur der Zeichnungen betrachtete, dann kamen ihm Zweifel. Kapitel 37 Xeto entpuppte sich als geheimer Laborkomplex auf Oberon, einem der vielen Uranusmonde. Kirk ließ die Zora in einem Orbit um den Gasplaneten zurück und verließ sein Schiff zusammen mit Roslyn, Corrin und Porter in einem kleinen Beiboot. Der Flug dauerte eine ganze Stunde, in der das winzige Boot den Uranus umkreiste und ihn zwischen sich und die Zora brachte. Dominic dämmerte mehr und mehr, dass es sich bei Xeto um etwas handeln musste, das Perk der Mannschaft nicht offenbaren wollte. Wie Dominic wusste, gab es nur wenige Männer und Frauen, die Perk auf früheren Missionen begleitet hatten. Diejenigen, die bei ihm geblieben waren, genossen sein Vertrauen und hatten kein Problem damit, die Befehle des Käptens zu befolgen, ohne sie im Detail zu hinterfragen, auch wenn sie ihnen vielleicht bedenklich schienen. Doch der Rest der Crew schien immer misstrauischer zu werden. Es hatte zu viele eigenartige Vorkommnisse gegeben, die den neuen Soldaten Kopfzerbrechen bereiteten. Weitere Überraschungen wären zu diesem Zeitpunkt ungünstig und würden die Unruhe noch weiter befeuern. Dominic fragte sich, welche Geheimnisse Perk noch haben mochte. Je länger er unter seinem Kommando dienen würde, umso spannender konnte das Ganze werden. Mehr und mehr wurde ihm auch bewusst, warum man Perk als schillernde Persönlichkeit betrachtete, dem viele sowohl mit Bewunderung wie mit Argwohn gegenüberstanden. Endlich ging das kleine Fahrzeug in einen Landeanflug über und hielt auf ein tief eingeschnittenes Tal zu, das die eisige Oberfläche des Uranus trabanten wie ein Riss durchzog. In der steilen Felswand, der sich das Boot näherte, öffnete sich eine Schleuse. Ein fahler Lichtschein sickerte in die Dunkelheit. Das Tor war gerade groß genug, das Beiboot passieren zu lassen. Auf dem kleinen Landeareal dahinter setzte das Fahrzeug auf. Man erwartete Perk und seine Mannschaft bereits. Das Empfangskomitee bestand aus einer Gruppe von fünf Wissenschaftlern in hellblauen Arbeitsmonturen ohne Zugehörigkeitsabzeichen, die Perk und Ruslan offenbar schon kannten. Sie begrüßten einander freundlich. Ein großer, schlanker Mann, dessen graue Haare zu einem langen Zopf gebunden waren, deutete mit einem Kopfnicken auf Dominic und Cyrus. In seinen Augen meinte Dominic, argwohnen zu erkennen. »Es sind Corrin und Porter«, informierte Perk. »Ich vertraue ihnen.« »Oh, sehr junge Offiziere hast du da«, sagte der Wissenschaftler. »Und kann nicht wählerisch sein in dieser Zeit«, entschuldigte sich der Käpt'n. »Aber sie haben ihren Rang nicht ohne Grund.« »Wenn du das sagst«, der Wissenschaftler reichte Dominic und Cyrus die Hand. »Professor Milton Gondorf, ich bin der Leiter der Forschungsstation Xeta.« »Und ich nehme an, sie werden nicht von der Flotte bezahlt«, wagte Dominic zu folgern. Der Professor stutzte einen Moment. »Dieser da ist schon mal gut«, sagte er an Perk gewandt. »Und der andere steht ihm in nichts nach«, meinte Perk. »Wir haben den beiden einen interessanten Fund zu verdanken. Deswegen habe ich sie mitgenommen.« »Porter«, donnerte Ruslan in gewohnt ärgerlicher Manier. »Machen Sie sich nützlich und holen Sie die Cayman-Waffe aus dem Boot.« Dominic gehorchte und brachte das schwere Gewehr heraus, um es den Wissenschaftlern zu zeigen. Die Männer staunten, und auch Professor Gondorf versuchte gar nicht, seine Freude zu verbergen. »Ist es funktionstüchtig?«, erkundigte sich der Wissenschaftler. »Ja, das ist es«, antwortete Dominic. »Es hat ordentlich Power.« »Es hat einen Energiekern«, teilte Ruslan mit und schob eine kleine Klappe an der Waffe zur Seite. »Das, was da so blau leuchtet, es hat keine messbare Strahlung, aber es ist ganz eindeutig das Herz der Waffe.« Gondorf sah sich das blaue Energiemodul näher an. »Ah, er muss ein effizientes Eindämmungsfeld besitzen. Ich denke, dass Strahlungsprävention die einfachste Übung der Cayman-Techniker sein dürfte.« »Ist dennoch erstaunlich«, setzte Ruslan hinzu. Gondorf nahm Dominic das große Gewehr ab und wog es nachdenklich in den Händen. Es war einem Menschen unmöglich, die Waffe anzulegen, um etwas ins Visier zu nehmen. Dennoch versuchte es der Wissenschaftler und spähte über den Lauf hinweg, als hätte er ein Ziel erfasst. »Wy Cayman und Akato hinterlassen nur Schrott«, erklärte der Professor weiter. »Alles, was noch brauchbar ist, sammeln sie für gewöhnlich ein.« »Ja, das habe ich erlebt«, sagte Dominic. »Hinter unserem Haus ging ein Akato-Schiff runter. Hat nicht lang gedauert, bis sie sich wiedergeholt haben.« »Ja, die haben dabei nicht alles plattgemacht, wie sie das üblicherweise tun«, Dominic zögerte. »Sollte er Gondorf sagen, dass er einem Akato-Fürsten das Leben gerettet hatte?« »Nein«, erkäme sich wie ein Aufschneider vor, und Gondorf würde es ihm ohnehin nicht abnehmen.« »Das ist erstaunlich«, der Professor rieb sich nachdenklich das Kinn. »Sie müssen ein Glückspilz sein.« »Ich hoffe, wir können bald mit Ergebnissen rechnen«, drängte Perk, während Gondorfs Assistenten ihm die Cayman-Waffe abnahm, sie auf einen Transportschlitten legten und sich damit entfernten. »Ich kann dir keine Wunder versprechen.« Der Professor steckte die Hände in die Taschen seines Kittels. »Aber wir geben unser Bestes. Weiß Rosefield davon?« »Noch nicht«, bekannte Perk. »Es ging alles sehr schnell, und im Augenblick bin ich vorsichtig.« »Du misstraust dem Alten doch nicht.« »Nein, nein, natürlich nicht. Aber die Dinge scheinen immer komplizierter zu werden. Ich will meine Kreise klein halten.« Gondorf widmete Cyrus und Dominik zwei lange Blicke. »Na ja, dann will ich hoffen, dass du bei der Wahl deiner Leute noch immer ein gutes Händchen hast. Ich hab dir immer gesagt, dass du in der Vergangenheit viel Glück hattest. Überschätzt dich nicht. Neuen Leben sind schneller verbraucht, als man denkt.« »Wir bleiben in der Nähe«, sagte Perk schließlich, um das Gespräch zu beenden. »Er kommt bestimmt schnell voran.« »Eine Aufstockung des Budgets wirkt ebenfalls auf die Motivation«, sagte der Professor im Weggehen. »Das hab ich auch schon öfter erwähnt.« »Und du wirst nicht müde, das zu betonen«, rief ihm Perk hinterher, aber Gondorf ging, ohne sich nochmals umzusehen. Ein Signalton schrillte aus dem Inneren des Raumschiffes. Ruslan verlor keine Zeit und eilte zurück ins Bayboot. Auch Perk wendete sich ab, um dem ersten Offizier zu folgen. Dominic war noch immer irritiert von der Existenz dieses geheimen Ortes. »Finanziert Rosefield diese Einrichtung aus eigener Tasche?« Sie eilten die Rampe unter der Kanzel hinauf, die sich bereits langsam schloss. »Nicht nur er«, bekannte Perk. »Ich leiste meinen Teil und auch Ruslan tut das seiner.« »Ich hoffe, wir müssen uns nicht irgendwann dafür schämen, das zu wissen«, meinte Cyrus, der bis jetzt keinen Ton gesagt hatte und in Grübeleien versunken war. »Wenn Sie denken, wir hätten Gewinne aus unseren Missionen geschlagen«, antwortete der Käpt'n, der Cyrus' Worte auch als Unverschämtheit hätte ansehen können. »Ruslan und ich verfügen über beträchtliches privates Vermögen. Und es gibt genug gute Gründe, Dinge im Verborgenen zu tun. Je länger Sie bei der Flotte sind, umso verständlicher wird Ihnen das erscheinen. »Ruslan sah besorgt aus, als sie die Kanzel erreichten und sich in ihren Sitzen niederließen.« »Das Hauptquartier hat uns gerufen«, informierte der erste Offizier. »Die Mindori-Station auf dem Reha-Saturnmond hat ein Notsignal abgeschickt. Es wurde an die Zora weitergeleitet.« »Werden Sie angegriffen?« Perk tippte auf der Konsole herum und rief aktuelle Informationen ab. »Kaiman, Ründerer.« »Haben Sie nichts gesagt«, berichtete Ruslan weiter. »Der Notruf war kurz, wenig Information. Wir sollten nachsehen und Verstärkung rufen, sollte es nötig sein.« »Wir sind in der Nähe, deshalb hat man uns kontaktiert. Da wir keinen Auftrag haben, können wir uns gleich auf den Weg machen. Ich rechne mit einer kurzen Sache.« Der Käpt'n studierte die Daten und runzelte die Stirn. »Oh, eine kleine Kolonie. Alt. Vielleicht ein Defekt in den Lebenserhaltungssystem und der Energieversorgung.« Er lehnte sich zurück und Ruslan startete die Triebwerke. »Ah, dann leisten wir mal Nothilfe. Dürfte ganz gut tun, nach all dem Abschau mal wieder mit normalen Menschen zu tun zu haben.« Das Beiboot flog zu seinem Mutterschiff zurück und danach setzte die Zora-Kurs auf Reha. Fasziniert sah Dominik aus dem breiten Panoramafenster der Brücke. Der kleine Mond Reha bewegte sich vor dem Hintergrund des mächtigen Saturn, dessen wirbelnder, ockerfarbener Wolkenozean das gesamte Sichtfeld einnahm. Der Grasriese leuchtete im Sonnenlicht und Reha funkelte davor wie eine kleine weiße Perle. Dominik erinnerte sich zurück an die Gespräche mit seinem Bruder Benjamin. Er hatte davon gesprochen, dass es nur Schrecken und Dunkelheit zwischen den Sternern gäbe. »Siehst du, wie winzig die Sterne sind,« hatte Benjamin gesagt, »und wie viel Schwarz um sie herum?« »Es ist ein Omen, ein Hinweis.« »Da draußen ist nur die Finsternis. Sie beherrscht alles.« Nach all den Erfahrungen hatte Dominik ihm teilweise zugestimmt. Und inzwischen waren seine Bedenken tatsächlich weitergewachsen. Doch der Anblick des majestätischen Saturn mit seinem wirbelnden Wolkenozean vor dem Brückenfenster fegte alle trüben Gedanken fort. Es gab zu viel Pracht und Schönheit in der Dunkelheit des Alls. Benjamin hatte sich nicht die Mühe gemacht, genauer hinzusehen. Vielleicht schloss er sich nicht der Flotte an, damit er seinen Irrtum nicht eingestehen musste. Und warum suchte er so vehement den Alptraum in den Wäldern, wo er Monster jagte, deren Schädel er in seiner Garage an die Wände nagelte? Ach, Dominik beschloss sich wieder dem Hier und Jetzt zu widmen. So wie es gerade aussah, würde die Zora diesen kurzen Einsatz hinter sich bringen und zur Erde zurückkehren, damit Perk seinen Rapport im Hauptquartier machen konnte. Nach all den Ereignissen konnte das ein längerer Aufenthalt werden. Dominik würde Gelegenheit haben, seine Familie zu besuchen. Er freute sich darauf, seinem widersprüchlichen und zwiespältigen Bruder von seinen Abenteuern zu erzählen, die er auf der Zora erlebt hatte. Die Zora stürzte dem Mond Reher wie ein Meteor entgegen und bald konnte Dominik die vielen Krater und Trichter erkennen, die den kleinen Trabanten sprengelten. Wie Dominik der Datenbank entnommen hatte, bestand Reha größtenteils aus Eis und Silikatgestein. Die Mindori-Siedlung war eigentlich nichts weiter als eine Bohrstation, auf der Wasser für die Kolonien und die Flotte gewonnen wurde. Perk war angespannt. Die Zora wartete auf die Antwort der Mindori-Station, aber alle Funksprüche blieben ohne Reaktion. Ruslan und der Käpt'n warfen sich nervöse Blicke zu. Der erste Offizier starrte zum Fenster hinaus. Täler und Kenyans waren zu sehen. Wir müssten doch zumindest ihre Kommunikationssysteme wieder hinbekommen haben. Tag- und Nachtgrenze anpeilen, befahl Perk. Der kleine Zerstörer sank zwischen den steilen Bergflanken in den Nachtschutten ein und folgte dem Verlauf des Tales in niedriger Höhe fliegend. Ruslan gab Alarmbereitschaft aus. Die Beleuchtung ging aus und rote Lichtleisten an den Wänden begannen zu glühen. Cyrus atmete hörbar aus. Ich hoffe, wir kriegen zum Schluss nicht noch eins drauf. Dominik wollte es nicht aussprechen, aber auch ihm wurde mulmig zumute. Ein unbestimmbares Gefühl von Bedrohung beschlich ihn, aber er schob es auf den Kontrast seiner Empfindungen. Auf die Freude, bald wieder nach Hause zu kommen, die durch den Stress abgelöst wurde, der jetzt einsetzte. Es war offensichtlich, dass Perk und Ruslan den Einsatz nicht mehr für eine Routineaufgabe hielten. Das Gespür der beiden erfahrenen Soldaten schien ihnen zur Vorsicht zu raten. Dominik beschloss sich Gewissheit über die Situation zu verschaffen und trat neben Perk ans Fenster. Was wollen Sie hören, Porter? fragte Perk. Als alles in Ordnung ist und wir bald wieder zur Erde fliegen werden, Dominiks Zunge klebte förmlich an seinem Gaumen. Ja, so etwas in der Art, brachte er mühsam hervor. Wissen Sie, was mich stutzig macht? Dominik hatte keine Ahnung, was er sagen sollte. Als Commander der Station würde ich ein Schiff in den Orbit schicken, damit es Kontakt zum Rettungsteam und anderen Schiffen aufnimmt, wenn die Station nicht mehr in der Lage ist, zu kommunizieren. Sie denken also, es muss einen größeren Vorfall gegeben haben? Davon gehe ich aus. Perk wirf einen Blick auf die Navigationsangaben auf der Konsole vor ihm. Im Moment gehe ich von einem Unfall aus, aber es könnte auch ein Angriff dahinter stecken. Ich habe mir die Informationen über die Mindori-Station angesehen, antwortete Dominik ratlos. Da gibt es nichts, was es wert wäre, einen Angriff zu wagen. Das ist der einzige Aspekt, der für einen Unfall spricht. Wir konnten auch keinen Funkverkehr registrieren. Es ist verdammt still. Eigentlich zu still. Bei einem Unfall gäbe es eine Menge Kommunikation zwischen Helfern und Opfern. Naja, außer eben, es gab einen größeren Unfall. Deswegen schläuchen wir uns an. Perk verschränkte die Arme hinter dem Rücken. Sie und Cyrus werden ihre Schützenlinien besetzen. Machen Sie sich auf einen Fluchtstart von Reha gefasst. Ich werde nichts riskieren. Sollten wir in einen Hinterhalt geraten, verschwinden wir. Dominik saß in seiner Schützenkanzel. Alle Kontrollamten zeigten an, dass die Kanoniere in Bereitschaft waren. Auf dem Hauptmonitor vor ihm konnte er die Sicht abrufen, die sich dem Käpt'n auf der Brücke bot. Die tief eingeschnittene Schlucht weitete sich und lief in eine weite Ebene aus, in der sich die Ruinen der Mindori-Station erhoben. Drei Bohrtürmer ragten verbogen und verkrümmt in den schwarzen Himmel. Die Gebäude dazwischen und um sie herum waren alle zerstört. Eine mächtige Druckwelle hatte sie plattgewolzt und die Trümmer über die gesamte Ebene verteilt. Dominik sah auch die Reste zweier Raumschiffe, die verkohlt und qualmend am Rand der ehemaligen Kolonie lagen. Beide kaum größer als die Zora, aber es war unschwer zu erkennen, dass sie einmal waffenstarrende Ungetüme gewesen waren. Gewiss gehörten sie nicht zur Transportflotte der Bohrstation. Drei kurze Alarmsignale halten durch das Schiff und versetzten die Zora in Gefechtsbereitschaft. Auf dem Monitor wurde ein Ziel markiert. Ein kleines Objekt, das in Schwerelosigkeit über der Trümmerwüste schwebte. Dominik vergrößerte den Bildausschnitt. Es war ein Transporter, der sich jetzt langsam der Zora näherte. Dominik richtete sein Geschütz darauf aus und entsicherte es. Einige der Schützen folgten seinem Beispiel, aber es gab auch Rückmeldungen, ob es sich dabei um einen Irrtum handelte. Monica Simmons' Stimme drang aus dem Lautsprecher. »Ist das denn ernst?«, wunderte sie sich. »Das ist ein unbewaffnetes Schiff.« »Das kann man nicht sicher sagen,« konterte Dominik, obwohl er sich eigentlich nicht auf eine Diskussion einlassen sollte. Ruslan würde das mit Sicherheit zur Sprache bringen und ihm eine Standpauke halten, wenn er nach dem Einsatz seinen Bericht abgegeben hatte. Auch Elena Green schien jetzt Lust zu haben, sich mit Dominik auf einen Disput einzulassen. »Selbst wenn es bewaffnet ist,« sagte sie, »und es klang ziemlich herablassend.«, »Was sollten die schon für Waffen haben, die der Zora gefährlich werden könnten?« Der Ton der jungen Frau machte Dominik wütend. »Sie haben ihre Befehle.« Es kostete ihn Mühe, seinen Ärger zu unterdrücken. »Erfassen Sie das Ziel.« »Sofort.« »Ja, Sir«, hörte Elena und Monika fast gleichzeitig sagen. Es klang widerspenstig und abschätzig. Er würde mit den beiden Frauen ein ernstes Wort reden, bevor er seinen Report verfasste. Dann würde die ganze Sache nicht ganz so armselig wirken, wenn er dafür beim ersten Offizier gerade stehen musste. Das Objekt war schnell näher gekommen und die Zora hatte gestoppt. Dominik kontaktierte Ruslan. »Sir, wir sind feuerbereit.« Ruslan antwortete nicht. Stattdessen registrierte Dominik, dass die Energie der Waffensysteme abgezogen und in das Schildsystem gespeist wurde. Unmittelbar darauf erfolgte eine Explosion. Sie traf die Zora mit voller Wucht. Und Dominik verlor das Bewusstsein. Das war »Nomads 1. Die Invasoren« von Alan J. Stark. Die Serie wird fortgesetzt in »Nomads 2. Dunkles Land«. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören.